In einer Mischung aus Panik und blinder Wut schüttelte André die Tiere, die an ihm hochzuklettern versuchten, ab, trat um sich und verschaffte sich auf diese Weise tatsächlich eine Sekunde Luft. Eine zweite, indem er sein Schwert schwang und die Klinge wie eine Sense durch die brodelnde, braungraue Masse vor sich pfeifen ließ und dabei Glieder abtrennte, Rückgrate zerschlug, ganze Körper zerteilte und Dutzende grausamer Wunden hinterließ. Es, durchdringender Blutgestank erfüllte den Raum, und plötzlich begannen die Ratten zu quieken, schrill, zornig, ängstlich, wie aus einem einzigen gewaltigen Maul. André sah, dass auch Abudun seinen Säbel schwang und wie besessen um sich schlug, und er hörte, dass der Freund ihm irgendetwas zuschrie, konnte die Worte aber nicht verstehen, denn das Pfeifen und Quieken wurde immer lauter. Zugleich nahm die wellenförmige Bewegung in der Masse aus pelzigen Körpern zu, als türme sich hinter ihn eine Flutwelle auf, eine Flutwelle aus Fell, Zähnen und Krallen, die sie zu überrollen und verschlingen drohte. Längst blutete er aus einem Dutzend tiefer Wunden, und seine Hosenbeine hingen in Fetzen. Das Blut, das er roch, war schon längst nicht mehr nur das der Ratten, und immer mehr Tiere versuchten, an ihm hochzuklettern oder sprangen ihm auf die Brust, Schultern und Rücken. Wie durch ein Wunder gelang es André noch einmal, sich der tobenden Nager zu entledigen und sich mit einem gewaltigen Hieb ein wenig Raum zu verschaffen, wobei es weniger die Verheerung war, die sein Schwert anrichtete, als vielmehr die Tatsache, dass die Ratten wie besessen über ihre eigenen verwundeten Brüder und Schwestern herfielen, um sie bei lebendigem Leib aufzufressen. Aber all das würde sie nicht retten. So deutlich wie André spürte, dass der Vampir in ihm zu erwachen begann und die uralte Gier aus ihrem Gefängnis am Grunde seiner Seele ausbrach, so deutlich spürte er den animalischen Blutdurst, den er geweckt hatte, und der nun von all diesen ungezählten Rattenbesitz zu ergreifen begann. Nein, sie würden sich nicht damit zufrieden geben, ihre verwundeten Artgenossen aufzufressen, solange reichere Beute in der Nähe war. Keuchen fuhr er herum, schlug eine Ratte beiseite, die sich in seinen Hals verbissen hatte, und deren Zähne nach dem warmen Blutgruben, das sie unter seiner Haut witterte, schwang seine Klinge erneut und taumelte auf Abudun zu. Der Nubier stand wie durch ein Wunder noch immer aufrecht neben ihm, hackte, schlug und stieß mit dem Krummsäbel um sich und versuchte mit der anderen Hand, die Ratten abzuwehren, die in immer größerer Zahl und immer wütender an ihm emporzuklettern trachteten. Hände und Gesicht waren blutüberströmt, und auch der schwarze Mantel hing in Fetzen. Aus den Augenwinkeln sah André, wie sich plötzlich auch die Treppe mit hastenden, struppigen kleinen Körpern füllte, als sich eine braungraue Welle durch die Klappe in der Zimmerdecke zu ergießen begann. »Abudun!« schrie er. »Zu mir!« Er war sich nicht sicher, dass der Nubier ihn verstand. Ja, er war sich nicht einmal sicher, ob er die Worte überhaupt gerufen hatte. Dann aber trat der Nubier mit einem taumelnden Schritt hinter ihn, stellte sich Rücken an Rücken zu ihm, eine Position, in der sie unzählige Male gekämpft und überlebt hatten, und schwang mit wütenden Schreien den Krummsäbel nach der heranwogenen, pelzigen Flut. Doch selbst auf diese Weise würden sie diesen Wahnsinn nur noch wenige Augenblicke überleben. Es gab nur noch eines. Was er tun konnte. André ließ das Schwert sinken, schloss die Augen und entfesselte die Bestie in sich. Nie zuvor war es ihm so leicht gefallen, der tobenden Gier seiner dunklen Seite nachzugeben, und nie zuvor war er so wenig sicher gewesen, ob er sie noch einmal bezwingen konnte, wenn es vorbei war. Mit einem lautlosen Kreischen vor Wut und unstillbarer Gier brach sich das Ding in ihm schließlich Bahn, griff nach der Lebenskraft einer Ratte, die sich in André's Gesicht verbissen hatte, und verschlang sie. Das Tier erstarrte mitten in der Bewegung und fiel von seiner Schulter wie von einem unsichtbaren Blitz getroffen. Es war nun nicht mehr als ein weicher, blutloser Klumpen, der den gierig schnappenden Klauen und Zehen seiner Artgenossen entgegenstürzte. Einen Sekundenbruchteil später gefolgt von einer zweiten, dann dritten, vierten, fünften. Nur einen Moment, nachdem André die Augen geschlossen und sofort wieder geöffnet hatte, waren sämtliche Ratten, die sich an ihm festgeklammert und gebissen hatten, tot. Und nur einen halben Atemzug später auch jene, die an Abudun hingen, auf seinen Schultern hockten und an seinem Toban oder seinem Gesicht zerrten. Und das war erst der Anfang. André war nicht immer ganz sicher gewesen, ob es ihm gelingen würde, die Seelen von Geschöpfen auszusaugen, die möglicherweise keine hatten. Er hatte bereits die Lebenskraft von Tieren genommen, eines Wolfes, der halb wahnsinnig vor Hunger über Abudun und ihn hergefallen war, eines Bären, in dessen Höhle sie leichtsinnigerweise zu übernachten versucht hatten, aber noch niemals die Essenz so niedriger Wesen, Geschöpfe, die nicht zu bewusstem Denken und Handeln, sondern nur zu instinktiven Töten und Vernichten imstande waren. Doch er konnte es. Doch bevor die letzte Ratte zu Boden fiel, begannen die ersten Tiere zu sein und Abuduns Füßen zusammenzubrechen, dann immer mehr und mehr und mehr. Die Kreise eines ins Wasser geworfenen Steins brach sich der Tod durch die grauen Nager, lautlos und rasend schnell. Nur einen Moment später standen sie bereits im Zentrum eines perfekten Kreises aus Rattenkadavern, der bereits das halbe Zimmer einnahm und sich mit unheimlicher Lautlosigkeit weiter ausdehnte. Noch während Abudun mit einem unendlich erleichterten Seufzer sein Schwert fallen ließ und im nächsten Moment auf die Knie sank, erreichte er die Tür und auch die gegenüberliegende Seite des Zimmers, begann nach oben zu suchen und dort die Ratten auszulöschen, die auf die Möbel und Fenstersimse hinaufgesprungen waren, dann die Treppe, raste die Stufen hinauf und obwohl sie weder etwas sahen noch hörten, spürte André, dass das Töten auch dort oben seinen Fortgang nahm. Alles in allem verging nicht mal eine Minute, bis es in der gesamten Mühle kein Leben mehr gab. André ließ sein Schwert fallen, brach in die Knie und begann mit einem gequälten Stöhnen zur Seite zu kippen. Er wäre mit dem Gesicht voran in der Masse der toten Ratten gelandet, hätte Abudun sich nicht hastig herumgedreht und ihn aufgefangen. Der Nubier sagte irgendetwas, seine Stimme zitterte und war voller Panik, aber André verstand ihn nicht. Alles drehte sich um ihn, in seinen Ohren war ein dumpfes, an- und abschwellendes Dröhnen, nichts anderes als das Geräusch seines eigenen rasenden Herzschlages, und er spürte noch immer das Nagen dieser grässlichen, roten Gier, einen Hunger, der durch all das Blut und all das unreine Leben, das er gerade in sich aufgenommen hatte, nicht gestillt, sondern nur noch weiter angefacht worden zu sein schien. Etwas griff nach seinen Gedanken und begann sie zu verwirren. Plötzlich war es ihm unmöglich, den Worten, die Abudun von sich gab, irgendeinen Sinn abzugewinnen, wirklich zu begreifen, wer es war, der da hinter ihm stand und ihn festhielt, und zugleich mit immer schriller werdender Stimme auf ihn einschrie und ihn an den Schultern rüttelte. Er hatte nicht nur das Leben der Ratten genommen, nicht nur ihre Lebenskraft, der seinen hinzugefügt, sondern auch etwas von dem, was das Wesen dieser Geschöpfe ausmachte. Plötzlich war sein Bewusstsein erfüllt von dunklen Instinkten, der Gier nach warmem Fleisch und salzigem Blut, nach Fortpflanzung und einem dunklen Ort, an dem er sich verbergen konnte, nach sinnloser Zerstörung und rasender Gewalt. Mehr! Die Bestie in ihm hatte getrunken, aber ihr Durst war nicht gestillt. Sie verlangte nach mehr, unendlich viel mehr. Aber da war nichts. In einem einzigen Akt der Raserei hatte er jedes Leben in dieser Mühle ausgelöscht. Eine brodelnde weiße Sonne, die die ruhig flackernde Kerze seiner eigenen Lebenskraft um ein Hundertfaches überstrahlte und zu verzehren drohte. Aber die Gier, die Gier war nicht gelöscht. Er brauchte mehr, mehr Lebenskraft, mehr Blut, aber da war nichts mehr. Das einzige Leben, das es noch in dieser Mühle gab, war sein eigenes und das Abuduns. Mit einem Ruck richtete er sich auf, fuhr in der gleichen Bewegung herum und schlug Abuduns Arm zur Seite. Er sah, wie sich das Gesicht des Nubiers vor Überraschung und Schrecken verzerrte. Aber auch das war nur ein Bild, ein Anblick ohne Bedeutung. Beute! André, was tust du? Auch Abuduns Worte ergaben keinen Sinn mehr. Geräusche, Laute, die etwas Lebendes von sich gaben. Leben bedeutete Beute, Fressen bedeutete Überleben. André stöhnte hörbar. Irgendwo tief in ihm, unendlich schwach und hilflos, war noch ein winziger Rest seiner Menschlichkeit geblieben. Ein Funke, der gegen den lodernden Weltenbrand der fremden Lebenskraft anzukämpfen versuchte. Und dieser Funke klammerte sich verzweifelt fest, kämpfte mit übermenschlicher Gewalt und Willenskraft darum, der Gier nicht nachzugeben, dieses warme, pulsierende Leben davor ihm nicht zu nehmen. Aber er war zu schwach. Der Vampir triumphierte, erlebte den Moment, auf den er all die Jahre unendlich geduldig gewartet und hingearbeitet hatte. Erfüllt von einem unendlichen Entsetzen und einem Grauen, das die Grenze körperlichen Schmerzes erreichte, und überschritt, spürte André, wie das Ding in ihm abermals hinausgriff und mit eisigen Spinnenfingern nach Abuduns Seele tastete, einer Mahlzeit, die so unendlich viel köstlicher und zufriedenstellender war als die Ratten zuvor. Abuduns Augen weiteten sich. Er öffnete den Mund, wie um zu schreien, aber kein Laut kam über seine Lippen. Er stand wie erstarrt da, dann füllten sich seine Augen mit einer unvorstellbaren Angst und mit einem Gefühl der Verwirrung und Enttäuschung, das vielleicht noch größer war und das ihm vielleicht das Leben rettete, so wie André. Er wäre der Bestie nicht mehr Herr geworden. Wenn er jemals stärker als sein uraltes Erbe gewesen war, dann hatte er diesen Vorteil aufgegeben, als er zuließ, dass sich das Ding in ihm an einer Beute weidete, die ebenso düster und grausam war wie er selbst. Es war nicht mehr sein Wille, nicht mehr sein Gewissen, nicht mehr sein logisches, menschliches Denken, das ihm die Kraft gab, den Vampir zu besiegen. Es war das, was er in Abuduns Augen las. André schrie wie unter unerträglicher körperlicher Pein auf, warf sich zurück und schlug beide Hände vor das Gesicht. Die unsichtbare Kralle, die nach Abuduns Seele gegriffen und sich ihrer schon fast bemächtigt hatte, erstarrte. Und dann ertönte in seinem Kopf ein zweiter, noch viel lauterer, zorniger Schrei, das Brüllen der Bestie, die sich um ihr Opfer betrogen sah und sich in ihrer Wut gegen ihn wandte. Aber es war zu spät. André stürzte hilflos nach hinten, krümmte sich am Boden und schlug immer wieder mit beiden geballten Fäusten auf sein Gesicht und seine Stirn ein. Wie um das Ding, das sich darin eingenistet hatte, auf diese Weise aus sich heraus zu prügeln, raffte das letzte bisschen Kraft, das er in sich fand, zusammen und drängte die Gier zurück. Und es gelang ihm. Abudun erzählte ihm später irgendwann einmal, dass es nur wenige Augenblicke gedauert hatte, aber für André verging eine Ewigkeit, in der er durch die Hölle ging. Es war ein Ringen, das mit Wort nicht zu beschreiben war, der schlimmste und härteste Kampf seines Lebens und vermutlich der letzte dieser Art, den er gewinnen konnte. Noch einmal, vielleicht zum allerletzten Mal, gelang es ihm, die Bestie zu bezwingen, den Vampir Schritt für Schritt zurückzudrängen und schließlich wieder in sein Gefängnis, in den tiefsten Kerker seiner Seele, einzusperren. Als es vorbei war, verlor er das Bewusstsein. Allerdings nicht für lange. Anders als sonst, wenn er aus einer Ohnmacht erwachte, hatte er eine genaue Erinnerung an die verstrichene Zeit, wenn auch nur an die Zeit, nicht an das, was währenddessen geschehen war. Er lag nicht mehr auf der Seite, sondern auf dem Rücken, unter seinen Schultern und dem Kopf eine widerlich weiche Decke aus Fell und leblosen Körpern, und Abudun hockte ein kleines Stück entfernt neben ihm auf den Knien und sah auf ihn herab. Sein Gesicht war blutüberströmt und von zahllosen winzigen Rissen und Bisswunden übersät. Aber die Angst, die André in seinen Augen las, hatte nichts mit diesen Verletzungen zu tun oder der Todesfurcht, die er gerade ausgestanden hatte. Als André die Augen öffnete, fuhr Abudun fast unmerklich zusammen und bewegte sich beinahe noch unmerklicher ein winziges Stück zurück. Seine Hand schloss sich um den Schwertgriff, und seine ganze Haltung versteifte sich. »André?«, fragte er. André war zu schwach, um zu antworten. Er deutete nur ein Nicken mit den Augen an. »Bist du? Ich meine, ich bin wieder. Ich selbst.«, murmelte André. Die Erleichterung in Abuduns Augen war nicht echt. Sie war da, aber das Misstrauen dahinter blieb und schien eher noch zuzunehmen. »Bei Allah! Was ist passiert?«, murmelte Abudun verstört. André schüttelte nur den Kopf. Er hatte nicht die Kraft, Abudun zu erklären, was geschehen war. Und hätte er sie gehabt, hätte er es vermutlich nicht gewollt. Er wollte nicht darüber reden, nicht einmal daran denken, denn er war plötzlich von der absurden Vorstellung erfüllt, dass schon die Tatsache allein über das Ding in sich zu sprechen ausreichte, um es wieder erwachen zu lassen. »Und du bist sicher, dass mit dir alles in Ordnung ist?«, fragte Abudun. »Ja«, flüsterte André, in einer Tonlage, die das Wort zu einer Farce werden ließ. »Ich brauche nur... Ich brauche nur einen Moment. Ich muss zu Kräften kommen.« Abudun riss die Augen auf. »Zu Kräften?«, fassungslos sah er sich um. Er sagte nichts, aber André wusste nur zu gut, was er gesagt hätte. »Frag nicht«, flüsterte er, »es gibt Dinge, die sollte man besser nicht anrühren, weißt du.« Abudun nickte ernst. Er schwieg noch eine ganze Weile, in der er ihn nachdenklich anblickte, und zwar auf eine Art, die André erschaudern ließ. »Also gut«, sagte er schließlich. Er fuhr sich mit dem Unterarm über das Gesicht, betrachtete anschließend seinen Ärmel und runzelte die Stirn, als verstünde er nicht genau, was das Blut auf dem schwarzen Stoff seines Mantels zu bedeuten hatte. Dann machte sich ein grimmiger Ausdruck auf seinen Zügen breit. Er drehte den Kopf nach links und sah zur Tür. »Wurde ich noch einen Moment aus? Ich hab noch eine Verabredung draußen.« »Nein«, murmelte André erschrocken. Er wollte sich aufrichten, den Arm ausstrecken, um Abudun zurückzuhalten, aber die Kraft reichte nicht. Mit einem wimmernden Laut sank er wieder zurück. Nie zuvor hatte er sich nach einer Erneuerung so hilflos ausgebrannt und schwach gefühlt wie jetzt. Die Lebenskraft, die er den Ratten gestohlen hatte, hatte ihn nicht gestärkt, sondern vergiftet. Abudun zögerte tatsächlich, allerdings nur für einen ganz kurzen Moment. Dann verzog er die Lippen zu einem kalten, bösen Lächeln, stand vollends auf und hob sein Schwert. »Abudun, bitte«, flehte André. »Sie werden dich töten.« »Wäre nicht das erste Mal, dass das jemand versucht,« sagte Abudun abfällig. »Aber Sie, Sie können es,« sagte André. »Sei vernünftig, und wenn ich das, dann, dann tu es um meinetwillen. Geh nicht hinaus, es wäre dein Tod. Vielleicht Schlimmeres.« Er hatte selbst nicht damit gerechnet, aber der Nubier zögerte tatsächlich. In die grimmige Entschlossenheit und seinem Blick mischte sich eine Spur von Unsicherheit. André hätte es als Furcht bezeichnet, hätte er nicht gewusst, dass Abudun dieses Gefühl gar nicht kannte. Und er drehte sich wieder halb in seine Richtung und ließ die Waffe sinken. Von draußen war ein halblauter, krächzender Ruf und dann das unwillige Viren eines Pferdes zu hören. Eine halbe Sekunde später ein zweiter, lauterer Ruf. André konnte die Worte nicht verstehen, aber es war eindeutig nicht die Stimme eines Kindes, sondern eines Mannes. Abudun runzelte die Stirn, sah noch einmal nachdenklicher zur Tür und machte dann mit der linken Hand eine Geste in Andres Richtung zurückzubleiben, als ob er überhaupt in der Lage gewesen wäre, ihm zu folgen. Der Nubier verließ die Mühle. André versuchte in dem kurzen Moment, in dem er die Tür öffnete, einen Blick nach draußen zu erhaschen, sah aber nur flirrendes Licht und die braun und grün gemusterten Schatten des Waldes auf der anderen Seite. Einen Moment später hörte er wieder die Männerstimme, auch diesmal, ohne dass er sie verstehen konnte, dann den Hufschlag von mindestens zwei, wenn nicht drei Pferden und den überraschten Ausruf einer anderen Stimme. Er schluss die Augen, konzentrierte sich und suchte nach den verborgenen Kräften, die ihm schon so oft das Leben gerettet hatten. Sie waren da, all die Lebenskraft und Energie der anderen Seelen, die er im Lauf seines Lebens seiner eigenen hinzugefügt hatte, aber es fiel ihm seltsam schwer, sie zu erwecken. Mit einem Mal erinnerte er sich an das Unwohlsein, mit dem er aufgewacht war, den Kopfschmerz und das Gefühl von überstandenem Fieber und Albträumen, diese völlig neuen und erschreckenden Erfahrungen, die dieser Morgen gebracht hatte. Er war niemals zuvor krank gewesen, er konnte nicht krank werden, aber er hatte diesem Ding vielleicht nicht die Bedeutung zugemessen, die ihm zustand. »Was, wenn mit ihm wirklich etwas geschah? Was, wenn nicht nur die Bestie in ihm stärker wurde, sondern die andere, hellere Seite seiner Seele begann, ihre Kräfte einzubüßen?« André verscheuchte diesen Gedanken, versuchte trotzig, sich noch einmal aufzurichten und stellte überrascht fest, dass es ihm tatsächlich gelang, wenn auch erst beim dritten Versuch und mit zittrigen Bewegungen, die von Schmerzen und gelegentlich Muskelkrämpfen begleitet wurden. Nach etwa einer Minute hatte er es geschafft, sich auf die Füße zu kämpfen, machte einen taumelnden Schritt und hob dann sein Schwert auf. Die Klinge war blutig. Er wischte sie an seiner zerfetzten Hose ab, versuchte sie in seinen Gürtel zu schieben und musste die zweite Hand zu Hilfe nehmen, um diese einfache Aufgabe zu bewältigen. Dabei zitterte er so heftig, dass er sich an der rasiermesserscharfen Schneide des Damascener Schwertes verletzte. Er blutete stark. André hob die linke Hand, betrachtete seine Finger und wartete darauf, dass sich die feinen, aber bis zu den knochenreichenden Schnitte schlossen. Sie taten es, aber sehr viel langsamer, als sie sollten, und erst, als er sich bewusst auf diese Aufgabe konzentrierte und einen Gutteil seiner ohnehin kaum vorhandenen Kräfte darauf verwandte, Fäße, Nerven und das verletzte Fleisch, sich wieder zusammenfügen zu lassen. Ein eisiger Schauer lief ihm über den Rücken. Irgendetwas ging vor. Mit ihm. Fast erschrocken verdrängte er den Gedanken, drehte sich mühsam herum und schlurfte durch die leblosen Rattenkörper zur Tür. Ihr Öffnen bereitete ihm ungeahnte Mühe, und das Sonnenlicht traf seiner an das in der Mühle herrschende halbdunkel gewöhnten Augen mit solcher Wucht, dass er im ersten Moment fast blind war. Immerhin konnte er hören. Da waren Abuduns Stimme und die von zwei anderen Männern, die er nicht kannte. Die Worte verstand er zwar nicht, doch der Ton war nicht gerade freundschaftlich. André blinzelte, fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Es war blutüberströmt wie das Abuduns, aber es war nur das Blut der Ratten, die er erschlagen hatte, nicht mehr sein eigenes, und als er die Augen wieder öffnete, fügten sich die flackernden Schemen langsam zu Bildern zusammen. Er hatte sich nicht getäuscht. Es waren nicht die unheimlichen Kinder, die er gehört hatte, sondern drei Männer zu Pferde, die sich der Mühle aus der gleichen Richtung genährt hatten wie Abudun und er. Zwei von ihnen waren abgestiegen, während der dritte hoch oben im Sattel saß und sowohl Abudun als auch ihn misstrauisch beäugte. André kannte weder ihn noch den zweiten Mann, mit dem der Nubär sprach. Den dritten dafür kannte er umso besser. Es war Handmann. Im gleichen Moment, in dem André den Müller erkannte, erkannte Handmann ihn. Er unterbrach sein Gespräch mit Abudun, fuhr zornig herum und machte einige Schritte in Andrés Richtung, blieb aber dann ebenso abrupt widerstehen, als Abudun den Arm ausstreckte. »Da ist ja einer von diesen verdammten Hexenmeistern«, sagte er, seine Augen flammten vor Hass. »Seid ihr zurückgekommen, um euch davon zu überzeugen, dass eure Zauberei zum Erfolg geführt hat?« André konnte sehen, dass Abudun zu einer wütenden Antwort ansetzte, aber der Mann auf dem Pferd kam ihm zuvor. »Gib Acht, was du sagst, Handmann«, sagte er in einem Tonfall, der André sofort klarmachte, dass dieser kein Freund des Müllers war. Wenn er allerdings den Blick, mit dem der Reiter ihn und Abudun Maas richtig deutete, war der Fremde aber ihr Freund auch nicht. »Voreilige Anschuldigungen haben schon großes Unheil angerichtet.« André atmete tief und langsam ein, bevor er weiterging. Seine Kräfte kehrten jetzt rasch zurück, zumindest seine körperlichen Kräfte. Dennoch ging er langsamer, als notwendig gewesen wäre. Seine Knie schlotterten noch immer, und er hatte die rechte Hand hauptsächlich deshalb auf dem Schwertgriff liegen, damit niemand sah, wie stark sie zitterte. Die Genugtuung, wortwörtlich vor Handmann auf die Knie zu fallen, wollte er diesem Fanatiker ganz bestimmt nicht verschaffen. »Was sucht ihr hier?«, fragte Handmann zornig, als André bei ihm angelangt war. »Wenn wir einen verrückten Verleubner suchen würden, hätten wir ihn jetzt gefunden«, sagte Abudun lächelnd. Handmann funkelte ihn an, aber er sagte nichts, was möglicherweise daran liegen mochte, dass Abudun gerade einen Schritt vor ihm stand und ihn um gut zwei Köpfe überragte, und dass sein ohnehin nicht besonders vertrauenerweckendes Gesicht im Moment eine Maske aus Verletzungen, Schorf und Blut, vor allem Blut, war. Bevor Handmann antworten konnte, sagte der Reiter, »Du sprichst unsere Sprache gut, Muselmann. Verstehst du sie auch ebenso gut? Wenn ja, dann solltest du die Frage besser beantworten.« »Wir wollten nachsehen, was hier geschehen ist«, sagte André rasch. »Nachsehen?« André machte eine Kopfbewegung zur Mühle, dann in die Richtung, aus der die Reiter gekommen waren. »Pater Flock ist heute Morgen in unser Lager gekommen. Er hat uns erzählt, was hier angeblich vorgefallen ist. Wir wollten uns mit eigenen Augen davon überzeugen.« »Wovon?«, fragte Handmann aufgebracht. »Dass eure Hexerei gewirkt hat. Wie ihr seht, ist euer Plan nicht ganz aufgegangen. Eure Ratten haben vielleicht all mein Korn aufgefressen, aber ich und meine Familie sind noch am Leben.« André maß sie nur mit einem fast mitleidigen, zugleich aber auch verächtlichen Blick und wandte sich dann wieder an den Reiter. Er wusste nicht, wer der Mann war, aber er strahlte eine so spürbare Aura von Autorität und Ruhe aus, dass es sich mit Sicherheit um einen der Amtsträger der Stadt handelte. »Euer Pfarrer ist ein sehr vernünftiger Mann,« sagte er. »Er hat uns erzählt, was Handmann gesagt hat.« Er deutete in Richtung Mühle. »Offenbar scheint es wirklich die Wahrheit zu sein, aber ich kann euch versichern, dass weder Elena noch ich noch einer der anderen etwas damit zu tun haben.« Handmann hat behauptet, das Zigeunerweib hätte ihm gedroht, dass er und seine Familie von Ratten aufgefressen würden, wenn er euch keine Ware verkauft. »Ganz so war es nicht,« erwiderte André und gab dann wahrheitsgemäß und wörtlich den kurzen Disput zwischen Elena und Handmann wieder. »Ein Wort ergab das andere,« schloss er seinen Bericht. »Elena mag sich vielleicht nicht besonders klug verhalten haben, das würde ich gern eingestehen, aber ich gebe euch mein Wort, dass sie weder eine Hexe ist, noch irgendetwas mit Zauberei zu tun hat.« »Das Wort eines Zigeuners,« sagte Handmann verächtlich. »Seid ihr das?«, fragte der Berittner. »Ein Zigeuner?« André schüttelte den Kopf. »Wir gehören nicht zu Elenas Familie,« sagte er. »Wir sind erst vor einigen Tagen zu ihnen gestoßen und werden bald wieder unsere Wege gehen.« »Warum sollte ich euch glauben, Andreas?«, fragte der Reiter. André konnte sich nicht erinnern, ihm seinen Namen genannt zu haben, weder seinen wirklichen noch den Angenommenen, unter dem er in diesem Teil der Welt reiste. Also hatte der Mann schon mit jemandem über ihn und vermutlich auch Abudun und die anderen gesprochen. »Vielleicht gerade, weil ich nicht zu ihnen gehöre,« sagte er. »Warum sollte ich für Leute lügen, die ich kaum kenne?« »Glaub ihm kein Wort,« rief Handmann. »Gestern Nacht hat er ganz anders geredet. Er gehört zu ihnen. Er ist ein Hexer wie sie. Vielleicht der Schlimmste überhaupt.« Der grauhaarige Mann im Sattel wiegte nachdenklich den Kopf. »Vater Flock sagt etwas anderes über ihn,« sagte er. »Er hält ihn für vertrauenswürdig.« »Ja, und jetzt ist er mehr tot als lebendig,« knurrte Handmann. Er deutete anklagend auf die Mühle. »Was haben Sie dort gesucht, wenn nicht den Beweis dafür, dass Ihr Plan aufgegangen ist?« »Wie gesagt,« sagte André, »wir wollten uns mit eigenen Augen überzeugen, was geschehen ist. Zumindest was die Ratten angeht, scheinst du ja die Wahrheit gesagt zu haben.« Handmann runzelte die Stirn, und auch auf dem Gesicht des Grauhaarigen erschien ein fragender Ausdruck. Der dritte Mann, der bisher schweigend neben Handmann gestanden und abwechselnd Abudun und André angeblickt hatte, machte sich plötzlich mit schnellen Schritten in Richtung Mühle auf. Fast instinktiv wollte André ihn zurückhalten, erkannte aber im letzten Moment, dass das keine kluge Idee gewesen wäre. Ganz egal, was sie sagten oder nicht, die Männer waren misstrauisch, und von ihrem Standpunkt aus betrachtet vermutlich sogar zu Recht. »Ratten tun so etwas aber normalerweise nicht,« sagte der Berittene. »Das stimmt,« sagte André, er machte eine unschlüssige Handbewegung. »Deswegen sind wir ja auch hier, um ehrlich zu sein, haben wir die Geschichte nicht geglaubt. Aber wir konnten uns mit eigenen Augen davon überzeugen, dass der Müller die Wahrheit gesagt hat. Aber das hat nichts mit Zauberei zu tun. Ich vermute, die Tiere waren krank.« »Krank?«, fragte Handmann. »Gestern Abend kamen sie mir höchst lebendig vor.« »Ja, und jetzt sind sie höchst tot,« antwortete André. Handmann riss die Augen auf, und auch der Mann auf dem Pferd sah überrascht und ein wenig ungläubig drein. »Sie sind alle tot,« sagte André noch einmal. »Sie sind da drin im Haus. Wir haben sie gefunden.« Der Grauhhaarige musterte erst ihn, dann deutlich länger Abudun, sein misshandeltes Gesicht, seine zerrissenen Kleider und all das Blut auf seinem Mantel und an seinen Händen. Dann sagte er, »Eurem Aussehen nachzuschließen, vielleicht nicht alle.« »Das stimmt,« sagte André, »einige waren noch am Leben. Wir haben sie erschlagen.« Er lachte leise. »Ich bin froh, dass es nicht mehr sehr viele waren. Sie haben mehr wie Wölfe gekämpft als wie Ratten.« Hinter ihm fiel die Tür der Mühle ins Schloss, und der dritte Mann kam zurück. »Er sagt die Wahrheit,« sagte er an den Mann im Sattelgewand. »Der ganze Raum ist voll toter Ratten. Es müssen Tausende sein. Und woran sind sie gestorben?« Der Mann hob die Schultern. »Etliche sind erschlagen worden, so wie es aussieht, aber die meisten sind… sind einfach tot.« Er wirkte ein bisschen hilflos, und auf seinem Gesicht war deutlich Furcht zu erkennen. »Vielleicht… vielleicht waren sie ja krank.« »Krank?«, fragte Handmann. »Das nehme ich auch an,« sagte André, ohne dem gehässigen Ton in Handmanns Stimme auch nur die geringste Beachtung zu schenken. »Ich habe niemals gehört, dass sich Ratten so benehmen. Sie fressen normalerweise alles auf, was sie finden, das ist richtig, aber sie überfallen keine Mühlen und sie vertreiben schon gar nicht deren Bewohner.« Handmann sog scharf die Luft zwischen den Zähnen ein. »Was willst du damit andeuten?« »Nicht, wenn sie gesund und nicht gerade halb wahnsinnig vor Hunger sind,« fuhr André unbeirrt und noch immer an den Mann im Sattelgewand fort. »Die Tiere dort drin sehen gut genährt aus, und zumindest die, die Abudun und mich angegriffen haben, waren auch ziemlich kräftig.« »Das ist doch Unsinn!«, sagte Handmann. »Du wirst diesem dahergelaufenen Zigeuner doch nicht etwa glauben, Schulz!« Der grauhaarige Mann im Sattel warf Handmann einen Blick zu, mit dem man vielleicht einen kläffenden Köter mustern mochte und dem man nur aus dem Grund keinen Tritt versetzte, weil man es sich mit seinem Besitzer nicht verderben wollte. Er deutete ein Achselzucken an und wandte sich wieder an André. »Dennoch ist es eine sehr, sehr seltsame Geschichte. Dergleichen ist noch nie vorgekommen.« »Ich habe so etwas auch noch nie erlebt,« antwortete André. »Ich verstehe nicht viel davon, aber ich bin sicher, dass die Ratten krank waren. Vielleicht hatten sie die Tollwut oder irgendetwas Ähnliches. Aber was immer es war, es scheint seine Wirkung ziemlich schnell zu tun. Die allermeisten Tiere waren schon tot, als Abudun und ich eintrafen.« »Vielleicht hatten sie ja zu viel von deinem guten Korn gefressen,« sagte Abudun mit einem höhnischen, grinsenden Handmannsrichtung. Der Müller wollte auffahren, aber Schulz brachte ihn mit einer herrischen Geste zum Verstummen. »Wäre es anders gewesen, hättet ihr diese Begegnung vermutlich auch nicht überlebt,« sagte er. »Ihr seht schlimm aus. Wir haben einen Arzt in der Stadt. Ihr solltet uns begleiten und eure Wunden von ihm versorgen lassen. Mit Ratten wissen es nicht zu spaßen. André musste sich zwingen, nicht einen Schritt zurückzutreten und hastig den Blick zu senken. Falls Schulz oder einer der anderen so genau hinsah, dann würde ihnen auffallen, dass seine Kleider zwar ebenso zerrissen und Gesicht und Arme ebenso mit Blut besudelt waren wie die Abuduns, die Haut darunter jedoch nicht einen einzigen Kratzer aufwies. Doch offensichtlich hatte der Anblick des Nubiers Schulz und die beiden anderen vom Wahrheitsgehalt ihrer Behauptung überzeugt. »Wir haben jemanden im Lager, der sich um unsere Verletzungen kümmern kann,« sagte André hastig, »aber ich danke euch für euer Angebot. Wo wir schon einmal dabei sind, wie geht es Vater Flock?« »Das solltet ihr doch am besten wissen,« sagte Handmann gehässig, noch bevor Schulz darauf antworten konnte. »Seine Verletzungen sind nicht so schlimm, wie es im ersten Moment den Anschein hatte,« sagte Schulz. »Immerhin war er noch genug bei Kräften, um mich davon zu überzeugen, dass ihr und eure Zigeunerfreunde nichts mit dem heimtückischen Überfall auf ihn zu tun habt.« »Wahrscheinlich haben sie ihn genau so verhext wie die Ratten, damit er das sagt,« geiferte Handmann. »Das reicht,« sagte Schulz in einem Ton, der keinen Zweifel daran ließ, dass seine Geduld nun endgültig erschöpft war. André sah sich in seiner Einschätzung bestätigt, dass der Grauhaarige wohl nicht nur irgendein Bekannter des Müllers war, der ihn begleitet hatte, sondern ein einflussreicher und mächtiger Mann. An André gewandt und in sachlicherem, aber keineswegs versöhnlichem Tonfall fuhr Schulz fort. »Dennoch werden wir den Vorfall natürlich untersuchen müssen. Bisher war dies eine Gegend, in der sich ein Mann auch unbewaffnet und allein sicher fühlen konnte und keine Angst haben musste, grundlos überfallen oder gar umgebracht zu werden. Ich nehme an, ihr bleibt noch ein paar Tage in der Nähe von Honsen.« »Vielleicht eine Woche,« sagte André, »aber das habe ich nicht zu entscheiden, das müsstet ihr schon Laurus fragen.« »Laurus? Ist euer Anführer?« »Der Anführer der Sinti, ja,« bestätigte André. Schulz lächelte flüchtig, aber kalt. »Dann werde ich das tun,« sagte er. »Ich nehme an, ihr reitet jetzt in euer Lager zurück. Dann richtet diesem Laurus aus, dass ich morgen Abend zu ihm kommen werde, um mit ihm zu reden.« André nickte nur. »Und was diese Ratten angeht,« fuhr Schulz fort, »so glaubt ihr also, sie wären krank gewesen?« »Krank oder von Tobsucht und Raserei befallen, ja,« sagte Abudun. Schulz wandte sich im Sattel um und sah mit besorgtem Gesicht zur Mühle hoch. »Wenn das wirklich stimmt, dann müssen wir den ganzen Wald durchsuchen, um sicher zu sein, dass keines der Tiere mehr am Leben ist. Wenn es wirklich eine Krankheit ist, so könnten sie andere damit anstecken, vielleicht nicht nur Ratten.« »Na ja, vielleicht wär's das Beste, die Mühle niederzubrennen,« sagte Abudun. Handmann schnappte Keuchen nach Luft, und André musste sich beherrschen, um ein Grinsen zu unterdrücken. »Hm. Ich werde darüber nachdenken,« sagte Schulz. »Nun geht. Und vergesst nicht, diesem, äh, diesem Laurus auszurichten, dass ich ihm morgen einen Besuch abstatten werde.« Sie waren auf dem schnellsten Weg zurück ins Lager geritten, und zu Andrés Erleichterung, aber auch Überraschung hatte Abudun während der gesamten Strecke kaum ein Wort mit ihm gewechselt und vor allem das, was in der Mühle passiert war, mit keiner Silbe erwähnt. Nach allem, was sie bisher miteinander erlebt hatten, kam das André so ungewöhnlich vor, dass er Abudun beinahe von sich aus darauf angesprochen hätte, aber dann kam er zu dem Schluss, dass der Nubier vermutlich all seine Kraft brauchte, um sich überhaupt noch im Sattel und dies einigermaßen würdevoll halten zu können. Auch wenn Abudun nicht den geringsten Schmerzenslaut hatte hören lassen und kein Wort der Klage über seine Lippen kam, so war André doch klar, dass der Freund erhebliche Schmerzen leiden musste. Obwohl der grässliche Angriff nur wenige Augenblicke gedauert hatte, musste er Dutzende von Bissen und Kratzwunden davon getragen haben, und vermutlich hatten sich etliche bereits entzündet. Mit großer Sicherheit würde Abudun fiebern, noch bevor der Tag zu Ende war, und André beneidete ihn nicht um die Nacht, die vor ihm lag. Basons neuer Hauptdarsteller würde gleich am Abend der Premiere ausfallen. Erst kurz bevor sie das Lager erreichten, sprach André Abudun von sich aus auf den Zwischenfall in der Mühle an, und sie einigten sich im Großen und Ganzen auf die gleiche Version, die sie auch schon Schulz und den beiden anderen erzählt hatten. Trotz Abuduns Zustand machten sie einen kleinen Umweg, um einen Bogen um Honsen zu schlagen und sich dem Sinti-Lager aus der entgegengesetzten Richtung zu nähern. Es begann bereits zu dunkeln, und im Schein der zahlreichen Feuer, die das Lager erhellten, konnte André sehen, dass eine Menge Fremde gekommen waren, Männer, Frauen und Kinder aus Honsen, aber sicher auch etliche aus der nahegelegenen Stadt, und niemand musste ihn und den Nubier sehen, wie sie blutüberströmt und vor Erschöpfung im Sattel wankend zurückkamen. Musik schlug ihnen entgegen, der Duft von gebratenem Fleisch und Gelächter, und auf der hell erleuchteten Bühne im Zentrum des Lagers war einer der Sinti dabei, mit einem halben Dutzend blitzender Messer gleichzeitig zu jonglieren. Zweifellos wartete der Großteil der Zuschauer, die er damit angezogen hatte, nur darauf, dass er daneben griff und sich eines der Messer in seinen Fuß, seiner Hand oder besser gleich in seinen Hals bohrte, aber André war diese Ablenkung nur recht. Sorgsam, den Schein der größten Feuer vermeidend, lenkte er ihre beiden Pferde zur Koppel, stieg ab und streckte die Hand aus, um auch Abudun beim Absteigen behilflich zu sein. Er hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass der Nubier seine Hilfe annahm, aber Abudun griff nicht nur dankbar nach seinem Arm, sondern stützte sich auch so schwer auf seine Schulter, dass André unter seinem Gewicht ächzte und halbwegs in die Knie brach. Er erschrak, als er spürte, wie heiß und trocken sich Abuduns Haut anfühlte und wie schlecht sein Atemroch. Was, dachte er schaudernd, wenn die Geschichte, die sie sich ausgedacht hatten, gar keine Geschichte war, sondern vielleicht die Wahrheit? Möglicherweise waren diese Ratten ja doch krank gewesen, von der Tollwut oder einer ähnlich gefährlichen Pestilenz befallen, die sich nun auch in Abuduns Körper grub und ihn von innen heraus verzehrte. »Andreas, Abudun, wo seid ihr?« Der Rest des Satzes ging in einem erschrockenen Keuchen unter, dann trat Barson mit einem hastigen Schritt an Andres Seite und griff wortlos nach Abuduns anderem Arm, um ihn sich um die Schulter zu legen. Der Nubier sagte endgültig in sich zusammen, und nicht nur André, sondern auch Barson wankten, als plötzlich sein ganzes gewaltiges Gewicht auf ihren Schultern lastete. »Was ist passiert?« fragte Barson erschrocken. »Später,« antwortete André, »jetzt müssen wir uns um Abudun kümmern.« Er wollte sich nach links wenden, in Richtung des Zeltes, in dem sie schon am Mittag die Wunden des Junggeistlichen versorgt hatten, aber Barson schüttelte rasch den Kopf und deutete in die entgegengesetzte Richtung. »Das sieht schlimm aus,« sagte er, »Elena wird sich um ihn kümmern.« »Elena?« André sah den jungen Sinti überrascht an. Er konnte sich Elena bei einer Menge verschiedener und unerwarteter Tätigkeiten vorstellen, aber kaum dabei einen Verwundeten zu pflegen. Dennoch widersprach er natürlich nicht, sondern legte sich Abuduns Arm unauffällig so um die Schulter, dass er den Großteil seines Gewichtes trug und ging dann gehorsam neben Barson her in Richtung des großen Wagens, in dem Elena und Lauros wohnen. Unterwegs begegneten ihnen zwei weitere Sinti, den Barson knapp und in einer anderen unbekannten Sprache Befehle erteilte, woraufhin sie hastig wieder davon eilten. Er fragte nicht danach, und die Bedeutung von Basons Worten wurde ihm auch klar, als sie den Wagen erreichten. Sie waren noch nicht einmal ganz angelangt, da tauchten auch Elena und einen Herzschlag später Lauros aus verschiedenen Richtungen aus der Dunkelheit auf und kamen ihnen entgegen. »Was ist passiert?«, fragte Lauros. Elena verschwendete weniger Zeit. Sie maß Abuduns Gesicht nur mit einem einzigen knappen Blick, machte dann eine Kopfbewegung zum Wagen und sagte, »Bringt ihn hinein, und ich brauche heißes Wasser und Verbandszeug.« Sie gehorchten. Lauros stellte seine Frage ein zweites Mal, doch auch jetzt, ohne eine Antwort zu bekommen. Und die nächste halbe Stunde verbrachten Elena und er gemeinsam damit, Abuduns Wunden zu reinigen und zu verbinden, nachdem sie ihnen die kurze Leiter in den Wagen hinauf buxiert und aus seinen zerrissenen Gewändern gewickelt hatten. André musste seine Meinung über Elena revidieren. Sie ging vielleicht nicht so besonders sanft mit ihrem Patienten um, aber was sie tat, zeugte von großer Sachkunde. Es war ganz eindeutig nicht das erste Mal, dass sie sich um einen Verwundeten kümmerte. Als sie endlich fertig waren, wollte sich André erschöpft zurücklehnen, aber Elena drehte sich mit einem befehlenden Kopfschütteln in seine Richtung und sagte, »So, jetzt du!« »Mir fehlt nichts«, sagte André. »Vielleicht ein paar Stunden Schlaf, aber das ist auch alles.« »Mach dich nicht lächerlich«, antwortete Elena. »Oder gehörst du auch zu denjenigen, die Dummheit mit Tapferkeit verwechseln?« »Mir ist wirklich nichts passiert«, versicherte André. Da er in Elenas Augen las, dass sie ihm kein Wort glaubte, tauchte er die Hände in die Schale mit warmem Wasser, die neben Abuduns Bett stand, wusch sich die Finger und benutzte anschließend eine der überzähligen Verbände, um sich auch das Gesicht sauber zu wischen. Elena riss überrascht die Augen auf. »Du hast nicht einen Kratzer?« »Ich hatte Glück«, antwortete André. Leise und mit einem stirnrunzelnden Blick in Abuduns Richtung fügte er hinzu. »Jedenfalls mehr als er. Wird er überleben?« »Rattenbisse sind nicht ungefährlich«, erwiderte Elena. »Ich fürchte, er wird ein paar Tage Fieber haben, vielleicht sogar länger, aber er ist stark.« »Und du bist wirklich unverletzt?« fragte Laurus. Er hatte die ganze Zeit schweigend dabei gestanden und ohne ein Wort oder irgendeine Frage zu stellen zugesehen, aber sein Gesichtsausdruck hatte sich mehr und mehr verfinstert. Vermutlich war es auch nicht besonders schwer gewesen, zu raten, was geschehen war. Sie hatten zahlreiche abgebrochene Krallen und Fellbüschel aus Abuduns Wunden entfernt, aus einer sogar einen abgebrochenen Rattenzahn, und als sie ihn ausgezogen hatten, war der abgerissene Hinterlauf eines der kleinen Ungeheuer aus den Fetzen seiner Kleidung gefallen. »Ich hätte weniger Glück gehabt, wenn Abudun mich nicht beschützt hätte«, antwortete André. Eine erbärmliche Lüge, aber das Erste, was ihm einfiel, und darüber hinaus vermutlich das, was einer glaubhaften Ausrede noch am nächsten kam. »Was ist passiert?«, wollte Laurus wissen. »Wenn du nicht verletzt bist, dann wirst du ja wenigstens die Kraft haben, mir jetzt auf diese Frage zu antworten.« André schluckte die scharfe Antwort herunter, die ihm auf der Zunge lag. Stattdessen erzählte er Laurus die Geschichte, auf die Abudun und er sich geeinigt hatten. Laurus musste dazu nichts sagen, damit André erkannte, dass er ihm kein Wort glaubte. Als er von ihrer Begegnung mit Handmann und den beiden anderen berichtete, umwölbte sich die Stirne Sinti noch mehr. »Wer? Wer ist dieser Schulz?« »Mehr als seinen Namen weiß ich auch nicht«, antwortete André wahrheitsgemäß. »Aber ich hatte das Gefühl, dass er ein Mann von großem Einfluss ist.« »Ja, das fürchte ich auch«, murmelte Laurus. »Das hätte nicht passieren dürfen. Ihr hättet nicht dorthin gehen sollen.« »Wer ist dir lieber gewesen, dieser Narr hätte seine Geschichte überall in der Stadt herum erzählt?«, fragte Elena. »Du weißt es selbst«, antwortete Laurus kühl. »Er ist ein Narr, und nach dem, was Andreas erzählt, scheinen das auch alle zu wissen.« Er wandte sich wieder an André. »Du meinst also, diese Ratten waren irgendwie krank?« »Eine andere Erklärung für ein so sonderbares Verhalten fällt mir nicht ein«, antwortete André. Für einen kurzen Moment tauchte der Anblick vierer schlanker, kleinwüchsiger Gestalten vor seinem geistigen Auge auf, die reglos vor dem schwarz-grünen Hintergrund des Waldes standen und zu ihnen heraufblickten. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. »Wenn die meisten nicht schon tot gewesen wären, dann hätten wir keine Chance gehabt. Sie haben sich wie toll gebärdet und uns völlig grundlos angegriffen.« Dann hat dieser Narr von Müller also sogar die Wahrheit gesagt, murmelte Laurus besorgt. »Das ist nicht gut. Ich hoffe, dieser Schulz ist wirklich ein so vernünftiger Mann, wie du behauptest.« »Du kannst dich selbst davon überzeugen«, sagte André. »Ich soll dir ausrichten, dass er morgen Abend hierher kommt, um mit dir zu reden.« »Was für eine Überraschung«, sagte Laurus halblaut. Er atmete hörbar ein. »Gut. Der Schaden ist einmal angerichtet und nicht mehr rückgängig zu machen. Versuchen wir, ihn so gering wie möglich zu halten. Dein Freund kann heute Nacht hierbleiben. Es ist besser, wenn Elena in seiner Nähe ist, um sich um ihn zu kümmern, falls ein Fieber steigen sollte. Und was dich angeht, Andreas, ich sag es dir nur einmal. Wenn ihr bei uns bleiben wollt, dann tust du in Zukunft das, was ich dir sage. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.« Er drehte sich auf dem Absatz herum und stürmte aus dem Wagen, noch bevor André etwas darauf erwidern konnte. Er war noch eine Weile geblieben, vorgeblich, um sich davon zu überzeugen, dass es Abudun den Umständen entsprechend gut ging und dass es nichts mehr gab, was er im Moment für ihn tun konnte. In Wahrheit aber blieb er wohl eher, weil ein Teil von ihm gehofft hatte, mit Elena zu sprechen und von ihr vielleicht zu erfahren, was an diesem Tag wirklich geschehen war. Elena bemühte sich jedoch, nach Kräften seiner Anwesenheit zu ignorieren, und bevor die Situation noch peinlicher werden konnte, ging auch André und kehrte in den heruntergekommenen Wagen zurück, den Lauros ihm zur Verfügung gestellt hatte. Da die Sonne schon vor Stunden untergegangen war und seine Unterkunft nicht über ein Luxus wie eine Lampe verfügte, hatte sich barmherzige Dunkelheit über das schäbige Innere des Wagens gelegt. Selbst André's scharfe Augen nahm nur Umrisse und vage, verschwommene Schatten wahr, die aber ausreichten, dass er sich zum Bett vortasten und darauf ausstrecken konnte, ohne dass er sich die Mühe gemacht hätte, seine zerrissenen Kleider auszuziehen. Natürlich fand er keinen Schlaf. Er war nach wie vor in Sorge um Abudun. Elena hatte Recht. Der Nubier war stark, aber er war letzten Endes nur ein Mensch aus Fleisch und Blut, dessen Kräfte begrenzt waren und er verwundet und getötet werden konnte wie jeder andere auch. Und es war erst zwei Tage her, dass er schon einmal schwer verletzt worden war. Und dazu kam das, was er, André, ihm angetan hatte. André schauderte als ihm wieder und diesmal mit voller Wucht zu Bewusstsein kam, was er um ein Haar getan hätte. Er lauschte in sich hinein, tastete vorsichtig nach der Bestie, die irgendwo tief in ihm verborgen lauerte. Er fand keine Spur von ihr, aber er wusste, dass sie noch da war, geduldig wie eine Spinne in ihrem unsichtbaren Netz, auf den Moment lauernd, in dem sie über ihn herfallen und vielleicht endgültig die Macht über sein Denken und Handeln erringen konnte. Noch vor wenigen Stunden war André sicher gewesen, dass dies niemals geschehen würde, aber die Geschehnisse in der Mühle hatten ihn eines Besseren belehrt. Der Vampir war da, ein dunkler Schatten, der ihn Zeit seines Lebens begleitet hatte und der immer in ihm sein würde. Lautlos, geduldig und gefährlich bis zu dem Moment, in dem er endgültig obsiegen würde. Und dieser Moment würde kommen. Der zurückliegende Tag hatte André endgültig gezeigt, dass das Leben mit seinem dunklen Bruder ein Kampf war, den er nur verlieren konnte. Nicht heute, nicht morgen, vielleicht nicht einmal in hundert oder tausend Jahren, aber irgendwann würde er ihn verlieren. Und dann würde er so werden, wie all die anderen seiner Art, die er auf seiner Langwanderung durch ein Leben voller Kampf und Enttäuschungen getroffen hatte. Ein Raubtier, das in der Gestalt eines Menschen daherkam und das doch nur den einen Lebensinhalt kannte. Zu töten und zu vernächten. Vielleicht war es ein Fluch, der auf ihm lastete. Es hatte nur wenige Menschen in seinem Leben gegeben, die ihm wirklich etwas bedeutet hatten. Und wenn er Abudun und das, was er ihm heute um ein Haar angetan hätte, hinzuzählte, dann hatte er jedem einzelnen dieser Menschen Unglück und am Ende den Tod gebracht. Mindestens einem etwas Schlimmeres als den Tod. Vielleicht würde es ewig so weitergehen. Vielleicht war er dazu verurteilt, ein einsamer Wanderer durch die Zeiten zu werden, der niemals Freundschaft oder gar Liebe kennenlernen würde. Und der jeden, jeden, der seine Wege kreuzte und den Fehler beging, ihm zu nahe zu kommen, den Untergang brachte. Und vielleicht gab es nur einen einzigen Weg, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. André erschrak, als ihm klar wurde, auf welchen verbotenen Wegen seine Gedanken zu wandeln begann. Er war weit davon entfernt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Und doch war es nicht das erste Mal, dass ihn eine leise, flüsternde Stimme in seinen Gedanken fragte, ob er diese Entscheidung nicht einfach nur hinausschob, weil er tief in sich längst begriffen hatte, dass es die einzig mögliche Alternative war. Er verscheuchte auch diesen Gedanken, der im Grunde nichts anderes war als die Fortsetzung des Ersten, nur, dass er sich jetzt durch die Hintertür hatte einzuschleichen versucht, richtete sich wieder auf und blieb eine Weile nach vorne gebeugt und mit hängenden Schultern auf der Bettkante sitzen. Er war müde und erschöpft, aber ihm war auch klar, dass er keinen Schlaf finden würde und dass er im Grunde Angst davor hatte, einzuschlafen. Zugleich aber war ihm auch der Gedanke, jetzt wieder hinauszugehen und sich wieder unter all diese lachenden, fröhlichen Menschen zu mischen und so zu tun, als wäre nichts geschehen, zutiefst zuwider. Irgendwie wäre es ihm wie Verrat an Abudun vorgekommen. Nun, ganz plötzlich wusste er, was er zu tun hatte. Es gab nur einen Menschen hier, der ihm sagen konnte, ob es einen Ausweg für ihn gab und ob das, was er Abudun um ein Haar angetan hätte, die Antworten wert war, deren Wegen ihr hergekommen war. Er stand auf, tastete im halbdunkel nach den Satteltaschen, die er am Morgen aus dem Zelt geholt und achtlos in eine Ecke geworfen hatte, und suchte mit einiger Mühe sein zweites Paar Kleider heraus, das genau genommen jetzt sein einziges war, denn das, was die Ratten übrig gelassen hatten, waren im Grunde nicht mehr als Fetzen. Aus einem unerfindlichen Grund zögernd, schnallte er sein Schwert ab, lehnte es neben dem Bett an die Wand und verließ dann den Wagen. Wie vorhin, als Abudun und er gekommen waren, nahm er einen Umweg in Kauf, um nicht mitten durch das Lager hindurchmarschieren zu müssen. Unweite Pferdekoppel gab es einen schmalen, aber kristallklaren Bach, in dem er sich ausgiebig wusch, um das eingetrocknete Blut zu entfernen. Aber auch, weil er sich noch immer auf eine schwer greifbare Art besudelt und beschmutzt fühlte, von etwas berührt, von dem kein lebendes Geschöpf auf dieser Welt berührt werden sollte. Der Bach war nicht nur klar und reißend, sein Wasser war auch eiskalt, trotz der seit Wochen anhaltenden Hitzewelle. Als André endlich das Gefühl hatte, sich zumindest den körperlichen Schmutz vom Leib gewaschen zu haben, und nackt und frierend wieder aus dem Wasser trat, da zitterten seine Hände vor Kälte und sein Atem dampfte. Er blieb lange genug reglos in der Dunkelheit stehen, bis der warme Nachtwind seine Haut getrocknet hatte. Dann zog er seine sauberen Kleider an und durchsuchte noch einmal die Fetzen seiner alten Hose und des Hemdes, um sich davon zu überzeugen, dass nichts in den Taschen zurückgeblieben war. Er fand nichts, abgesehen von etwas, das er im ersten Moment für einen Fellbüschel hielt, das sich jedoch als abgerissenes Rattenohr entpuppte. Angewidert schleuderte er es in die Dunkelheit. Die Fetzen seiner Kleidung schienen des Mitnehmens nicht mehr wert, aber André wollte auch nicht, dass sie irgendjemand fand und überflüssige Fragen stellte und sich vielleicht noch ein paar Gedanken machte. Seine Behauptung, wie durch ein Wunder, ohne einen einzigen Kratzer davon gekommen zu sein, während Abudun dem Tod näher war als dem Leben, war ohnehin dünn genug. Also nahm er die Kleider auf, rollte sie zu einem Ball zusammen und ging mit gesenktem Blick und möglichst beiläufig wieder zum Lager zurück, um das Bündel in eines der zahlreichen Feuer zu werfen, die weniger brannten, um die Dunkelheit zu vertreiben, als mehr um die Stimmung unter den Gästen anzuheizen und dafür zu sorgen, dass sie Wein und Bier ausreichend zusprachen und ihre Geldbörsen entsprechend locker saßen. Zu seiner Erleichterung sprach ihn jemand an. Elena war vermutlich noch im Wagen und bei Abudun, von Laurus war keine Spur zu sehen, und Barson und Rarson entdeckte er oben auf der Bühne, wo sie ihr Bestes taten, um sich zum Narren zu machen. Natürlich kannte ihn jeder hier im Lager, auch wenn er, abgesehen von den vier Vorgenannten, mit keinem der Sinti bisher mehr als ein paar belanglose Worte gewechselt hatte. Aber die Zigeuner schienen ausnahmslos beschäftigt, und er baute darauf, dass er, noch dazu mit veränderter Kleidung, einfach in der Menge der Besucher untergehen würde, sodass ihm niemand einen zweiten Blick schenkte. Rasch, aber ohne sichtbare und verräterische Hast, zog er sich wieder aus dem Lichtkreis des Feuers zurück und ging zum anderen Ende des Lagers. Diesmal näherte er sich Ankerswagen nicht direkt, sondern blieb im Schutze eines der anderen Karren stehen und tastete die nähere Umgebung sowohl mit seinen Blicken als auch mit seinen anderen Sinnen ab. Er hatte die schattenhafte Gestalt nicht vergessen, die am ersten Abend, als Abodun und er hier gewesen waren, in einer Ecke gestanden hatte und den Wagen beobachtete. Heute aber gab es eindeutig niemanden, der Ankerswagen bewachte. Hinter den unter der Last der Jahre schon halb auseinandergebrochenen Fensterläden brannte kein Licht, und auch als André vorsichtig näher ging, hörte er nicht das mindeste Geräusch. Aber wozu brauchte eine blinde Frau Licht? Vermutlich schlief die Puridan längst, und André erinnerte sich jetzt auch an mehr als nur eine Bemerkung Basons, wonach die Hundertjährige dem Wein offensichtlich mehr zugetan war, als man bei einer Frau ihres Alters erwarten mochte. Er zögerte, als er die drei Stufen zur Treppe hinaufstieg, schob dann aber die letzten Bedenken beiseite und öffnete die Tür. Dahinter war es vollkommen dunkel. André blieb einen Moment reglos stehen und lauschte auf Ankers Atemzüge oder irgendein anderes Lebenszeichen, aber die Stille war ebenso vollkommen wie die Dunkelheit, die ihn umgab. Vorsichtig, mit Tasten vorgestrickten Händen, um nicht in der Dunkelheit gegen ein Hindernis zu stoßen oder ein verräterisches Geräusch zu verursachen, suchte er sich seinen Weg zur jenseitigen Wand des Raumes und der Tür, die er daran gesehen hatte, öffnete auch sie und blieb noch einmal stehen, um erneut und noch konzentrierter zu lauschen. Aber auch hier war niemand. Selbst wenn er die Anwesenheit der alten Frau nicht gespürt hätte, so hätte er doch wenigstens ihre Atemzüge hören müssen, mit der vollkommenen Stille, die hier drin herrschte. Aber er hörte nichts. Er fühlte nichts. Anger war nicht da. Irritiert blieb André noch eine Weile genau dastehen, wo er sich befand, und versuchte, diese Entdeckung richtig zu bewerten. Dass die alte Frau ihren Wagen verlassen hatte, war an sich nichts Ungewöhnliches, wohl aber, dass sie es zu dieser Zeit tat. Und noch dazu an einem Abend wie heute, an dem es im Lager von Fremden nur so wimmelte. Auch jemand, der nicht über Andrés besondere Sinne verfügte, konnte unmöglich übersehen, dass es sich bei der Puridan vermutlich um den ältesten Menschen handelte, der jemals gelebt hatte. Und wenn Laus im Moment an einem gelegen sein musste, dann daran, kein Aufsehen zu erregen und vor allem keinen Anlass zu neugierigen Fragen zu geben. Ein weiterer Mosaikstein in dem Bild, das André allmählich sah, ohne dass es indes bisher irgendeinen Sinn zu ergeben schien. André blieb eine geraume Weile unter der geöffneten Tür stehen und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Schließlich aber verließ er den Wagen wieder und sah sich draußen unschlüssig um. Gegen Lauros ausgesprochenen Willen, hierher zu kommen und mit der Puridan zu reden, war eine riskante Idee gewesen, denn spätestens Lauros Auftritt von vorhin hatte ihm klargemacht, dass der Sinti nur noch nach einem Vorwand suchte, um Abudun und ihn davonzujagen. Aber es widerstrebte ihm, so einfach aufzugeben, gerade weil er so viel riskiert hatte. Er überlegte einen Moment, sich an Barson oder seinen Bruder zu wenden, entschied sich aber dann dagegen und machte sich wieder auf den Weg zu Lauros Wagen. Wenn Elena und Abudun allein waren, dann würde er diesmal darauf bestehen, von Elena gewisse Antworten zu bekommen, und sollte Lauros wieder zurückgekehrt sein, würde er einfach behaupten, er wäre noch einmal gekommen, um nach Abudun zu sehen. Er musste diesmal keinen Umweg machen, um das Lager zu umgehen, denn der Wagen, den Lauros und Elena bewohnten, befand sich nur ein knappes Dutzend Schritte entfernt. Trotzdem ging André nicht auf direktem Weg dorthin, sondern huschte lautlos von Schatten zu Schatten und nutzte die Deckung der anderen Wagen aus, um sich ungesehen zu nähern. Mir war klar, welches Misstrauen dieses Benehmen wecken musste, sollte ihn jemals zufällig beobachten, aber er hatte dennoch das sichere Gefühl, dass es besser war, nicht gesehen zu werden. Und dieses Gefühl sollte ihn nicht täuschen. Wie zuvor blieb er auch diesmal im Schlagschatten eines Wagens stehen, um den bunt bemalten vierrädrigen Karren zu beobachten, bevor er sich ihm endgültig näherte. Auch vor seinen Fenstern waren die Läden vorgelegt, aber durch die dünnen Ritzen schimmerte gelbes Licht, und nachdem er einen kurzen Moment gelauscht hatte, vernahm er Stimmen. Sie waren zu leise, um sie eindeutig zu identifizieren, aber er glaubte zumindest die Elenas zu erkennen, und dazu noch zwei, vielleicht sogar drei andere, die aufgeregt miteinander diskutierten, sich möglicherweise sogar stritten. André war unschlüssig, was er nun tun sollte. Sein Gespräch mit Laurus heute Mittag und die Blicke, die der Sinti vorhin Elena zugeworfen hatte, erzählten eine eigene und eindeutige Geschichte, und je länger er lauschte, desto sicherer war er, Zeuge eines heftigen Streites zu werden, auch wenn er die Worte immer noch nicht verstand. Die Vorstellung, dass Elena und Laurus miteinander stritten, machte ihn nervöser, als sie sollte. Was immer zwischen diesen beiden vorging, ging ihn nichts an. Trotzdem hatte er das absurde Gefühl, Elena gegenüber in der Pflicht zu sein, sie immer und unter allen Umständen zu verteidigen, ganz egal, ob sie ihm recht war oder nicht. Er war gerade zu dem Entschluss gekommen, näher an den Wagen heranzugehen, um vielleicht besser verstehen zu können, was hinter der geschlossenen Tür gesprochen wurde, als er einen wütenden Schrei hörte und gleich darauf das typische Klatschen eines Schlages. Nur einen Augenblick später wurde die Tür aufgerissen und Laurus stürmte heraus. Mit einem einzigen Satz überwand er die paar Stufen bis zum Boden und entfernte sich mit weit ausgreifenden, zornigen Schritten. André sah ihm verwirrt und alarmiert zugleich nach, wandte sich dann aber wieder dem Wagen zu. Die Tür hatte sich hinter Laurus nicht geschlossen, und er sah flackerndes gelbes Licht und Schatten, die sich hektisch zu bewegen schienen. Die Stimmen waren nun deutlicher, aber er konnte sie immer noch nicht verstehen, denn sie sprachen wieder in jenem fremden und zugleich doch so sonderbar vertraut erscheinenden Dialekt, den er schon ein paar Mal in diesem Lager gehört hatte, und er vermutlich die Muttersprache dieser Sinti-Familie war. Dann erschien Helena unter der Tür. Obwohl er sie nur als schwarzen Umgriss vor dem hell erleuchteten Hintergrund erkennen konnte, war nicht zu übersehen, wie aufgelöst und zornig sie war. Sie sprang nicht die Stufen hinab wie Laurus vor ihr, überwand sie aber genauso schnell, sodass es kaum einen Unterschied machte. Und obwohl sie nach zwei Schritten bereits wieder stehen blieb und sich zum Wagen herumdrehte, machte es im ersten Moment trotzdem den Anschein, als ob sie hinter ihrem Mann herstürmen und ihn aufgebracht zur Rede stellen wollte. Er hatte sich nicht getäuscht. Er war Zeuge eines Streites geworden, eines sehr heftigen Streites offensichtlich. Alles in André schrie danach, aus seinem Versteck herauszutreten und Helena zu fragen, was passiert war und ob sie Hilfe benötigte. Stattdessen zog er sich jedoch ein winziges Stückchen tiefer in die Schatten zurück und beobachtete aufmerksam, was weiter geschah. Helena rief etwas zu jemandem, der sich noch im Wagen aufhalten musste, bekam eine Antwort in der gleichen unverständlichen Sprache, und nur einen Herzschlag später erschien einer ihrer Brüder unter der Tür, ob Rason oder Bason konnte André bei dem schlechten Licht nichts sagen. Die beiden waren ja schon im hellen Sonnenschein so gut wie nicht auseinanderzuhalten. Zusammen mit einer zweiten, deutlich kleineren und gebücktgehenden Gestalt, die sich so unsicher bewegte, dass er sie auf jeder Stufe stützen musste, verließ auch Elinas Bruder den Wagen, und dicht hinter ihm und seiner Begleitung tauchte ein dritter, fast identischer Umriss unter der Tür auf, der andere Zwilling. Bei der Gestalt, die er und sein Bruder zwischen sich führten, handelte es sich um niemand anderes als Anker. Das Licht, das aus dem Wagen nach draußen fiel, war zu schwach, um ihr Gesicht zu erkennen, aber André identifizierte eindeutig ihre schmale, gebückte Gestalt, das strähnige Haar, und er konnte sogar schwach ihre Ausdünstung wahrnehmen. Jener typische Geruch, der nur wirklich alten Menschen anhaftet und ihr Lebenden daran erinnert, wie kurz die Spanne ist, die ihnen noch bleibt. Nun wenigstens wusste er jetzt, warum die Puridan nicht in ihrem Wagen gewesen war. Elena und Anker wechselten noch einige Worte in jener andere unverständlichen Sprache. Elena sprach laut, erregt, fast aggressiv, Anker in einem vollkommen anderen, zugleich besänftigenden wie gebieterischen Tonfall. Schließlich machte Elena eine zornige Kopfbewegung, und ihre beiden Brüder nahmen die alte Zigeunerin in die Mitte und führten sie langsam in Richtung ihres Wagens davon. Elena blieb reglos und hoch aufgerichtet stehen und sah ihnen nach. Sie machte keine Anstalten, in den Wagen zurückzugehen oder sich vielleicht in die entgegengesetzte Richtung zu wenden, um Laurus zu folgen. André wartete, bis die Schritte in der Dunkelheit verklungen waren, dann trat er lautlos aus seinem Versteck hervor und ging auf Elena zu. Die Sinti blickte immer noch in die Richtung, in der ihre Brüder und die Puridan verschwunden waren, und obwohl sich André keine Mühe gab, leise zu sein, bemerkte sie ihn erst, als er gerade noch zwei Schritte von ihr entfernt war. Sie fuhr deutlich zusammen und prallte einen Schritt zurück, und für die winzige Zeitspanne, die sie für diese Bewegung brauchte, breitete sich ein Ausdruck von Erschrecken auf ihrem Gesicht aus, den André nicht mehr verstand und der fast an Entsetzen grenzte. Dann hatte sie sich wieder in der Gewalt. »Andreas«, murmelte sie mit gespielter Überraschung, »was? Wie lange bist du schon hier?« André machte noch einen weiteren Schritt auf sie zu und blieb dann abrupt wieder stehen. Er war jetzt nahe genug, um Elenas Gesicht deutlich erkennen zu können, zumindest nahe genug, um zu sehen, dass dessen linke Hälfte gerötet war und ihr Auge und der Wangenknochen darunter bereits anzuschwellen begannen. »Lange genug«, sagte er. »Das war laus, habe ich recht?« Elena machte eine erschrockene Bewegung, wie, um die Hand vor das Gesicht zu heben, führte sie aber nicht zu Ende, sondern ließ den Arm auf eine sonderbar schuldbewusste Art wieder sinken. »Wieso? Was denn?« »Hör auf mit dem Theater«, sagte André grob. »Ich bin weder blind noch taub. Hat er dich geschlagen oder war es einer deiner Brüder?« Die Art, in der er das Wort »Brüder« betonte, erschreckte ihn beinahe selbst. »Und wenn?« Elena hatte ihre Selbstbeherrschung jetzt endgültig zurückgewonnen. Sie sah nicht mehr erschrocken oder verlegen aus. Ganz im Gegenteil blitzten ihre Augen zornig, und der einzige Ausdruck, den er jetzt noch auf ihren Zügen las, war eine Mischung aus Trotz und gespielter Herablassung. »Und wenn es so wäre, würdest du ihm nacheilen und ihm die Kehle durchschneiden?« »Nein«, antwortete André ehrlich. »Aber vielleicht würde ich dafür sorgen, dass sie morgen früh wissen, wie du dich jetzt fühlst.« Elena blinzelte. Im ersten Moment schien sie mit dieser Antwort nichts anfangen zu können. Dann aber lachte sie ganz leise. »Das ist eine interessante Formulierung. Ich werde sie mir merken und bei Gelegenheit selbst benutzen, wenn du gestattest.« »Das ist keine Antwort auf meine Frage«, sagte André. »Wer war das?« »Ich wüsste nicht, was dich das angeht, Andreas«, sagte Elena. Ihre Stimme klang spröde, aber das Flackern in ihren Augen strafte diesen Ausdruck Lügen. Ihre Sicherheit war nur aufgesetzt und das nicht einmal besonders überzeugend. André spürte, welches Chaos hinter ihrer Stirn tobte. »Laurus«, sagte er. Elena antwortete nicht, aber ihr Schweigen war auch schon Antwort genug. »Was? Was meine Schuld?«, fragte er. Elena zögerte gerade lange genug, um ihrem Kopfschütteln endgültig die Glaubwürdigkeit zu nehmen. »Nein«, sagte sie. »Du brauchst keine Rücksicht auf mich zu nehmen«, sagte er. »Und du musst auch keine Angst haben. Ich werde dir nicht zur Rede stellen oder sonst irgendwas Dummes tun. Nicht, wenn du es nicht willst.« »Warum sollte ich wollen, dass du etwas Dummes tust?« »Erwarten Frauen das nicht immer von Männern?« »Nein«, antwortete Elena. »Wir erwarten es keineswegs, aber wir sind es gewohnt.« André starrte sie eine Sekunde lang verwirrt an. Dann musste er gegen seinen Willen lachen, und nach einem weiteren Augenblick stimmte auch Elena in dieses Lachen ein, auch wenn es nicht sehr laut war und nicht besonders lange anhielt. Aber der peinliche Moment war vorüber. Der Punkt, an dem einer von ihnen eine Grenze überschreiten würde, die er im Grunde nicht überschreiten wollte, vermieden. »Du hast recht«, gestand sie, während sie nun doch die Hand hob und mit spitzen Fingern ihr Gesicht betastete, wenn auch auf eine Art, die die Bewegung eher aussehen ließ, als würde sie ihre geschwollene Wange verbergen. »Es war Lauchus, aber es ist nicht schlimm.« »Und es war meine Schuld«, vermutete André. Erst als er die Worte ausgesprochen hatte, wurde ihm klar, dass er die Frage aus dem einzigen Grund stellte, ein eindeutiges Nein als Antwort hören zu wollen. Elena tat ihm diesen Gefallen jedoch nicht, sondern schwieg eine quälende kurze Ewigkeit lang und zuckte schließlich nur mit den Schultern. »Nein«, sagte sie. »Ja, es ist eben passiert.« »Was?« »Er war wütend, weil dein Freund und du zur Mühle geritten seid. Er sagt, ihr wäret schlecht für uns, würdet nur Ärger bringen.« Sie zuckte mit den Schultern. »Und ich hab den Fehler gemacht, ihm zu widersprechen.« »Und das gibt ihm das Recht, dich zu schlagen?« Die Frage schien Elena zu verwirren. Sie sah ihn verständnislos an. »Laurus ist nicht schlecht«, sagte sie schließlich. »Das darfst du nicht glauben.« »Natürlich nicht«, sagte André sarkastisch. »Ich nehme an, er schlägt dich nicht oft. Und wenn, dann hast du es wahrscheinlich auch verdient.« Das kurze Aufblitzen in Elenas Augen sagte ihm nicht nur, dass sie seinen Sarkasmus nicht verstanden hatte, sondern auch, dass sie seine Bemerkung wohl genau andersherum aufnahm, als sie gemeint war. »Ich hab ihn gereizt«, sagte sie, eine Spur, aber doch eine hörbare Spur kühler. »Das ist kein Grund, dich zu schlagen.« »Wenn ein Mann dich reizt, schlägst du ihn dann nicht auch, Andreas?« »Entschuldige bitte, aber das ist ein Unterschied«, erwiderte André verärgert. »Ich würde niemals eine Frau schlagen. Ein Mann kann sich wehren.« »Und wer sagt dir, dass eine Frau das nicht kann?« In Elenas Augen blitzte es spöttisch auf, und André schluckte die Antwort, die ihm auf der Zunge lag, herunter. Das Gespräch begann, sich in eine Richtung zu entwickeln, die ihm nicht behagte. Nicht jetzt und nicht hier. »Du hast meine Frage nicht beantwortet«, sagte er. »Schlägt er dich oft?« »Nein«, antwortete Elena. Sie schürzte die Lippen. »Vermutlich nicht öfter, als andere Männer ihre Frauen schlagen.« Sie hob die Stimme, als sie sah, dass er antworten wollte. »Wie gesagt, es war meine eigene Schuld. Ich hab ihn gereizt, und ich wusste, was passiert, wenn ich es übertreibe.« »Es ging um mich, habe ich recht?« fragte André. »Gestern Nacht im Wald, da wollte ich nicht...« »Um dich?« Die Überraschung in Elenas Stimme war so echt, dass André mitten im Satz abbrach und sie nur verständnislos ansah. Plötzlich hatte er das Gefühl, etwas ziemlich Dummes gesagt zu haben. »Ich glaube, du nimmst dich ein bisschen zu wichtig, Andreas. Laurus weiß nichts von gestern Nacht, aber selbst wenn er es wüsste, wäre das kein Grund für ihn, wütend zu werden, weder auf dich noch auf mich, und schon gar nicht, mich zu schlagen.« »Warum war Anker dann in eurem Wagen?« Elena hob die Schultern. »Ich muss gestehen, es fällt mir ein wenig schwer, deinem Gedankengang zu folgen, Andreas, aber in diesem Fall kommst du der Wahrheit wenigstens nahe. Ich hatte Rasen geschickt, um Anker zu holen, damit sie nach deinem Freund sieht.« »Abudun?« fragte André erschrocken. »Was ist mit ihm?« »Sein Fieber ist gestiegen.« Elena hob rasch und beruhigend die Hand. »Keine Sorge, es ist nicht so schlimm, wie ich im ersten Moment befürchtet habe. Aber ich hielt es für besser, Anker zu rufen. Sie hat ihm einen Trank gegeben, der ihm helfen wird. Spätestens morgen Abend wird er das Fieber überwunden haben. Vielleicht sogar schon früher.« »Und das ist Grund genug für Laurus, dich zu schlagen?« André warf einen unsicheren Blick zum Wagen hin. Am liebsten wäre er hineingegangen, um nach Abudun zu sehen, aber aus irgendeinem Grund wagte er es nicht, den Wagen zu betreten, ohne von Elena dazu aufgefordert zu werden. »Laurus sieht es nicht gern, wenn Anker ihren Wagen verlässt«, antwortete Elena. »Schon gar nicht, wenn Fremde im Lager sind. Er hat mir Vorhaltungen gemacht, ein Wort ergab das andere und …« Sie zuckte mit den Schultern. »Laurus ist nervös, wie wir alle. Das, was dein Freund und du von der Mühle erzählt habt, hat ihn nicht unbedingt beruhigt, vor allem, weil es nicht die Wahrheit war.« »Wie kommst du darauf?« fragte André. »Das war wirklich nicht schwer zu erraten.« Elenas Lippen verzogen sich zu einem angedeuteten, spöttischen Lächeln. »Ich weiß nicht, was du wirklich bist, Andreas, aber eines bist du ganz gewiss nicht. Ein guter Lügner. Außerdem spricht dein Freund im Fieber. Was ist wirklich dort passiert?« »Nichts, was ich nicht schon erzählt hätte«, beharrte André stur. Elenas Blick wurde bohrender, und er rettete sich in ein Achselzucken und ein leicht verunglücktes Grinsen. Jedenfalls nichts, was ich verstehen würde. Ich muss darüber nachdenken. Er hatte fest damit gerechnet, dass Elena sich nicht mit dieser Antwort zufrieden geben würde, aber sie sah ihn nur noch einen Moment lang durchdringend an, dann zuckte sie erneut die Schultern und drehte sich mit einem Seufzen weg, mit dem sie das Thema wohl für beendet erklärte. Vermutlich ohne es selbst zu merken, hob sie wieder die linke Hand und strich mit den Fingerspitzen über ihre Wangenknochen und das weiche Fleisch unter den Augen. In den wenigen Augenblicken, die sie miteinander geredet hatten, war die Schwellung deutlich größer geworden, und ihr äußerer Augenwinkel und das Lid begann sich bereits dunkel zu verfärben. Der Anblick weckte wieder den gleichen Zorn wie vorhin in André, aber er biss sich auf die Lippe und sagte nichts. Er war ganz und gar nicht Elenas Meinung, was das Schlagen von Frauen anging, aber letzten Endes war sie Laurosfrau nicht seine, und es war ihre Entscheidung, wie sie leben wollte oder nicht. Auch wenn André Elena kaum kannte, so war er doch sicher, dass sie zumindest über eine längere Zeit nichts hinnehmen würde, was sie nicht wirklich wollte. »Vielleicht solltest du in deinen Wagen zurückgehen«, sagte Elena nach einer Weile leise und ohne ihn anzusehen. »Wenn Lauros zurückkommt und dich hier findet, dann wird das seine Laune nicht unbedingt verbessern. Was tust du überhaupt hier?« »Ich, ich wollte nach Abudun sehen«, antwortete André, was ihm im Moment die glaubhafteste Ausrede erschien. »Er schläft«, antwortete Elena. Sie drehte sich wieder zu ihm um und sah ihm ins Gesicht. Und plötzlich, von einem Liedschlag auf den nächsten, fiel es André schwer, ihrem Blick standzuhalten. Wie schon mehrmals, seit er Elena kennengelernt hatte, schien eine sonderbare Veränderung mit ihr vonstatten zu gehen. Vielleicht lag es am Licht, an ihrer beider Erregung oder an der außergewöhnlichen Situation, in der sie zusammen waren, aber mit einem Male kam sie ihm vor wie eine ganz andere, äußerlich unverändert und doch so verschieden von der Elena, die gerade noch vor ihm gestanden hatte, wie es nur möglich war. Sein Herz klopfte ein wenig schneller. »Ich kann es dir nicht verbieten, aber es wäre besser, wenn du nicht zu ihm gehst. Ich möchte nicht, dass Loros mich in deinem Wagen findet«, führte André den Satz zu Ende. Elena schwieg aber. Sie tat es auf eine ganz besondere Art, die ihn begreifen ließ, wie nahe er mit dieser Vermutung der Wahrheit gekommen war und wie unangenehm ihr dieses Wissen sein musste. Plötzlich fehlten ihm die Worte weiter zu sprechen. »Geh jetzt zurück«, sagte Elena. »Ich werde nach Loros sehen. Es hat keinen Sinn, ihn noch wütender zu machen. Mach dir keine Sorgen. Er ist manchmal etwas jähzornig, aber er beruhigt sich meistens auch genauso schnell wieder. Morgen früh reden wir in Ruhe über alles.« Sie wartete einen Moment lang vergeblich darauf, dass sie ihrer Aufforderung nachkam und ging, dann hob sie die Achseln, drehte sich rasch herum und stieg die dreistufige Treppe zum Wagen hinauf. André blieb weiter reglos stehen, wo er war, von der völlig unsinnigen Hoffnung erfüllt, dass sie sich doch noch einmal herumdrehen oder wieder zu ihm herauskommen würde, und er ließ selbst dann noch etliche Sekunden verstreichen, als sie die Tür schon längst hinter sich geschlossen hatte. Was war nur mit ihm los? Nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal ganz bewusst fragte er sich, ob er sich möglicherweise in diese verwirrende Frau verliebt hatte. Aber die Antwort war und blieb ein eindeutiges Nein. Elena hatte zweifellos etwas, das jeden Mann um den Verstand bringen konnte, vor allem in einem Moment wie dem, den er gerade erlebt hatte, aber dieses Gefühl hatte nichts mit Liebe zu tun. Er hatte viele Frauen getroffen, die ihn anzogen, etliche, die er gemocht und mit denen er eine Weile zusammengeblieben war, und die eine oder andere, von der er sich hätte vorstellen können, auch den Rest seines Lebens mit ihr zu teilen, aber Liebe, wirkliche Liebe, hatte er nur ein einziges Mal in seinem Leben gefunden, und sie war ihm auf eine so grausame und endgültige Art genommen worden, dass er nicht sicher war, ob er jemals wieder einen anderen Menschen wirklich lieben konnte. Er war nicht einmal sicher, ob er es noch einmal wollte. Vielleicht war er zu tief verletzt worden, als dass er sich der Gefahr noch einmal aussetzen konnte, diesen grässlichen Schmerz erneu zu spüren. Endlich drehte er sich herum und ging, aber er kehrte nicht zu seinem Wagen zurück, wie Elena ihm geraten hatte, sondern ging noch einmal dorthin, wo er gerade hergekommen war. Diesmal machte er einen noch größeren Umweg und bewegte sich noch vorsichtiger, und er ließ etliche Minuten verstreichen, in denen er reglos im Schatten stand und Ankers Wagen beobachtete, bis er ganz sicher war, dass die beiden Brüder nicht mehr hier waren und sich auch sonst niemand in seiner unmittelbaren Nähe aufhielt. Der Lärm hinter ihm im Lager hatte eher noch zugenommen, obwohl es mittlerweile schon spät war, aber das war André im Moment nur recht. Solange die Sinti damit beschäftigt waren, ihre Gäste zu unterhalten und ihnen das Geld aus den Taschen zu ziehen, bestand wohl kaum die Gefahr, dass jemand hierher kam und ihn überraschte. Er löste sich aus seinem Versteck, betrat den Wagen, zog die Tür hinter sich zu und wollte einen Moment stehen bleiben, damit sich seine Augen an das praktisch nicht vorhandene Licht hier drin gewöhnten. Noch ehe das Geräusch der Tür hinter ihm ganz verklungen war, sagte eine Stimme in der Dunkelheit irgendwo links von ihm, »Du brauchst nicht zu schleichen, Unsterblicher. Wir sind allein, und so leise, dass eine blinde Frau dich nicht hört, kannst nicht einmal du auftreten.« Ein wenig verlegen drehte sich André in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Trotz seiner scharfen Augen konnte er nur verschwommene Umrisse erkennen. »Warum hast du so lange draußen gestanden und gewartet?« fragte Anker. »Du musst keine Angst haben, dass uns jemand stört. Meine beiden Urenkel sind längst fort, und außer Ihnen und Elena kommt selten jemand hierher.« »Urenkel?«, wiederholte André, hauptsächlich um überhaupt irgendetwas zu sagen. »Vielleicht sind es auch schon meine Ur-, Ur-, Ur-Enkel.« Anker lachte leise und meckernd. »Wenn man einmal so alt geworden ist wie ich, dann verliert man leicht den Überblick. Und eigentlich spielt es auch keine Rolle, oder? Aber du bist sicherlich nicht gekommen, um dich über meine Familie zu unterhalten.« »Nein«, antwortete André, »ich bin...« »Du warst vorhin bei Lauros' Wagen«, unterbrach ihn Anker. »Woher weißt du das?« »Ich bin vielleicht blind, aber nicht taub,« erwiderte Anker. »Lauros und die anderen scheinen es Gottlob aber zu sein, sonst hätten sie dich zweifellos gehört. Ich sollte enttäuscht sein. Ich dachte immer, dass sich Menschen deiner Art lautloser zu bewegen imstande sind.« »Menschen meiner Art?« »Ich bin auch nicht dumm«, sagte Anker eine Spur schärfer. »Aber du scheinst es zu sein. Oder hast du ein kurzes Gedächtnis? Oder hast du schon vergessen, was wir bei deinem letzten Besuch besprochen haben?« »Nein«, antwortete André, »ich habe vor allem nicht vergessen, dass du mir mehr Fragen gestellt als Antworten gegeben hast.« »Und deshalb bist du jetzt hier«, vermutete Anker. Wieder lachte sie. Aber diesmal klang es eher wie ein Meckern. Sonderbarerweise war André immer noch nicht in der Lage, sie genau zu erkennen. Seine Augen hatten sich längst an das schwache Dämmer nicht gewöhnt, aber er sah in der Richtung, aus der ihre Stimme kam, trotzdem nur verschwommene Schatten. Einer davon schien sich dann und wann zu bewegen, aber er war nicht sicher, welcher. »Und was willst du jetzt tun? Die Antworten, die du hören willst aus mir. Herausprügeln?« »Bestimmt nicht«, antwortete André. »Ich glaube auch nicht, dass das nötig ist.« »Dann stell deine Fragen«, sagte Anker. »Aber tu es schnell. Ich bin alt und alte Menschen brauchen viel Schlaf.« »Ich dachte immer, alte Menschen brauchen besonders wenig Schlaf.« »Nicht, wenn sie so alt sind wie ich«, erwiderte Anker nun vollends in ungeduldigem, fast mürrischem Tonfall. »Wenn du wissen willst, ob dein trinkfester Freund die Nacht überleben wird, kann ich dich beruhigen. Er ist stark wie ein Ochse. Es gehört schon etwas mehr dazu als ein paar Rattenbisse, um ihn umzubringen.« »Du weißt, was passiert ist?« »Laurus hat es mir erzählt«, antwortete Anker. »Und dein Freund auch? Redet er nur im Fieber oder manchmal auch im Schlaf?« André überging die Frage. Er fühlte sich immer verwirrter und aus dieser Verwirrung erwuchsen allmählich Ungeduld und Zorn. Er war mit dem festen Vorsatz hierher gekommen, sich diesmal nicht wieder abspeisen zu lassen, sondern nicht eher zu gehen, bis er Antworten auf wenigstens einiges seiner Fragen erhalten hatte. Aber er spürte bereits jetzt, dass ihm das Gespräch auch diesmal wieder zu entgleiten drohte. Die Puridan hatte etwas an sich, dem er einfach nicht gewachsen war. »Ich will wissen, was heute in der Mühle passiert ist«, sagte er, »und komm mir nicht damit, dass du es nicht weißt. Diese Ratten waren keine normalen Ratten.« »Sie waren krank«, antwortete Anker. »Das hast du doch selbst erzählt.« »Und du weißt genau, dass es nicht stimmt«, rief André. Ein Teil von ihm war entsetzt über den Ton, in dem er mit der alten Frau redete. Aber als er weitersprach, da klang seine Stimme sogar noch schärfer, fordernder und fast ein wenig drohend. Er war sicher, dass Anker sich davon nicht beeindrucken ließ, aber sein aufgesetzter Zorn half ihm, das Gespräch wieder in die gewünschte Richtung zu bringen. »Was immer mit diesen Ratten war, sie waren nicht krank.« »Und jetzt willst du wissen, ob es wirklich Helena war, die sie geschickt hat?« »Ach Unsinn«, behauptete André. »Natürlich willst du es wissen«, behauptete Anker. »Du belügst dich selbst, Unsterblicher. Du sagst, dass es Unsinn ist, und du versuchst, dir selbst einzureden, dass du nicht an das glaubst, was dieser narrische Müller erzählt, aber du bist nicht ganz sicher. So ist es doch. Vielleicht willst du ja sogar, dass sie eine Hexe ist.« »Warum sollte ich so etwas wollen?« fragte André unsicher. »Weil es dir dann leichter, viele ihrem Zauber zu widerstehen. Was denkst du, warum verbrennen Männerfrauen, die sie als Hexen bezeichnen? Nicht, weil sie wirklich glauben, dass sie mit dem Teufel im Bunde sind. Niemand glaubt das. Sie verbrennen sie, weil sie genau wissen, dass sie ihrem Zauber sonst erliegen würden, weil es der einzige Weg ist, sie vor sich selbst zu schützen, so wie auch du weißt, dass du Elena nicht widerstehen wirst.« »Ich bin nicht wegen Elena hierher gekommen,« erwiderte André lahm. Doch er wusste längst, die alte Frau, die da in der fast vollkommenen Dunkelheit vor ihm saß, mochte zwar blind sein, aber auf ihre Art konnte sie besser sehen als die meisten anderen Menschen. Anker ließ ein schmatzendes Geräusch hören. »Vielleicht nicht, aber sie ist nun einmal hier. Glaubst du denn, du wärst der Erste, dem es so erginge, du junger Narr? Ich kann sie nicht sehen, aber ich habe Ohren, um zu hören, was die anderen sagen, und manchmal auch, um das zu hören, was sie nicht sagen. Willst du einen Rat von mir, Unsterblicher? Warte meinetwegen, bis dein Freund wieder zu Kräften gekommen ist, aber dann geh. Du wirst die Antworten, nach denen du suchst, hier nicht bekommen, aber du könntest etwas finden, an dem du zerbrichst.« »Warum, warum sollte ich dir glauben?« fragte André. »Bisher hast du keine meiner Fragen beantwortet, und wenn, so nur an Rätseln.« »Dann finde ihre Lösung«, riet ihm Anker. »Ich habe dir geantwortet, aber du hörst ja nicht zu, wie die meisten, wie die meisten. Und nun geh, lass mich allein. Ich bin müde und möchte schlafen.« »Aber du, geh«, wiederholte Anker. »Barson hat dir versprochen, dass du mit mir reden kannst, und du hast mit mir geredet. Ich kann dir nicht antworten, wenn du mir nicht einmal die richtigen Fragen stellst. Du kannst ja zurückkommen, wenn sie dir eingefallen sind.« Mir verwirrt, denn enttäuscht oder zornig, war André in seinen Wagen zurückgekehrt, und zu seiner eigenen Überraschung war er nach einer Weile in einen unruhigen Schlaf gesunken, ein Schlaf, aus dem er erst lange nach Sonnenaufgang wieder erwachte, so wie am Vortag, mit einem schlechten Geschmack im Mund, mit Kopfschmerzen, Schweiß gebadet und mit der Erinnerung an sinnlose Bilder und Albträume, die ihn gequält hatten. Obwohl er nicht unter einer dünnen Seltplane, sondern unter dem hölzernen Dach eines Wagens erwacht war, erschien ihm die Luft noch stickiger und heißer als gestern, und es fiel ihm deutlich schwerer, die Nachwirkungen des Schlafs abzuschütteln und aufzustehen. Als er den Wagen verließ, war das Sinti Lager schon seit mehr als einer Stunde zum Leben erwacht, und er war so betäubt, dass er fast wie ein Betrunkener taumelte, während er sich auf den Weg zum Bach machte, um sich zu waschen. Das eiskalte Wasser half, die Benommenheit und auch die Kopfschmerzen zu vertreiben, aber der üble Geschmack in seinem Mund blieb, und auch die Erinnerung an die Albträume, die ihn geplagt hatten, verschwand nicht völlig. Irgendetwas stimmte tatsächlich nicht mit ihm. Er ließ sich deutlich mehr Zeit als nötig, ehe er die Richtung zu Lauros Wagen einschlug. Er wollte nach Abudun sehen. Vielleicht war es besser, dass er zugegen war, wenn der Nubier aus seiner Bewusstlosigkeit erwachte. Die Tür des Wagens stand offen, André klopfte an den Rahmen, wartete einen Moment vergeblich auf eine Antwort und trat schließlich ein. Nach der schon jetzt fast unerträglichen Hitze, die draußen herrschte, und wegen der vorgelegten Läden war es hier drin angenehm kühl und schattig, aber nicht so dunkel, dass er nicht sah, dass das Bett, auf dem er Abudun am vergangenen Abend zurückgelassen hatte, jetzt leer war. Im ersten Moment erschrak André bis ins Mark, aber dann rief er sich in Gedanken selbst zur Ordnung. Für ein Gefährt seiner Art war dieser Wagen recht groß, aber auch ein großer Wagen war letztendlich klein, und immerhin diente er schon als Unterkunft für zwei Menschen. Wahrscheinlich hatte Lauros dem Nubier einfach ein anderes Krankenlager zugewiesen. Was tust du hier? André fuhr erschrocken herum und sah in Lauros Gesicht. Der grauhaarige Sinti stand draußen vor dem Wagen, hatte den Kopf in den Nacken gelegt und blickte aus misstrauisch zusammengekniffenen Augen zu ihm hoch. Und für den Bruchteil einer Sekunde erinnerte der Anblick André an ein anderes Bild, das er gestern gesehen hatte. Andere, kleinere Gestalten, die fast in der gleichen Haltung dargestanden und Abudun und ihn angestarrt hatten. Dann verging die absurde Furcht und André sagte sich selbst, wie lächerlich dieser Vergleich war. »Ich wollte nach Abudun sehen«, sagte er. »Entschuldige, aber die Tür stand offen.« Er sprang mit einem einzigen Satz zu Lauros hinunter und machte eine entschuldigende Handbewegung. »Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Wo ist Abudun?« »Ich habe ihn in einen anderen Wagen bringen lassen«, antwortete Lauros unfreundlich. »Schließlich ist das kein Krankenlager.« »Dann werde ich nach ihm sehen«, sagte André. Er wollte sich umdrehen, aber Lauros hielt ihn mit einer entsprechenden Geste zurück. »Warte. Ich wollte sowieso mit dir reden.« »Ja? Worüber denn?« »Du warst gestern Abend bei Anker«, sagte Lauros. Er hob befehlend die Hand. »Streite es nicht ab. Man hat dich gesehen.« Das hatte André gar nicht vorgehabt. Aber er war überrascht. Er war sehr sicher gewesen, dass niemand ihn gesehen hatte. Wer auch immer ihm nahe genug gekommen wäre, um ihn beim Betreten oder Verlassen von Ankers Wagen zu beobachten, hätte ihm eigentlich nicht verborgen bleiben können. Er machte eine Bewegung, die ihm irgendwo zwischen einem Achselzucken und einem Nicken lag. Ich habe mich lediglich bei ihr bedankt, dass sie sich um Abudun gekümmert hat.« »Ich will nicht, dass du mit ihr sprichst, ohne mich vorher gefragt zu haben«, sagte Lauros. »Anker ist eine närrische alte Frau, die nur Unsinn redet. Aber sie ist vor allem eine alte Frau. Sie darf nicht unnötig aufgeregt werden. Schon ein falsches Wort könnte sie umbringen.« »Hah, seltsam. Aber ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass dir Ankers Tod das Herz brechen würde«, antwortete André Kühl. Er wunderte sich selbst ein wenig, dass er das sagte. Aber er war es leid, ständig vor Lauros zu Katzbuckeln. Vielleicht war dieser Vorstoß ein Fehler, aber vielleicht lockte er ihn auch endlich aus der Reserve. Lauros reagierte jedenfalls anders, als er erwartet hatte. Er wurde weder wütend, noch stritt er André's Unterstellung empört ab. Er hob nur flüchtig die linke Augenbraue, als hätten ihn diese Worte überrascht, aber nicht wirklich verärgert. Er wechselte mit einem Achselzucken das Thema. »Barson hat bereits nach dir gefragt. Du hast lange geschlafen, und nach dem, was euch gestern zugestoßen ist, hast du dir das wohl auch verdient. Aber ich denke, jetzt bist du gut genug erholt, um ihm zur Hand zu gehen.« »Wobei denn?« »Das wird er dir erklären. Er ist hinten bei der Bühne. Später erwarten wir diesen Schulz. Immer das dem Dorf hat mir erzählt, er wäre der einflussreichste und wohlhabendste Mann der Stadt. Nicht der Bürgermeister oder Richter, aber letztendlich der, der das Sagen hat. Ich möchte nicht, dass du dich einmischst, wenn ich mit ihm rede.« Aber das, begann André, wurde aber sofort wieder von Lauros unterbrochen. »Du und dein Freund. Ihr habt genug Schaden angerichtet.« »Was soll das heißen?« fragte André. »Ich hab dir gesagt, dass ich darüber nachdenke, ob ihr bei uns bleiben dürft oder nicht,« antwortete Lauros. »Das hab ich getan. Elena sagt, dass dein Freund noch zwei oder drei Tage braucht, um sich zu erholen. So lange könnt ihr hierbleiben, aber danach. Verlasst ihr uns.« »Aber warum?« fragte André. »Es gibt keinen Grund für euch länger zu bleiben,« antwortete Lauros. »Du bist hierhergekommen, um mit unserer Puridan zu sprechen und ihr gewisse Fragen zu stellen. Du hast mit ihr gesprochen, und ich nehme an, du hast deine Fragen gestellt, also gibt es keinen Grund mehr länger zu bleiben.« »Vielleicht habe ich noch nicht alle Antworten bekommen,« sagte André. »Du wirst von Anka nicht mehr hören, als du bereits gehört hast,« erwiderte Lauros, »denn du wirst nicht mehr mit ihr reden. Und jetzt geh und arbeite für dein Essen und deine Unterkunft.« Natürlich war André nicht sofort zu Bason gegangen, sondern hatte zuerst nach Abudun gesucht und ihn in dem kleinen Zelt am Rande des Lagers gefunden, in dem sie gemeinsam die beiden ersten Nächte verbracht hatten. Zu seiner Überraschung war der Nubier bereits erwacht und, zwar noch müde und schwach vom Fieber, das ihm die ganze Nacht über zugesetzt hatte, zugleich aber doch in deutlich besserer Verfassung, als er erwartet hätte. Sie waren nicht allein. Eine der beiden Sinti-Frauen, die sich bereits am Vortag um Pater Flock gekümmert hatten, saß jetzt an Abuduns Lager, und sie machte auch keine Anstalten zu gehen, als André ins Zelt kam. André war das im Moment sogar recht. Abudun war noch schwach, zugleich aber auch schon wieder wach genug, um reden und ihn mit finsteren Blicken geradezu aufspießen zu können, und er konnte sich lebhaft vorstellen, was der Nubier ihm zu sagen hatte. Und auch, wenn er mit dem meisten davon zweifellos Recht haben würde, so fühlte sich André im Moment einer weiteren sinnlosen Auseinandersetzung mit dem Nubier nicht gewachsen. Er erkundigte sich nach seinem Befinden, und sie tauschten noch einige Belanglosigkeiten aus. Dann verließ er das Zelt wieder und machte sich auf die Suche nach Bason. Der junge Sinti kam ihm auf halbem Weg entgegen, während er sich der Mitte des Lagers näherte. Schon von Weitem winkte er André aufgeregt zu. »Andreas«, rief er, »ich sehe, es geht dir wieder besser. Das ist gut. Laures hat mir gesagt, dass ich dich suchen soll.« »Er sagt, du hättest Arbeit für mich«, antwortete André bewusst unfreundlich. »Na, das bist du mir schuldig, oder? Immerhin habe ich meinen Teil der Abmachung eingehalten. Du hast doch mit Anka gesprochen, oder?« »Jemand hat Laures verraten, dass ich bei ihr war«, sagte André. »Ich war es jedenfalls nicht«, versicherte Bason, hörte aber nicht auf, ihn dabei anzustrahlen. »Das wäre auch ziemlich dumm von mir, findest du nicht? Immerhin könnte er fragen, wer dieses Treffen arrangiert hat.« »Arrangiert kam es mir eigentlich nicht vor«, erwiderte André, aber Bason schüttelte nur heftig den Kopf. »Glaub mir, Andreas, Anka mag ein bisschen wunderlich sein, aber sie spricht mit niemandem, mit dem sie nicht sprechen will, und es gibt nicht mehr viele Menschen, mit denen sie sprechen will. Es war nicht einmal einfach, sie zu überreden.« André sah sein schlankes Gegenüber nachdenklich an. Er war ziemlich sicher, dass Bason die Wahrheit sagte, was Laures anging. So unfreundlich, wie er mit ihm einem Fremden gesprochen hatte, würde er seinem Adoptivsohn wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn er erführe, dass er das Treffen zwischen der Puridan und André arrangiert hatte. Trotzdem hatte er das vage Gefühl, dass irgendetwas an Basons Wort nicht stimmte, allerdings nur für einen Moment. Dann gewann Basons strahlendes Lächeln die Oberhand, und André schalt sich in Gedanken selbst einen Narren. Er war einfach zu misstrauisch. Bason mochte ein wenig naiv sein, aber er war einfach niemand, der einen anderen hintergehen würde. »Also, was soll ich tun?«, fragte er. »Fünfzig klaffter Holzhacken, hundert Fässer Wasser vom Bach heraufholen oder zwanzig Wildpferde zureiten.« Basons Grinsen wurde breiter. »Mir das Schwertfechten beibringen,« sagte er. »Wie?« André blinzelte. Bason nickte heftig. »Du hast vorgestern nicht viel gesagt, als du unserer Probe zugesehen hast, aber du hast auf eine ganz bestimmte Art nichts gesagt, weißt du? Ich hätte schon blind sein müssen, um nicht zu sehen, was du von unserer Aufführung hältst.« André war höflich genug, nicht darauf zu antworten. »Du hast recht,« gestand Bason, »am Anfang wollte ich es nicht wahrhaben, aber ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht. Vor allem, nachdem ich deinem Freund, dem Musemann, zugesehen habe. Meine beiden sogenannten Schwertkämpfer sind erbärmlich.« Er machte eine Kopfbewegung auf die Stelle, an der Andrés Schwert gehangen hätte, hätte er den Waffengurt umgebunden. »Bring mir bei, wie man mit einem Schwert umgeht.« »Wie kommst du darauf, dass ich das könnte?« »Habe ich schon gesagt, dass ich ein guter Beobachter bin?«, grinste Bason. Er schüttelte den Kopf. »Außerdem hast du es mir selbst verraten, gestern.« »Das mag sein,« antwortete André. »Ich verstehe tatsächlich ein wenig von der Kunst des Fechtens, aber es dauert Jahre, sie zu erlernen, und ein Schwert ist auch kein Spielzeug.« »Ich habe auch nicht gesagt, dass ich von dir erwarte, mich in drei Tagen zu einem Schwertmeister auszubilden,« antwortete Bason. »Ich will nicht wirklich das Kämpfen lernen. Um ehrlich zu sein, ich liebe Waffen nicht besonders. Ich will nicht wissen, wie man tötet, und ich will es auch nicht lernen.« »Was soll ich dir dann beibringen?« »Zeig mir nur genug, damit ich auch den anderen beibringen kann, wie man nicht ganz so unbeholfen herumstolpert und sich zum Narren macht. Mehr wollen die Leute ja auch nicht sehen.« André zögerte. Basons Bitte klang nur logisch, und natürlich sprach aus ihr auch die Begeisterung eines jungen Mannes für Waffen und Kämpfe, ganz egal, was Bason auch behauptete. Aber auch seine Antwort war nicht nur so dahingesagt gewesen. Ein Schwert war kein Spielzeug, nicht einmal, wenn es aus Holz war, und der, der es führte, von sich behauptete, das Kämpfen eigentlich nicht zu mögen. Er suchte nach einer möglichst unverfänglichen Antwort, mit der er Basons Bitte abschlagen konnte, aber dann sah er wieder in die Augen des jungen Sinti, und darin standen ein so strahlendes Lächeln und ein so unerschütterliches Vertrauen geschrieben, dass er es einfach nicht übers Herz brachte. So war das nun einmal mit Bason. Er war ihm einfach zu sympathisch, um ihm irgendeine Bitte abzuschlagen. »Also gut«, sagte er, »aber erwarte keine Wunder. Wir werden nicht mehr lange bei euch bleiben. Wenige Tage reichen nicht, um dir wirklich etwas beizubringen.« Bason strahlte noch breiter. »Zeig mir einfach, an welchem Ende man ein Schwert anfasst«, sagte er, »das wäre vielleicht schon ein Fortschritt.« Gegen seinen Willen musste André lachen. Er machte eine auffordernde Geste zur Bühne hin. »Willst du nicht erst in deinen Wagen, um dein Schwert zu holen?«, fragte Bason. »Eure Holzschwerter werden reichen für den Anfang«, sagte André. »Aber nur damit das klar ist. Damit ist mein Teil der Abmachung erledigt. Ich werde nicht heute Abend dort oben stehen und mich zum Narren machen.« »Das werden wir sehen«, antwortete Bason. Er lachte, drehte sich herum und lief mit schnellen, weit ausgreifenden Schritten voraus. Jetzt wirklich ein Kind, das sich auf eine Überraschung freute und es vor Ungeduld kaum noch aushalten konnte. Während André ihm etwas langsamer folgte, sah er sich unauffällig nach rechts und links um. Das Lager bot den gleichen Anblick wie am vergangenen Morgen und es dauerte eine Weile, bis André selbst klar wurde, dass er nach Elena suchte. Warum eigentlich? Wenn schon nicht Anker, so hatten ihm doch spätestens Lauros Worte vorhin klargemacht, dass es besser war, sie nicht wiederzusehen. Und auch er selbst hatte sich noch am vergangenen Abend vorgenommen, auf den Rat der Puridan zu hören, die sicherlich nicht in ihrer haarsträubenden Begründung, in der Sache aber recht hatte. Irgendetwas in ihm spürte ganz genau, wie gefährlich Elena ihm werden konnte. Und André hatte schon vor sehr langer Zeit gelernt, dass es besser war, auf seine innere Stimme zu hören. Und trotzdem musste er immer wieder an Elena denken. Es kostete ihn spürbare Mühe, den Gedanken zu verscheuchen. Er schritt schneller aus, erreichte die Bühne fast gleichzeitig mit Barson und sprang mit einem federnden Satz hinauf, während der Junge Sinti einen Umweg über die Treppe nahm. Barson schenkte ihm ein anerkennendes Nicken, verschwand für einen Moment hinter den bunt bemalten Tüchern, die die Rückwand der Bühne bildeten, und kam mit zwei jeweils gut einen Meter langen Holzschwertern in den Händen zurück. Er nahm eine der Waffen in die rechte Hand und wollte die andere an André weiterreichen, aber André schüttelte den Kopf. »Aber ich dachte, du wolltest mich unterrichten?«, sagte Barson enttäuscht. »Das werde ich«, antwortete André. »Greif mich an!« Barson sah einen Moment lang verständnislos auf die beiden Holzschwerter an seiner Hand herab. Dann zuckte er mit den Schultern und machte einen blitzschnellen Ausfallschritt, indem er mit beiden Klingen zugleich nach Andrés Leib und Gesicht stieß. Für jemanden, der angeblich nicht wusste, an welchem Ende man ein Schwert anfasste, war er erstaunlich schnell, fand André. Trotzdem nutzte es natürlich nichts. André trat fast gemächlich zur Seite, ließ Barson an sich vorüber stolpern und versetzte ihm einen Fußtritt in die Kniekehle. Barson keuchte, taumelte noch einen hilflosen halben Schritt weiter und fiel dann der Länge nach hin. »Das war schon die erste Lektion«, sagte André, »unterschätze niemals einen Gegner, nur weil er keine Waffe in der Hand hat.« Der junge Sinti rappelte sich mühsam auf. Er hatte beide Schwerter fallen gelassen. Eine der Waffen ließ er liegen, die andere ergriff er mit grimmigem Gesichtsausdruck mit beiden Händen, baute sich breitbeinig vor André auf und meinte, »noch einmal wird mir das auch nicht passieren.« Sein zweiter, beidhändig gefühlter Hieb war womöglich noch schneller als der erste Angriff, und hätte er ein richtiges Schwert in der Hand gehabt und wäre einem normalen Gegner gegenübergestanden, dann hätte er diese möglicherweise glatt den Kopf von den Schultern getrennt. André fiel es jedoch nicht besonders schwer, sich unter dem Schwerthieb zu ducken und Barson zugleich einen Schlag mit der flachen Hand vor die Brust zu versetzen, der ihn keuchend nach Luft schnappen und diesmal der Länge nach rücklings zu Boden stürzen ließ. »Hätte ich mit der Faust zugeschlagen, hätte ich dir eine Rippe gebrochen, vielleicht sogar das Brustbein,« sagte André kopfschüttelnd. »Lektion Nummer zwei.« Barson brauchte deutlich länger als beim ersten Mal, um sich wieder aufzurappeln und das Schwert aufzuheben. Seine Mundwinkel zuckten, sein Atem ging stoßweise und unregelmäßig. »Ich dachte, wir hätten uns geeinigt, dass du mir das Schwertkämpfen beibringst, nicht? Dass du mich verprügelst,« maute er. Er hob sein Schwert und André trat mit einer gemächlichen Bewegung neben ihn, entrang ihm die Waffe fast schneller, als Barsons Blicke seiner Hand folgen konnte und setzte ihm die stumpfe Holzklinge an die Kehle. »Lektion Nummer drei,« sagte er ruhig, »du solltest dich entscheiden, ob du mit einem Mann reden oder kämpfen willst.« Barson ächzte. André hatte seinen Kopf so weit zurückgebogen, dass er Mühe hatte zu sprechen, und auch wenn die hölzerne Klinge keine wirkliche Schneide besaß, so drückte sie ihm doch nahezu die Luft ab. André hielt den Jung-Sinti eine gute Sekunde länger in dieser entwürdigenden Stellung als nötig gewesen wäre, dann trat er rasch zwei Schritte zurück, wartete, bis Barson sich aufgerichtet hatte und wieder halbwegs zu Atem gekommen war und machte schließlich eine Kopfbewegung auf das zweite Holzschwert. »Heb's auf!« Barson gehorchte, und André wartete gerade lange genug ab, dass er sich wieder aufrichten und mit gespreizten Beinen in Verteidigungsstellung gehen konnte, ehe er mit seinem eigenen Schwert eine blitzschnelle, kreiselnde Bewegung machte, die Barson die Waffe aus der Hand riss und sie in hohem Bogen davon fliegen ließ. Und so ging es weiter. Sie arberten eine gute Stunde herum, die Barson allerdings mehr auf Bauch und Rücken liegend auf dem Boden zubrachte als stehend oder gar kämpfend, und André legte nach und nach immer mehr Kraft in seine Angriffe, aber auch in die Hiebe, mit denen er immer wieder Basons praktisch nicht vorhandene Deckung durchbrach und ihn traf. Er wollte ihm wehtun, nicht aus Grausamkeit, sondern um ihm vielleicht auf diese Weise beizubringen, dass ein Schwert kein Spielzeug und das Kämpfen kein Spaß war, ein wenig aber auch aus dem ganz egoistischen Grund, dass er hoffte, diesen unwürdigen Auftritt auf diese Weise abkürzen zu können. Barson erwies sich jedoch als weitaus zäher, als er erwartet hatte, und auch als weitaus gelehrigerer Schüler. Es gelang ihm nicht ein einziges Mal, André zu treffen, aber er brachte ihn doch zwei- oder dreimal in Bedrängnis, und das war schon mehr, als den meisten anderen gelungen wäre, vor allem nach kaum einer Stunde. Schließlich aber erfüllte Andrés Zermürbungstaktik ihren Zweck. Basons Atem begann im gleichen Maß schwerer zu werden, wie seine Bewegungen langsamer wurden. Er griff André jetzt nicht mehr an, sondern hatte alle Mühe, Attacken zu widerstehen, die er vor zehn Minuten noch ohne Probleme pariert hätte, und André musste sich ganz im Gegenteil immer mehr darauf konzentrieren, den Sinti nicht aus Versehen zu treffen, und möglicherweise zu verletzen. Ich glaube, für heute ist es genug. Er ließ das Schwert sinken und trat zwei Schritte zurück. Doch Barson schüttelte nur den Kopf und hob mit gespielt drohendem Gesichtsausdruck seine Waffe. So leicht kommst du mir nicht davon, Schurke, grollte er. Komm, lass es gut sein, sagte André lächelnd. Er nickte anerkennt. Du hast dich wirklich gut geschlagen, und das meine ich ernst, aber es nutzt nichts, es zu übertreiben, schon gar nicht am ersten Tag. Das sagst du doch nur, weil du Angst vor mir hast, behauptete Barson lachend, riss das Schwert mit beiden Händen über den Kopf und sprang mit einem spitzen Kampfschrei los. André seufzte. Barson war ein Kind. Vielleicht war es Zeit, dass er anfing, ihn wie ein solches zu behandeln. Er wich zur Seite aus, ließ Barson an sich vorüberstürmen und wollte ihm mit der flachen Seite der Klinge einen herzhaften Schlag auf das verlor er dadurch das Gleichgewicht und fiel. Aber er beendete seine Drehung noch im Sturz und das Holzschwert hackte schräg aufwärts nach Andrés Knie. Er reagierte ganz instinktiv, indem er ansatzlos in die Höhe sprang und die Knie anzog und gleichzeitig selbst zurückschlug. Sein Schwert traf das Basons dicht über dem Griff und zerschmetterte es. Barson schrie für Überraschung, aber auch Schmerz auf, warf sich herum und presste die rechte Hand gegen den Körper. Barson, verdammt, das wollte ich nicht. André schleuderte das Holzschwert fort, fiel neben Barson auf die Knie und drehte ihn mit einem Ruck herum und erstarrte. Barson lag auf der Seite, hatte die Knie an den Leib gezogen und presste wimmernd die rechte Hand gegen den Körper. Ein mehr als fingerlanger Holzsplitter hatte sich durch das empfindliche Fleisch zwischen Zeigefinger und Daumen gebohrt und auch die Hälfte des Handbeins darunter aufgerissen, bevor er die Haut auf der anderen Seite wieder durchstoßen hatte. Keine gefährliche Wunde aber, mit Sicherheit eine Verletzung, die sehr schmerzhaft war und die heftig blutete. Die Attacke kam zu schnell, als dass André noch irgendetwas dagegen tun konnte. Er hatte ganz automatisch die Hand ausgestreckt, um nach Basons Arm zu greifen und den Splitter herauszuziehen. Aber das Ding in ihm war schneller. Auf Basons Hand war Blut, warmes, süßes, unendlich verlockendes Blut, eine Essenz, nach der es gierte wie nach nichts anderem in seiner unheiligen Existenz. Und wie am Tag zuvor bei Abudun war es André auch jetzt unmöglich, die unsichtbare Kralle zurückzuhalten, mit der es nun die Lebensflamme des Jungen sind, die umklammerte, um sie herauszureißen, seine Seele zu verzehren und seine Lebenskraft der Iren hinzuzufügen. Basons Augen weiteten sich in ungläubigem Entsetzen, während André innerlich gellend aufschrie und mit verzweifelter Kraft versuchte, das Ungeheuer in sein finsteres Gefängnis auf dem Grund seiner Seele zurückzudrängen. Sein Gesicht verzerrte sich, Krämpfe schüttelten seinen Körper, und für einen winzigen Moment wurde aus dem verwirrten Entsetzen in Basons Augen etwas anderes, Schlimmeres, als André sich vorbeugte, zitternd, stöhnend, den Mund halb geöffnet, wie um die Lippen auf die Wunde in seiner Hand zu pressen und den pulsierenden roten Lebenssaft aus ihm heraus zu saugen. Dann war es vorbei. Plötzlich, von einem Liedschlag auf den anderen, hatte er gewonnen. Das Toben des Vampirs erlosch, und die Bestie zog sich zurück in ihr Versteck, in den lichtlosen Tiefen seines Unterbewusstseins. André richtete sich auf, schloss die Augen und ballte die Hände so heftig zu Fäusten, dass es wehtat. Alles drehte sich um ihn. Der leise Kopfschmerz, der ihn seit dem Erwachen begleitet hatte, steigerte sich fast zur Agonie, und mit einem Mal fühlte er sich so schwach und ausgelaugt, dass er Mühe hatte, sich aufrechtzuhalten und nicht auf der Stelle zusammenzubrechen. Auch dieser Anfall verging so schnell, wie er gekommen war, und zurück blieb ein Gefühl sonderbarer Leere und Enttäuschung. Gefühle, die nicht seine eigenen waren, sondern die des Vampirs, der sich um seine Beute betrogen sah, und die doch plötzlich zu ihm gehörten wie ein Stück glühender Kohle, das er angefasst und das sich unverrückbar in seiner Haut eingebrannt hatte. »Andreas?« fragte Barson. »Ist alles in Ordnung mit dir?« Langsam nickte André. Er konnte nicht sofort antworten, ihm war plötzlich klar, wie absurd Basons Frage war. Er sollte sich nach seinem Befinden erkundigen, nicht umgekehrt. Trotzdem nickte er noch einmal, zwang sich zu einem Lächeln und schüttelte dann so heftig den Kopf, dass ihm schon wieder leicht schwindelig wurde. »Ich... ich war nur erschrocken, entschuldigt. Das wollte ich nicht.« In Basons Augen stand ganz deutlich die Frage geschrieben, was er nicht wollte. Aber der Sinti sprach sie nicht laut aus, sondern setzte sich stöhnt auf und betastete seine rechte Hand mit der unverletzten linken. Seine Mundwinkel zuckten und auf seiner Stirn perlte plötzlich Schweiß. »Lass das!« sagte André. »Halt einfach still!« Barson sah nicht so aus, als ob ihn diese Aufforderung in irgendeiner Art beruhigen könnte, streckte aber gehorsam den rechten Arm aus und umklammerte das Handgelenk mit der linken. Jetzt, als André die Wunde nicht mehr mit den Augen eines ausgehungerten Raubtieres sah, erkannte er, dass sie weniger schlimm war, als es im ersten Moment den Anschein gehabt hatte. Mit einem Ruck zog er den Holzspitter heraus. Barson zog scharf die Luft ein, Tränen traten ihm in die Augen. »Schon vorbei«, sagte André in bewusst beiläufigem Ton. »Es tut mir wirklich leid, ich wollte dich nicht verletzen.« »Meine Schuld«, sagte Barson gepresst. Nach einem Moment und mit einem schiefen Grinsen fügte er hinzu, »aber deshalb tut es nicht weniger weh.« »Du solltest die Wunde verbinden lassen«, sagte André. Er stand auf und streckte die Hand aus, um Barson hochzuhelfen, aber der Sinti schüttelte nur den Kopf und rappelte sich ungeschickt aber aus eigener Kraft auf. Die verletzte Hand hatte er gegen die Brust gepresst und mit der anderen abgedeckt, aber sein weißes Hemd war jetzt mit hässlichen roten Flecken übersät. André betrachtete sie, und der Anblick machte ihm jetzt nichts mehr aus, aber er war trotzdem verunsichert und verwirrt wie selten zuvor in seinem Leben. Es war das zweite Mal innerhalb weniger Stunden, dass er die finstere Macht, die er so viele Jahre lang sorgsam unter Kontrolle gehalten hatte, nicht mehr beherrscht und um ein Haar zu ihrem Gefangenen geworden wäre. Vielleicht hatte Abudun recht, dachte er. Vielleicht sollten wir von hier verschwinden, solange wir noch können. »Was war das, Andreas?« fragte Barson mit leiser, zitternder Stimme. »Du bist ein unvorsichtiger Nahe, ich weiß«, fiel André ihm ins Wort. »Ich hätte nicht so fest zuschlagen sollen. Es tut mir leid.« Barson sah einen Moment lang auf seine verletzte Hand hinunter, schüttelte den Kopf und blickte ihn dann auf noch sonderbarere Weise an, auf eine Art, die André einen kalten Schauer über den Rücken jagte. »Das habe ich nicht gemeint«, sagte er. »Ich meine, das, was du getan hast.« »Ich weiß nicht, wovon du redest«, erwiderte André. »Ich glaube schon«, beharrte Barson. Der Ausdruck in seinen Augen änderte sich, aber er wurde sonderbarerweise nicht härter, zorniger oder gar vorwurfsvoll. »Du bist«. »Was ist denn hier passiert?« André hätte um ein haar erleichtert aufgeatmet, als er die Stimme hinter sich hörte, und somit einen Anlass hatte, Barson nicht zu antworten, sondern sich rasch herumzudrehen. Er war nicht sicher, ob er die Kraft gehabt hätte, dem Jung sind die nicht, die Wahrheit zu sagen. Als er sich umdrehte, wandelte sich das Gefühl der Erleichterung jedoch schlagartig. Hinter ihm stand nicht Laurus oder einer der anderen sind, die wie er angenommen hatte. Während er mit Barson gesprochen hatte, waren drei Berittene nähergekommen, die jetzt unmittelbar neben der Bühne angehalten hatten. Da sie auf dem Pferderücken saßen, befanden sie sich praktisch auf gleicher Höhe mit ihm. Einen der drei Männer kannte er von gestern. Schulz. Die beiden anderen waren ihm fremd, aber ihr Anblick mahnte ihn zur Vorsicht. Sie trugen Kettenhemden und Schwerter, und beide waren ausgesucht große, kräftige Kerle mit harten Gesichtern und gnadenlosen Augen. »Schulz«, sagte er, »Ihr kommt früh«, der Grauhaarige deutete auf Barson. »Hat es einen Unfall gegeben, oder kommen wir am falschen Moment?« »Ein Unfall«, bestätigte André. »Ich war ungeschickt.« Schulz lächelte kühl. Sein Blick klebte einen Moment an Basons Hand, dann sah er André ins Gesicht. »Das scheint mir auch so, aber wie ich zu meiner Erleichterung sehe, scheint ihr ja selbst unverletzt zu sein. Offensichtlich kommen immer nur die zu Schaden, die den Fehler begehen, euch zu nahe zu kommen, Andreas.« André beschloss nicht, darauf einzugehen. »Ich nehme an, ihr seid gekommen, um mit Laurus zu sprechen.« »Under anderem«, bestätigte Schulz. »Dann führe ich euch zu ihm.« André wandte sich noch einmal an Barson. »Geh und lass deine Hand verbinden.« Er wartete, bis Barson gegangen war, um seiner Aufforderung Folge zu leisten. Dann sprang er geschmeidig von der Bühne und sah auffordernd zu Schulz und seinen beiden Begleitern hoch. Weder der Grauhaarige noch die beiden anderen Männer machten Anstalten, aus den Sätteln zu steigen. Und so drehte sich André achselzuckend um und ging, schon fast provozierend, langsam vor ihnen her. Die Männer und Frauen, an denen sie vorüberkam, blieben überrascht stehen oder hielten in ihrem Tun inne, und André war sich bewusst, dass er wie ein Gefangener aussah, der vor seinen Häschern einherschritt. Und er fragte sich, ob es tatsächlich so war. Die Anwesenheit der beiden Bewaffneten irritierte ihn. Vielleicht hatte ihn die grimmige Sachlichkeit, die Schulz gestern an den Tag gelegt hatte, dazu verleitet, diesen Mann vorschnell und möglicherweise falsch einzuschützen. Auch als sie Laurus' Wagen erreichten, stiegen Schulz und seine beiden Begleiter nicht ab. Der Grauhaarige machte eine auffordernde Kopfbewegung und André klopfte an die Tür. Sie wurde so schnell geöffnet, als hätte der Sinti bereits dahinter gewartet, und Laurus trat heraus. Schweigend blieb er auf der obersten Treppenstufe stehen und sah André unfreundlich an. »Wir haben Gäste,« sagte André und deutete auf die drei Männer hinter sich. »Das ist Schulz. Ich hab euch von ihm erzählt.« Laurus musterte auch Schulz und seine beiden Begleiter missbilligend. Dann deutete er ein Achsezucken an. »Ihr kommt früh. Wir haben eine Menge zu besprechen,« antwortete Schulz. »Meinen Namen kennt ihr ja schon. Ich nehme an, ihr seid Laurus, der Anführer dieser … Familie.« Laurus' Miene verfinsterte sich ein wenig, als er hörte, wie Schulz das letzte Wort aussprach, und auch André fühlte sich noch ein wenig mehr alarmiert als bisher. Schulz hatte das Wort »Anführer« ganz gewiss nicht ohne Bedacht gewählt, so wenig wie die winzige Pause vor dem Wort »Familie« Zufall gewesen war. Konnte es sein, dass er sich so sehr in diesem Mann getäuscht hatte? »Wir haben keinen Anführer,« antwortete Laurus. »Aber wenn ihr mit jemandem reden wollt, dann könnt ihr es genauso gut mit mir wie mit jedem anderen tun.« Er wandte sich an André. »Danke, dass du die Herren hierhergebracht hast. Jetzt geh wieder an deine Arbeit.« »Nein,« widersprach Schulz. »Ich möchte, dass er bleibt.« In Laurus' Augen blitzte es auf, aber er zuckte nur mit den Schultern und ging wieder in seinen Wagen zurück. André folgte ihm, und endlich stiegen auch Schulz und seine beiden Begleiter aus ihren Sätteln. Der Grauhhaarige und einer der Bewaffneten gesälten sich zu ihnen, während der andere draußen bei den Pferden zurückblieb. Allein die Art, auf die er sich bewegte, machte André endgültig klar, womit sie es hier zu tun hatten. Auch wenn die beiden Männer bisher kein einziges Wort gesprochen hatten und das wahrscheinlich auch nicht tun würden, so redete ihre Körpersprache doch genug. Er fragte sich, wie viele es noch von ihnen gab und wo sie waren. »Nimm Platz, die Herren!« Laurus machte eine einladende Handbewegung auf den Tisch, der zusammen mit der an der Wand verschraubten Eckbank und den beiden Stühlen einen Großteil des vorhandenen Platzes einnahm. »Möchtet ihr etwas trinken?« Schulz zögerte sichtlich, der Einladung Folge zu leisten, setzte sich dann aber doch, während sein Begleiter mit verschränkten Armen vor der jetzt wieder verschlossenen Tür stehen blieb. Der Blick des Grauhhaarigen glitt rasch durch das Innere des Wagens, aber es war nicht festzustellen, ob ihm das, was er sage, fiel oder nicht. »Nein«, sagte er, »ich bin nicht hierher gekommen, um mit euch zu trinken, Laurus.« Laurus hob die Schultern. »Ich sehe, ihr seid ein Mann, der das offene Wort schätzt«, sagte er. »Also, warum seid ihr dann hier?« Er nahm Schulz gegenüber Platz und André fiel plötzlich auf, wie ähnlich sich die beiden Männer doch waren. Beide hatten ungefähr das gleiche Alter, beide waren grauhaarig und mit denselben offenen, zugleich aber auch energischen Zügen ausgestattet. Und ganz offensichtlich hielten beide nicht allzu viel davon, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das Gespräch versprach interessant zu werden. Bevor Schulz antwortete, warf er André einen fragenden Blick zu. Er schien sich zu wünschen, dass auch André sich setzte, doch stattdessen trat dieser ein Stück zurück und lehnte sich mit verschränkten Armen gegen die Wand. Erst jetzt wurde ihm klar, warum er das getan hatte, und dass er einen ziemlich albernen Anblick bieten musste, wie er nun die unverhohlen drohende Haltung des Bewaffneten vor der Tür nachahmte. Sich jetzt hinzusetzen, hätte die Situation nur noch peinlicher gemacht. Und so blieb er, wo er war. »Also gut«, begann Schulz nun wieder an Laurus gewandt. »Ihr könnt euch vermutlich denken, warum ich hier bin.« »Kann ich das?«, fragte Laurus. Schulz runzelte die Stirn. »Was gestern bei Handmanns Mühle passiert ist, war eine schlimme Sache«, sagte er. »Pater Flock hat mir davon erzählt. Ich muss mich in unserer aller Namen für Handmanns Benehmen entschuldigen. Er ist ein sehr dummer Mann.« Der Blick mit ihm an Laurus maß, wurde ein bisschen lauernd, fand André. »Aber Pater Flock hat mir auch erzählt, was euer Weib hinterher gesagt hat.« »So«, fragte Laurus. »Und was soll das gewesen sein?« »Sie soll gedroht haben, dass Handmanns Korn von den Ratten aufgefressen wird.« Laurus wollte auffahren, aber André kam ihm zuvor. »So«, »So hat sie das aber nicht gesagt.« Laurus bedachte ihn mit einem ärgerlichen Blick, während sich Schulz stirnrunzelnd nun ein anderes Ziel suchte. »Und was genau hat sie dann gesagt?« André war klar, dass es sich als schlimmer Fehler erweisen konnte, diesen Mann noch weiter zu reizen. Aber er hatte auch genug Erfahrung im Umgang mit Menschen wie Schulz, um zu wissen, dass sie übertriebene Rücksichtnahme nur zu gerne als Schwäche auslegten. »Ich nehme an, ihr habt mit Pater Flock gesprochen,« antwortete er. »Dann wird er euch auch gesagt haben, wie es wirklich war. Es war Handmann, der sagte, er würde sein Korn lieber an die Ratten verfüttern, statt es uns zu verkaufen.« »Und das Zigeunerweib hat gesagt, das könne er haben, richtig?« André hob die Schultern. »Wie hättet ihr reagiert?« fragte er leicht hin. »Vielleicht nicht anders,« gestand Schulz. »Aber vielleicht wären dann am nächsten Morgen nicht wirklich Raten gekommen, um sein ganzes Korn aufzufressen. Manchmal sollte man eben vorsichtig mit dem sein, was man sich wünscht,« warf Laurus böse ein. André fuhr sichtbar zusammen. »Was dachte sich, der sind die nur dabei?« »Ich weiß nicht genau, wer ihr seid, Schulz, und was ihr von uns wollt,« fuhr Laurus fort. »Aber ihr scheint mir ein vernünftiger Mann zu sein. Ihr glaubt doch diesen Unsinn von Hexerei und Flüch nicht wirklich, den dieser nahe erzählt.« Wieder erwarten blieb Schulz ruhig. »Wenn ich das glauben würde, dann lägt ihr längst schon alle in Ketten,« sagte er. »Dennoch müsst ihr zugeben, dass dies alles ein … ein sonderbarer Zufall ist.« Er machte eine Kopfbewegung in André's Richtung. »Wir haben uns die Tiere angesehen, die Andreas und seinen Sarazeenfreund um ein Haar getötet hätten. Ich habe zwei der Totenraten mit in die Stadt genommen und sie dem Apotheker gezeigt. Er konnte weder Anzeichen von Tollwut noch irgendeine andere Krankheit bei ihnen entdecken.« »Und das ist natürlich der Beweis dafür, dass Elena sie verhext hat,« meinte Laurus gefahren war. Der Sinti schien es regelrecht darauf anzulegen, Schulz zu provozieren. »Ihr schätzt mich falsch ein,« sagte Schulz ruhig, aber mit einer Kälte in der Stimme, die Laurus zu denken geben sollte, wie André inständig hoffte. »Ich habe nichts gegen Fremde, ganz egal, wer sie sind, woher sie kommen und was für Sitten und Gebräuche sie auch haben mögen. Nicht so lange sie uns in Ruhe lassen und den Frieden unserer Stadt nicht stören. Wären es nur diese Ratten, dann wäre ich nicht hier. Um ehrlich zu sein, gibt es nicht wenige in der Stadt, die Handmann von Herzen gönnen, was ihm zugestoßen ist. Aber dieser Vorfall ist nicht der einzige. Bevor ihr gekommen seid, Laurus, war dies eine friedliche Stadt, aber gestern wurde Pater Flock um ein Haar getötet. »Damit haben wir nichts zu tun,« sagte Laurus. Er klang ein bisschen erschrocken, fand André und der Ausdruck auf Schulz' Gesicht machte ihm klar, dass es auch ihm nicht entgangen war. »Er hat sich im Wald verirrt und wurde überfallen. Ich weiß nicht von wem. Vielleicht waren es Räuber.« »Räuber?«, wiederholte Schulz nachdenklich. Sonderbarerweise umspielte er ein angedeutetes Lächeln seiner Lippen, während er dieses Wort aussprach. »Nie hat es bisher Räuber in dieser Gegend gegeben.« »Ja, vermutlich haben wir sie mitgebracht,« rief Laurus aufgebracht. »Haltet ihr uns für so dumm, Schulz? Selbst wenn wir hinter diesem Überfall stecken sollten, aus welchem Grund auch immer. Glaubt ihr wirklich, wir hätten es so plump angestellt, dass aller Verdacht sofort auf uns fiele?« Schulz überlegte einen Moment, dann schüttelte er den Kopf. »Nein,« sagte er, »und wenn, dann hätte ich gleich Soldaten geschickt, statt selbst zu kommen.« Er machte eine kleine Pause, um seinen nachfolgenden Worten mehr Gewicht zu verleihen, und dann stand er auf. »Deinnoch müssen diese Vorfälle untersucht werden, und sei es nur, um euch und eure Familie von jedem Verdacht reinzuwaschen, Laurus. Ihr habt vor, noch länger hier zu bleiben?« »Zwei oder drei Tage,« knurrte Laurus. »Vielleicht werdet ihr länger hier verweilen müssen,« antwortete Schulz, »um es klar zu sagen, ich muss darauf bestehen, dass ihr hier bleibt, bis die Angelegenheit vollkommen aufgeklärt ist.« »Dann sind wir eure Gefangenen.« »Ich habe nicht das Recht, jemanden gefangen zu nehmen,« antwortete Schulz ruhig. »Ihr könnt euch frei in eurem Lager bewegen und euren Geschäften nachgehen. Ihr könnt auch in die Stadt kommen, das kann und will ich euch nicht verbieten. Ich kann euch nur raten, es nicht zu tun. Die Stimmung dort ist im Moment nicht besonders gut. Die Menschen sind nervös und haben Angst, und ob nun zurecht oder nicht, sie geben euch die Schuld an allem. Es wäre deshalb in eurem eigenen Interesse, hier zu bleiben und abzuwarten, was die Untersuchungen ergeben.« »Und, wenn ich das nicht will?« Schulz hob die Schultern. »Es ist eure Entscheidung. Wenn es euch lieber ist, dass ich die Behörden einschalte und es eine offizielle Untersuchung gibt.« Lauros starrte ihn an, aber er war zu Andres Erleichterung, diesmal klug genug nichts mehr zu sagen. Schulz wandte sich zum Gehen, während Lauros sitzen blieb und ihm nur finster nachstarrte. Sein Begleiter trat respektvoll zur Seite und öffnete gleichzeitig die Tür, aber Schulz wandte sich noch einmal zu Lauros um. »Und was das Mehl angeht, das Handmann euch nicht verkaufen wollte. Ich habe ein Wagenlosgeschick, der euch einen ausreichenden Vorrat bringen wird. Ich habe gehört, ihr gebt abends eine Vorstellung mit Gauklern, Feuerschluckern und...« Er warf einen raschen Blick in Andres Richtung. »Schwertkämpfern?« »Wenn ihr nichts dagegen habt,« knurrte Lauros böse. »Ganz im Gegenteil,« sagte Schulz. »Die Zeiten sind hart und die Menschen sind dankbar für jede Zerstreuung. Ich habe gehört, dass eure Vorstellung sehr gut sein soll. Vielleicht komme ich heute oder morgen Abend und schaue sie mir an.« Er hob die Schultern, als wäre ihm in diesem Moment eine Idee gekommen. »Bei der Gelegenheit kann ich vielleicht auch ein paar Worte mit eurem Weib wechseln. Sie soll ja eine sehr schöne Frau sein.« Lauros schenkte ihm nur einen finsteren Blick, und nachdem er einen Moment lang vergeblich auf eine Antwort gewartet hatte, verließ Schulz endgültig den Wagen. André folgte ihm zur Tür und sah, wie er und seine beiden Begleiter aufsaßen und davonretten. Ohne die Tür zu schließen, drehte er sich zu Lauros herum. »Das war nicht besonders klug von euch.« »Was? Mir die Unverschämtheiten dieses Kerls nicht gefallen zu lassen?« »Ihn zu reizen,« antwortete André. »Ich weiß, es geht mich nichts an, aber er hat recht. Die Menschen sind schnell damit bei der Hand, Fremde für alles übel verantwortlich zu machen, das ihn widerfährt.« Lauros schnaubte. »Vielen Dank für diesen guten Rat, Andreas. Aber stell dir vor, das habe ich auch schon gemerkt. Zum ersten Mal vor ungefähr vierzig Jahren.« Er stand mit einem so zornigen Ruck auf, dass sein Stuhl zurückflog und umgestürzt wäre, wäre er nicht gegen die Wand gepreilt. »Und wo wir schon einmal dabei sind, was habt ihr und euer schwarzgesichtiger Freund bei der Mühle getan?« »Nur das, was ich euch gestern erzählt habe,« sagte André. »So,« schnaubte Lauros, »und deshalb kommt dieser Narr hierher und bezichtigt meine Frau der Hexerei und uns der Wegelagerei?« »Lauros begeht jetzt nicht den gleichen Fehler wie Schulz,« sagte André. »Oder sind Abudun und ich nun unweigerlich schuld an dem, was passiert ist, nur weil wir für euch Fremde sind? Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe zu tun.« Auch die Vorstellung an diesem Abend fand ohne Abudun und André statt. Er war noch zweimal im Zelt des Nubiers gewesen und hatte sich nach seinem Befinden erkundigt, war aber nie lange geblieben, obwohl er gespürt hatte, wie sehr es Abudun danach drängte, mit ihm zu reden. Er würde um dieses Gespräch nicht herumkommen, vielleicht noch heute, spätestens aber morgen, aber solange es ihm möglich war, ging er ihm aus dem Weg. Vielleicht, weil er im Grunde schon wusste, wie ihre Unterhaltung enden würde. Es kam selten vor, aber André hatte dem Freund insgeheim schon längst Recht gegeben. Sie konnten nicht hierbleiben. Ja, sie hätten gar nicht erst hierher kommen sollen. Er beschäftigte sich den ganzen Tag über mit allen möglichen Aufgaben. Einige wurden ihm zugewiesen, andere suchte er sich selbst. Und als es dämmerte, die ersten Feuer angezündet wurden und die ersten Gäste ins Lager zu strömen begann, zog er sich wieder in seinen Wagen zurück. Er war nicht dazu gekommen, weiter Ordnung zu machen und wollte den letzten Rest vom Tageslicht ausnutzen, um dies nachzuholen. Natürlich schaffte er es nicht. Er war unkonzentriert, nervös und mit den Gedanken nicht bei der Sache. Und als das Licht verblasste und er in dem heruntergekommenen Wagen nur noch Schatten wahrnahm, war er beinahe dankbar dafür. Immerhin hatte er sein Bett hier gerichtet und den gröbsten Schmutz und die zerbrochenen Möbel entfernt, und für die ein oder zwei Tage, die sie wahrscheinlich nur noch bleiben würden, reichte diese Unterkunft vollkommen aus. Jemand klopfte an seine Tür. André war im ersten Moment irritiert, fast erschrocken. Die Auswahl derjenigen, die ihn besuchen würden, war nicht besonders groß, und keinen davon wollte er im Moment wirklich sehen. Dennoch öffnete er und blinzelte einen Moment lang verständnislos in das Gesicht Elenas, die draußen stand und eine brennende Sturmlaterne in der Hand hielt. »Elena?« »Ja, jedenfalls war das bis eben mein Name«, antwortete sie lächelnd. »Komme ich ungelegen?« Sie wartete seine Antwort nicht ab, sondern raffte mit der freien Hand ihr Kleid, um die Treppe hinaufzusteigen, und drängte sich einfach an ihm vorbei in den Wagen. Das Licht der Sturmlaterne vertrieb die barmherzige Dämmerung, die die Unordnung gnädig eingehüllt hatte, und erfüllte das Wageninnere mit gleicher Helligkeit und harten Schatten. Elena ging bis zur Mitte des Wagens, drehte sich, die Lampe immer noch haltend, einmal um sich selbst und sagte dann, »Oh.« »Ich, ich bin nicht sonderlich gut an solchen Dingen«, sagte André mit einem verlegenen Lächeln. »Ja, mir scheint auch hier fehlt die Hand einer Frau«, meinte Elena. Sie sah sich nach einem Platz um, an dem sie die Lampe abstellen konnte, setzte sie schließlich einfach auf den Boden und sah sich noch einmal um. »Ich habe mich immer gefragt, warum Laurus den Wagen nicht schon längst ausrangiert hat, aber ich glaube, jetzt weiß ich es.« »Er ist besser als ein Zelt«, antwortete André, »und für die kurze Zeit wird es schon reichen. Warum bist du hier?« Unbemerkt war er so weit von Elena zurückgewichen, wie es in dem kleinen Wagen überhaupt möglich war. Sie neigte den Kopf und schien über seine Frage nachzudenken. »Hm.« »Eigentlich wollte ich dir nur eine Lampe bringen und dich fragen, wo du bleibst. Wir sind alle draußen am Feuer und feiern.« »Mir ist nicht nach Feiern zumute«, antwortete André. »Und nicht danach, Laos zu begegnen«, sagte Elena mit einem Nicken, das aus der Frage eine Feststellung machte. »Ich kann dich beruhigen. Er ist nicht im Lager.« »Ist das klug?«, fragte André, nach dem, was Schulz heute Morgen gesagt hat. »Nur aus diesem Grund ist Laurus in die Stadt geritten«, erwiderte Elena. »Er will sich bei ihm entschuldigen und noch einmal in Ruhe mit ihm reden.« »Entschuldigen? Laurus?« Die Worte waren ihm in einem fast unglaublichen Ton herausgerutscht, aber Elena lachte nur laut auf. »Auch wenn man es nicht für möglich hält, aber Laurus weiß tatsächlich, was dieses Wort bedeutet«, sagte sie. »Er ist kein schlechter Mensch, ganz im Gegenteil. Nur ist er manchmal ein wenig aufbrausend.« André schwieg dazu und betrachtete ein paar Sekunden lang aufmerksam ihr Gesicht. Wie allen anderen war er auch ihr den ganzen Tag über aus dem Weg gegangen und hatte sie seit gestern nicht mehr gesehen. Er hatte befürchtet, dass ihr Auge angeschwollen oder zumindest verfärbt war, aber er entdeckte nicht mehr die mindeste Spur des Schlages, den Laurus ihr gestern Abend versetzt hatte. Offensichtlich war er doch nicht so heftig gewesen, wie es im ersten Moment schien. Schließlich schüttelte er den Kopf. »Ich bleibe heute lieber hier. Ich muss über eine Menge nachdenken.« »Du warst gestern Abend noch einmal bei Anker?« sagte Elena plötzlich. André seufzte. »Und ich dachte, ich wäre leise gewesen.« »Das warst du«, beruhigte ihn Elena. »Aber dieses Lager ist zu klein für jedes noch so gut gehütete Geheimnis.« »Es sei denn«, fügte sie leise hinzu. »Ich will es anders.« André wollte diese Bemerkung lieber nicht verstehen. Er hielt ihrem Blick noch einen Moment lang stand, dann räusperte er sich unbehaglich und verschränkte die Arme vor der Brust. Elena sagte nichts, aber er hatte das Gefühl, dass das amüsierte Funkeln in ihren Augen heller glomm. »Ich danke dir, dass du mir die Lampe gebracht hast«, sagte er, »aber jetzt«. »Ja?« »Man wird dich sicher schon vermissen«, sagte er nervös und ohne Elena direkt ins Gesicht zu sehen. »Wenn so viele Gäste kommen, wird doch sicher jede Hand gebraucht.« »Ich habe gesagt, dass ich nach Anker sehe«, antwortete Elena. Sie kam näher. Ganz plötzlich fiel André auf, dass ihr Duft den engen Wagen erfüllte wie ein schweres, fast schon betäubendes Duftwasser und wie innervierend, das leise knistern war, mit dem ihr Haar über den Stoff ihres Kleides strich. »Elena«, sagte er, »wir sollten«, »was?« Ihre Lippen berührten sacht sein Gesicht. Es war nur ein Hauch, aber selbst der war schon zu viel. Da war noch immer ein winziger Rest von Verstand in André, der ihm zuschrie, dass er dabei war, einen gewaltigen, vielleicht nicht wieder gut zu machenden Fehler zu begehen. Aber die schiere Explosion von sinnlicher Energie, die die flüchtige Berührung ihrer Lippen in ihm auslöste, fegte die Stimme der Vernunft davon. Statt sich zu wehren oder sie von sich zu stoßen, schloss er die Frau in seine Arme und presste seine Lippen so fest auf die Ehren, dass es schon fast wehtat. Zum ersten Mal im Leben war er nach dem Liebesakt sofort eingeschlafen. Bisher hatte er nur davon gehört, meist von Frauen, ein paar Mal aber auch von Männern, und er hatte es nie wirklich verstanden. Er selbst hatte sich nach dem Beischlaf niemals müde oder gar ausgelaugt gefühlt, sondern frisch und mit neuer, manchmal fast unbändiger Energie erfüllt, während er es gewohnt war, dass die Frauen in seinen Armen einnickten. Manchmal für lange Zeit und manchmal so tief, dass er sich erschrocken gefragt hatte, ob sie überhaupt noch am Leben waren. Als er noch sehr jung gewesen war, hatte er sich ernsthaft eingebildet, es lege daran, dass er ein so viel besserer Liebhaber sei als die anderen Männer, doch das war nicht der wirkliche Grund. Die eine oder andere Frau hatte ihn von dieser Illusion befreit, und er hatte sich auch schon mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass es durchaus Männer gab, die sich in Bezug auf Ausdauer und Fantasie mit ihm messen konnten. Vielleicht hatte er es etwas mit seiner besonderen Gabe zu tun. Vielleicht nahm er den Frauen, mit denen er schlief, mehr als sie ahnten. Er hatte nie versucht, eine Antwort auf diese Frage zu finden, und wozu auch. Keiner hatte sich je beschwert, keiner hatte je Schaden genommen, und er hatte stets das sichere Gefühl gehabt, dass er den Frauen nicht nur mehr nahm, als sie ahnten, sondern zugleich auch etwas gab, was sie von einem sterblichen Mann niemals erwarten konnten. Jetzt erwachte er vollkommen verwirrt, tief in der Nacht und mit einem Gefühl so absoluter Erschöpfung, dass es ihm schon schwer fiel, die Augen zu öffnen. Seine Glieder fühlten sich an wie Blei, und sein Herz schlug schwerfällig, wie gegen einen zähen Widerstand ankämpfend. André drehte den Kopf auf dem strohgefüllten Kissen und stellte fest, dass er allein war. Elena war gegangen, während er schlief, aber es konnte noch nicht lange her sein. Er spürte noch ihren Geruch, hatte noch ihren Geschmack auf den Lippen und konnte selbst noch einen Hauch ihrer Körperwärme auf dem zerschlissenen Laken neben sich wahrnehmen. André verspürte ein tiefes Gefühl der Enttäuschung, obwohl ihm sein Verstand sagte, dass sie auf die einzig vernünftige Art gehandelt hatte. Egal, wie vorsichtig sie sich hierher geschlichen hatte, und egal, ob Laurus nun da war oder nicht, in einem hatte Elena zweifellos Recht. Dieses Lager war einfach zu klein, um auf Dauer ein Geheimnis zu wahren. Er versuchte, sich aufzusetzen, und es gelang ihm nur unter Mühen. Seine Glieder fühlten sich immer noch bleischwer an, sein Herz pumpte immer noch schwer und unregelmäßig in seiner Brust, und sein ganzer Körper war klebrig von eingetrocknetem, erkaltetem Schweiß. André schloss die Augen und konzentrierte sich für einen Moment darauf, sein Herz wieder in einem regelmäßigen Rhythmus schlagen zu lassen. Es gelang ihm aber, selbst diese kleine Anstrengung kostete ihn unerwartete Mühe, und versuchte zugleich, sich an die zurückliegende Stunde zu erinnern. Aber diese Erinnerung war ungewohnt, so wie das Gefühl, zwar wohltuender, aber doch vollkommender Erschöpfung und Mattigkeit. Sie hatten sich zweimal gelebt, das erste Mal wild und schnell, so dass es schon nach wenigen Augenblicken vorbei gewesen war, das zweite Mal dafür umso ausdauernder und zärtlicher. Und doch war es anders gewesen als mit jeder Frau zuvor. Ja, sie war fantasievoll und durchaus nicht prüde gewesen, und doch hatte er schon aufregendere Nächte erlebt, mit Frauen, die hundertmal schöner waren und die ihn ungleich mehr erregt hatten. Und doch war die Zeit mit ihr mit nichts anderem zu vergleichen. Niemals zuvor hatte er die Umarmung einer Frau als so weiblich empfunden, ihre Berührungen so wohltuend und beschützend, auf eine Art, an der nichts Schmutziges oder Verwerfliches war. Und zugleich hatte er noch nie zuvor einen Körper als so begehrenswert empfunden, und vielleicht zum ersten Mal begriff André, warum Männer für eine Frau töten konnten oder mehr riskierten und auch opferten als nur ihr Leben. Was er allerdings nicht begriff war, warum er so erschöpft und müde war. Vielleicht wurde er tatsächlich krank. Die Tatsache, dass er es noch nie gewesen war, bedeutete noch lange nicht, dass er es nicht werden konnte. Bisher hatte er ganz selbstverständlich angenommen, dass sein unheimlicher Metabolismus gar nicht in der Lage war, krank zu werden, so wenig wie er unter normalen Umständen sterben konnte, aber es gab keinen Beweis dafür. Vielleicht hatte er bisher einfach Glück gehabt, so wie es ja auch viele Sterbliche gab, die Zeit ihres Lebens niemals krank wurden. Wenigstens waren die Kopfschmerzen, mit denen er aufgewacht war und die ihn fast den ganzen Tag über begleitet hatten, nicht mehr da. Dafür fühlte er sich jetzt so müde, dass er auf der Bettkante langsam nach vorne sank und um ein Haar im Sitzen wieder eingeschlafen wäre. Und vermutlich hätte er dem Verlangen auch nachgegeben, wäre nicht in diesem Moment die Tür aufgegangen und Elena hereingekommen. Sie hatte sich in einer der schäbigen Decken gewickelt, die ihm als Bettstadt dienten, und das Haar hing ihr noch immer zerzaust ins Gesicht. Als sie sah, dass er sich aufgesetzt hatte, wirkte sie für einen Moment irritiert, als erblicke sie etwas, womit sie nicht gerechnet hatte. Dann aber zog sie die Tür hinter sich zu und kam lächelnd näher. Wo warst du? fragte André. Es gibt Fragen, die man einem Weib nicht stellt, antwortete Elena. Sie lachte leise. Aber hab keine Angst. Niemand hat mich gesehen. Dein guter Ruf ist nicht in Gefahr. André blinzelte. Sollte ich nicht derjenige sein, der das sagt? Elena drehte sich herum und ließ dabei die Decke von den Schultern gleiten. Sie fiel mit einem Geräusch zu Boden, als wäre sie aus edelster Seide gewoben und nicht aus Stoff, der selbst für eine Zeltplane zu grob war. Und das Mondlicht, das durch die offenstehenden Fenster hereinströmte, schien ihre Haut mit flüssigem Silber zu überziehen. Für einen Moment wurde der Geruch ihres Haares so übermächtig, dass er ihm fast die Sinne raubte, und er spürte, wie ihn ihr bloßer Anblick schon wieder zu erregen begann, obwohl er sich noch immer so schwach fühlte, dass er nicht wusste, ob er überhaupt die Kraft gehabt hätte, aufzustehen. Als hätte sie seine Gedanken gelesen, sagte Elena. »Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Es ist spät geworden«, sie zwinkerte ihm zu. »Du hast mich länger aufgehalten, als ich erwartet habe.« André lauschte einen Moment lang nach draußen. Aus dem Lager drang noch immer Musik und Gelächter herein, aber längst nicht mehr so laut wie zuvor. Auch das war neu. Bisher hatte er nach dem Aufwachen immer ganz genau sagen können, wie viel Zeit im Schlaf verstrichen war. Jetzt konnte er es nicht einmal erraten. »Ich werde noch einmal nach deinem Freund sehen«, sagte Elena, während sie sich nach ihrem Kleid bückte. »Anke hat einen Trang für ihn gebraut, der das Fieber sinkt und ihm hilft, schneller wieder zu Kräften zu kommen, aber ich bin nicht sicher, ob er ihn auch zu sich nimmt.« »Ja, aber Dun ist manchmal ziemlich stur«, murmelte André zerstreut, denn er war viel mehr darauf konzentriert, Elena dabei zuzusehen, wie sie sich ihr Kleid über den Kopf streifte. Selbst derart alltägliche Handlungen waren bei ihr von einer solchen Eleganz und Anmut, dass sie ihn schauderte. Als sie sich zu ihm herumdrehte und dabei einige Falten im Stoff glattstrich, strickte er den Arm aus und versuchte, sie an sich zu ziehen. Elena befreite sich aus seinem Griff und schlug ihm scherzhaft auf die Finger. »Na, na, ich habe gesagt, es wird Zeit für mich zu gehen«, ihre Augen funkelten spöttisch. »Bist du immer so unersättlich, oder warst du nur zu lange allein?« »Vielleicht habe ich nur noch nie eine Frau wie dich getroffen«, antwortete er und versuchte diesmal, sie mit beiden Armen zu sich hinabzuziehen. Und diesmal ließ sie es geschehen. Lachend warf sie sich auf ihn und küßte ihn flüchtig auf die Lippen, stemmte aber dann die Hände gegen seine Brust und zog den Kopf zurück, als er aus diesem Kuss mehr machen wollte als ein neckisches Spiel. »Du bist ein miserabler Lügner, Andreas«, sagte sie. »Aber charmant. Ich habe noch ganz andere Qualitäten«, antwortete er. Mit einem entschlossenen Ruck zog er sie wieder zu sich, um sie gegen ihren Willen nun wirklich zu küssen. Diesmal wehrte sich Elena nicht. Dafür biss sie ihn so kräftig in die Unterlippe, dass er sie mit einem Schmerzenschrei losließ und sich überrascht aufrichtete. Elena glitt von ihm herunter und stand auf. »Hey«, protestierte er. »Das hat wehgetan. Das sollte es auch«, antwortete Elena lachend. »Stell dich nicht so an, großer Krieger. Wenn Lauros von dem erfährt, was wir hier getan haben, dann wird dir noch sehr viel mehr wehtun.« Verwirrt fuhr sich André mit dem Handrücken über den Mund. Die Unterlippe war aufgeplatzt und hatte kurz geblutet, aber die Wunde begann sich schon wieder zu schließen, und er wollte nicht, dass Elena das sah. Vermutlich reichte ihr menschliches Sehvermögen ohnehin nicht aus, um alle Details seines Gesichts in dem hier herrschenden Zwielicht auszumachen, aber André hatte gelernt, auch mit dem Unwahrscheinlichen zu rechnen. So wischte er das Blut auf seinen Lippen nicht wirklich ab, sondern verteilte es lediglich ein bisschen. »Das wird dich lehren, nicht noch einmal die Tugend einer ehrenhaften Frau zu missachten«, sagte Elena lachend. Sie trat einen weiteren Schritt von seinem Bett zurück, wie um sich außer Reichweite zu bringen, sah aber mit spöttischem Blick auf ihn hinab und betastete dann ihren Mund. Ein einzelner Tropfen von Andrés Blut glitzerte auf ihren Lippen wie eine rote Träne, doch sie wischte ihn nicht fort. Sie leckte ihn mit der Zungenspitze auf. André erstarrte. Ein Schlag ins Gesicht hätte ihn kaum härter und unerwarteter treffen können. »Was? Warum hast du das getan?«, murmelte erfassungslos. Elena schwieg einen Moment, dann neigte sie den Kopf und sah ihn mit einem Ausdruck vollkommener Verständnislosigkeit an. »Was?« »Das Blut«, murmelte André. »Du hast das Blut.« Verständnislos hob Elena erneut die Fingerspitze an ihre Lippen, dann ließ sie den Arm mit einem Achselzucken wieder sinken. »Und? Glaubst du, nach den letzten beiden Stunden wäre mir noch irgendetwas an dir fremd?« »Nein«, sagte André betreten. Gleichzeitig schallte er sich einen Narren. Wieso reagierte er so hysterisch auf etwas, das unter normalen Liebenden allerhöchstens ungewöhnlich, wenn nicht anrührend war und bei dem sich Elena mit Sicherheit nichts gedacht hatte. »Entschuldige, ich war nur überrascht.« Die Zigeunerin lachte. »Dann warte ab, bis wir uns besser kennengelernt haben, Andreas. Ich bin vielleicht noch für eine Menge Überraschungen gut. Und jetzt sollte ich wirklich gehen. Ich muss deinem Freund seine Medizin bringen und darauf achten, dass er sie auch nimmt.« André nickte stumm und sah zu, wie sie den Wagen verließ. Die Lampe, die sie mitgebracht hatte, war längst erloschen, und nachdem Elena gegangen war, schien auch das Mondlicht, das durch die Fenster fiel, plötzlich blasser zu werden, sodass er in Schatten und fast vollkommene Stille gehüllt zurückblieb. Und plötzlich hatte er Angst. Und er wusste nicht einmal, wovor. Ein unsanftes Rütteln an seiner Schulter weckte ihn am nächsten Morgen. Noch bevor André die Augen aufschlug, ließ er ein gequältes Stöhnen hören, denn das Erste, was er nach dem Aufwachen spürte, war ein rasender Kopfschmerz, der seinen Schädel von innen heraus zu zertrümmern schien. Flatternd öffneten sich seine Leder, die er jedoch sofort wieder zusammenpresste, denn das Sonnenlicht stach ihm wie glühende Messer in die Augen. Dazu kam das unwillige Gerüttel an seiner Schulter, das noch immer nicht aufhörte und ihm weitere Qual bereitete. Er versuchte, die Hand, die ihn so unbarmherzig rüttelte, zur Seite zu schieben, aber es gelang ihm nicht. Sein Arm schien einen Zentner zu wiegen. Er hatte kaum die Kraft, ihn zu heben. »Machst du jetzt endlich die Augen auf, oder muss ich einen Eimer Wasser holen?« fragte eine wohlbekannte und sehr gereizt klingende Stimme. André versuchte es noch einmal, wobei er vorsichtshalber den Kopf zur Seite drehte, um nicht direkt in Richtung Fenster zu blicken. Über ihm schwebte ein riesiger schwarzer Schatten, der ihn ärgerlich anblickte. »Abudun?« fragte er. »Es sei denn, du kennst noch einen schwarzen, siebenfußgroßen ehemaligen Sklavenhändler, der ein gutgehendes Geschäft und ein erfülltes Leben gegen die undankbare Aufgabe eingetauscht hat, dich auf deinen haarsträubenden Abenteuern zu begleiten und ständig den Kopf für dich hinzuhalten.« knurrte Abudun. »Was ist denn los mit dir? Hattest du eine harte Nacht? Oder hast du leichtsinnigerweise in den Spiegel gesehen und bist endlich zu dem Schluss gekommen, dass du dringend mehr Schönheitsschlaf brauchst?« André drehte sich ächzend herum und richtete sich unsicher auf. Seine Augen hatten sich an das Licht gewöhnt und auch der Schmerz hinter seiner Stirn war jetzt nicht mehr ganz so schlimm, wie noch vor ein paar Augenblicken. Danach gelang es ihm nicht, den Schlaf so rasch und mühelos abzuschütteln, wie er es gewohnt war. »Wie ich sehe, jetzt sehr besser«, murmelte er, während er sich auf die Knie aufstützte und das Gesicht in den Händen verbarg. »Ich bin im Moment allerdings nicht sicher, ob das ein Grund zur Freude ist.« Abudun lachte rau. »Ha, der Zaubertrank, den mir die Hexe gegeben hat, hat seine Wirkung getan, ja«, bestätigte er. »Wenn du willst, frage ich sie, ob sie auch etwas für dich hat. Du siehst aus, als könntest du ein wenig Medizin gebrauchen.« »Bitte, Abudun«, murmelte André. »Ich habe Kopfschmerzen und ich fühle mich miserabel.« Abudun riss unglaublich die Augen auf. »Kopfschmerzen? Du?« Plötzlich grinste er. »Sag nicht, du hast einen Kater.« »Dazu müsste ich gestern getrunken haben.« André nahm die Hände vom Gesicht, sah Abudun einen Moment lang müde an und versuchte dann aufzustehen. Es gelang ihm erst im zweiten Ansatz und er war so unsicher, dass er torkelte. Zu allem Überfluss streckte Abudun die Hand aus, um ihn zu stützen. »Schon gut«, sagte André hastig. »So schlimm ist es nun auch wieder nicht.« Abudun grinste noch immer, aber es war ein Grinsen ohne Beteiligung der Augen. Solange sie zusammen waren, hatte er seinen Freund in einem solchen Zustand höchstens nach einer schweren oder tödlichen Verwundung erlebt, niemals jedoch nach einem ganz normalen Schlaf. André rieb sich mit Daumen und Zeigefinger über die Augen und atmete tief ein und aus, um seine Lungen mit Sauerstoff zu füllen. Es half nur wenig. Die Benommenheit fiel zwar langsam von ihm ab, aber die Müdigkeit blieb und er fühlte sich noch immer sehr schwach. Als er sich das nächste Mal zu Abudun herumdrehte und ihn ansah, war das Grinsen des Nubias endgültig erloschen und aus der Verwirrung in seinem Blick war echte Sorge geworden. André sah an sich herab und stellte fest, dass er nackt war. Peinlich berührt drehte er sich um, suchte in den zerwühlten Laken nach seiner Hose und entdeckte sie schließlich am Ende des Raums auf dem Boden. Während er sich anzog, beobachtete er Abudun unauffällig aus den Augenwinkeln. Der Nubia starrte ihn an, dann blickte er stirnrunzelnd auf das zerwühlte Bett, auf Andres Kleider, die überall im Raum verteilt waren, und plötzlich breitete sich ein mokantes Grinsen auf seinem Gesicht aus. »Oh«, sagte er, »ha, ha, 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 ich verstehe. Du hattest eine harte Nacht. Es gibt ja auch ein paar wirklich, wirklich hübsche Mädchen hier im Lager. Hätte allerdings nicht gedacht, dass du so schnell...« Er brach ab, seine Augen wurden groß und rund, und das anzügliche Grinsen machte einem Ausdruck tiefster Bestürzung Platz. »Elena«, rief er, »du verdammter Esel, hast mit Elen... Was ich getan habe und mit wem? Geh dich ein feuchten Kehrecht an«, unterbrach ihn André scharf. »Oder schreibe ich dir vor, was du mit wem tust?« »Aber Elena«, ereiferte sich Abudun, »wei Allah, wirst du denn von allen guten Geistern verlassen? Weißt du nicht, was uns blüht, wenn Laurus dahinterkommt?« »Er wird uns davonjagen«, antwortete André. »Und?« »Das ist doch genau das, was du willst, oder etwa nicht?« »Ich glaube nicht, dass das so einfach laufen würde«, antwortete Abudun grimmig. »Und das weißt du auch, ganz davon abgesehen, dass er Elena vielleicht umbringen wird.« »Jetzt sag nicht, du sorgst dich um sie«, Abudun schüttelte heftig den Kopf. »Nein, aber um dich und um mich«, er ächzte vernehmlich. »Egal, ich will mich nicht mit dir streiten, du hast recht. Es geht mich nichts an. Zeig mir lieber, was zum Teufel mit dir los ist.« André sah überrascht hoch. Dass Abudun so rasch aufgab, noch dazu, wenn er sich so unzweifelhaft im Recht wusste, war mehr als ungewöhnlich. Und er verstand auch dessen Frage nicht. »Was meinst du damit?« Der riesenhafte Nubier machte eine Kopfbewegung zum Fenster. Die Helligkeit dahinter war noch immer so gleißend, dass André die Augen zusammenkneifen musste. Und er konnte spüren, dass dieser Tag noch heißer war als die vorhergehenden. »Es ist fast Mittag.« »Was?« »Barson hat schon zweimal nach dir gefragt. Und sein Bruder auch. Er hat mich gebeten, dich zu wecken, bevor Laurus es tut. Also, was ist mit dir? Seit wann schaffst du es morgens nicht mehr aus den Federn?« »Ich weiß nicht«, bestand André. »Ich fühle mich nicht gut.« »Ich dachte immer, du kannst nicht krank werden.« »Ja, das dachte ich bis heute auch«, antwortete André. Er hob die Schultern. »Vielleicht waren es diese verdammten Ratten.« Die Worte taten ihm schon leid, bevor er sie ausgesprochen hatte. Abuduns Gesicht verdüsterte sich, als er an den Zwischenfall in der Mühle zurückdachte. Aber André war ziemlich sicher, dass es nicht die Erinnerung an die Ratten war, die ihm zu schaffen machte. Zu seiner Erleichterung sprach ihn der Nubier jedoch nicht darauf an, sondern zuckte nur mit versteinertem Miene die Achseln. André hatte sich mittlerweile vollständig angekleidet und ließ sich noch einmal auf die Bettkante sinken, um sich die Stiefel anzuziehen. »Wie ich sehe, geht's dir dafür umso besser«, sagte er. »Der Trank von Anker scheint gewirrt zu haben.« »Vielleicht war es auch die gute Pflege«, sagte Abudun augenzwinkernd. »Die beiden jungen Täubchen, die sich um mich gekümmert haben. Die verstanden ihr Handwerk. Die eine hat die ganze Nacht neben meinem Lager gewacht.« Ächzend schlüpfte André in den zweiten Stiefel. Dann erhob er sich und griff nach seinem Schwertgurt, um ihn langsam und umständlich anzulegen. Allein der Gedanke, in das grelle Tageslicht und die unbarmherzige Hitze hinauszutreten, bereitete ihm Übelkeit, und er fühlte sich noch immer so unendlich schwach und müde, dass er Angst hatte, im Stehen einzuschlafen. »Was ist nur los mit mir?« Abudun machte eine ausholende Handbewegung. »Einen richtigen kleinen Palast hast du ja hier«, sagte er spöttisch. »Was hast du getan, dass Laurus dir diese, diese noble Unterkunft zugewiesen hat?« »Sie reicht auch für zwei«, bemerkte André, »aber glaube bloß nicht, dass ich dir helfe, dein Gepäck hereinzutragen.« »Hah, mir gefällt mein Zelt«, erwiderte Abudun und mit einem vielsagenden Blick auf das Bett fügte er hinzu. »Außerdem möchte ich nicht stören.« André zog verärgert die Stirnkraus und verließ den Wagen. Der Freund folgte ihm. Abudun hatte die Wahrheit gesagt. Die Sonne stand im Zenit und tat ihr Möglichstes, um das Lagern einen Backofen zu verwandeln. Die Luft zwischen den Zelten flirrte vor Hitze, und das Licht war so grell, dass es ihm die Tränen in die Augen trieb. Immerhin half ihm die Bewegung, die Benommenheit abzuschütteln. Er wandte sich zu Abudun um. »Rason hat also nach mir gefragt?« Der Nubier hob die Schultern. »Vielleicht war es auch Barson«, meinte er. »Ich kann die beiden kaum auseinanderhalten. Er sagt, ihr hättet eine Vereinbarung und du wärst ihm noch was schuldig.« »Ach, stimmt«, knurrte André. »Ich muss ihm noch die andere Hand brechen.« Abudun blickte ihn fragend an, aber André ignorierte ihn und ging los. Er wusste nicht, wo er nach Barson suchen sollte, war aber ziemlich zuversichtlich, dass der Junge sich irgendwo in der Nähe der Bühne herumtrieb. Abudun holte mit raschen Schritten zu ihm auf und wieder stellte André erstaunt fest, wie gut sich der Nubier erholt zu haben schien. Sein Bewegungen war nicht die mindeste Spur von Schwäche anzusehen, die Wangen waren voll, die Augen strahlend. Kurz, der ganze Kerl strotzte nur so vor Kraft und Gesundheit. Er war genau der Abudun, den er seit drei Jahren kannte, nicht der Mann, der binnen einer Woche zweimal schwer verletzt worden war und soeben eine Nacht im Fieberwahn durchgestanden hatte. Und dann fiel André auf, dass selbst die kleinen Schrammen und größeren Wunden, die der Nubier davon getragen hatte, fast vollkommen verheilt waren. Er wusste, Abudun hatte die Konstitution eines Ochsen und tat Dinge mit einem Schulterzucken ab, die einen anderen Mann umgebracht hätten, aber er hatte noch nie erlebt, dass der Schwarze sich so schnell erholte. Der Gedanke entlitt ihm, bevor er ihn weiterverfolgen konnte, aber er nahm sich vor, Elena bei nächster Gelegenheit nach der Zusammensetzung des Trankes zu fragen, den Anker gebraut hatte. Sie fanden Baso nicht bei der Bühne, doch ein anderer Sinti sagte ihnen, dass er und sein Bruder in den kleinen Forst gegangen wären, um Holz zu schlagen. Bei der Erwähnung des Waldstückchens jenseits des Lagers fuhr Abudun fast unmerklich zusammen und auch André sah besorgt zu den Bäumen hin. Nahezu gleichzeitig machten sie auf dem Absatzkehrt und stapften Richtung Wald davon. André war plötzlich froh, seine Waffe mitgenommen zu haben. Das ungute Gefühl, das die Worte des Sinti in ihm geweckt hatten, wurde stärker, je mehr sie sich den Bäumen näherten. André lauschte in das von Schatten erfüllte Dunkel hinein, und er nahm nichts wahr, was nicht da sein sollte, aber das beruhigte ihn keineswegs. Auch bei Handmanns Mühle hatte er die Anwesenheit der Dämonen erst gespürt, als es zu spät war. André schauderte, als ihm auffiel, dass er insgeheim das gleiche Wort für diese unheimlichen Kinder benutzt hatte wie Pater Flock. Noch vor zwei Tagen hätte er diesen Gedanken als völlig lächerlich abgetan. Doch mittlerweile fragt er sich immer häufiger, ob es so etwas wie Dämonen und Teufel tatsächlich gab. Immerhin war er seinem eigenen Dämon schon begegnet. Ein Dämon, der vielleicht nicht aus der Hölle stammte, aber womöglich von einem Ort, der noch schlimmer war. Seine Befürchtungen erwiesen sich jedoch als unbegründet. Schon während sie sich dem Waldrand näherten, hörten sie Stimmen und das Splittern und Brechen von Holz, dann ein helles Lachen, das André als das Basons identifizierte. Laut die Namen der beiden Sinti-Rufen drangen sie ins Unterholz vor. Sie trafen die Brüder nur wenige Schritte vom Waldrand entfernt an, wo Rason dabei war, mit einer Handaxt Äste von den Bäumen zu schlagen, die sein Bruder sorgfältig aufschichtete. Der Stapel war allerdings schon jetzt so hoch, dass selbst zwei Mann ihn unmöglich wegtragen konnten. André Abudun, Rason wedelte aufgeregt mit der Axt umher, seid ihr gekommen, um uns zu helfen? Ihr seht nicht so aus, als ob ihr Hilfe bräuchtet, antwortete André. Er nickte Rason zu und warf dann einen etwas längeren Blick auf dessen Bruder. Basons rechte Hand war so dick verbunden, dass sie fast unförmig wirkte, aber er schien trotzdem keine Mühe zu haben, sie zu benutzen, wie André erleichtert feststellte. Ein paar zusätzliche Hände können nie schaden, antwortete Rason fröhlich. Oder zwei, fügte sein Bruder hinzu. Haltet ihr das für klug ausgerechnet, hier Feuerholz zu sammeln? wandte Abudun ein. Rason blinzelte und sah den Schwarzen fragend an, und auch sein Bruder ließ die Axt sinken und blickte verständnislos drein. Nicht weit von hier ist der Pfaffe überfallen worden, erklärte der Nubier, und bisher weiß niemand, wer es war. Die Brüder tauschten einen beräten Blick. Wir wissen uns, unsere Haut schon zu wehren, sagte Bason schließlich. Außerdem glaube ich kaum, dass der, der das getan hat, noch einmal zurückkommt. Jedenfalls nicht an den gleichen Ort. Und wenn doch, dann bist du der Erste, der es erfährt, ich weiß, sagte Abudun. Habt ihr irgendwelche Spuren gefunden? Nein, sagte Bason. Wir haben aber auch nicht danach gesucht, fügte Rason hinzu. Er holte aus und schlug seine Axt so kraftvoll in den erstbesten Baumstamm, dass die Klinge fast zur Hälfte darin stecken blieb. Für einen Mann seiner Statur und seines Alters ist er erstaunlich stark, dachte André. Er wandte sich an Bason. Was macht deine Hand? Tut kaum noch weh, antwortete der junge Sinti. Der Verband wäre gar nicht mehr nötig, aber Elena besteht darauf, damit sich die Wunde nicht entzündet. Manchmal weiß ich nicht, wer ängstlicher ist, sie oder Anker. In einigen Tagen kann ich sie bestimmt wieder ganz normal benutzen. Plötzlich schmunzelte er. So lange falle ich natürlich bei meiner eigentlichen Arbeit aus. Du weißt, was das bedeutet? Dass ich Holz sammeln muss? fragte André. Basons Grinsen wurde breiter. Immerhin war ich bisher die größte Attraktion auf der Bühne, behauptete er. Die Leute sind nur gekommen, um einen wahren Meister der Schwertkunst zu sehen. Sie werden enttäuscht sein, wenn ich nicht auftreten kann. Und da meinst du, begann André, dass es nur recht und billig ist, wenn du mich vertrittst, bis ich wieder vollkommen genesen bin, beendete Bason den Satz. Oder willst du den Rest deines Lebens von einem schlechten Gewissen geplagt werden, weil du nicht vergessen kannst, dass du in meiner Schuld stehst? Gegen seinen Willen musste André lachen. Basons Argumentation war so haarsträubend und dabei so dreist, dass sie ihm schon wieder fast gefiel. Es war wie verhext. Selbst wenn er es sich fest vornahm, es gelang ihm einfach nicht, Bason irgendetwas abzuschlagen. Wir werden sehen, sagte er. Vielleicht sollten wir uns ein wenig umsehen, ließ sich Abudun vernehmen. Auf Andres fragenden Blick fuhr er fort. Es war fast an dieser Stelle, wo der Pfaffe überfallen wurde. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht finden wir noch Spuren. Tut das, sagte Rason. Wir sind hier gleich fertig und wenn wir ins Lager zurückkommen, wartet eine köstliche Mahlzeit auf uns. Elena hat gekocht und sie hat mir gesagt, dass sie mir den Kopf abreißt, wenn ich dich und deinen Freund nicht zum Essen mitbringe. »Laurus wird nicht begeistert davon sein,« sagte Abudun, aber Rason zuckte nur mit den Schultern und trennte mit einem kraftvollen Hieb einen weiteren, handgelenkdicken Ast von einem Baum. »Die Wahrheit ist, dass es Elena noch nie sonderlich interessiert hat, was Laurus recht ist und was nicht,« sagte er. »Sucht nur nach euren Spuren, aber kommt nicht zu spät, sonst reißt Elena euch den Kopf ab.« André war nicht wohl dabei, weiter in diesen unheimlichen Wald einzudringen. Nach zwei Tagen und bei der herrschenden Hitze war es vollkommen unmöglich, dass sie noch Spuren fanden, und das wusste Abudun ebenso gut wie er. Dennoch gab er dem Nubier mit einem Nicken zu verstehen, dass er mit dem Plan einverstanden war, und sie bewegten sich tiefer in das schattige Halbdunkel hinein. Erst als sie außer Hörweite der Brüder waren, blieb er stehen und drehte sich ruckartig zu Abudun herum. »Was soll das?«, fragte er scharf. »Hier gibt es keine Spuren mehr, und das weißt du ganz genau.« »Natürlich,« antwortete Abudun. In seiner Stimme und vielmehr noch in seinem Blick lag ein sonderbarer Ernst, der André nicht nur alarmierte, sondern ihn auch schlagartig alles vergessen ließ, was er hatte sagen wollen. »Ich wollte nur weg von den beiden.« »Rason und Bason?«, fragte André. »Warum?« »Weil mit ihnen was nicht stimmt,« antwortete Abudun. »Ach, Unsinn,« widersprach André. »Wenn es hier jemanden gibt, der wirklich harmlos ist, dann sind es diese beiden jung.« Abudun sah ihn eine Weile grüblerisch an, dann nickte er. Aber es wirkte nicht wie eine Bestätigung von Andrés Worten, sondern eher wie eine Bestätigung dessen, was er selbst gedacht hatte. »Ja,« sagte er, »mir geht's genauso. Man denkt, das sind zwei nette junge Burschen, denen man einfach nichts abschlagen kann. Wenn sie dich bitten würden, dir selbst die Kehle durchzuschneiden, würdest du es vermutlich auch tun. Habe ich recht?« »Was soll der Unsinn?«, fragte André mehr verwirrt, denn verärgert. »Was ist das für ein Abkommen, das du mit Bason getroffen hast?«, fragte Abudun. »Er hat mich gebeten, in seinem Stück mitzuspielen,« antwortete André fast widerwillig, »und ihm das Schwertkämpfen beizubringen.« »Hast du ihn dabei verletzt?« »Es war ein Unfall,« verteidigte sich André. »Wir haben mit Holzschwertern geübt. Eines ist zersplittert, weil ich ungeschickt war und zu fest zugeschlagen habe. Es tut mir sehr leid.« »Es tut dir nicht nur leid, es macht dir zu schaffen,« stellte Abudun fest. »Merkst du es denn nicht, André?« »Was denn?« »Seit wann bist du so zart beseitet?«, fragte Abudun. Er machte eine abwehrende Handbewegung, als André protestieren wollte. »Erinnerst du dich noch an vergangenes Jahr, das kleine Fischerdorf? Da hast du einem Kerl beide Arme gebrochen, nur weil er in deiner Gegenwart ein Kind geschlagen hat. Und als sie Alessa umgebracht haben, da hast du ein ganzes Dorf niedergebrannt. Und wenn ich mich recht erinnere, ohne auch nur eine Träne zu vergießen. Seit wann also plagte ich das schlechte Gewissen wegen eines verstauchten Handgelenkes?« »Ich hätte wissen müssen, was passiert,« antwortete André. Abuduns Worte verunsicherten ihn, und er konnte nicht sagen, warum. Irgendetwas in ihm schien zu spüren, dass der Freund die Wahrheit sagte, aber das Gefühl war zu vage, um es zu greifen. »Es war meine Schuld, Punkt um.« »Das bestreite ich auch nicht,« sagte Abudun. »Es macht dir nur so schwer zu schaffen, weil du diesen Jungen so magst, habe ich recht. Leugne es nicht, mir geht es ja genauso. Und wenn ich noch ein paar Tage länger bleibe, dann frage ich die beiden, ob ich sie an Kindes Stadt annehmen darf.« »Worauf willst du hinaus?« »Dass das alles nicht mehr normal ist,« antwortete der Nubier. Er schürzte die Lippen. »Selbst jetzt fällt es mir schwer, so über sie zu sprechen, obwohl sie nicht einmal in der Nähe sind. In ihrer Gegenwart...« Er hob die Schultern und ließ den Satz unbeendet. »Was ist in ihrer Gegenwart?« Abudun schwieg ein Moment, dann sagte er in einem Tonfall, der zugleich nachdenklich als auch fast grollenklang. »Ich kann mir nicht helfen, aber ich muss immer wieder an gewisse andere Kinder denken, denen ich auch nichts zu leide tun konnte, obwohl sie drauf und dran waren, mich umzubringen.« André starrte ihn fassungslos an. »Das... das ist jetzt nicht dein Ernst.« »Und wenn doch, schneidest du mir dann das Herz heraus, weil ich es gewagt habe, schlecht über die beiden zu reden? Oder begnügst du dich damit, mit meine Seele zu fressen?« André fuhr wie unter einem Hieb zusammen, und auch Abudun machte ein betroffenes Gesicht und biss sich auf die Unterlippe. Er musste nicht sagen, dass ihm seine Worte leid taten. Eine Zeit lang schwiegen sie, standen einfach nur da und starrten aneinander vorbei. Schließlich sagte André in die immer quälender werdende Stille hinein, »Worauf willst du hinaus, Abudun?« »Wenn ich das wüsste,« antwortete der Nubier bekümmert. »Alles, was ich sagen kann, ist, dass hier etwas nicht stimmt, mit diesem Ort, mit diesen unheimlichen Kindern und auch nicht mit diesen angeblichen Zigeunern. Ich weiß, du willst es nicht mehr hören, und ich weiß auch deine Antwort schon, aber trotzdem, lasst uns von hier verschwinden, André. Diese Leute machen mir Angst. Seit wann gibt es irgendetwas, das dir Angst macht?« »Seit heute«, antwortete Abudun ernst. Tatsächlich dachte André einige Augenblicke lang ernsthaft über die Worte des Nubiers nach. So haarsträumend, dass alles auch klingen mochte, tief in sich spürte er, dass sie der Wahrheit näher kam, als ihm recht war, und darauf, dass hier etwas ganz und gar nicht so war, wie es aussah, war er selbst schon vor Tagen gekommen. Dennoch schüttelte er schließlich den Kopf. »Nein, noch nicht, Abudun.« »Warum?« fragte Abudun. »Glaubst du wirklich, du würdest hier noch irgendetwas in Erfahrung bringen?« Er schüttelte heftig den Kopf und seine Augen blitzen. »Anka wird dir nicht mehr sagen, als sie dir schon gesagt hat. Wir werden hier nichts finden, André. Außer vielleicht unserem Untergang.« »Du verstehst nicht«, sagte André. »Selbst wenn ich wollte, wir können nicht gehen. Als du gestern Abend im Fieber dargelegen hast, sind Männer aus der Stadt gekommen. Sie haben es nicht direkt ausgesprochen, aber ich denke, sie glauben, dass Laurus oder einer aus der Sippe für den Überfall auf Pater Flock und die Mühle verantwortlich ist. Die sind, die dürfen diesen Ort nicht verlassen.« »Mach dich nicht lächerlich, André«, antwortete Abudun. »Seit wann interessiert es dich, was du darfst oder nicht? Wer will uns daran hindern, auf unsere Pferde zu steigen und davonzureiten?« »Niemand«, sagte André. »Aber Laurus und seine Familie würden dafür bezahlen.« »Und vor allem sein Weib, nicht wahr?« André nickte. »Auch sie, du hast recht, Abudun. Es hat mich nie geschert, wenn jemand für das bezahlen muss, was er selbst getan hat, auch wenn der Preis hoch war. Aber es kümmert mich sehr wohl, wenn ein Unschuldiger diesen Preis bezahlen muss.« »Wenn er unschuldig ist«, sagte Abudun. André verzog das Gesicht. »Ja, sicher. Jetzt wirst du gleich sagen, dass es Elena war, die das Rattenpack geschickt hat.« »Und wenn?«, fragte Abudun. André musste sich beherrschen, um halbwegs ruhig zu antworten. »Du weißt ganz genau, wer es war. Du hast sie gesehen, genau wie ich.« »Ich weiß nicht, was ich gesehen habe,« sagte der Nubia. »Sie sahen aus wie Kinder, aber wer sie wirklich waren.« Fast verzweifelt hob er die Hände. »Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich einem eurer Kirchenvertreter zustimme, aber vielleicht hatte dieser Flock ja recht. Vielleicht sind es Dämonen.« »Ich werde jedenfalls nicht davonlaufen«, beharrte André. »Und wenn ich dich darum bitte?« André war fassungslos. »Du bittest mich, vor einer Gefahr zu fliehen? Das ist das erste Mal, dass ich das erlebe.« »Es ist auch das erste Mal, dass ich dich so erlebe«, antwortete Abudun ernst. »Glaub mir, André. Was immer wir hier finden werden, du bist ihm nicht gewachsen. Ich weiß, dass du nicht viel von meinen Ahnungen hältst, aber ich bitte dich inständig, diesmal auf mich zu hören. Etwas Schreckliches wird passieren, wenn wir hierbleiben.« Das Schlimmste war, dass André wusste, dass der Freund Recht hatte. Seit sie auf diese Sippe scheinbar harmloser Zigeuner getroffen waren, hatte er mehr und mehr das Gefühl, auf einen Abgrund zuzustraucheln. Ein Abgrund, der zwar noch zu weit entfernt war, um sein wahres Wesen schon zu erkennen, dessen Sog er sich aber schon jetzt nicht mehr entziehen konnte. Und doch konnte er nicht zurück. Nicht jetzt, wo er vielleicht so dicht davor stand, die Antworten auf all die Fragen zu finden, die ihn Zeit seines Lebens gequält hatten. Und nicht jetzt, wo Elena vielleicht in großer Gefahr war. »Nein«, sagte er ruhig, aber so bestimmt, dass Abudun verstehen musste, wie sinnlos es war, das Gespräch fortzusetzen. »Vielleicht hast du sogar recht. Ich verlange nicht, dass du hier bleibst. Nimm dein Pferd und reite davon. Laurus wird nicht versuchen, dich aufzuhalten. Und ich werde schon eine Erklärung für dein Verschwinden finden.« »Du weißt, dass ich das nicht kann«, sagte Abudun. »Aber du solltest es«, antwortete André. »Ich meine es ernst. Das hier geht allein mich etwas an. Ich kann nicht verlangen, dass du dein Leben riskierst, nur weil ich ein paar Antworten suche.« Der Nubier sah ihn lange traurig an. Dann schüttelte er den Kopf und sagte, »Dann lässt du mir keine andere Wahl.« Mit diesen Worten drehte er sich um und ging davon. Gegen seine innere Überzeugung und die immer lauter werdende Stimme ignorieren, die ihn warnte, es nicht zu tun, hatte André Basons Einladung schließlich doch angenommen und war ihm zum Wagen seiner Stiefeltern gefolgt, um mit Elena, Laurus und den anderen zu essen. Barson hatte nicht übertrieben. Seine Schwester und Stiefmutter war tatsächlich eine ausgezeichnete Köchin. Aber die Mahlzeit verlief trotzdem in einer angespannten Atmosphäre. Laurus sprach nur wenig und wenn, dann über unverfänglich allgemeine Themen, während Barson und Rasum herumalberten und das auf einem Niveau, dass nicht nur André schnell auf die Nerven ging. Elena indes sagte während der ganzen Mahlzeit nichts, abgesehen von der Eingelegenheit, bei der sie sich erkundigte und beschmeckte. Doch sie nutzte jeden Vorwand, um André anzusehen, und zwei- oder dreimal lächelte sie ihn offen an und schenkte ihm dabei einen so unübersehbar zweideutigen Blick, dass Laurus schon hätte blind sein müssen, um das nicht zu sehen. André war froh, als er sich endlich unter einem Vorwand zurückziehen konnte. Der Rest des Tages war kaum besser. André stürzte sich wie besessen auf jede Arbeit, die er fand, aber weder die Bewegung noch die kräftige Mahlzeit vom Mittag halfen ihm wirklich, Müdigkeit und Schwäche zu überwinden. Als am Abend die Feuer angezündet wurden und die ersten, noch vereinzelten Gäste ins Lager zu strömen begannen, war er so müde, dass er sich am liebsten sofort wieder in seinen Wagen zurückgezogen und schlafen gelegt hätte. Stattdessen machte er sich auf den Weg zu Abuduns Zelt. Er hatte den Nubier den ganzen Tag über nicht wiedergesehen und auch nicht nach ihm gesucht, und er fand ihn auch jetzt nicht. Als er aber das Zelt wieder verließ und sich umwandte, da stand Bason vor ihm. »Ich hab dich gesucht,« sagte der Sinti. »Wohin gehst du?« »Ich wollte mit Abudun sprechen,« antwortete André. Bason schüttelte den Kopf. »Er ist nicht im Lager.« »Nicht im Lager?«, fragte André überrascht. Er warf noch einmal einen Blick ins Zelt. Abuduns Satteltaschen lagen am Boden, und ein Teil seiner Habseligkeiten war überall im Zelt verstreut. Hätte irgendein anderer hier gewohnt, hätte man annehmen können, jemand hätte dessen Sachen durchwühlt. Abudun aber war der vielleicht unordentlichste Mensch, den André kannte. Er hätte eher Misstrauen geschöpft, wenn sein Lager aufgeräumt gewesen wäre. So wie es schien, hatte Abudun sein Angebot nicht angenommen und sich in aller Heimlichkeit davon gemacht. »Wo ist er?«, fragte André. Bason hob die Schultern. »Er ist vor einer Stunde oder so weggeritten. Ziemlich schnell, aber ich weiß nicht, wohin.« Er machte ein besorgtes Gesicht. »Ich hoffe, Laurus merkt es nicht. Er hat strengste Anweisungen gegeben, dass niemand das Lager verlässt.« »Ich nehme an, das war gestern, nachdem er aus der Stadt zurückgekommen ist,« vermutete André. »Er hatte es bisher vermieden, Laurus oder irgendeinen der anderen nach dem Ausgang des Gesprächs mit Schulz zu fragen. Aber er konnte sich dessen Inhalt auch so vorstellen.« Bason nickte. »Wir wollen keinen Ärger mit der Obrigkeit.« »Den werdet ihr auch nicht bekommen,« sagte André. »Ich weiß nicht, wohin Abudun geritten ist und warum. Aber all seine Sachen sind noch hier. Er wird zurückkommen. Und ich kann dich beruhigen. Ich kenne ihn lange genug. Wenn er nicht will, dass ihn jemand sieht, dann sieht ihn auch niemand.« »Hauptsache, Laurus sieht ihn nicht,« sagte Bason mit einem schiefen Grinsen. »Wir haben noch ein wenig Zeit bis zur ersten Vorstellung.« Er wedelte mit der verbundenen rechten Hand. »Bringst du mir noch ein paar Tricks bei?« »Soll ich dir die andere Hand auch noch zerschlagen?«, fragte André finster. »Vergiss es. Es war ein Fehler, überhaupt damit anzufangen.« »Es war allein mein Fehler,« sagte Bason. »Niemand wirft dir etwas vor.« André öffnete den Mund zu einem Widerspruch. Doch dann zögerte er, Bason eine endgültige Abfuhr zu erteilen. »Warum eigentlich nicht?« Die Worte seines Gegenübers klangen ehrlich. Obwohl er Bason ziemlich übel verletzt und ihm zweifellos eine Menge Schmerzen bereitet hatte, schien er ihm den kleinen Unfall tatsächlich nicht nahezutragen, und schließlich konnte er selbst ja nichts dafür, dass die Theaterwaffen aus minderwertigem Material gefertigt waren. Was vergab er sich schon, wenn er diesem Jungen noch ein paar kleine Tricks beibrachte, mit denen er bei den anderen angeben konnte? Und dann musste er an das denken, was Abudun gesagt hatte. Die Worte erschienen ihm nach wie vor so absurd wie vorhin, als er sie aus dem Mund des Nubiers gehört hatte, und dennoch konnte er sich ihrer Wahrhaftigkeit nicht entziehen. Was war das mit Bason und seinem Bruder, dass es ihm völlig unmöglich schien, ihm nur die geringste Bitte abzuschlagen? »Vielleicht später«, sagte er, wobei ihm der enttäuschte Ausdruck in Basons Gesicht ein so schlechtes Gewissen bereitete, dass er seine Worte um ein Haar wieder zurückgenommen hätte. »Morgen oder übermorgen. Glaub mir, Bason, es ist besser. Ich kenne mich mit Verletzungen aus. Auch wenn du jetzt vielleicht schon keine Schmerzen mehr hast, wäre es ein Fehler, die Hand schon jetzt zu sehr zu belasten. Wenn du es übertreibst, dann wird es nur umso länger dauern, bis du sie wieder richtig gebrauchen kannst. Bason machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung, aber er versuchte auch nicht, André zu überreden, sondern drehte sich einfach um und ging davon. Und plötzlich fühlte sich André so schlecht, als hätte er einem verhungernden Kind das letzte Stück Brot weggenommen. André hatte sich tatsächlich in seinen Wagen zurückgezogen, die Läden geschlossen und versucht zu schlafen, aber er hatte keine Ruhe gefunden. Trotz des Zustandes totaler körperlicher Erschöpfung, in dem er sich befand, lag er mehr als eine Stunde auf seinem unbequemen Lager wach und starrte in die allmählich verblassene Dämmerung. Und natürlich war es wie immer, wenn man darauf wartete, einzuschlafen. Er hatte das Gefühl, immer wacher zu werden. Je dunkler es wurde, desto schärfer schienen seine Sinne zu werden. Die Musik, die von draußen hereindrang, klang jetzt lauter und aufpeitschender. Das Lachen der Zuschauer schriller, selbst das prasselnde Feuer schien die Lautstärke eines gewaltigen Waldbandes angenommen zu haben. Er roch den Duft von Gebratenem und das Aroma des schweren, süßen Weines, den die Sinti großzügig ausschenken. Und er konnte hören, wie weitere Besucher zu Pferde oder auch mit Fahrwerken oder zu Fuß ins Lager kamen. Einmal glaubte er, einem kurzen, heftigen Streit zu lauschen, der aber ebenso rasch wieder geschlichtet wurde, wie er entstand. Und dann drang das helle Lachen einer Frau an sein Ohr. Und es war dieses Geräusch, das ihn endgültig dazu bewog, sich auf der Bettkante aufzusetzen. Es war Elenas Lachen gewesen. Müde fuhr sich André mit beiden Händen durch das Gesicht, stützte die Ellbogen auf die Knie und ließ den Blick durch das Innere des winzigen, noch immer unaufgeräumten Wagens wandern. Elenas Lachen hatte ihm klargemacht, warum er keinen Schlaf fand, so wie ihm das, was er sah, klarmachte, dass er auch keinen Schlaf finden würde. Alles hier drin, jeder Millimeter Boden, die leergebrannte Sturmlaterne, die in einem Winkel neben der Tür stand, die verwischten Fußabdrücke im Staub, das fast silberne Mondlicht, das in schrägen Bahnen durch die Ritzen der vorgelegten Läden fiel, erinnerte ihn an Elena, so wie er den ganzen Tag über eigentlich nur an sie gedacht hatte. Er hatte es sich nicht eingestehen wollen, aber es war die Wahrheit. Auch wenn er sich krampfhaft mit allen möglichen Dingen beschäftigt hatte, so war doch keine Sekunde vergangen, in der er nicht auf einer tieferen Ebene seines Bewusstseins an sie gedacht hatte. Und als hätte dieses Eingeständnis die Gespenster der vergangenen Nacht geweckt, glaubte er plötzlich wieder ihre Nähe zu spüren, den verlockenden Duft ihres Haares und ihres Körpers, das seidige Gefühl ihrer Haut auf der seinen und den süßen Geschmack ihrer Lippen. Für einen Moment mischte sich ein hässliches Bild in diese Erinnerungen, Elenas Zunge, die mit einer kleinen, gierigen Bewegung über ihre Lippen fuhr und eine glitzernde rote Träne aufsog, aber das Bild erlosch, bevor es wirklich Substanz gewinnen konnte, und André stand mit einem Ruck auf. Fast hatte er Angst davor, Elena zu begegnen, und zugleich wusste er auch, dass er keine Ruhe finden würde, bevor er ihn nicht wenigstens noch einmal in die Augen geblickt hatte. Als er den Wagen verließ, drangen Gelächter und Beifallklatschen so laut an sein Ohr, dass er überrascht aufsah. Er konnte nur flackernde rote Lichtsplitter und tanzende Schatten erkennen, aber dann hörte er ein dröhnendes, überhebliches Lachen, das er auf Anhieb erkannte. Abodun war zurück, und offensichtlich war er nicht mehr ganz so gereizter Stimmung wie am Vormittag, und obwohl er dem Freund geraten hatte, zu verschwinden, war er zugleich auch sehr erleichtert, dass er es nicht getan hatte. Als er sich dem Festplatz in der Mitte des Lagers näherte, rief eine Stimme hinter ihm seinen Namen, und André blieb überrascht stehen und drehte sich um. Ein Schatten tauchte aus der Dunkelheit hinter ihm auf und zerfiel in vier unterschiedlich große Schatten, die nur einen Moment später Umrisse und Gesichter bekamen. Es waren der Krämer, den sie vor ein paar Tagen in der Stadt getroffen hatten, begleitet von seinen beiden Söhnen, und einer unscheinbaren Frau, die ihn mit gesenktem Blick und fast furchtsam musterte. André erinnerte sich an sein letztes Zusammentreffen mit diesem Mann und spannte sich innerlich ein wenig. Er hatte keine Angst vor ihm und seinen beiden Begleitern, aber er hoffte inständig, dass sie nicht gekommen waren, um Ärger zu machen. »Ihr erinnert euch doch noch an mich?«, fragte der Krämer, während er einige Schritte vor André stehen blieb und ihn unsicher ansah. André nickte. »Selbstverständlich.« »Dann bin ich erleichtert,« sagte der Krämer. »Ihr hattet mir versprochen, dass meine Familie und ich uns eure Vorstellung ansehen dürfen,« fuhr der Mann fort. Er wirkte verkrampf und sprach in einem Tonfall, als wäre er fest davon überzeugt, dass André seine Bitte einfach abschlagen musste. »Gilt euer Wort noch?« »Unser Wort gilt immer,« sagte André, bemühte sich aber, dieser Aussage mit einem Lächeln die Schärfe zu nehmen, die man leicht darin vermuten konnte. »Kommt mit,« sagte er. »Ich bringe euch zu den anderen und sage Bescheid, dass ihr nichts bezahlen müsst.« Der Krämer wirkte erleichtert und erschreckt zugleich, als bekäme er allmählich Angst vor der eigenen Courage, und André fragte sich, warum er überhaupt hierhergekommen war. Sicher nicht, um den Gauklern und Feuerschluckern zuzusehen. Er wartete vergeblich darauf, dass der Mann noch irgendetwas sagte und ging schließlich mit einer einladenden Geste voraus. Es war das erste Mal, dass er das Lager am Abend und Laurussippe in einer solch ausgelassenen Stimmung erlebte. Und gleich, ob aufgesetzt oder nicht, sie wirkte ansteckend. Als sie die Bühne erreichten, auf der gerade ein Feuerschlucker seine Fertigkeiten zum Besten gab und dabei sein Möglichstes zu tun schien, um die Dekoration und am besten gleich das ganze Lager in Brand zu setzen, da fühlte er sich zwar alles andere als fröhlich, aber seine niedergeschlagene Stimmung war trotzdem einer heiteren Gelassenheit gewichen. Als er nach jemandem Ausschau hielt, in dessen Obhut er seine vier Gäste geben konnte, entdeckte er Abudun. Der Nubier stand ein Stück entfernt, inmitten einer kleinen Menschenansammlung, und prallte mit lauter Stimme von zurückliegenden Abenteuern und überstandenen Gefahren. Zu Andres Verwunderung entdeckte er auch Laurus unter den Zuhörern, die den Worten des Nubiers gebannt folgten. Und vielleicht zum ersten Mal, seit sie hierher gekommen waren, sah der Sinti nicht übel launig oder besorgt aus, sondern schien ganz in Abuduns Erzählung versunken zu sein. Die fast kindliche Begeisterung, die André auf seinen Zügen entdeckte, unterschied sich in nichts von der auf den Gesichtern der anderen. Natürlich entdeckte ihn Abudun, als er näher kam, doch der Freund ignorierte ihn und fuhr nicht nur fort, seine haarsträubenden Geschichten zu erzählen, sondern trumpfte sogar noch mehr auf. André machte sich nicht die Mühe, wirklich hinzuhören, aber auf seinem Gesicht begann sich ein amüsiertes Lächeln auszubreiten, während er langsam näher schlenderte. Abudun sah zwar aus wie ein Dschinn aus einem arabischen Märchen, der gekommen war, um die gesamten christlichen Kreuzfahrerheere auf einmal zu verspeisen, aber er war auch ein ausgezeichneter Geschichtenerzähler, und er tat dies auf seine typisch orientalische, blumige Art so perfekt, dass er seine Zuhörer fast immer in seinen Bann zog und es keine Rolle spielte, ob sie ihm seine Geschichten glaubten oder nicht. Wären die Zeiten anders gewesen, dachte André mit einem Anflug von Trauer, dann wäre Abudun jetzt vielleicht ein reicher Mann. Mit einem solchen Talent wäre es ihm gewiss nicht schwergefallen, als Märchenerzähler von Stadt zu Stadt zu ziehen und die Zuhörer in Scharen anzulocken. Abudun war am Ende seiner Geschichte angelangt. Die Zuhörer applaudierten, Lauch ist eingeschlossen, und der Beifall war noch nicht ganz verebbt, da erschien Bason auf der Bühne und nahm den Platz des Feuerschluckers ein. »Geehrte Gäste«, rief er mit tragender Stimme, »und nun kommen wir zum Höhepunkt des Abends. Das Talent als Geschichtenerzähler unseres verehrten Gastes aus dem fernen Morgenland habt ihr ja nun schon kennengelernt, und doch ist das nichts gegen das, was euch jetzt erwartet. Unser hochgeschätzter Gast, der in seiner Heimat vom gefürchteten Piraten fast bis zum Kalifen von Bagdad aufgestiegen ist, übernimmt nun die Hauptrolle in einem Drama, das eigens für sie, verehrte Gäste, geschrieben wurde, und in dem sie den verzweifelten Kampf christlicher Kreuzfahrer gegen die heidnischen Horden der Muslimanen miterleben können, wie er sich in längst vergangener Zeit wirklich abgespielt hat.« Zaghafter Applaus wurde laut, als Bason sich verbeugte und brandete auf, als Abudun auf die Bühne stieg und seinen schwarzen Mantel zurückschlug, unter dem ein kupferfarbener Brustharnisch und der Griff seines Krummsäbels zum Vorschein kamen. André beobachtete die Szene mit gemischten Gefühlen. Abudun als Geschichtenerzähler, das ging noch an, aber es fiel ihm einfach schwer zu glauben, dass der Nubier sich tatsächlich freiwillig vor beinahe hundert wildfremden Menschen zum Narren machen wollte. Schon gar nicht nach dem, was am Vormittag zwischen ihnen vorgefallen war. Und doch schien Abudun genau dies vorzuhaben, denn er stolzierte nicht nur gemessenen Schrittes über die Bühne, sondern nahm schließlich breitbeinig und mit verschränkten Armen hinter Bason Aufstellung. Und er überragte den Jungen wie ein fleischgewordener Berg, der sich alle Mühe gab, das Publikum mit möglichst finsterem Gesicht zu mustern. Das Johlen und Klatschen hielt an, und es mischte sich auch der eine oder andere anerkennende Pfiff hinein. André musste zugeben, dass Abudun selbst in der Rolle des Hans Wurst immer noch respektgebietend und furchteinflößend wirkte, wie er so dastand mit seinem riesigen Turban, sicherlich sieben Fuß groß, ein Koloss, den man ansah, das sich unter den enormen Fleischmassen stahlharte Muskelpakete verbargen. »Abudun, der gewaltigste Schwertkämpfer des Oriens«, sagte Bason mit dramatisch erhobener Stimme, »in der Sprache seiner Heimat bedeutet sein Name Vater des Todes, und wie Sie gleich sehen werden, geschätztes Publikum, trägt er seinen Namen zurecht!« Der Applaus wurde für einen Moment geradezu frenetisch. Bason verbeugte sich noch einmal und verschwand dann mit schnellen Schritten hinter der Bühne, während Abudun weiter reglos stehen blieb und das Publikum musterte, als wäre er auf der Suche nach jemandem, den er mit Haut und Haaren verschlingen konnte. »Dein Freund ist ein beeindruckender Mann, das muss man ihm lassen«, sagte eine Stimme neben ihm. André wandte den Kopf und erkannte Laurus, der sich seinen Weg durch die Menschenmenge gebahnt hatte, um an seine Seite zu gelangen. Hinter ihm kam eine zweite, etwas kleinere Gestalt näher, und André wäre um ein Haar zusammengefahren, als er sah, dass es Elena war. Er gab sich Mühe, sie nicht direkt anzusehen, ohne ihrem Blick dabei allzu offen auszuweichen. »Ist er wirklich so gefährlich, wie er aussieht und wie Bason behauptet?«, wollte Laurus wissen. »Nicht, wenn man sein Freund ist«, erwiderte André. »Und was sagen seine Feinde über ihn?«, wollte Elena wissen. André hob die Schultern. »Ich weiß es nicht«, sagte er. »Bisher hat noch keiner von ihnen lange genug überlebt, als dass ich ihn hätte fragen können.« Laurus lachte leise. Elena drängte sich mit sanfter Gewalt zwischen sie und hakte sich zuerst bei ihrem Mann und dann ganz unverblümt bei André unter. André erstarrte für einen Moment. Aber Laurus schien daran nichts Ungewöhnliches zu finden, und genau genommen war es ja nichts weiter als eine freundschaftliche Geste unter Menschen, die nach einem langen, arbeitsreichen Tag ein wenig ausgelassen feierten. Wenigstens wäre es das gewesen, hätte das Gefühl von Elenas bloßer Nähe und ihrer Berührung ihn nicht beinahe in den Wahnsinn getrieben. Für einen Moment musste er mit aller Kraft gegen den Impuls ankämpfen, sie einfach an sich zu reißen und zu küssen, und zugleich wäre er am liebsten schreiend davongelaufen. »Ungläubige«, schrie Abudun von der Bühne herab, »fürchtet euch, denn Abudun ist gekommen, der Vater des Todes, um in Allas Namen die Gottlosen zu zerschmettern und die zu bestrafen, die es wagen, an den Worten des Propheten zu zweifeln.« Elena lachte leise, und auch Laurus verzog kurz das Gesicht. Aber André war überhaupt nicht zum Lachen zumute. Er starrte Abudun fast entsetzt an. Die meisten Zuschauer, die sind die Eingeschlossenen, lachten herzhaft, aber einige wirkten auch irritiert, und vielleicht diente das eine oder andere Lachen auch nur dazu, den eigenen Schreck zu überspielen. Wenn Abudun auf Wirkung gezielt hatte, so hatte er Erfolg. Aber er spielte mit dem Feuer, und eigentlich sollte er das auch wissen. »Ja, lacht nur, ihr Ungläubigen! Lacht, solange ihr noch könnt! Denn ich, Abudun, der Vater des Todes, bin gekommen, um euch herauszufordern und die zu bestrafen, die es wagen, an Allas Allmacht zu zweifeln!« Elena lachte noch ein wenig lauter, aber Laurus' Lächeln begann allmählich zu erstarren, und auch André fühlte sich immer unbehaglicher. Der Vorhang hinter Abudun teilte sich, und dann traten Bason und sein Bruder vor. Bason trug einen gewaltigen Hackklotz, den er vor dem Nubier abstellte, während Rason einen kaum weniger großen Holzscheit herbeischleppte, so lang wie ein Arm und zwei gute Handspannen dick. Um einen Scheit wie diesen zu spalten, hätte es einer jener gewaltigen Kriegsexte bedurft, die man nur mit zwei Händen führen konnte, und selbst dann nur, wenn man stark wie ein Ochse war. Abudun jedoch benutzte keine Axt. Nachdem die beiden Brüder zurückgetreten waren, zog er sein Krummsäbel, schwang ihn mit beiden Händen hoch über den Kopf und spaltete das Holz mit einem einzigen gewaltigen Hieb. Ein erstauntes Raunen ging durch die Menge, hier und da auch ein erschreckter Aufschrei. »Beeindruckend!«, sagte Laurus, und Elena murmelte. »Was für ein Mann!« Nicht nur André sah sie erstaunt an, auch Laurus wandte kurz den Kopf und bedachte sie mit einem missbilligenden Stirnrunzeln. Aber Elena lachte nur noch herzhafter. »Was schaust du mich so an?«, neckte sie ihn. »Wäre es dir lieber, ich würde mich für Schwächlinge begeistern?« Laurus war klug genug, nicht darauf zu antworten, sondern es bei einem noch tieferen Stirnrunzeln und einem angedeuteten und alles andere als überzeugenden Lächeln zu belassen und sich dann wieder auf Abudun und das Geschehen auf der Bühne zu konzentrieren. Aber während er den Kopf drehte, streifte sein Blick flüchtig Elenas rechten Arm, mit dem sie sich bei André untergehackt hatte, und André spürte, wie Laurus innerlich zusammenfuhr. »Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich gehe«, dachte er. »Nun, ihr ungläubigen, Schweinefleischfressenden Hunde«, brüllte Abudun, während er drohend den Säbel schüttelte. »Zittert vor der Macht Abuduns und messt euch mit ihm, wenn ihr es wagt!« Er versetzte dem Hacklotz einen Tritt, der ihn mitten ins Publikum stürzen ließ. Zwei oder drei Männer sprangen hastig zur Seite. Irgendjemand fluchte, was von den Umstehenden jedoch mit einem Chor aus schadenfrohem Gelächter kommentiert wurde. Rason verschwand unterdessen hinter der Bühne. Nach einem kurzen Moment kehrte er wieder zurück. In der linken Hand trug er ein Holzschwert, in der rechten einen runden, aus Weidenzweigen geflochtenen Schild. Er reichte beides an Abudun. »Kommt her, ihr Feiglinge«, rief Abudun herausfordernd. »Wer von euch den Mut hat, sich mit mir zu messen, der soll vortreten. Wer es schafft, mich niederzuschlagen oder mir so lange standzuhalten, wie der Sand denn dieser Uhr braucht, um hindurchzureseln, der bekommt fünf Thale auf die Hand.« Rason zauberte eine kleine Sanduhr unter seinem Wams hervor, die er für alle gut sichtbar über den Kopf hielt. André kam zu dem Schluss, dass es kaum länger als eine Minute dauern konnte, bis die Zeit in diesem Standglas abgelaufen war. Eine trügerisch kurze Spanne für jeden, der annahm, gegen Abudun schon irgendwie bestehen zu können, aber eine Ewigkeit für jeden, der so dann dem Säbel schwingenden Nubier gegenüberstand. André hatte längst nicht mehr vorzugehen. Er war über die Maßen alarmiert. Was hatte der Freund vor? Er war immer noch nicht bereit zu glauben, dass der Nubier etwas wirklich Dummes tun könnte, aber plötzlich erinnerte er sich wieder an ihren Streit vom Vormittag, an den fast unheimlichen Ausdruck in Abuduns Augen und an seine Worte, »Dann lässt du mir keine andere Wahl.« »Wagt es keiner?« rief Abudun. »Fünf Thaler für jeden!« Das Publikum wurde leiser. Einige Männer lachten noch. Irgendwo hatte ein Kind zu weinen begonnen, erschreckt durch Abuduns herrische Stimme und sein finsteres Gesicht. Doch allmählich machte sich betretene Schweigen unter den Zuschauern breit. »Was soll das?«, murmelte Laurus. »Das war nicht abgesprochen, dieser Narr. Wenn er die Herausforderung verliert, dann zahlt er den Betrag aus eigener Tasche.« »Keine Sorge«, murmelte André. »Er wird nicht verlieren.« »Bist du da so sicher?«, fragte Laurus. André nickte. »Niemand wird sich ihm stellen«, sagte er. »Oder würdet ihr es tun?« Laurus hob nur die Schultern. Doch gerade als André dachte, dass tatsächlich niemand das Angebot des Nubiers annehmen würde und er erleichtert aufatmen wollte, löste sich ein Mann aus der Zuschauermenge und ging unter beifälligem Johlen zum Seitenaufgang der Bühne. Ein Blick genügte und André wusste, dass dies kein Gegner für Abudun war. Der Herausforderer war fast so groß wie der Nubier und entsprechend breitschuldrig, aber er bewegte sich auf die plump Art eines Menschen, der vielleicht sehr stark war, mit dieser Stärke aber nicht wirklich umzugehen wusste. Außerdem war sein Gang nicht mehr sicher und seine Wangen hatten sich gerötet. Es war offensichtlich, dass er schon zu viel vom süßen Wein getrunken hatte. »Also ist wenigstens einer unter euch, der es wagt«, sagte Abudun. »Nun gut, bereite dich darauf vor, deinem Christengott gegenüber zu treten. Worm!« Wieder brandete Gelächter auf, doch es klang nicht mehr ganz so laut und überzeugt wie bisher. Der Mann hielt einen Moment lang inne, dann schürzte er trotzig die Lippen, straffte die Schultern und trat kampflustig auf Abudun zu. Der Nubier reichte ihm den Schild, den der Mann geschickt anlegte. André schlussfolgerte, dass dieser so etwas nicht zum ersten Mal tat. Dann funkelte er Abudun herausfordernd an und streckte die Hand nach dem Holzschwert aus. Doch Abudun schüttelte den Kopf und reichte ihm stattdessen seinen Krummsäbel. Der Mann wirkte irritiert, fast erschrocken, und schien es nicht zu wagen, die Ehrfurcht gebietene Waffe zu ergreifen. »Nimm nur«, sagte Abudun, »und hab keine Furcht. Er beißt nicht.« Schadenfrohes Gelächter kommentierte seine Bemerkung, und in den Augen des schwarzhaarigen Burschen blitzte es auf. Wütend riss er Abudun den Säbel aus der Hand und trat einen Schritt zurück. Abudun wechselte das Holzschwert von der linken in die rechte Hand und baute sich breitbeinig und mit ausgestreckten Armen ohne die geringste Deckung vor seinem Kontrahenten auf. »Dein Freund hat Mut, das muss man ihm lassen«, sagte Elena. »Oder er ist ganz besonders dumm«, fügte Lauros hinzu. »Worauf wartest du?«, fragte Abudun höhnisch. »Greif an, oder? Traust du dich nicht?« Das ließ sich sein Gegenüber nicht zweimal sagen. Wild schwang der Mann den Säbel und trat ungestüm auf Abudun zu. Der Nubier ließ ihn herankommen, trat dann im allerletzten Moment zur Seite und versetzte seinem Gegner einen Derbentritt ins Hinterteil, sodass dieser an ihm vorbeistolperte. Der Mann schrie vor Wut und Überraschung auf, fand strauchelnd sein Gleichgewicht wieder und fuhr Zornbeben zu Abudun herum. Der nächste Angriff wurde langsamer, aber in den Bewegungen auch koordinierter ausgeführt. Es war klar, dass sich der Mann nicht mehr von seinem eigenen Ungestüm zu einer zu leichtsinnigen Aktion hinreißen lassen wollte. Natürlich nützte ihm das nichts. Abudun machte sich nicht einmal die Mühe, den Hieb des Krummsäbels mit seinem eigenen hölzernen Schwer zu parieren, sondern wich dem Schlag mit einer schnellen Bewegung aus, packte den Burschen blitzschnell mit der freien Hand und kniff ihm so derb in die Nase, dass der Mann vor Schmerz aufschrie und den komischen kleinen Hüpfern über die Bühne sprang. Diesmal war das schadenfrohe Gelächter lauter, und es hielt deutlich länger an. Auch Abudun warf den Kopf in den Nacken und lachte schallend, was seinen Gegner zu einem blitzartigen und, wie André zugeben musste, überraschend geschickten Angriff provozierte. Abudun wich der Attacke dennoch mühelos aus, drehte sich lachend herum und deutete mit dem freien Arm auf die Sanduhr, die Rason immer noch hoch über dem Kopf hielt. Fast die halbe Zeit war bereits abgelaufen. »Du schlägst dich nicht schlecht, Ungläubiger!« spöttelte er. »Nur weiter so, du bist deinem Gold schon nahe!« Offensichtlich wollte er seinen Gegner damit provozieren, und das gelang ihm auch. Der nächste Angriff war so ungestüm, dass Abudun sich kaum bewegen musste, um ihm auszuweichen, und ein wenig schien er des Spiels überdrüssig zu werden. Als der Bursche an ihm vorbeistolperte, ließ Abudun sein Holzschwert klatschend auf dessen Hinterteil niedersausen. Die Sanduhr war mittlerweile fast zu zwei Dritteln abgelaufen. »Der arme Kerl könnte einem fast leid tun,« sagte Elena. »War es wirklich Zufall, dass sie den Kopf an seine Schulter lehnte, sodass ihr Haar an seinem Hals und seiner Wange kitzelte?« André versuchte unauffällig, ein kleines Stück zur Seite zu treten, aber es gelang ihm nicht. »Das ist entwürdigend,« sagte er. »Ich weiß nicht, was in Abudun gefahren ist.« Immerhin näherte sich das grausame Spiel seinem Ende. Die Sanduhr war fast abgelaufen, und Abudun brachte es jetzt rasch zu Ende. Das Holzschwert wurde so schnell geschwungen, dass das Auge kaum zufolgen vermochte, und der Krummsäbel flog davon, überschlug sich zweimal in der Luft und blieb zitternd und nur eine Hand breit neben Abuduns Fuß im Boden stecken. Falschnell sprang der Nubier vor, packte den völlig überraschten Burschen bei der Kehle und riss ihn in die Höhe, sodass er kaum noch atmen konnte. Die andere Hand des Nubiers ließ das Holzschwert fallen, ballte sich zur Faust und holte zum Hieb aus. André konnte hören, wie das Publikum entsetzt den Atem anhielt, und auch Helena fuhr überrascht zusammen. Für einen Moment, einen winzigen, schreckerfüllten Moment, war jedermann im Publikum sicher, dass Abudun zuschlagen würde. Er tat es nicht. Die Faust verharrte im letzten Moment nur noch einen Finger breit vom Gesicht seines Gegners entfernt. Dann lachte Abudun, ließ den armen Kerl endlich los und versetzte ihm einen Stoß, der ihn rückwärts taumeln und schließlich zu Boden gehen ließ. Grinsend drehte sich der Nubier zum Publikum um und verbeugte sich tief. Für zwei, drei Herzschläge wurde es vollkommen still, nur das Kind weinte immer noch, und man konnte das leise Stöhnen von Abuduns Gegner hören, der benommen versuchte, wieder auf die Beine zu kommen. Endlich ließ Elena Andrés' Arm los und begann zu klatschen, und das Geräusch brach den Bann. Tosender Applaus brandete auf, während Abudun sich ein zweites Mal verbeugte und schließlich seinen Säbel aus dem Boden zog, um ihn wieder in den Gürtel zu stecken. Das reicht, sagte André, das sehe ich mir nicht länger an. Mit einem Ruck drehte er sich um und wollte gehen, aber Elena hielt ihn rasch am Arm zurück. Warte, sagte sie, ich glaube, er ist noch nicht fertig. Ja, ja, das befürchte ich auch, sagte André und machte sich mit sanfter gewaltlos. Nun, rief Abudun von der Bühne herab, war das etwa alles? Ist denn keiner mehr unter euch, der bereit ist, sich mit mir zu messen? Niemand meldete sich. Das Schauspiel hatte die Zuschauer amüsiert, schien aber auch dem Letzten die Lust daran genommen zu haben, sich mit dem schwarzen Hühnen zu messen. André setzte sich zum Gehen in Bewegung. Seid ihr alle Feiglinge, rief Abudun. Hey, du da, Ungläubiger! André musste nicht einmal zur Bühne hinsehen, um zu spüren, dass sich plötzlich alle Zuschauer zu ihm herumdrehten und ihn anstarrten. Ja, dich meine ich, rief Abudun. Bleib stehen! Die Vernunft sagte André, dass er einfach weitergehen sollte, ganz egal, was Abudun sagte oder tat. Aber der Zorn über das kindische Verhalten des Nubias war einfach stärker. Er drehte sich herum und funkelte den Freund schweigend an. Du siehst aus wie ein Mann, der sich zu wehren weiß, rief Abudun. Immerhin trägst du ein Schwert am Gürtel. Würdest du es nur spazieren, um die heule Weiblichkeit zu beeindrucken, oder weißt du auch damit umzugehen? Ich werde nicht mit dir kämpfen, sagte André ruhig. Also spar dir die Mühe. Du bist feige, höhnte Abudun. Wenn du meinst, sagte André ruhig. Warum ging er nicht einfach davon? Es konnte ihm doch vollkommen gleichgültig sein, ob die Zuschauer ihn für ein Jämmerling hielten oder nicht. Ich verdopple mein Angebot, sagte Abudun. Zehntaler, wenn du gegen mich bestehst, Ungläubiger. Und du magst dein eigenes Schwert benutzen, wenn du willst. Übertreib es nicht, Abudun, zischte André. Die Worte des Nubias machten ihn immer wütender. Sein Verstand sagte ihm, dass er sich benahm wie ein kompletter Narr und ganz genau das tat, was Abudun von ihm erwartete. Kann es sein, du trägst das Schwert nur zum Kartoffelschälen, höhnte Abudun. Mir scheint, du bist nicht Manns genug, Ungläubiger. Ein Feigling und ein herausgeputzter Gag, das bist du. Sag, wartet ein Weib auf dich oder musst du heim zur Mutter? Es war nicht das spöttische Gelächter der Männer und Frauen ringsum. Es war nicht einmal so sehr die Wut, die Abuduns Worte immer heißer in ihm brennen ließ. Was André schließlich dazu brachte, zur Bühne zurückzugehen, war Elenas Blick, den er aus den Augenwinkeln auffing. Er wusste, dass es kindisch war und durch und durch leichtsinnig, aber er hätte in diesem Moment den Gedanken einfach nicht ertragen, in Elenas Augen als Feigling dazustehen. Mit einem schnellen Satz war er auf dem Podest, zog das Schwert und trat Abudun entgegen. Der Nubier grinste triumphierend. Rason drehte die Sanduhr um und wollte sie wieder in die Höhe halten, aber André schüttelte den Kopf. Nicht nötig, sagte er. Ich brauche dein Geld nicht. Und so lange wird es auch nicht dauern. Hört, hört, rief einer der Zuschauer. André begann zu lachen oder stießen schrille Pfiffe aus. André griff ohne Vorwarnung an. Im letzten Moment riss Abudun sein Säbel in die Höhe und parierte den Hieb, aber zwischen den Klingen sprühten Funken auf und der riesige Nubier wankte unter der Wucht des Schlages. André ließ das Schwert sinken, erschrocken vom Ungestüm seines eigenen Angriffs. Er war zornig auf Abudun, wie selten zuvor, aber er hatte nicht wirklich vorgehabt, ihn zu verletzen. Rasch tarte er einen halben Schritt zurück und nahm sich vor, sich mehr zu beherrschen. Abudun hatte ihn aus der Reserve locken wollen, und das war ihm gelungen, aber nun, nun musste es gut sein. Unglückseligerweise schien der Nubier das nicht so zu sehen. Er griff nun seinerseits an, und er legte kaum weniger Kraft in seine Hebe, als André es gerade getan hatte. Rings um sie herum wurde es mucksmäuschend still, während ihre Schwerter immer schneller vor- und zurückzuckten, klirrend gegeneinander prallten oder nach einer Lücke in der Deckung des anderen suchten. André wich weiter vor Abudun zurück. Obwohl er viel stärker als ein normaler Mann war, hatte er der schieren Masse des Nubiers nichts entgegenzusetzen und konnte nur mit Schnelligkeit und Geschick ausgleichen, was ihm Abudun an Kraft voraus hatte. Eine Zeit lang wogte der Kampf hin und her, ohne dass einer von ihnen wirklich einen Vorteil errang. Doch André spürte auch, wie seine Kräfte zu erlahmen begannen, während Abuduns Angriffe immer aggressiver zu werden schienen. »Verdammt, Abudun! Was soll das?« raunte er so leise, dass niemand der Umstehenden ihn verstehen konnte. »Ich hab's dir doch gesagt, du lässt mir keine Wahl«, antwortete Abudun. André fand keine Gelegenheit, über diese Worte nachzudenken, denn er musste sich hastig ducken, um einen Schwertieb zu entgehen, der ihm sonst den Kopf von den Schultern getrennt hätte. »Bist du verrückt?« zischte er. »Was sollte das denn werden?« Und dann, ganz plötzlich, verstand er, dass aus dem Schaukampf ernst geworden war. Abudun spielte nicht mehr mit ihm. Er wollte ihn verletzen. »Töten?« Und er war nicht der Einzige, der das begriff. Rings um sie herum wurde es totenstill. Atemlos starrten die Menschen zu ihnen hinauf, während immer hellere Funken zwischen ihren Schwertern aufstoben und die beiden ungleichen Gegner immer blitzartiger zustießen, parierten, auswichen oder angriffen. »Also gut«, keuchte André, »du hast es nicht anders gewollt.« Er täuschte einen Hieb gegen Abuduns Schulter an, warf sich blitzschnell zur Seite und kam nach einer Rolle hinter dem Nubier wieder in die Höhe. Noch in der Bewegung stieß er zu. Tief bohrte sich die Klinge in Abuduns Wade und fügte ihm eine heftig blutende Verletzung zu. Abudun schrie vor Schmerz und Wut, wirbelte herum und André versetzte ihm einen Fußtritt vor das verwundete Bein, der ihn vollends zu Boden schleuderte. Mit einer fließenden Bewegung war er über dem Nubier, ließ sich fallen und rammte ihm dabei beide Knie in den Leib. Dann setzte er ihm die Schwertspitze an die Kehle. »Hast du jetzt genug?«, fragte er. Abudun stöhnte. Der rasiermesserscharfe Stahl hatte seine Haut geritzt, und ein einzelner Blutstropfen quoll aus der Wunde und zeichnete eine glitzernde Spur auf seiner schwarzen Haut. André spürte, dass es schon wieder begann. Es war nur ein einzelner Blutstropfen, aber es fiel ihm unendlich schwer, seinen Blick davon loszureißen. Das Ungeheuer in ihm rührte sich, und André stemmte sich mit aller Kraft gegen die düstere Gier, die schon wieder erwachen wollte. Für einen winzigen Moment war er abgelenkt, und dieser winzige Moment sollte alles entscheiden. Vielleicht spürte Abudun, was geschah, und es war eine Verzweiflungstat. Vielleicht hatte er aber auch nur André's Unaufmerksamkeit gnadenlos ausgenutzt. Ohne Rücksicht darauf, dass er sich dabei noch mehr verletzte, warf der Nubier den Kopf zur Seite, sodass aus dem winzigen Schnitt an seinem Hals ein mehr als fingerlanger Spalt wurde, der heftig blutete, stieß André mit der linken Hand von sich und rammte ihn mit der anderen den Krummsäbel bis ans Heft in den Oberkörper. Im ersten Moment wusste André nicht, was ihn mehr lähmte. Der grausame Schmerz, mit dem sich der Starr durch seinen Brustkorb fraß, oder der Schock über das, was Abudun getan hatte. Mit einem keuchenden, halberstickten Schrei warf er sich mit solcher Wucht zurück, dass Abudun, der noch immer den Säbel umklammert hielt, erst losließ, als er mit in die Höhe gerissen wurde. Rings um sie herum erscholl ein Chor entsetzter Schreie und Rufe, einige Frauen begannen zu kreischen, und André sah, wie durch einen von Blitzen durchzuckten, blutigen Nebelschleier, wie Elena entsetzt die Hände vor das Gesicht schlug. Er taumelte zurück, kämpfte vergeblich gegen das Gefühl zunehmender Schwäche an und konzentrierte sich mit aller Macht darauf, nicht das Bewusstsein zu verlieren. Er durfte nicht ohnmächtig werden, nicht hier und nicht jetzt. Die Klinge hatte sein Herz knapp verfehlt, und es würde nicht lange dauern, bis sich sein Körper von der Verwundung erholt hatte, aber schwach wie er war, konnten endlose Minuten vergehen, bis er das Bewusstsein wiedererlangte. Minuten, in denen er keine Kontrolle über das hatte, was rings um ihn und mit ihm geschah, und auch und vielleicht vor allem mit Abudun. Ein Teil von ihm weigerte sich noch immer zu begreifen, was der Nubier getan hatte, aber auf einer dem bewussten Denken nicht ganz zugänglichen Ebene waren ihm seine Gründe vollkommen klar und auch, in welch entsetzliche Gefahr Abudun sich damit begeben hatte. Wirkend und Blutspucken taumelte er rückwärts über die Bühne und hob in einer schwachen Bewegung die Hände vor das Gesicht, als er sah, wie Abudun aufsprang und auf ihn zukam. Seine Kraft reichte nicht mehr, den Nubier zurückzustoßen. Abuduns Hand umklammerte den Griff des Krummsäbels und riss ihn mit einem einzigen grausamen Ruck wieder heraus. Der Schmerz war beinahe noch schlimmer als der erste. André hatte keine Kraft mehr zu schreien, und seine Lungen hatten sich mit Blut gefüllt, sodass er nur ein Wirken hervorbrachte. Die dunkelroten Schlieren vor seinem Gesicht wurden dichter, und schließlich wurde er schwarz um ihn. Allerdings nur für wirklich wenige Augenblicke. Als er die Augen wieder aufschlug, lag er mit ausgebreiteten Armen auf dem Rücken. Sein Hemd war schwer und nass von seinem Blut. Klebriger Kupfergeschmack füllte seinen Mund, und in seiner Brust pochte der Schmerz im rasenden Takt seines Herzens, der nicht verebte, sondern mit jedem Schlag ein wenig schlimmer zu werden schien. Jemand beugte sich über ihn und rief ununterbrochen seinen Namen, aber er war nicht in der Lage zu erkennen, wer, geschweige denn, ihm zu antworten. Die Welt schien nur noch aus Geschrei, stampfenden Schritten und Hass zu bestehen. Irgendwo am Rande seines Gesichtsfeldes flackerte ein finsterer, massiger Umriss, der irgendwie der Quell all dieser Aufregung zu sein schien, und jetzt glaubte er auch Schmerzensschreie zu hören. André schloss die Augen, versuchte die grausame Pein in seiner Brust zu ignorieren und konzentrierte sich mit aller Macht, seine außer Rand und Band geratenen Sinne zu beruhigen und sich wieder zu halbwegs klarem Denken zu zwingen. Es gelang ihm, wenngleich nicht annähernd so leicht, wie er es gewohnt war, und nicht annähernd so schnell. Und dennoch, als er die Augen wieder öffnete, da hatte sich sein Blick geklärt, und die Geräusche und Bewegungen, die er wahrnahm, ergaben wieder einen Sinn. Das Gesicht über ihm gehörte Elena, die neben ihm auf die Knie gesunken war und ihn in einer Mischung aus Unglauben und grenzenlosem Entsetzen anstarrte. Ihre Hände waren blutig, von seinem Blut, und ihre Lippen stammelten immer wieder seinen Namen. Der Schatten links von ihm war niemand anderer als Abodun, jedenfalls zum Teil, denn er hatte sich auf dem Bretterboden zusammengekrümmt und die Arme vor das Gesicht gerissen, um sich vor den Schlägen und Tritten eines guten halben Dutzends Männer zu schützen, die erbarmungslos auf ihn eindroschen. Laurus stand schreckensbleich im Hintergrund und blickte vom Lünchmob zu André und wieder zurück. Unsicher versuchte er, sich auf die Ellbogen zu stemmen. Elena keuchte und das Entsetzen in ihren Augen flackerte zu neuer, noch höherer Glut auf. André, stieß sie hervor, um Himmels Willen, nicht bewegen. Sie versuchte ihn mit sanfter Gewalt zurückzudrücken, aber André schob sie ein Stück von sich fort und setzte sich auf. Seine Brust schmerzte noch immer und die unvorsichtige Bewegung wurde sofort von einem leisen Schwindelanfall geahndet, aber seine Kräfte kehrten jetzt rasch zurück. Es ist alles in Ordnung, sagte er. Unsinn! Elena schüttelte fast zornig den Kopf. Du bist schwer ver... Sie stockte und ihre Augen wurden groß. Aus dem Entsetzen in ihrem Blick wurde etwas anderes, als André das durchlöcherte Hemd aus der Hose zog und mit einem Ruck voll ins Zerriss, sodass die Haut darunter zum Vorschein kam. Seine Brust war unversehrt. Aber... Aber wie... Wie ist denn das? Stammelte sie. Es ist alles in Ordnung, sagte André noch einmal. Er fügte noch ein beruhigendes Lächeln hinzu, dann stand er auf und drehte sich zu den Männern herum, die immer noch auf Abudun einprügelten und traten. Aufhören! rief er. Zwei oder drei der Burschen ließen tatsächlich von ihrem wehrlosen Opfer ab, aber die anderen, allen voran der grobschlechtige Kerl, mit dem Abudun zuvor sein grausames Spiel getrieben hatte, droschen nur umso heftiger auf den Nubier ein. Erstaunlicherweise machte Abudun keinen Versuch, sich zu wehren. Er hatte sich zu einem Ball zusammengerollt und versuchte lediglich sein Gesicht und die empfindlichsten Körperteile vor den schlimmsten Treffern zu schützen. Aufhören, habe ich gesagt! schrie André noch einmal. Er wartete die Reaktion auf seine Worte gar nicht ab, sondern trat mit einem Schritt an Elena vorbei, packte zwei der jungen Männer gleichzeitig am Kragen und stieß sie grob davon. Ein dritter hielt in seinem Tun inne, wurde Kreide weiß vor Schreck und taumelte wie unter einem Schlag zurück, obwohl André ihn nicht einmal berührt hatte. Nur der große Bursche fuhr fort, mit beiden Fäusten auf Abudun einzudreschen. André gestattete ihm noch einen letzten Schlag, dann packte er ihn im Nacken und riss ihn grob zurück. »Bist du Taufkerl! Ich habe gesagt, es ist genug!« Er wirbelte den Burschen herum und ließ ihn los, darauf gefasst, sich selbst eines Angriffes erwehren zu müssen. Aber der junge Mann starrte ihn nur aus hervorquellenden Augen an. Plötzlich schien alle Kraft aus ihm zu weichen, und anstelle des rasenden Jähzorns, der bisher in seinen Augen gelodert hatte, breitete sich fassungsloses Entsetzen darin aus. »Beruhige dich!« sagte André. »Es war nur ein Trick!« Erst jetzt fiel ihm auf, dass es geradezu unheimlich still um sie herum geworden war. Die Schreie, das Kreischen und die wütenden Rufe waren verstummt. Selbst das Kind hatte aufgehört zu weinen. Er musste sich nicht herumdrehen, um zu wissen, dass sich alle Blicke auf ihn konzentrierten. Rasch kniete er neben Abudun nieder. »Alles in Ordnung?« fragte er. Abudun nahm stöhnend den Arm herunter und drehte sich auf den Rücken. Sein Gesicht war blutüberströmt und begann bereits anzuschwellen. Die Nase schien gebrochen, doch die Lippen waren aufgeplatzt und bluteten heftig. »Du hast ziemlich lange gebraucht,« knurrte er. »Eigentlich hätte ich sie gewähren lassen sollen,« zischte André. »Was sollte das, du Idiot? Nenn mir einen Grund, warum ich nicht zu Ende bringen soll, was die Menge begonnen hat.« Langsam richtete er sich auf, drehte sich herum und ließ seinen Blick über die Gesichter der Menge unten vor der Bühne schweifen. Was er sah, gefiel ihm nicht. Ganz und gar nicht. »Was hat das zu bedeuten?« murmelte Lauros irgendwo hinter ihm. André ignorierte ihn, trat an den Rand der Bühne und zog das Blutdurchtränkte und zerrissene Hemd aus. Mit bedächtigen Bewegungen knüllte er es zusammen und benutzte es dann, um sich das Blut vom Körper zu wischen. Er ging dabei viel bedächtiger zu Werke als nötig, und als er fertig war, breitete er die Arme aus und drehte sich langsam einmal um seine Achse, auch wenn er es bisher gar nicht für möglich gehalten hätte. Es wurde noch stiller. Jeder dort unten schien buchstäblich das Atmen vergessen zu haben. »Ihr braucht keine Angst zu haben«, sagte er mit ruhiger, weitschallender Stimme. »Ich bin nicht verletzt, und was ihr gesehen habt, das war nur eine kleine Kostprobe der uralten Magie des Orients.« Einige Sekunden lang blieb er völlig reglos stehen, dann verbeugte er sich tief, machte einen Schritt rückwärts und deutete mit der linken Hand auf den Nubia, der sich unsicher neben ihm aufrichtete und deutlich weniger würdevoll als André den Ärmel seines Mantels dazu benutzte, um das Blut abzuwischen, das noch immer aus seiner Nase strömte. »Aboudun, der Vater des Todes!« Für einen schier unendlich langen Moment hätte man eine Nadel fallen hören können. Dann aber begann irgendjemand zu applaudieren, ein Zweiter tat es ihm gleich, und plötzlich schien das ganze Lager unter dem tosenden Applaus der Menge zu erbeben. Pfiffe und Hurra-Rufe wurden laut. André atmete erleichtert auf. Der Moment der Gefahr schien gebannt, und anscheinend hatte er den Ton des prahlerischen Marktschreis gut genug getroffen, um die Menge davon zu überzeugen, dass sie nur Zeuge eines besonders gelungenen Taschenspielertricks geworden war. Und dennoch ließ sich André von der allgemeinen Begeisterung nicht täuschen, denn er sah, dass mitnichten alle Zuschauer applaudierten. Der eine oder andere stand immer noch wie gelähmt da und starrte ihn aus großen Augen an, und auf mehr als einem Gesicht entdeckte er argwohnen. Ja, sogar pure Angst. So wartete er noch einige Momente, ehe er sich zu Aboudun umwandte und ihm im Vorübergehen zuraunte. »Ich will dich sprechen, in meinem Wagen, sofort!« Aboudun bläckte die blutverschmierten Zähne zu einem Grinsen, wofür André sie ihm am liebsten auf der Stelle eingeschlagen hätte. Mit einem Ruck fuhr er herum, sprang von der Bühne und eilte zu seinem Wagen. Er kam nicht dazu, mit Aboudun zu reden, jedenfalls nicht so, wie er es vorgehabt hatte, und nicht an diesem Abend. Sowohl die Zuschauer als auch die Anwesenden Sinti hatten ihm teils Respekt, teils angstvoll Platz gemacht, als er auf seinen Wagen zuschritt, und tatsächlich war Aboudun ihm schon nach wenigen Augenblicken gefolgt. Aber er war nicht allein gekommen, sondern in Begleitung von Laurus und Elena. Und Laurus hatte die folgenden Minuten damit zugebracht, so lautstark herumzutoben, dass man ihn zweifellos im ganzen Lager hören konnte, und André und Aboudun mit derart fantasievollen Schimpfworten belegt, dass selbst der Nubia ein paar Mal überrascht die Augenbraue gehoben hatte. Und es wurde nicht besser. Laurus schien nicht die Absicht zu haben, sich irgendwann beruhigen zu wollen, sondern brüllte sich ganz im Gegenteil immer mehr in Rage, bis es schließlich selbst Elena zu viel wurde und sie ihm besänftigend eine Hand auf den Unterarm legte. Laurus schüttelte sie unwirsch ab, aber er verstummte und presste für einen Moment die Kiefer so fest aufeinander, dass man seine Zähne knirschen hören konnte. Dabei sah er Aboudun und André wütend und herausfordernd zugleich an. Und jetzt will ich wissen, was das alles zu bedeuten hat, sagte er schließlich. Er hatte diese Frage in den zurückliegenden Minuten mindestens zehnmal gestellt, allerdings ohne ihn die Gelegenheit, zu einer Antwort zu geben. Jetzt aber wartete er sichtlich darauf und, auch wenn seine Stimme leiser geworden war, so hatte sich doch ein neuer Ton hineingeschlichen, der André deutlich machte, dass es besser war, darauf einzugehen, und zwar auf eine Art, die Laurus überzeugte. Das war nur ein Trick, sagte er. Euer Sohn hat es doch selbst gesagt, Laurus. Aboudun ist ein großer Zauberer. Wir haben Rumbug, zischte Laurus auf eine Art, die ihn trotzdem irgendwie schreien ließ. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich habe genau das gesehen, was ihr sehen solltet, unterbrach ihn Aboudun. Er tauschte einen berätenden Blick mit André und fuhr dann mit einem Lächeln fort. Es war nichts als ein Taschenspielertrick, Laurus. Genau wie Andreas sagt. Taschenspielertrick, hörte Laurus. Ich bin weder dumm noch blind, Muselmann. Ich habe schließlich gesehen, wie dein Schwert ihn aufgespießt hat. Ihr habt gesehen, was ihr zu sehen erwartet habt, Laurus, sagte André. Glaubt uns, es war nichts als ein Trick, wenngleich ein wirklich guter. Eigentlich wollten wir ihn erst morgen Abend zum Besten geben, fügte Aboudun ihn zu. Aber dann erschien mir der Moment günstig, ihn erst mal vor einem nicht ganz so großen Publikum zu probieren. Ein Trick, fragte Laurus noch einmal. Er sah Elena an, erntete nur ein hilfloses Achselzucken, dann Aboudun und schließlich André. Das ist nicht wahr. Natürlich ist es wahr, behauptete André und ließ seine linke Hand auf die völlig unversehrte Haut seines nackten Oberkörpers klatschen. Ich stehe ohne einen Kratzer vor euch, oder? Schweineblut, ein präpariertes Schwert und eine flinke Hand sind alles, was nötig ist, um das Auge zu täuschen. Vor allem dann, wenn es getäuscht werden will. Er lächelte flüchtig. Ich dachte, dass ihr das am besten wisst. Humbug, sagte Laurus wieder. Ihr habt völlig recht, Andreas. Ich weiß, wie leicht man getäuscht werden kann. Und eben darum ist es nicht leicht, mich zu täuschen. Jedenfalls nicht so. Also verkauft mich nicht für dumm. Also gut, ich gebe es zu, sagte André und waren sich vor gespielter Zerknirschung. Ihr habt uns durchschaut, Laurus. Abudun und ich sind wirkliche Zauberer. Er schmunzelte. Das ist nicht komisch, sagte Elena. Andrés lächelnd erlosch. Das soll es auch nicht sein, sagte er. Was wollt ihr jetzt von mir hören, Laurus? Die Wahrheit oder irgendeine Ausrede, die besser zu dem passt, was ihr euch selbst schon zurechtgelegt habt? Es war ein Trick. Dann verratet mir, wie er funktioniert, verlangte Laurus. Bevor André antworten konnte, stieß Abudun ein leises Lachen aus. Aber ich bitte euch, Laurus, sagte er. Welcher Magier hätte je seine Tricks verraten? Was ist ein Geheimnis wert, wenn man es jedem, der danach fragt, zugleich offenbart? Laurus schwieg eine geraume Weile. Sein Blick irrte unsicher zwischen Abudun und André hin und her, aber schließlich wandte er sich dem Nubier zu. Ihr beiden müsst völlig verrückt sein, sagte er. Wenn ihr lügt, dann, weil ihr euch wirklich einbildet, ich würde das glauben. Und wenn ihr die Wahrheit sagt, dann noch mehr. Wieso? fragte Abudun. Könnt ihr euch auch nur vorstellen, was alle, die uns gerade zugesehen haben, ihren Freunden, Verwandten und Nachbarn in der Stadt erzählen werden? Ja, das kann ich nur zu gut, sagte Laurus bitter. Spätestens morgen werden sie in Scharen hierher strömen, fuhr Abudun fort. Ihr könnt an Eintritt verlangen, so viel ihr wollt. Jeder wird jeden Preis zahlen, um den Mann zu sehen, der den Tod besiegt. Laurus starrte ihn fassungslos an. Großer Gott, ich befürchte, du meinst das ernst, murmelte er. Als er sich zu André umdrehte, wirkte er plötzlich unendlich müde. In fast flehendem Tonfall fuhr er fort. Vielleicht sollte ich dem Muselmann nicht böse sein, denn anscheinend weiß er es nicht besser. Aber von euch, Andreas, hätte ich mehr Vernunft erwartet. Könnt ihr auch nur erahnen, was geschieht, wenn Schulz und dieser, dieser Handmann von dem hören, was hier heute Abend passiert ist? Oder wenn sie es gar selbst sehen? André schwieg und hielt Laurus blickgelassen stand. Aus den Augenwinkeln sah er, wie Abudun gekonnt den Verdutzten spielte und mit einem Ausdruck der Überraschung die Augen aufriss. Aber, aber, sagte Laurus und nickte, Gott im Himmel, wir können froh sein, wenn sie mit einer Hundertschaft Soldaten hierher kommen und uns nur peinlich verhören, statt gleich das Lager anzuzünden und zuzusehen, wie wir verbrennen. Ihr und euer, euer närrischer Freund, Andreas, ihr habt uns … Er rang sichtlich um Worte, schien aber nicht imstande, seinem Entsetzen Ausdruck zu verleihen und wandte sich abrupt um. Ich muss nachdenken, sagte er. Grundgütiger Gott, was habt ihr nur getan? Mit diesen Worten stürmte er fast fluchtartig aus dem Wagen. Elena sah ihm traurig nach, blickte dann zu André und schien etwas sagen zu wollen. Doch dann beließ sie es bei einem Kopfschütteln und folgte ihrem Mann. André wartete einen Moment, dann ging er zur Tür, um sich davon zu überzeugen, dass niemand vor dem Wagen stand und sie belauschte. Schließlich drehte er sich zu Abudun herum und sah ihm fest ins Gesicht. Der riesige Nubia lehnte lässig an der Wand, die Arme vor der Brust verschränkt, ein dünnes Lächeln umspielte seine Lippen. Ist dir eigentlich klar, was du getan hast? fragte André. Er sprach sehr leise, flüsterte fast. Er wollte schreien, wollte wütend werden. Ja, er wünschte sich fast die Kraft zu haben, um sich auf Abudun zu stürzen und auf ihn einzuschlagen. Aber in ihm war nur kaltes Entsetzen und ein Zorn von bisher nie dagewesener Qualität, der auch nicht weichen würde, wenn er seinen Gefühlen gewaltsamen Ausdruck verlieh. Ich habe dich gewarnt, sagte Abudun ebenso leise und ebenso ernst. Er lächelte nicht mehr. Aber du hast mir ja keine andere Wahl gelassen. Keine andere Wahl als was? fragte André. Aller Welt mein Geheimnis zu offenbaren? Statt deiner Antworten nahm Abudun die Arme herunter und begann im Wagen auf und ab zu gehen. Laurus hat recht, weißt du, sagte er schließlich. Spätestens morgen werden unsere Freunde aus der Stadt hier erscheinen und sie werden wissen wollen, wie unser kleines Zauberkunststückchen funktioniert. Er blieb stehen und lächelte André zu. Ich fürchte sogar, sie werden ziemlich nachdrücklich darauf bestehen, dass wir ihnen das Geheimnis verraten. Du weißt genau, dass ich das nicht kann. Abudun hob die Schultern. Dann bleibt uns nur noch ein einziger Ausweg. Er machte eine Kopfbewegung zur Tür. Brechen wir sofort auf oder warten wir, bis alle Zuschauer nach Hause und deine Freunde schlafen gegangen sind. Du bist wahnsinnig, sagte André. Weißt du, was du getan hast? Dafür gesorgt, dass wir von ihr verschwinden, sagte Abudun ruhig. Es sei denn, du findest Gefallen an dem Gedanken, die Attraktion von heute Abend in den nächsten beiden Wochen Tag für Tag zu wiederholen. Wer weiß, vielleicht werden wir wirklich reich mit diesem Kunststück. Doch wenn du mich fragst, wird uns das eher auf den Scheiterhaufen bringen. Du hast die ganze Sippe hier zum Tode verurteilt, sagte André leise. Um Himmels Willen, Abudun, ist dir das nicht klar? Weißt du nicht, was passiert, wenn sie morgen kommen und nach uns suchen und wir sind nicht mehr hier? Sie werden Lauros, Elena und jeden Einzelnen der Familie vor die Inquisition schleifen und auf den Scheiterhaufen werfen. Ach was, sagte Abudun leicht hin. Sie werden ein paar unangenehme Fragen beantworten müssen, werden die ganze Schuld auf uns schieben. Vermutlich auch das, was diesem Simpel von Müller und deinem Freund dem Pfaffen zugestoßen ist. Und dann wird man sie davonjagen. Niemand wird zu Schaden kommen. Und wenn doch, was macht er schon? Wir werden ja ohnehin nichts davon erfahren, nicht wahr? rief André aufgebracht. Er war fassungslos. Er hatte Abudun nie als sonderlich gefühlsbetonten Mann kennengelernt und schon gar nicht als jemanden, der übermäßig viel Rücksicht auf das Schicksal anderer nahm. Immerhin hatte der Nubier in den ersten Jahrzehnten seines Lebens nicht schlecht davon gelebt, Menschen zu verkaufen. Und dennoch fiel es ihm schwer zu glauben, dass Abudun das Leben dutzender Unschuldige aufs Spiel setzen wollte, nur um seinen Willen durchzusetzen. Ich gehe und sattle die Pferde, sagte Abudun. In einer Stunde bin ich fort. Und wenn du auch nur eine Spur von Verstand hast, dann begleitest du mich. André trat widerspruchslos zur Seite, um ihn vorbeizulassen. Und er sagte auch nichts, als Abudun den Wagen verließ und mit schnellen Schritten in der Dunkelheit verschwand. Irgendwie fiel es ihm immer noch schwer zu glauben, was er gerade selbst erlebt hatte. Das war nicht der Abudun, den er kannte. Das war nicht einmal der Abudun, den er einmal gekannt hatte. Und das Allerschlimmste war, der Freund hatte recht. Sie konnten nicht länger hierbleiben. Nicht nach dem, was Abudun getan hatte und dessen all diese Menschen Zeugen geworden waren. Müde ließ er sich auf die Bettkante sinken, verbarg das Gesicht in den Händen und versuchte, Klarheit in seine Gedanken und Gefühle zu bringen. Aber es gelang ihm nicht. Je angestrengter er es versuchte, desto verwirrter und hilfloser fühlte er sich. Es war, als hindere ihn etwas daran, geordnet zu denken und zu erkennen, was in dieser Situation zu tun war. Ein Geräusch bei der Tür riss ihn in die Wirklichkeit zurück. André ließ die Hände sinken, darauf gefasst, Laurus oder einen seiner Stiefsöhne zu erblicken, möglicherweise auch Abudun, der zurückgekommen war, um noch ein wenig Salz in seine Wunden zu reiben. Aber er konnte nur einen Schatten erkennen, der auf unheimliche Weise fast keine Substanz zu haben schien, als ob selbst das Mondlicht, das durch die Fenster hereinströmte, seine Berührung fürchtete. Doch noch bevor sie den ersten Schritt auf ihn zutat, erkannte er ihren Duft und den vertrauten Rhythmus ihres Atems. Elena, murmelte er, warum bist du zurückgekommen, du? Du solltest nicht hier sein. Hier ist der einzige Ort, an dem ich im Moment sein sollte, erwiderte Elena und kam auf ihn zu. Er hörte das Rascheln von Stoff und auch bevor sie ihn ganz erreicht hatte, ließ sie das Kleid von den Schultern gleiten und trat mit einem einzigen Schritt vor ihn. Nicht, murmelte André. Er schloss die Augen und ballte die Hände fest zu Fäusten, aber es nutzte nichts. Auch mit geschlossenen Augen sah er sie vor sich stehen, wie sie war, nackt und verlockend und in ihrer ganzen unbeschreiblichen Schönheit. Es war der unpassendste aller nur denkbaren Momente, aber André war hilflos gegen das, was sie in ihm auslöste. Nein, sagte er trotzdem. Elena, nicht jetzt, ich bitte dich. Es gibt keinen Grund zur Furcht, sagte Elena. Sie war jetzt ganz nah, aber sie berührte ihn nicht, sondern schob sich anmutig an ihm vorbei, um sich auf der schäbigen Bettstadt hinter ihm auszustrecken, die allein dadurch plötzlich zum prunkvollen Lager einer Königin wurde. Mach dir keine Sorgen, Liebste. Laurus wird nicht kommen. Er hatte nicht einmal an Laurus gedacht, aber plötzlich spielte das keine Rolle mehr. Er konnte auch nicht mehr sagen, woran er gedacht hatte und was auf der Welt überhaupt noch wichtig war. Lächelnd drehte er sich zu ihr herum und schloss sie in seine Arme. Wieder war er eingeschlafen, doch als er diesmal erwachte, war es noch nicht Tag und Elena lag noch immer in seinen Armen. Ihr gleichmäßiger Atem verriet, dass sie schlief, aber ihr Körper schien wie im Fieber zu glühen und, seltsam genug, André fühlte sich zwar ebenso ausgelaugt und erschöpft wie beim letzten Mal, nachdem sie sich geliebt hatten, doch er konnte sich an keine Einzelheiten erinnern, weder daran, was noch wie oft sie es getan hatten. Er spürte nur, dass Zeit vergangen war, deutlich mehr als die Stunde, die Abudun ihm gegeben hatte, und eigentlich sollte er bei diesem Gedanken erschrecken oder zumindest ein schlechtes Gewissen haben, doch weder bedauerte er noch begrüßte er den Gedanken, dass er die Frist hatte verstreichen lassen und Abudun jetzt vermutlich schon nicht mehr hier war. Behutsam versuchte er sich aufzusetzen und seinen Arm unter Elenas Schultern hervorzuziehen, doch so vorsichtig er dabei auch zu Werke ging. Elena schlug erschrocken die Augen auf und sah ihn einen Moment so verwirrt an, als müsse sie sich erst darauf besinnen, wo sie war. Dann aber erschien ein strahlendes Lächeln in ihren Augen. Sie setzte sich auf und griff nach seiner Hand. Ein Moment lang hielt er sie einfach nur fest, dann berührte sie flüchtig seine Fingerspitzen mit den Lippen und glitt mit einer fast schwerelos wirkenden Bewegung aus dem Bett, um sich nach ihrem Kleid zu böcken. André sah schweigend zu, wie sie sich anzog, und er war fast sicher, dass sie einfach gehen und ihn allein lassen würde wie gestern, aber stattdessen wandte sich Elena noch einmal um und nahm neben ihm auf der Bettkante Platz. Er wollte sich aufsetzen, doch sie legte die gespreizten Finger ihrer linken auf seine Brust und drückte ihn mit sanfter Gewalt zurück. Ihr Blick litt über seinen Körper und blieb auf der Brust in Höhe des Herzens hängen. »Nicht der geringste Kratzer?«, sagte sie kopfschüttelnd. »Wenn ich es nicht besser wüsste, dann könnte ich glauben, dass du wirklich ein Zauberer bist.« »Weißt du es denn besser?«, fragte André. »Weiß ich es besser?« Nicht zum ersten Mal war André gefährlich nah daran, Elena einfach die Wahrheit zu sagen, ihr zu offenbaren, wer und was er war und warum sie wirklich hierher gekommen waren. Doch stattdessen sagte er, »Wenn es hier ein Zauberer gibt, dann wüsst du das.« »Aber was habe ich denn getan?«, fragte Elena mit einem unschuldigen Augenaufschlag. »Wenn ich das wüsste,« erwiderte André, »nie zuvor hat mich eine Frau so sehr in ihren Bann geschlagen wie du. Vielleicht bist du noch nie einer richtigen Frau begegnet.« Sie lachte, und eigentlich sollte André in dieses Lachen einstimmen, denn natürlich war es nichts anderes als eine scherzhafte Bemerkung, um ihn zu necken. Und doch war etwas daran, das ihn schaudern ließ. »Vielleicht,« sagte er nur. »Ja.« Wieder sah sie auf seine Brust. »Verrätst du mir, wie er das macht?«, fragte sie. »Ich glaube nicht,« sagte André, »du hast doch gehört, was Abu Doun zu Lauras gesagt hat. Was ist ein Geheimnis wert, wenn man es jedem offenbart, der danach fragt?« »Willst du damit sagen, ich wäre jeder?«, fragte Elena lachend. »Nein,« versicherte André, »aber es ist kompliziert, nicht so einfach zu erklären, und jetzt erhob die Schultern. Jetzt ist nicht der richtige Moment. Vielleicht später.« »Wenn du es jemandem verrätst, dann mir,« beharrte Elena. Sie beugte sich noch einmal vor, berührte die Stelle, an der Abu Douns Schwert seinen Körper durchbohrt hatte, mit den Lippen und stand dann mit einer fast hastigen Bewegung auf. »Ich sollte jetzt wirklich gehen,« sagte sie. »Ich habe Lauras erzählt, ich wäre bei Anker. Manchmal bleibe ich lange bei ihr, aber heute ist kein normaler Tag, und er könnte am Ende doch misstrauisch werden, wenn ich zu lange fortbleibe.« »Und wenn er zu Anker geht, um nach dir zu suchen?«, fragte André. Elena schüttelte energisch den Kopf. »Lauras geht niemals zu Anker.« André erhob sich, griff nach seinen Kleidern und begann, sich anzuziehen, auch wenn er selbst gar nicht genau wusste, warum. Er war, wenn auch auf eine sehr wohltuende Art, unendlich müde. Aus einem Grund, der ihm selbst nicht ganz klar war, wollte er nicht schlafen. »Warum heißt dein Mann Anker eigentlich so?«, fragte er. Elena, die schon fast auf halbem Wege zur Tür gewesen war, blieb noch einmal stehen und wandte sich zu ihm um. Er konnte sehen, wie es hinter ihrer Stirn arbeitete, und er war sicher, auch diesmal nur eine ausweichende oder gar keine Antwort zu bekommen, doch er täuschte sich. »Du weißt, wer Anker ist, oder?«, fragte sie. »Eure Puridan,«, sagte André, auch wenn ich gestehe, dass ich nicht ganz genau weiß, was das ist. »Sie ist die Hüterin unseres Wissens,« sagte Elena. »Jede Sinti-Familie hat ihre ehrwürdige Frau. Sie erzählt die Geschichten der Alten, die Legenden unserer Vorzeit, aber sie lehrt uns auch alles über die Kräfte der Natur und die geheime Magie unserer Vorfahren.« »Was du mir über den Wald und seine Stimme erzählt hast, das weißt du von ihr?«, fragte André. Seltsamerweise huschte ein Schatten von Trauer über Elenas Gesicht. »Ja,« sagte sie, »das und noch so vieles mehr, und doch gibt es noch so viel mehr, was ich von ihr lernen muss.« »Du?« »Sie mag alt geworden sein und sicher auch ein wenig wunderlich,« antwortete Elena. »Es ist nicht leicht, mit ihr auszukommen. Das war es nie. Anker war niemals ein wirklich guter Mensch, auch nicht, als sie noch jung war.« »Und deshalb mag dein Mann sie nicht?«, fragte André. »Hatte Angst, dass sie ihm den Rang streitig macht?« Seine Frage schien Elena noch trauriger zu stimmen. Sie sah eine Weile an ihm vorbei ins Leere, und als sie fortfuhr war, ihre Stimme noch leiser geworden. »Es gibt immer eine Puritan. Es liegt an dem, was sie sind und wissen, dass sie meistens sehr alt werden, wenn auch selten so alt wie Anker. Ihr Wissen darf nicht verloren gehen. Deshalb gibt es auch immer eine Nachfolgerin, die von der Puritan ausgebildet und unterrichtet wird, wenn sie ihre Zeiten anfühlt. Und diese Nachfolgerin...« »Bist du,« vermutete André. Er war nicht überrascht. Nichts anderes hätte Sinn gemacht. Elena nickte. »Noch nicht, aber ich werde es sein, wenn Anker stirbt, und ich fürchte, es wird nicht mehr sehr lange dauern.« »Und das ist der Grund, aus dem Laurus Anker so sehr hasst?«, wunderte sich André. »Die Puritan ist unantastbar,« sagte Elena. »Laurus wird mich verlieren, wenn Anker stirbt und ich ihre Nachfolgerin werde. Kein Mann darf die Puritan berühren, niemand, der nicht unseres Blutes ist, mit ihr reden oder ihr auch nur nahe kommen. Deshalb hasst er sie.« André starrte sie unglaublich an. »Du meinst...« »Ich meine...«, unterbrach ihn Elena mit trauriger, aber auch sehr fester Stimme, »dass es eine große Ehre für mich ist, diese Aufgabe zu übernehmen, die vielleicht die wichtigste ist, die es bei uns gibt. Aber ich werde einen Preis dafür zahlen müssen.« »Einen sehr hohen Preis,« sagte André erschüttert. »Ja,« antwortete Elena, »aber ich werde mich nicht beklagen. Das Wohl unseres Volkes zählt mehr als das eines einzelnen Menschen, und auch Laurus weiß das. Er wird nicht versuchen, mich daran zu hindern, und ich glaube, er hasst sich selbst für die Gefühle, die er Anker entgegenbringt. Er ist kein schlechter Mensch, Andreas, und auch wenn er es manchmal, wie ich zugeben muss, gut zu verbergen weiß, er ist ein sehr kluger Mann. Aber er ist auch ein Mann, und er kann nicht aus seiner Haut.« »Er liebt dich,« sagte André. »Vielleicht mehr, als du ahnst,« antwortete Elena. »Vielleicht sogar mehr, als ich ahne, aber er weiß, dass es eines Tages so weit kommen wird.« André schwieg. Elenas Worte hatten ihn zuerst überrascht, dann erschreckt und schließlich zornig gemacht. Aber keines dieser Gefühle war wirklich berechtigt. Plötzlich schien alles, was er jemals über sie und Laurus gedacht hatte, keine Gültigkeit mehr zu besitzen. Wie konnte er für einen Mann, der eine Frau wie Elena besaß und wusste, dass sie ihm genommen werden würde, irgendetwas anderes empfinden als Mitleid? Und Elena? André spürte plötzlich einen bitteren, harten Kloß im Hals, der ihm den Atem abschnürte. Wie oft schon hatte er Geschichten, wie diese gehört. Wie oft schon hatte er miterlebt, dass Menschen für ihren Glauben nicht nur ihr Leben, sondern unendlich viel mehr zu Opfern bereit waren. Er hätte ihr sagen können, dass fast alle es bereut hatten, dass es die große Wichtigkeit, von der sie träumt, nicht gab. Aber er schwieg. Auch das hatte er zu oft erlebt. Er hatte nicht die Macht, einen Menschen vor sich selbst zu retten. Und er hatte nicht das Recht, Elena die einzige Lüge, die ihr half, das vor ihr liegende Schicksal zu akzeptieren, zu nehmen. Als hätte sie seine Gedanken gelesen, lachte Elena plötzlich leise auf. Jetzt schau nicht zu traurig. Noch ist es nicht so weit. Anke ist zäh und ganz nebenbei auch viel zu stur, um uns allen den Gefallen zu tun, jetzt schon zu sterben. Und dass ich bis dahin nicht unberührbar bin, solltest du mittlerweile wissen. André stimmte in ihr Lachen ein, aber es war nicht echt, und als sich Elena erneut zum Gehen wandte, versuchte er nicht, sie zurückzuhalten. Kaum war er allein, da brach die Müdigkeit wieder mit aller Macht über ihn herein, als hätte sie wie eine lauernde Spinne in ihrem Netz gewartet, bis Elena gegangen war. Seine Lieder wurden schwer, sein Kopf sank nach vorne, und er spürte, dass er im Begriff war, im Sitzen einzuschlafen. Doch statt dem fast übermächtigen Bedürfnis nachzugeben, straffte er sich, stand auf und verließ den Wagen. Es war spät in der Nacht. Irgendwo am anderen Ende des Lagers brannte noch ein Feuer, eine flackernde rote Insel aus zurückweichender Helligkeit in der Schwärze einer Neumondnacht, und er konnte sogar noch Elena Schritte hören, die sich rasch entfernten. Darüber hinaus aber hatte sich absolute Stille über dem Lager ausgebreitet. André blieb eine Weile reglos stehen, atmete die kühle, sauerstoffreiche Nachtluft und kämpfte die Müdigkeit nieder. Dann wandte er sich nach links und ging zu Abuduns Zelt. Obwohl er längst wusste, was er vorfinden würde, war er enttäuscht, als er die Plane zurückschlug und das Lager verlassen fand. Also war Abudun diesmal wirklich gegangen. Er hatte damit gerechnet, und doch hatte er sich bis zum letzten Moment an die widersinnige Hoffnung geklammert, der Nubier hätte sich eines Besseren besonnen, und auf ihn gewartet. Vielleicht wäre er tatsächlich mit Abudun aufgebrochen, nicht aus Überzeugung, sondern einfach, weil die Dinge so waren, wie sie nun einmal waren, und weil ihm dieses letzte Gespräch mit Elena klargemacht hatte, dass es auch für sie keine Zukunft gab. Auch nicht, wenn Abuduns Irrsinnstat von heute Abend nie stattgefunden hätte. Ja, vielleicht wäre er mit ihm gegangen. Aber Abudun hatte ihm die Entscheidung abgenommen. Traurig und von einer Mutlosigkeit erfüllt, die sich wie ein schleichendes Gift in seinem Herzen auszubreiten begann, ging er zu seinem Wagen zurück. Es war Bason, der ihn am nächsten Morgen weckte. Ziemlich unsanft und alles andere als in guter Stimmung. Ohne zu dem von flirrendem Sonnenlicht erfüllten Fenster sehen zu müssen, wusste André, dass mindestens zwei, wenn nicht mehr Stunden verstrichen waren, seit die Nacht sich zurückgezogen hatte. Er hatte entsetzliche Kopfschmerzen, schlimm genug, um ihm die Tränen in die Augen zu treiben und Basons Gesicht hinter einem grauen Schleier auseinanderfließen zu lassen. Und im ersten Moment versuchte er gar nicht erst, sich zu bewegen, denn er wusste, dass er es nicht gekonnt hätte. Er fühlte sich unendlich schwach. »Andreas, ich bitte dich«, rief Bason heftig an seiner Schulter rüttelnd. »Wach auf!« Bason schrie fast und in seiner Stimme war ein Ton, der André sagte, dass irgendetwas Schlimmes passiert sein müsse. Und eigentlich hätte er wissen müssen, was. Aber es fiel ihm sonderbar schwer, sich an den vergangenen Abend zu erinnern und noch schwerer an die Nacht danach. Elena war zu ihm gekommen, das wusste er noch, aber mehr nicht. »Andreas, es ist wirklich wichtig«, sagte Bason. »Was ist los mit dir? Bist du krank?« Irgendwie raffte André die letzte Energie zusammen, um den Kopf zu schütteln und sich halb aufzusetzen. Aber danach musste er sekundenlang reglos sitzen bleiben, um neue Kraft zu sammeln. Er fühlte sich ausgelaugt, und obwohl er stundenlang geschlafen hatte, war er buchstäblich zum Umfallen müde. »Was ist denn los?«, murmelte er. »Was willst du?« »Laure, schick mich«, antwortete Bason. »Dieser Schulz ist gekommen.« André hob langsam den Kopf und fuhr sich mit dem Handrücken über die tränenden Augen. »Schulz?«, fragte er verständnislos. »Ich weiß nicht, was passiert ist«, antwortete Bason. Er wirkte verstört, beinahe ängstlich. »Aber irgendetwas muss passiert sein. Laurus ist sehr aufgeregt. Er sagt, du sollst sofort kommen.« »Meinetwegen«, sagte André. Er versuchte aufzustehen, sank mit einem seufzenden Laut zurück und griff dankbar nach Basons Hand, die dieser ihm auch sogleich entgegenstreckte. Selbst mit Hilfe des jungen Sinti gelang es ihm kaum auf die Füße zu kommen, und als er endlich stand, da wankte er vor Benommenheit und Schwäche. Seine Lippen waren aufgeplatzt und fühlten sich an, als hätte er seit einer Woche nichts mehr getrunken, und obwohl Basons Stimme keinerlei Zweifel daran aufkommen ließ, wie ernst seine Worte gemeint waren, war André einen Moment lang versucht, sich einfach wieder auf das Bett sinken zu lassen und weiter zu schlafen. »Bist du krank?«, fragte Bason noch einmal, und jetzt im Ton ehrlicher Besorgnis. »Nein«, antwortete André, »ich fühl mich nicht gut, aber ich glaube, ich hab einfach zu wenig geschlafen und vielleicht zu viel getrunken.« Er machte einen Schritt. »Bring mich zu Laurus.« »So?« Bason riss die Augen auf. André sah ihn einen Moment lang verständnislos an, dann blickte er an sich herab und stellte erst jetzt fest, dass er nackt war. »Nun denn,« sagte er, »warte noch einen Augenblick.« Er begann mit umständlichen, noch immer schlaftrunkenen Bewegungen seine Kleider zusammenzusuchen, schlüpfte in Hose und Stiefel und hob schließlich das zerfetzte und blutdurchtränkte Hemd auf. Ein Moment lang betrachtete er die zerrissenen Überreste des Kleidungsstückes stirnrunzelnd, dann ließ er es mit einem Seufzen zu Boden fallen und sagte, »Ah, das war mein letztes Hemd.« »Ich geb dir eins von mir,« sagte Bason, »aber jetzt komm bitte, es ist wirklich wichtig.« Er ging zur Tür und trat unruhig auf der Stelle, bis André sich endlich erhob und ihm folgte. Er hob schützend die Hand vor die Augen, als er in das grelle Sonnenlicht hinaustrat. Ein vorsichtiger Blick in den Himmel sagte ihm, dass er seine erste Schätzung korrigieren musste. Die Sonne war aufgegangen, aber es konnte kaum länger als eine Stunde her sein, und im Lager herrschte etwas, das André nur als stille Aufregung bezeichnen konnte. Er hörte weder ein lautes Wort, noch sah er eine hektische Bewegung, aber er konnte die Anspannung spüren, die von den Menschenbesitz ergriffen hatte. »Was ist passiert?« fragte er. Die Bewegung tat ihm gut. Sein Kreislauf kam allmählich in Schwung, und aus der lähmenden Müdigkeit wurde Benommenheit, immer noch unangenehm, aber beherrschbar. Bason hob hilflos die Schultern. »Ich weiß es nicht genau,« sagte er. »Zuerst dachte ich, es hätte was mit gestern Abend zu tun, mit dem, was dein Freund und du getan habt, aber jetzt bin ich nicht mehr sicher.« Sie durchquerten das Lager mit schnellen Schritten. Als sie näher kamen, sah André einen der beiden Bewaffneten, in deren Begleitung Schuld schon einmal hergekommen war, in eindeutig drohender Haltung vor Lauros Wagen stehen. Der andere war vermutlich mit seinem Dienstherren drinnen. André wollte den Wagen unverzüglich ansteuern, aber Bason schüttelte den Kopf, deutete verstohlen auf eine Lücke zwischen zwei der großen Wohnwagen und sagte, »Warte hier! Ich bring dir ein Hemd! Ruhe dich nicht von der Stelle!« André tat, wie Bason ihn geheißen hatte, ohne den Sinn dieser Anweisung wirklich zu verstehen. Offensichtlich wollte Bason nicht, dass der fremde Krieger ihn ohne Hemd sah, als ob das irgendetwas ausmachte. Aber er wartete geduldig, bis Bason wiederkam. Er trug ein einfaches weißes Hemd und eine zusammengefaltete Weste über dem Arm. Fast unwirsch forderte er André auf, beides anzuziehen und hob schließlich wenig begeistert die Schultern. »Naja, schließlich willst du nicht auf Brautschau gehen!« André sah an sich herab und musste gestehen, dass Bason durchaus Recht hatte. Das Hemd war ihm um etliches zu klein, er sah einfach nur lächerlich darin aus, und die Weste, in die er sich zusätzlich gezwängt hatte, machte es auch nicht besser. Bason gab ihm jedoch keine Gelegenheit, irgendetwas zu sagen, sondern steuerte nun mit schnellen Schritten den Wagen seines Stiefvaters an. Der Wachtposten davor wollte ihm den Weg verwehren, aber Bason wedelte unwillig mit der linken Hand und deutete mit der anderen auf André. »Das ist Andreas«, sagte er, »dein Herr wollte ihn sprechen!« Der Krieger trat nicht sofort zur Seite, sondern musterte André mit versteineter Miene. Schließlich deutete er ein Kopfnicken an und gab wortlos den Weg frei. Bason machte keine Ansteiten, den Wagen zu betreten, und sah André nur auffordernd an. Nach kurzem Zögern betrat André den Wagen und erlebte eine Überraschung. Er hatte gewusst, dass Lauros auf ihn wartete und ebenso Schulz, und er hatte auch geahnt, dass der zweite Krieger wieder mit verschränkten Armen vor der Tür Wache hielt. Womit er nicht gerechnet hatte, war die vierte Person im Raum. Es war Pater Flock. Sein Anblick erschreckte André. Der junge Geistliche saß zusammengesunken und mit auf der Tischplatte aufgestützten Armen zwischen Schulz und Lauros. Sein Gesicht war grau, zumindest das, was man davon erkennen konnte, denn sein Kopf, aber auch die Wangen und das Kinn verbargen sich unter einem fest angelegten Verband. Dennoch konnte man erkennen, dass sich die hässlichen Schnittwunden darunter offensichtlich entzündet hatten. In Flocks Augen lag ein fiebriger Glanz, und die Hände, die er fest auf die Tischplatte presste, zitterten leicht. »Pater Flock«, entfuhr es ihm, »was tut ihr hier? Seid ihr wahnsinnig geworden?« »Schweigt«, sagte Schulz scharf. »Was fällt euch ein, in diesem Ton mit einem Mann der Kirche zu reden?« André wollte antworten, aber Flock hob rasch die Hand. »Ist schon gut«, sagte er. »Ich bin sicher, Andreas war nur erschrocken, mich hier zu sehen.« Schulz funkelte erst ihn, dann André an, und Laurus deutete mit einer herrischen Geste auf den einzigen noch freien Stuhl am Tisch. André nahm wortlos Platz. »Wie geht es euch?«, fragte er in jetzt wieder beherrschtem Ton und an Flock gewandt. »Ich würde lügen, wenn ich sagte gut«, antwortete Flock, »aber so schlecht, wie ihr anzunehmen scheint, nun auch wieder nicht. Aber es ist verrückt, den anstrengenden Ritt hierher zu wagen«, sagte André. »Wollt ihr euch umbringen?« Ein dünnes, nicht besonders überzeugendes Lächeln erschien auf Flocks rissigen Lippen. »Meine Zeit ist noch nicht gekommen, Andreas«, sagte er, »und so wie die Dinge liegen, musste ich hierher kommen, auch in eurem Interesse.« »Das ist genug«, sagte Schulz. »Ihr werdet mir ein paar Fragen beantworten, Andreas, und ihr werdet es sofort tun und ohne Ausflüchte.« »Wenn ich es kann«, antwortete André. Er versuchte, einen Blick mit Laurus zu tauschen, aber der Sinti wich ihm aus. Er wirkte niedergeschlagen. »Das hoffe ich für euch«, sagte Laurus. »Es könnte sein, dass euer Leben von diesen Antworten abhängt, Andreas, und möglicherweise nicht nur eures.« »Ich nehme an, es geht um gestern Abend«, sagte André. Schulz schwieg. Sein Blick wurde lauernd. »Ich weiß nicht, was man euch erzählt hat, Schulz«, sagte André, »aber wenn ihr den armen Pater Flock mitgebracht habt, um euch davon zu überzeugen, dass es nichts mit Hexerei oder schwarzer Magie zu tun hat, dann habt ihr ihm den anstrengenden Weg umsonst zugemutet. Ich versichere euch, es war nur ein Taschenspielertrick.« »Den ihr mir zweifellos verraten werdet«, vermutete Schulz. »Das könnt ihr nicht im Ernst erwarten«, erwiderte André lächelnd. »Ihr wisst doch, dass wir Gaukler unsere Tricks niemals verraten.« »Das Einzige, was ich wirklich weiß, Andreas«, sagte Schulz leise, »ist, dass ihr bestimmt kein Gaukler seid, so wenig wie euer schwarzer Freund.« Seine Stimme wurde eine Spur kälter. »Ich bin nicht hierher gekommen, um meine Zeit zu vergeuden, Andreas, und auch nicht, um mich mit euch über Taschenspielertricks zu unterhalten.« »Weshalb dann?«, fragte André. »Es hat einen weiteren Toten gegeben«, sagte Laurus leise. André fuhr überrascht zu dem Sinti herum. »Wann, wo?« »Heute Nacht«, sagte Laurus, »und nicht einmal weit von hier.« »Und was haben wir damit zu schaffen?«, fragte André zögernd. »Das frage ich euch«, antwortete Schulz. »Vielleicht nichts, vielleicht aber auch alles.« »Bedankt euch bei Pater Flock, dass ich euch und euren Freund nicht gleich in Ketten legen lasse. Er hat sich für euch eingesetzt, auch wenn ich nicht verstehe, warum. Trotzdem muss ich darauf bestehen, dass ihr uns in die Stadt begleitet, und dieser, dieser Abudun ebenfalls. Abudun ist in diesem Punkt ein wenig vernünftiger als ihr, Andreas«, fiel ihm Schulz ins Wort. »Ich habe bereits mit ihm gesprochen. Er hat nichts dagegen, uns zu begleiten und sich einer Befragung zu stellen. Solltet ihr tatsächlich uneinsichtiger sein als ein Mann, der aus dem Land der Heiden und Wilden kommt?« »Abudun?«, entfuhr es André. »Er ist...« Er brach ab und hätte sich am liebsten auf die Lippen gebissen. »Abudun war zurückgekehrt?« »Ja«, fragte Schulz. »Nichts«, sagte André hastig. »Ich war nur überrascht, weil...« Er wurde unterbrochen, als jemand an die Tür klopfte und eintrat, ohne eine Antwort abzuwarten. Im ersten Moment erkannte er nur einen schwarzen Schatten gegen das gleißene Sonnenlicht, das hereinströmte. Dann wäre er um ein Haar erneut erschrocken zusammengefahren, als er Elena identifizierte. Aus irgendeinem Grund versetzte ihn die Vorstellung, dass sie mit Schulz oder Flock reden könnte, beinahe in Panik. Auch Lauro schien nicht besonders angetan davon zu sein, seine Frau zu erblicken. Er runzelte die Stirn und schien etwas sagen zu wollen, aber Schulz brachte ihn mit einer befehlenden Geste zum Schweigen. »Wer ist das?« fragte er. »Ich bin Elena«, antwortete Elena. »Laures Weib.« »Was tust du hier?« fragte der Wachtposten kalt. »Lasst sie«, sagte Schulz. »Ich hätte euch ohnehin gebeten, sie zu rufen. Ich möchte mit eurem Weib reden.« »So wie ich mit euch«, erwiderte Elena. Sie deutete herausfordernd auf André. »Ich habe gehört, ihr verdächtigt Andreas und seinen Freund der Hexerei. Das ist doch lächerlich.« Zu André's Überraschung schwieg Schulz sowohl zu diesen Worten, als auch zu dem herausfordernden Ton, in dem Elena sie vorgebracht hatte. Lauro schien ein bisschen blasser zu werden, als er ohnehin schon war, und den Ausdruck in Flocks Augen vermochte er gar nicht erst zu deuten. »Du solltest jetzt«, begann Lauro, wurde aber von Schulz mit einer energischen Geste unterbrochen. »Es ist gut, Lauro. Ich wollte ohnehin mit eurem Weib reden.« Larus' Gesicht verfinsterte sich ob dieser Demütigung, aber er sagte nichts mehr. Schulz fuhr fort. »Sobald wir fertig sind, geh und warte draußen, Weib.« André war nicht überrascht über Elenas Reaktion. Er wäre es eher gewesen, wäre sie anders ausgefallen. »Ich bin keine Dienstmagd«, sagte sie kühl. »Ich lasse mich nicht hinausschicken, schon gar nicht aus meinem eigenen Heim.« Diesmal fiel es Schulz sichtbar schwerer, die Fassung zu bewahren. Aber zu Andres Überraschung reagierte er nicht zornig, sondern starrte Elena nur eine Weile an, und am Ende war er es, der das Blickduell verlor und wegsah. »Wenn es hier jemanden gibt, der den Wagen verlassen sollte«, fuhr Elena fort, »dann dieser Kirchenmann.« Die Art, in der sie das letzte Wort aussprach, ließ es zu nichts anderem als eine Obszönität werden, und Schulz sah mit einem Ruck hoch, seine Augen wurden schmal. »Übertreib es nicht, Weib«, sagte er. Elena öffnete den Mund zu einer Antwort, doch in diesem Moment mischte sich Pater Flock ein. »Lasst sie, Schulz«, sagte er. »Sie hat ja recht«, Schulz blinzelte. »Wie?« »Wir sind uneingeladen und gegen ihren Willen hier. Es ist ihr gutes Recht, uns die Tür zu weisen, und ich wollte sowieso nach draußen. Ich fühle mich nicht gut. Vielleicht brauche ich ein wenig frische Luft«, erwandte sich an André. »Würde es euch etwas ausmachen, mich nach draußen zu begleiten, Andreas?« »Natürlich nicht«, sagte André schnell. Er stand auf und ging dem Geistlichen entgegen. Pater Flock stützte sich schwer auf seinen dargebotenen Arm und brauchte sichtbar all seine Kraft, um sich in die Höhe zu stemmen. Seine Haut war heiß und fühlte sich trocken und rau an. André begriff immer weniger, warum Flock die Mühe auf sich genommen hatte, in seinem Zustand den weiten Weg hier herauszumachen. Sie verließen den Wagen. Auf der Treppe nahm André Flock kurzerhand auf die Arme, ohne auf seinen ohnehin nur symbolischen Protest zu achten, und er stellte ihn erst wieder ab, als sie den Platz vor dem Wagen überwunden und im Schatten eines der anderen Gefährte angekommen waren. Die Hitze war mörderisch, und schon bei der kleinsten Bewegung hatte André das Gefühl, dass ihm am ganzen Leib der Schweiß ausbrechen musste. Wie Pater Flock auf die Idee kam, hier draußen frische Luft schnappen zu wollen, war ihm ein Rätsel. Aber er war auch ziemlich sicher, dass es ohnehin nur ein Vorwand gewesen war. »Ich danke dir, Andreas«, sagte Flock. Er lehnte sich mit einem erschöpften Seufzer gegen das rauhe Holz des Wagens und schloss für einen Moment die Augen. Hier draußen, im gnadenlosen Licht der Sonne, sah er noch schwächer und erbarmungswürdiger aus. »Ihr müsst einen verdammt guten Grund haben, hierher zu kommen«, sagte André ernst. »Ihr setzt euer Leben aufs Spiel. Das ist euch doch klar, oder?« »Es gibt Dinge, die sind wichtiger als das Leben eines unbedeutenden Mönchs«, antwortete Flock. »Zum Beispiel?« »Vielleicht das Seelenheil vieler«, antwortete Flock. »Ihr müsst fort, Andreas. Ihr müsst, ihr müsst diese Leute verlassen, schnell, noch heute.« »Und ihr riskiert euer Leben oder zumindest eure Gesundheit, um mir das zu sagen?«, fragte André verwirrt. »Etwas Schlimmes wird geschehen«, fuhr Flock unbeeindruckt fort. Offensichtlich wollte er nicht auf seine Frage antworten. »Irgendetwas geht hier vor, Andreas. Der Teufel hat seine Hand nach uns ausgestreckt. Ich habe seine Helfer gesehen.« Gegen seinen Willen sah André sich rasch nach allen Seiten um. Wie, um sich davon zu überzeugen, dass ihnen auch niemand zuhörte. »Ihr meint diese Kinder?« »Das waren keine Kinder«, protestierte Flock. »Das waren seelenlose Geschöpfe, Boten der Hölle.« »Übertreibt ihr da nicht ein wenig«, sagte André. Er zwang sich zu einem Lächeln. »Glaubt mir, es gibt eine Menge Eltern, die ihre Kinder für kleine Teufel halten, und manche nicht einmal zu Unrecht.« »Ihr wisst, dass es so ist«, sagte Flock ernst. »Sie sind hier. Sie haben irgendetwas mit diesen Menschen hier zu tun, und ich glaube, sie wollten euch. Ich hatte nur das Pech, ihnen zufällig zu begegnen.« André wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er sah Flock nur an und versuchte, sich über seine eigenen Gefühle klar zu werden. Er war noch immer weit davon entfernt, einem Mann im Büßergewand Ehrlichkeit oder gar ein gutes Herz zuzubilligen, und dennoch war ihm klar, dass Flock die Wahrheit sagte. Vielleicht war er die berühmte Ausnahme von der Regel. »Und was soll ich eurer Meinung nach tun?« »Flieht«, sagte Flock. »Nehmt euren Freund den Heiden und und flieht. Diese Dämonen sind euretwegen hier, das spüre ich. Wenn ihr bleibt, dann beschwört ihr ein großes Unglück herauf, ein Unglück für uns alle.« »Und wenn wir fliehen, dann wird Schulz das als Eingeständnis unserer Schuld werden,« antwortete André ruhig. »Laurus und alle anderen hier müssten dafür bezahlen.« Flock schüttelte schwach den Kopf. »Schulz ist ein vernünftiger Mann und er hört auf mich. Ich werde ihn davon überzeugen, dass diese Menschen hier unschuldig sind. Vielleicht wird er sie davonjagen, aber das ist auch alles.« »Ich verstehe euch nicht, Flock«, sagte André, »und das war ehrlich gemeint. Wenn ihr wirklich glaubt, was ihr da sagt, wenn ihr wirklich wisst, wer ich bin, dann müsstet ihr mich doch hassen.« »Aber es reicht doch, wenn ihr euch selbst hasst, Andreas«, antwortete Flock ruhig. Er versuchte zu lächeln, aber sein zerschnittenes Gesicht machte eine Grimasse daraus. »Ich bin nicht so uneignützig, wie ihr glaubt, Andreas. Vielleicht muss man eine verlorene Seele verschonen, um viele andere zu retten.« »Ich kann das nicht«, sagte André zu seiner eigenen Überraschung. Alles, was Flock gesagt hatte, klang nicht nur vernünftig, sondern deckte sich auch auf schon fast unheimliche Weise mit dem, was er selbst in den letzten Tagen gedacht hatte. Aber er begriff auch, warum es für ihn im Moment einfach nicht möglich war, von ihr wegzugehen, und sollte es tatsächlich sein Leben kosten. Elena. Von hier vorzugehen bedeutete, Elena zu verlieren, und das war etwas, was ihm im Moment schlimmer erschien als der Tod. »Du wirst deine Freunde nicht schützen können«, sagte Flock. »Auch nicht, wenn du hier bleibst, aber vielleicht gerade nicht, wenn du bleibst.« »Was meint ihr damit?« Flock zögerte. Erst nach einer geraumen Weile sagte er leise. »Es sind Soldaten auf dem Weg hierher.« »Und?« »Und?« fragte André, als Flock nicht weitersprach. »Einige meiner Brüder.« Er klang gequält. Plötzlich hatte er nicht mehr die Kraft, Andres Blick standzuhalten. »Aber sie sind nicht ... Sie sind nicht wie ich.« Andres Blick verdüsterte sich. »Die Inquisition.« Flock nickte stumm. »Wer?« Wollte André wissen, als ob diese Frage noch eine Antwort bedurft hätte. »Schulz hat versucht, es zu verhindern«, sagte Flock. »Er ist ein harter Mann, aber kein Dummkopf. Er weiß, dass die Inquisition nur Leid bringt, auch und manchmal gerade denen, die sie zu beschützen vorgibt. Aber nachdem Handmanns Mühle niedergebrannt ist ...« »Wie bitte?« unterbrach ihn André. »Die Mühle ist niedergebrannt?« »Gestern Abend«, bestätigte Flock, »während ihr alle hier gefeiert habt.« »Dann kann es keiner von uns gewesen sein«, sagte André. »Wir waren alle hier.« Flock machte ein abfälliges Geräusch. »Es sollte mich nicht wundern, wenn Handmann sie selbst angezündet hat, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Einer seiner Söhne ist losgeritten, um den zuständigen Inquisitor zu benachrichtigen, und es kann nicht mehr lange dauern, bis sie hier sind. Vielleicht heute Abend schon, spätestens, aber morgen früh.« Er schnaubte. »Wenn es darum geht, den Teufel mit Feuer und Schwert auszutreiben, sind meine Brüder meist sehr schnell.« Schon die bloße Erwähnung des Wortes »Inquisition« reichte aus, um in André auch noch den allerletzten Rest von Sympathie auszulöschen, die er für den Junggeistlichen empfunden haben mochte. Flock mochte ja annehmen, dass er gar nicht wusste, mit welcher Mischung von Hass und Furcht ihn die Erwähnung von Dämonen und dem Teufel erfüllten, aber das stimmte nicht. André wusste sehr wohl, was in diesem Moment in dem Junggeistlichen vorging. Nun hatte er längst aufgehört, an den Teufel zu glauben. Für ihn hatte der Teufel ein Gesicht und trug ein Gewand, und seine Schargen nannten sich nicht Dämonen oder höllische Heerscharen, sondern Inquisition. »Ist euch klar, dass es euren Tod bedeuten kann, wenn jemand erfährt, dass ihr uns gewarnt habt?« »Ich glaube fest daran, dass ich das Richtige tue,« antwortete Flock. »Und wenn es so ist, dann wird mich Gott beschützen.« »Verzeiht, wenn ich in diesem Punkt skeptisch bin, hochwürden,« sagte André spöttisch, »aber ich habe leider andere Erfahrungen gemacht.« Flock sah ihn sehr ernst an. »Ich werde dich nicht fragen, was man dir angetan hat,« sagte er, »aber mir ist klar, dass es etwas Schlimmes sein muss. Lass nicht zu, dass anderen noch schlimmeres Unheil geschieht, nur weil man dir so große Schmerzen zugefügt hat.« Das Geräusch schwerer Schritte, die rasch näher kamen, hielt André davon ab zu antworten. Er drehte sich herum und zog überrascht eine Augenbraue hoch, als er Abudun erkannte. Der Nubier hatte sich mittlerweile aller Verbände entledigt und trug wieder seinen gewaltigen schwarzen Turban, der ihn noch größer und beeindruckender erschienen ließ, als er ohnehin schon war. Und als ob sein ebenholzschwarzes Gesicht nicht schon finster genug wirkte, gab er sich alle Mühe, André und Flock abwechselnd fast drohend anzustarren. »Löst ihr gerade alle Probleme dieser Welt, oder hat dein neuer Freund dich überredet, dich endlich taufen zu lassen und in Zukunft in einem Kloster zu leben?« fragte er. André antwortete nicht gleich, obwohl ihm eine wütende Entgegnung auf der Zunge lag. Abudun wollte ihn reizen, aber diese Worte hatten eine andere Qualität als die kleinen Sticheleien, die praktisch zu ihrem täglichen Umgangston gehörten. Das, was Abudun Flock gerade und gewiss nicht unabsichtlich verraten hatte, war gefährlich. Was versprach er sich davon, die Lage noch zu verschlimmern? Aber auch Flock schwieg dazu und sah den Nubier mit einem schwer deutbaren Gesichtsausdruck an. Schließlich stieß er sich ächzend vom rauen Holz des Wagens ab und begann, sich mit schleppenden Schritten zu entfernen. Andrés erster Impuls war ihm nachzueilen, um ihn zu stützen. Stattdessen aber blieb er stehen, bis Flock außer Hörweite war, und drehte sich dann langsam zu Abudun herum. Was sollte das? fragte er. Unschuldige, sagte Abudun hämisch. Habe ich die beiden Turteltäubchen in einem entscheidenden Moment gestört? André schluckte auch die Entgegnung auf diese Bemerkung herunter, obwohl es ihm immer schwerer fiel, nicht einfach zu explodieren. Es schien, Abudun wollte genau das erreichen, und André hatte keine Ahnung warum. Wo warst du heute Nacht? fragte er. Heute Nacht? Abudun hob die Schultern. In meinem Zelt, wo sonst? Nein, das warst du nicht, sagte André. Gewiss, beharrte Abudun. Im Gegensatz zu dir habe ich leider keine Zeugen, sodass du schon mit meinem Wort Vorlieb nehmen musst, Hexenmeister. Nachdem du mich ja praktisch rausgeworfen hast, habe ich mich betrunken und schlafen gelegt. Ich war in deinem Zelt, sagte André ernst. Du warst nicht da. Unsinn, widersprach Abudun. Vielleicht war ich kurz draußen, um die Blumen zu düngen, aber ich habe das Lager nicht verlassen. Obwohl du mir praktisch ein Ultimatum gestellt hast? Abudun verschränkte die Arme vor seiner Brust. Manchmal ändert man eben seine Meinung, sagte er. Auch wenn du es nicht verdienst, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich bleiben muss, um dir wieder einmal den Hals zu retten. Jetzt frag mich nicht nach dem Grund. Und anscheinend habe ich einen Narren an dir gefressen. André wollte antworten, aber in diesem Moment fiel ihm etwas auf. Geschlagene fünf Sekunden lang starrte er Abudun nur wortlos und mit wachsender Verwirrung an. Dann fragte er. Was ist mit deinem Hals? Mein Hals? Der Nubi erhob die linke Hand und tastete mit den Fingerspitzen über seine Kehle. Was soll damit sein? Nichts? Eben, sagte André. Plötzlich lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken. Du, du hast nicht die geringste Schramme. Dabei habe ich dir gestern einen tüchtigen Schnitt beigebracht. Tja, dann war er wohl doch nicht so tief, wie du vorgehabt hast, erwiderte Abudun. Es tut mir ja leid, dass ich nicht wirklich schwer verletzt bin, aber ich … Du weißt verdammt genau, was ich meine, unterbrach ihn André. Die Wunde ist nicht etwa gut verheilt? Sie ist einfach nicht mehr da. Du wirst dich getäuscht haben, sagte Abudun. Irrte sich André oder klang seine Stimme ein bisschen unsicher? Ich erinnere mich auch nicht, dass du mich geschnitten hast. Vermutlich war es dein eigenes Blut, ist ja sehr weit genug herumgespritzt. Diese Ausrede war so dünn, dass sie schon fast lächerlich wirkte. Aber André war nicht zum Lachen zumute. Erneut und noch heftiger rann ihm ein eisiger Schauer den Rücken hinab. Was ging hier vor? Ja, vielleicht hast du recht, sagte er leise. Vielleicht habe ich mich … getäuscht. Aber er wusste, dass das nicht stimmte. Er hatte ihn verletzt, ziemlich übel sogar, und der Nubier war an dieser Nacht nicht in seinem Zelt gewesen. Warum belog ihn Abudun? Er spürte, was immer er jetzt sagte, er würde die Situation nur noch verschärfen. Abudun würde ihm nicht antworten und André wusste, dass er eine weitere Herausforderung nicht mehr wortlos hinnehmen würde. Und er spürte noch etwas. Wenn es diesmal zum Streit zwischen ihnen käme, würde es nicht bei einem harmlosen Geplänke bleiben. Und plötzlich wusste er, wer ihm seine Fragen beantworten konnte. Er musste nicht lange suchen, um Rasern und Basern zu finden. Die Zwillinge lungerten wohl eher von Neugier als von Sorge getrieben ganz in der Nähe herum und sahen immer wieder wie zufällig in Richtung des Wagens, in dem Laurus gerade mit Schulz verhandelte. Schon als André sie nur von Weitem sah, begann sein Zorn zu verrauchen. Und da war wieder diese Stimme in seinem Kopf, die ihn fragte, warum er eigentlich so wütend auf diese beiden Jungen war. Die es doch ganz gewiss nicht böse mit ihm meinten und ihn, wenn überhaupt ganz bestimmt nicht mit heimtückischer Absicht in die Irre geführt hatten, sondern eher aus ungeschick oder allenfalls falsch verstandenem jugendlichem Abenteuersinn. André gestattete sich nicht, auf sie zu hören. Er beschleunigte seine Schritte und rannte schon fast, als Bason seine Gegenwart zu spüren schien und sich zu ihm umdrehte. Auch sein Zwillingsbruder hob den Kopf und blickte in André's Richtung. Und es war seltsam. Es sollte umgekehrt sein, aber mit jedem Tag, den er in Gegenwart der Zwillingsbrüder verbrachte, fiel es ihm schwerer, sie zu unterscheiden. Selbst wenn sie direkt nebeneinander standen und noch dazu unterschiedliche Kleidung trugen, wie jetzt, wäre nicht der mittlerweile schmutzige Verband an Basons Hand gewesen. André wäre nicht sicher gewesen, wen er vor sich hatte. Andreas, begrüßte ihn Bason, ein strahlendes Lächeln erschien auf seinem Gesicht und er machte Anstalten, André entgegenzugehen. Ich habe mich schon gefragt, André packte ihn mit der linken Hand am Kragen und klammerte mit der anderen seine Hand und schleifte ihn einfach mit sich. Bason ächzte vor Überraschung und auch sein Bruder riss unglaublich die Augen auf. Andreas, was soll das um Himmels Willen? stöhnte Bason. Er hatte Mühe, die Worte überhaupt herauszubringen, denn André's Griff war so fest, dass ihm sein eigener Hemdkragen fast die Luft abschnürte. André selbst erging es kaum besser. Er hasste sich für das, was er tat, und es fiel ihm immer schwerer, Bason festzuhalten und sein ebenso verzweifeltes wie sinnloses Strampeln und Wimmern zu ignorieren. Aber er zwang sich sogar dazu, noch fester zuzupacken und Bason in eine Lücke zwischen zwei großen Wagen zu zerren, wo er ihn schließlich mit solcher Wucht gegen die Wand rammte, dass dem Jungen Sinti die Luft wegblieb. Andreas, um Himmels Willen, was tust du? keuchte Rason hinter ihm. André ignorierte ihn, ließ endlich Basons Kragen los und griff mit der freigewordenen Rechten nach dem Verband an seiner Hand. Mit einem einzigen kräftigen Ruck riss er ihn herunter. Bason ächzte. André konnte hören, wie sein Bruder hinter ihm scharf die Luft einsog und mitten in der Bewegung erstarrte, und auch er selbst wich fast entsetzt zurück, obwohl er geahnt hatte, was er sehen würde. Nichts. Die Haut unter dem schmutzig gewordenen Verband war unversehrt. Basons Fleisch, das noch vor zwei Tagen von einem messerscharfen Stück Holz regelrecht zerfetzt worden war, wies nicht den mindesten Kratzer auf und war glatt und rosig wie die eines frisch gewaschenen Babys. Andreas, ich kann dir das erklären, stammelte Bason. Es ist nicht so, wie du denkst. Was denke ich denn? fragte André. Er erschrak fast selbst beim Klang seiner Worte. Er hatte leise gesprochen, jeglicher Zorn und alle Wut waren aus seiner Stimme gewichen und hatten dafür einer umso größeren Bitterkeit Platz gemacht. Es fiel ihm schwer, seinen Blick von Basons Hand loszureißen und dem Sinti in die Augen zu säen. Und es fiel ihm noch schwerer zuzugeben, dass alles, was er daran sah, eine tiefe Bestürzung und der Ausdruck des puren schlechten Gewissens war. Keine Heimtücke, kein Falsch und kein Hehl. Ich weiß, ich hätt es dir gleich sagen sollen, sagte Bason. Er war nervös. Ich wollte es, aber mir hat der Mut gefehlt. Um mir was zu sagen, fragte André. Dass du zu uns gehörst, antwortete Rason anstelle seines Bruders. André drehte sich nicht zu ihm herum. Du bist einer von uns, sagte Bason. Ich habe es sofort gespürt, gleich, als wir dich und deinen Freund draußen im Wald gefunden und hierher gebracht haben. Ich wollte es dir sagen, aber... Er rang einen Moment um Worte. Aber Elena war dagegen und und Laurus auch. Warum? fragte André. Weil Laurus uns hasst, sagte Rason hinter ihm. Und zugleich fürchtet er uns. Du bist nicht der Erste unserer Art, der hierher kommt, Andreas. Mit den meisten haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Wir waren nicht sicher, welche Absichten du verfolgst, stimmte ihm Bason zu. Es tut mir leid. Du musst glauben, dass wir dir nicht getraut haben, aber das stimmt nicht. Wir waren nur... nur vorsichtig. Einer von euch, wiederholte André leise. Und was genau? Seid ihr... Bason wich seinen Blick aus. Es wäre mir lieber, wenn du Elena diese Frage stellen würdest, sagte er. Ich bin nicht sicher, dass sie noch Gelegenheit hat, überhaupt irgendeine Frage zu beantworten, sagte André Hart. Die Männer aus der Stadt sind gekommen. Sie wollen Abudun und mich mitnehmen. Wenn ich schon in Ketten von hier weggeführt werde, dann möchte ich wenigstens wissen, warum. Niemand wird von hier weggebracht, sagte Rason. Schon gar nicht in Ketten. Mach dir keine Sorgen. André drehte sich nun doch zu ihm herum und maß ihn mit einem langen, nachdenklichen Blick. Er fragte nicht, was Rason mit diesen Worten gemeint hatte, sondern wandte sich wieder an seinen Bruder. Du hattest völlig recht mit den Fragen, die du Anker gestellt hast, Andreas, sagte Bason im Tonfall eines schlechten Gewissens plötzlich. Dieses Mädchen, nach dem du gesucht hast. Alessa? André nickte. Alessa, sagte Bason noch einmal. Sie war hier und Anker hat sofort erkannt, wer sie war. Sie und ihre Familie, wir erkennen einander, wenn wir uns sehen, weißt du? André hätte um ein Haar genickt, aber er unterdrückte den Impuls im letzten Moment. Seit er angefangen hatte, seine eigene Begabung, wenn es denn eine war und kein Fluch, zu erforschen, war auch er in der Lage, die Nähe eines anderen Unsterblichen zu spüren, und deutlicher, je mächtiger dieser war. Vielleicht war das auch der Grund, aus dem er Basons Behauptung, sie wären beide von der gleichen Art noch immer nicht traute. Selbst jetzt, da er den Beweis mit eigenen Augen gesehen hatte, fühlte er in Gegenwart der beiden Jungen Sinti nichts dergleichen. Abgesehen vielleicht von dem immer noch präsenten Gefühl einer tiefen Verbundenheit, die weit über bloße Sympathie hinausging. Was ist mit dir geschehen? fragte er. Das, was mit den meisten geschieht, antwortete Basan traurig. Sie sind gestorben, genau wie Anka gesagt hat, wie fast alle, die wir im Laufe der Jahre getroffen haben. André blickte verständnislos. Es gibt einige unter uns, die es als einen Segen betrachten, fuhr Basan fort, aber für die meisten ist es ein Fluch, und für die allermeisten bedeutet es den Tod. Er machte eine Kopfbewegung auf seinen Bruder, der hinter André stand. Wie alt würdest du uns schätzen, Andreas? André hob die Schultern. Er hatte sich nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wie alt die Zwillinge sein mochten, aber er glaubte nicht, dass es mehr als zwanzig Jahre waren, und nach kurzem Überlegen sagte er das auch. Basans Lächeln wurde noch bitterer. Wir sind einundfünfzig, Andreas, sagte er. Ich sogar eine Minute älter als mein Bruder. André schwieg. Wir hatten elf Brüder und fünf Schwestern, Elena nicht mitgerechnet, fuhr Basan fort. Sie alle sind gestorben, als sie vom Kind zum Mann oder zur Frau wurden, und ihre Zeit gekommen war. So geht es den meisten. Sie werden krank und sterben. Die, die Glück haben, schnell, aber bei manchen dauert es oft Jahre. Ihr seht nicht aus, als hättet ihr gerade erst den Schritt vom Kind zum Mann vollzogen, sagte André. Basan sah ihn leicht verwirrt an, antwortete aber trotzdem. Es ist an die vierzig Jahre her, wir sind nicht unsterblich, Andreas, nicht so wie du. Man kann uns töten, und wir altern. Er hob die Hand. Aber unsere Wunden heilen schneller, und wir altern viel langsamer als die anderen. Woher weißt du das? fragte André. Dass ich unsterblich bin. Von Anka, antwortete Basan. Sie hat es uns gesagt. Hat sie recht? André überlegte einen Moment und hob dann die Schultern. Er hätte den beiden sagen können, dass er selbst nicht annähernd so viele Jahre zählte wie sie, ja noch nicht einmal alt genug, um wirklich mit Sicherheit sagen zu können, ob er ebenfalls so langsam alterte wie die Zwillinge. Aber aus irgendeinem Grund schreckte er davor zurück. Und Elena? fragte er. Sie ist unsere Schwester, sagte Rason, die Älteste aus der Familie. Und jetzt quäle mich bitte nicht weiter. Geh zu Elena und frage sie selbst. Er versuchte zu grinsen, aber das Ganze geriet zu einer traurigen Grimasse. Sie kratzt mir die Augen aus, wenn ich dir verrate, wie alt sie wirklich ist. Was das angeht, ist sie eine ganz normale Frau, musst du wissen. Bitte frage sie selbst. Das werde ich tun, versprach André Düster. Verlass dich drauf. Ganz egal, was er noch vor Augenblicken gedacht hatte, und ganz egal, welche Folgen es haben mochte für ihn, für Elena und Laurus und alle anderen hier, André bewegte sich im Sturmschritt zurück zu Elenas und Laurus' Wagen, um sie auf der Stelle zur Rede zu stellen, ob Schulz und Flock nun dabei waren oder nicht. Hinter seiner Stirn tobte ein Chaos aus unterschiedlichsten Gefühlen, und er war sich noch nicht einmal selbst darüber im Klaren, welcher Art sie waren. Da waren Zorn und Enttäuschung, aber auch eine maßlose, an Raserei grenzende Hoffnung und noch vieles andere, Gefühle, die ihm zum Teil bis zu diesem Moment fremd gewesen waren und die ihm zum Teil Angst vor sich selbst machten. Vielleicht war er am Ziel seiner Suche angelangt, vielleicht aber auch an einer Weggabelung, deren Existenz er sich bisher nicht hatte eingestehen wollen. Und er hätte etwas wirklich Dummes und Folgenschweres getan, wäre in diesem Moment nicht die Tür des Wagens aufgegangen und Schulz, dicht gefolgt von Laurus und seinem bewaffneten Begleiter, herausgetreten. »Es ist alles in Ordnung, Andreas«, sagte Laurus, eine Spur zu laut und zu beiläufig, wie André fand. Er war sich nicht sicher, ob der Ausdruck in Laurus' Augen warnend, beruhigend oder fast schon flehend zu nennen war, aber er wollte ihm irgendetwas damit mitteilen. Vielleicht wäre er dennoch weitergegangen, doch als Letzte und in einem gehörigen Abstand zu den Anderen trat Helene aus dem Wagen und, was er in ihren Augen las, das war ein so tiefes Erschrecken und ein so verzweifeltes Flehen, dass er schlagartig begriff, dass sie nicht nur seine Absichten und seine Gedanken so mühelos erriet, als lese sie in einem aufgeschlagenen Buch, sondern auch, dass er im Begriff stand, einen vielleicht nicht wieder gut zu machenden Fehler zu begehen. Er hielt mitten im Schritt inne, starrte Elena für die Dauer eines endlosen, schweren Herzschlages an und zwang sich dann, den Blick von ihr loszureißen und sich wieder zu Laurus umzudrehen. Das Oberhaupt der Sinti-Familie bedeutete ihm ungeduldig, mit der linken Hand näher zu kommen und sah sich gleichzeitig nervös um. Seine Erleichterung, Pater Flock, in einiger Entfernung und offensichtlich unversehrt zu entdecken, war nicht zu übersehen. »Wo ist euer Freund, Andreas?«, fragte er. André sah sich überflüssigerweise nach Abudun um und hob die Schultern. »Vermutlich in seinem Zelt«, sagte er. »Dann seid ihr mir persönlich dafür verantwortlich, dass ihr auch dort bleibt«, sagte Schulz. »Oder zumindest hier im Lager.« André sah ihn verständnislos an, warf dann einen hilfesuchenden Blick in Lauros Gesicht und sah schließlich zu Elena hoch, die auf der mittleren Stufe der kurzen Holztreppe stehen geblieben war. Aber die Antwort, die er in ihren Augen zu lesen gehofft hatte, war nicht da. Aber ich dachte, bedankt euch bei den guten Leuten hier, sagte Schulz. »Sie haben mich davon überzeugt, dass eure Schuld noch keineswegs erwiesen ist. Wenn ihr mir euer Ehrenwort gebt, dass ihr und euer heidnischer Freund nicht versuchen werdet, das Lager zu verlassen oder gar zu fliehen, so verzichte ich darauf, euch mitzunehmen.« Er sprach langsam, fast schleppend, und auf seinen Zügen hatte sich ein Ausdruck leiser Verwunderung ausgebreitet, so als wüsste er selbst nicht genau, was er da sagte, oder zumindest warum. Dann fuhr er mit einer Kopfbewegung auf Lauros hinfort. »Sein Ehrenwort habe ich bereits. Wenn ihr mir eures gebt und es brecht, dann werde ich so reagieren, als hätte er es getan.« »Selbstverständlich«, antwortete André, obwohl ihn das, was Schulz sagte, vollkommen überraschte. »Könnt ihr auch für euren Freund sprechen?«, fragte Schulz. Noch vor wenigen Augenblicken hätte André nicht nur mit einem überzeugten Ja geantwortet, sondern ohne zu zögern sein Leben darauf verwettet, dass Abudun dieses in seinem Namen gegebene Versprechen auch einhalten würde. Jetzt war er nicht mehr so sicher. Dennoch nickte er und sagte, »Ja.« Aber sein Zögern schien gerade lange genug gewesen zu sein, um Schulz' Misstrauen zu wecken. Es dauerte lange, bis der grauhaarige Mann sich mit dieser Antwort zufrieden gab und seinerseits nickte. Er wirkte noch immer verwirrt, ja fast verstört, und André warf erneut einen fragenden Blick zu Elena hoch. Diesmal hielt sie ihm nicht stand, sondern ging mit schnellen Schritten weiter, wandte sich nach links und entfernte sich so schnell, dass sie nahezu schon rannte. »Pater Flock«, rief Schulz laut. Es verging nur ein Moment, bis der Geistliche zwischen den beiden Wagen auftauchte, in deren Schatten ihr Schutz vor der Sonnenglut gesucht hatte. André erschrak, als er ihn sah. War Flock auch vorhin schon so bleich gewesen? Es war schwer, bei einem Mann in seinem Zustand zu beurteilen, ob sich sein Aussehen noch verschlimmert hatte oder nur gleich geblieben war, aber André wäre nicht erstaunt gewesen, wäre Flock im nächsten Moment tot zusammengebrochen. Unendlich behutsam tastete er mit seinem Vampirsinn nach der Lebensflamme des jungen Predigers. Sie brannte noch, aber sie war schwach, und er wagte nicht zu beurteilen, wie lange das noch so blieb. »Ich bin hier«, sagte Flock. Er quälte sich ein Nicken in Schulz' Richtung ab und löste die Hand von der hölzernen Wand des Wagens, an der er sich bisher festgehalten hatte, mit dem Ergebnis, dass er wankte und zu stürzen drohte. André wollte rasch hinzustürzen, aber Schulz' Begleiter war schneller, trat mit einem Schritt neben Flock und führte ihn rasch, aber sehr behutsam zu einem der wartenden Pferde. Der schwerverletzte Mönch lehnte sich keuchend gegen den Sattel und drang einen Moment lang mit geschlossenen Augen nach Atem, bevor er die Schultern straffte und sich mit einer unendlich mühsam erscheinenden Bewegung noch einmal zu Schulz herumdrehte. »Ein weiser Entschluss«, sagte er, »ich bin sicher, dass Sie es nicht bereuen werdet, Schulz.« Die Worte waren vielmehr an André als an den grauhaarigen Mann aus der Stadt gerichtet, und sie waren auch vielmehr eine fast flehentliche Bitte als irgendetwas anderes. André war fast sicher, dass Schulz das mindestens so deutlich verstehen musste wie er, aber der Grauhaarige enthielt sich auch diesmal jeden Kommentars. Nur der verstörte Ausdruck auf seinen Zügen schien noch an Intensität zuzunehmen. »Verzeiht«, sagte André rasch und an Schulz gewandt, »aber ihr solltet nicht zulassen, dass er den weiten Weg zurückreitet, nicht in seinem Zustand und nicht bei dieser Hitze.« Schulz blickte ihn einen Moment lang an, als wäre Andrés Sorge um Flocks Gesundheit das allerletzte gewesen, womit er in diesem Moment rechnete. Dann aber nickte er. »Habt ihr einen Wagen?« »Selbstverständlich«, sagte Laurus, »ich lasse ihn sofort bereitstellen.« Er eilte davon, um Schulz' Wunsch nachzukommen, und André blieb allein und fast hilflos zurück. Alles in ihm schrie regelrecht danach, davon zu stürmen und Elena zu suchen, aber zugleich war er auch noch immer so verwirrt und alarmiert wie selten zuvor in seinem Leben. Er wusste einfach nicht, was er tun sollte. Schließlich spürte er Flocks Blick, drehte sich gezwungen ruhig herum und ging zu ihm hin. Der Krieger, der den Geistlichen zu seinem Pferd geführt hatte, folgte jeder seiner Bewegungen aus misstrauisch zusammengekniffenen Augen, und André musste nicht auf seine übermenschlichen Sinne zurückgreifen, um seine Feindseligkeit zu spüren. Er ignorierte den Mann jedoch und blieb einen Schritt vor Flocks stehen. »Ihr solltet hier nicht so in der Sonne stehen«, sagte er. »Warum wartet ihr nicht irgendwo im Schatten? Laurus wird sicher in ein paar Augenblicken zurück sein.« Flocks schüttelte den Kopf. Die Bewegung wirkte trotzig, wie die eines verstockten Kindes, das längst eingesehen hatte, dass es im Unrecht war und es nur nicht zugeben wollte. »Ihr müsst fort von hier, Andreas«, sagte er leise. »Irgendetwas Furchtbares wird geschehen. Ich spüre ein großes Unheil nahen. Fühlt ihr es denn nicht auch?« André war im Moment selbst nicht sicher, was er überhaupt fühlte. Er reagierte nicht. »Begleitet mich in die Stadt«, sagte Flocks. »Ich weiß nicht, ob ihr dort sicher seid, aber hier seid ihr es nicht. Ihr müsst es nur sagen, ein einziges Wort von mir genügt, und Schulz lässt euch mitkommen, und euren Freund auch, wenn ihr seinetwegen nicht fortwollt.« André antwortete auch darauf nicht, aber er fragte sich, ob Flock nicht gehört hatte, was Schulz gerade zu ihm gesagt hatte. Schulz hatte weder leise gesprochen, noch war Flock besonders weit entfernt gewesen. Wenn er seine Worte gehört hatte, dann musste ihm klar sein, dass er mit seiner Bitte André praktisch aufforderte, »Laurus und die anderen sind, die dem fast sicheren Tod zu überlassen.« Er weigerte sich, das zu glauben, und sah Flock nur schweigend und mit einem traurigen Kopfschütteln an. Es vergingen nur wenige Augenblicke, bis Laurus mit dem versprochenen Wagen zurückkam, dem gleichen Wagen, mit dem Flock schon einmal verletzt in die Stadt gebracht worden war. Laurus hatte die Ladefläche bereits mit strohgefüllten Säcken und Decken ausgepolstert, und André half ihm, aus einigen davon ein Sonnendach zu improvisieren, das Flock vor der schlimmsten Hitze schützen sollte. »Das ist Wahnsinn«, sagte er, während Laurus und er dem Geistlichen dabei halfen, sich auf die Ladefläche hinauf zu quälen. »Ihr solltet hierbleiben und erst am Abend zurückfahren. Wenn die Sonne untergegangen ist, lässt die Hitze rasch nach.« Flock hatte nicht die Kraft, sofort zu antworten. Erst als er sich auf der Ladefläche des Wagens ausgestreckt und einige Augenblicke lang mit geschlossenen Augen und keuchend nach Luft gerungen hatte, schüttelte er den Kopf und sagte, »Allmählich überschreiten eure Worte die Grenze zwischen Sorge und Beleidigung, Andreas. Der Weg ist nicht so weit und ich habe wichtige Aufgaben in der Stadt zu erledigen.« »Zu sterben?«, fragte André. »Flock zwang sich zu einem rauen Lachen.« »Wer weiß.« »Lass ihn«, murmelte Laurus. Die Sorge in seiner Stimme kam André so echt vor wie der Ausdruck auf seinem Gesicht. »Ich glaube, er beginnt zu fantasieren.« Er dachte einen Moment lang nach und wandte sich dann mit lauterer Stimme an Schulz, der ihnen zwar nachgekommen war, jedoch in drei oder vier Schritten Entfernung dastand und misstrauisch zu ihnen hochsah. »Warum überredet ihr diesen jungen Narren nicht, unsere Hilfe anzunehmen und bis Sonnenuntergang hier zu bleiben? Wir können ihn ebenso gut pflegen wie ihr.« »Nein«, sagte Schulz hart. »Ich habe ihn gewarnt. Es war seine Entscheidung, uns zu begleiten, und es ist auch seine Entscheidung, ob er hier bleibt oder sein Leben riskiert, indem er mit uns zurück in die Stadt kommt.« André resignierte. Das Gespräch begann sich im Kreis zu drehen, und er glaubte, Flock mittlerweile auch gut genug zu kennen, um zu wissen, dass er nicht nachgeben würde. Das Unheimliche war, dass er das Gefühl hatte, dass Flock recht hatte. Er konnte es nicht begründen. Es gab keinen Grund für diese Überzeugung, aber sie war da und schien mit jedem Atemzug stärker zu werden. Er überzeugte sich noch einmal sorgsam davon, dass Flock halbwegs bequem auf seinem Lager aus Kissen und Decken ruhte, dann sprang er vom Wagen und machte zwei Schritte zurück. Auf einen Wink von Schulz hin kletterte einer der beiden Bewaffneten auf den Kutschbock und griff nach den Zügeln, während der andere die Zügel der beiden jetzt überzähligen Reitpferde am hinteren Ende des Wagens befestigte. Schulz saß indessen auf, dirigierte sein Pferd so neben den Wagen, dass es zwischen ihm und Laurus und André stand, und blickte sie beide abwechselnd von der Höhe des Pferderückens herab eindringlich an. »Ihr habt gehört, was ich gesagt habe«, meinte er, »ihr könnt hierbleiben und euch im Bereich eures Lagers frei bewegen, aber ich lasse jeden in Ketten legen, der versucht, es zu verlassen.« »Ihr habt mein Ehrenwort«, sagte Laurus. »Was immer das wert sein mag«, antwortete Schulzblick. »Vielleicht lag es einfach daran, dass er jetzt wieder am Sattel saß und damit nicht nur größer, sondern auch auf schwer in Worte zu fassende Weise Ehrfurcht gebietender aussah, dass André den Eindruck hatte, er hätte schon wieder eine Menge von seinem früheren Selbstbewusstsein und seiner Ruhe zurückgewonnen. Dennoch war in seinen Augen noch immer ein leises, unstetes Flackern, ein Ausdruck von Verwirrung, der vergeblich nach einem Grund suchte. Ohne ein Wort des Abschieds ließ Schulz sein Pferd antraben, und der Wagen und der zweite Krieger schlossen sich ihm an. André wartete, bis sie das Lager zur Gänze durchquert und auf die Straße eingebogen waren. Dann wollte er sich herumdrehen und gehen, aber Laurus hielt ihn mit einer fast schon groben Bewegung am Arm zurück. »Wo willst du hin? Ich muss mit eurem Weib sprechen«, antwortete André. Er versuchte, sich loszureißen, aber Laurus hielt ihn mit erstaunlicher Kraft fest. André konnte sich nicht erinnern, jemals einen Ausdruck von solcher Entschlossenheit, aber auch nur noch mühsam unterdrücktem Zorn auf dem Gesicht des Sinti gesehen zu haben. »Reden«, fragte Laurus. »Was sonst?«, gab André kühl zurück. Er setzte dazu an, sich nun wirklich loszureißen, führte die Bewegung aber nicht zu Ende. Laurus würde ihn nicht loslassen. Er würde ihn zwingen müssen, und das wollte er nicht. Noch nicht. »Ich habe gewusst, dass mit dir das Unheil über uns kommt, Andreas«, sagte Laurus. »Schon im ersten Moment, als ich dich gesehen habe, habe ich es gespürt. Du bringst den Tod.« »Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz, wovon ihr redet«, erwiderte André. Ihm lagen schärfere, herausforderndere Worte auf der Zunge, aber er spürte den brodelnden Zorn des Sinti, eine Wut, die nur nach einem und sei es noch so kleinem Vorwand suchte, um auszubrechen. Er wollte keinen Kampf mit diesem Mann. Fast sanft griff er nach Laurus' Hand, löste seine Finger von seinem Arm und trat einen Schritt zurück. »Ich will wirklich nur mit Elena reden«, sagte er, »nicht mehr.« Laurus wich seinerseits einen Schritt vor ihm zurück, hob die Hand, die André gerade von seinem Arm gelöst hatte, und betrachtete endlose Augenblicke lang seine immer noch halb geöffneten Finger. Ein Ausdruck von Schmerz und Bitterkeit erschien in seinen Augen, den André im ersten Moment nicht verstand. Dann aber begriff er, dass er mehr getan hatte, als sich aus Laurus' Griff zu befreien. Er hatte ihn erniedrigt. Vielleicht mehr, als ihm das jetzt schon klar war, aber jedes Wort der Entschuldigung hätte die Situation nur noch schlimmer gemacht. Ohne ein weiteres Wort drehte er sich herum und ging. Elena wartete in seinem Wagen auf ihn. Sie hatte die Läden vorgelegt, das Bett gerichtet und die Decke zurückgeschlagen, aber sie stand vollkommen angekleidet und reglos wie eine Statue daneben, und sie war gewiss nicht gekommen, um dasselbe mit ihm zu tun wie in den vergangenen beiden Nächten. André war nicht einmal sicher, ob er ihr hätte widerstehen können. Nicht einmal jetzt. Ihr bloßer Anblick, wie sie so in den Schatten dastand, selbst kaum mehr als ein Schemen mit glänzendem Haar und bleichem Gesicht, löste sie ein Verlangen in ihm aus, wie er es nie zuvor gespürt hatte. Nicht einmal damals in jenem anderen, so unendlich weit zurückliegenden und doch unvergessenen Leben, in dem er seine erste und zugleich bisher wirklich einzige Liebe gefunden hatte. »Schließ die Tür«, sagte sie. André gehorchte. Nach dem gleißenden Sonnenlicht draußen waren seine empfindlichen Augen fast blind, und doch war es ihm, als sähe er Elena in allen Einzelheiten noch immer vor sich. Das Bild ihres verlockenden, so unendlich weiblichen Körpers hatte sich unauslöschlich in seine Gedanken eingegraben, wie mit Säure in seine Augen geätzt. »Laurus wird das nicht gefallen«, sagte er. Seine eigenen Worte kamen ihm absurd vor. »Laurus«, war im Moment gewiss ihr kleinstes Problem. »Was? Dass ich hier bin?« Elena lachte leise, aber es klang eher bitter. »Er weiß es. Er wusste es auch gestern und am Tag zuvor.« André war nicht einmal wirklich überrascht. Er nickte nur. »Wer hat es dir gesagt?«, fragte Elena. »Was? Dass du eine Hexe bist?« Die Worte taten ihm sofort wieder leid. Er hätte sich eher die Hand abgehackt, als das zu tun, was Elena verletzte, und eher die Zunge abgebissen, als ihr Schmerz zuzufügen. Und dennoch, so wie vorhin bei Barson, gelang es ihm diesmal, die fast übermächtigen Gefühle zurückzudrängen. Elena hatte ihn verzaubert. Ob tatsächlich mit Hexenkraft oder mit dem Zauber, der jeder normalen Frau zu eigen war, spielte keine Rolle. Er wusste überhaupt nicht mehr, was noch eine Rolle spielte und was nicht. Alles, was er wusste, war, dass Pater Flock recht gehabt hatte. Irgendetwas Entsetzliches würde passieren. Er konnte das Unheil spüren, wie die knisternde Spannung in der Luft vor einem schweren Sommergewitter, bevor sich die erste Wolke am Himmel zeigt. Er schluckte die Worte der Entschuldigung, die ihm über die Lippen kommen wollten, herunter, und sah Elena nur herausfordernd an. Und das glaubst du wirklich? Elena klang traurig. Dass ich, dass ich eine Hexe bin? Ich weiß es nicht, antwortete andere in gequältem Tonfall. Aber die Kaufleute in der Stadt, all diese Menschen, denen du dein Willen aufgezwungen hast, er suchte einen Moment nach Worten und räusperte sich, ehe er mit etwas klarerer, aber noch lange nicht fester Stimme fortfuhr. Noch vor einer halben Stunde hätte uns Schulz am liebsten an Händen und Füßen gefesselt und über einem Pferderücken liegend in die Stadt mitgenommen. Jemand hat ihn überzeugt, es nicht zu tun. Warst du es? Elena nickte. Lange Zeit, in Wahrheit nur Augenblicke, die sich aber für sie beide zu einer Ewigkeit dehnten, schwieg sie. Dann sagte sie leise. Du hast recht, Andreas. Ich vermag tatsächlich manchen Menschen meinen Willen aufzuzwingen. Nicht allen und längst nicht in dem Ausmaß, in dem du vielleicht annimmst, aber oft ist es leicht, andere dazu zu bringen, das zu tun, was ich möchte. So. So wie mich? fragte André bitter. Er konnte Elenas Gesicht in den Schatten, in denen sie stand, nicht sehen, aber er spürte, wie hart sie seine Worte trafen und der Schmerz, den allein dieses Begreifen in ihm auslöste, war entsetzlich. Dich? André war nicht sicher, ob das Geräusch, das Elenas Worte begleitete, ein leises Lachen oder ein unterdrücktes Schluchzen war. Nein. Ich habe mir niemals einen Mann so gefügig gemacht. Du hättest es mir sagen müssen, sagte André. Was? Du wusstest, warum ich hierher gekommen bin, antwortete er gequält. Du wusstest, wonach ich mein Leben lang gesucht habe. Warum hast du mir nicht gesagt, dass ihr so seid wie ich? Aber das sind wir nicht, antwortete Elena. Plötzlich erwachte sie aus ihrer Starre, kam auf ihn zu und blieb auf armes Länge vor ihm wieder stehen, wie von einer unsichtbaren Hand zurückgerissen. Ihre Augen waren groß und erfüllt von Furcht. Du glaubst, du hättest nach uns gesucht? Sie schüttelte heftig den Kopf. Es ist genau umgekehrt, Andreas. Solange ich lebe, haben wir nach einem Mann wie dir gesucht. André war nicht ganz sicher, ob er verstand, was Elena meinte, ob er es überhaupt verstehen wollte. Du bist nicht wie wir, wiederholte Elena. Ihre Stimme begann zu zittern. Sonderbarerweise konnte er ihr Gesicht immer noch nicht richtig erkennen, obwohl sie jetzt ganz dicht vor ihm stand, aber irgendwie spürte er dennoch die Tränen, die ihre Augen füllten. Oh, Andreas, was war ich für eine Nern, es dir nicht sofort gesagt zu haben. Du hast recht, wenn du mich dafür hasst. Ich hatte Angst davor. Angst? Es ist nicht das erste Mal, dass ich glaubte, jemanden wie dich gefunden zu haben, antwortete Elena. Aber er war es nie. Ich bin drei anderen begegnet und ich habe mich dreimal der Hoffnung hingegeben und bin dreimal an der Enttäuschung fast zerbrochen. Ich war nicht sicher, ob ich es ein weiteres Mal ertragen würde. Und endlich gab sie sich einen Ruck, machte einen letzten Schritt und warf sich ihm mit solcher Kraft an die Brust, dass er wankte. André konnte ihre heißen Tränen spüren, als sie das Gesicht gegen seine Wange presste. Es vergingen noch einige endlos quälende Sekunden, aber dann schloss er sie in die Arme und strich ihr zärtlich mit der Hand über das Haar. Auch seine Augen wurden heiß und begannen zu brennen. Er verstand den Grund für Elenas Tränen nicht, aber er wusste, dass sie echt waren, denn er konnte den unendlichen, grausamen Schmerz spüren, der Elena schüttelte. Bei dem Gedanken, dass er der Grund für diesen Schmerz sein könnte, schien auch in ihm etwas zu zerbrechen. Wieder verging, diesmal wirklich lange Zeit, bis Elena aufhörte zu schluchzen, ihre Tränen versiegten und sie sich schließlich aus seiner Umarmung löste und einen Schritt zurück trat. Sie straffte sich, drehte sich halb zur Seite und fuhr sich mit der linken Hand durch das Gesicht, um die Tränen fortzuwischen. Du bist nicht wie wir, sagte sie zum wiederholten Male, zwar mit festerer Stimme, aber immer noch sehr leise. Du bist alles, was wir je werden können, Andreas. Du weißt nicht, was ich bin, sagte er bitter. Ein Vampir, antwortete Elena. André starrte sie an. Er sagte nichts. Sein Herz begann zu klopfen. Ich habe dir doch von den anderen erzählt, auf die wir gestoßen sind, sagte Elena bitter. Auch sie waren Vampire, Unsterbliche wie du, die die Macht haben, die Leben anderer zu nehmen, um sich davon zu ernähren. Es gibt keine Vampire, sagte André fast schon automatisch, ganz einfach, weil er das immer sagte, wenn das Gespräch auf dieses Thema kam, was in letzter Zeit öfter der Fall war, als er wahrhaben wollte. Das ist ein Ammenmärchen, Geschichten, die man erzählt, um Kinder zu erschrecken. Elena drehte sich langsam wieder zu ihm herum und sah ihm fest in die Augen. Ich habe drei von ihnen getroffen, sagte sie. Es ist kein Ammenmärchen. Die drei, von denen du berichtet hast, was ist geschehen? Ich habe sie getötet, antwortete Elena. Ihre Stimme war ganz leiser und scheinbar beherrscht, aber tief unter der Ebene des Hörbaren, war noch etwas anderes darin, ein Schmerz, der zu groß war und zu tief ging, um ihn mit Worten zu beschreiben. Deshalb habe ich mir dir nicht gleich offenbart, Andreas. Weil du Angst vor mir hattest. Weil ich nicht sicher war, ob ich dich nicht auch würde töten müssen, antwortete Elena, weil ich verzweifelt gehofft habe, dass es diesmal anders sein könnte. Und? fragte André leise und bitter. Ist es anders? Du bist nicht wie sie, antwortete Elena. Das war nicht wirklich eine Antwort auf seine Frage und André war sehr sicher, dass das auch kein Zufall war. Aber er schwieg, bis Elena von sich aus weitersprach. Es gibt nur sehr wenige von euch. Die meisten erliegen früher oder später der Verlockung der Macht über Leben und Tod, Andreas. Vielleicht alle. Ich nicht, widersprach er. Noch nicht, sagte Elena. Sie schüttelte heftig den Kopf, als er widersprechen wollte. Sag nicht, dass du es nicht auch schon gespürt hast. Du wärest kein Mensch, weil das Gift der Verlockung keine Wirkung auf dich hätte. Bisher hast du ihm vielleicht widerstanden, aber wirst du es immer können? In zehn Jahren, in hundert oder wortwörtlich auf ewig? Diesmal schien sie auf eine Antwort zu warten, und jetzt war es André, der schwieg. Ein kalter Schauer ran ihm über den Rücken, denn ihre Worte waren fast gleich mit denen, die Anker ihm gesagt hatte, nur, dass sie aus Elenas Mund eine ungleich stärkere Wirkung auf ihn hatten. Vielleicht, weil er wusste, dass sie die Wahrheit sprach. Es war erst wenige Stunden her, da hätte er um ein Haar den einzigen Menschen getötet, der ihm auf der Welt noch geblieben war. Elena schien sein Schweigen richtig zu deuten. Sie nickte. Siehst du, vielleicht verlange ich zu viel vom Schicksal. Vielleicht ist es unmöglich, darauf zu hoffen, dass es auch nur einen Menschen auf der Welt gibt, der dieser Versuchung auf Dauer widerstehen könnte. Aber bisher hast du es getan. Vielleicht bist du ja tatsächlich der eine Auserwählte, auf den wir alle warten. Und wenn ich es wäre, dann wären all die Jahre des Hoffens und Wartens vielleicht nicht umsonst gewesen. Elena lachte leise und sehr bitter. Glaubst du an Gott, Andreas? Sein erster Impuls war heftig, den Kopf zu schütteln, Nein zu sagen. Aber er tat weder das eine noch das andere, sondern sah sie nur weiterfragend an. Und nach einer Weile fuhr sie fort. Nun, was mich angeht, ich bin nicht sicher. Ich habe oft geglaubt, ich hätte schon so viel gesehen und zu viel erlebt, um noch an ein höheres Wesen glauben zu können oder gar an den Sinn, der hinter all dem steckt. Aber vielleicht, vielleicht gibt es ihn doch und wir können ihn nur nicht erkennen. Wenn, dann muss er einen Grund gehabt haben, etwas wie uns zu erschaffen. Manche von uns glauben, wir wären nur eine Laune der Natur, eine ganz besondere Art von Missgeburt. Krüppel, die von einer Krankheit gezeichnet sind, die man nicht sieht. Aber vielleicht ist unsere Zeit einfach noch nicht gekommen. Vielleicht bedarf es nur dieses Einen, um unser Volk endlich zu dem zu machen, was es werden soll. Du hast mich gerade gefragt, ob ich an die Existenz eines Gottes glaube, sagte André. Ich weiß die Antwort darauf so wenig wie du, Elena. Aber eins weiß ich gewiss, dass ich kein Messias bin. Woher willst du das wissen? Irgendeiner muss der Erste sein. Der Erste was? fragte André noch einmal und jetzt hörbar lauter. Es verging eine geraume Weile, bis Elena antwortete. Ich trage dein Kind in mir, Andreas, sagte sie ganz leise. Ein Schlag ins Gesicht hätte ihn kaum härter treffen können. Unglaublich starrte er sie an und suchte nach Worten. Schließlich stammelte er. Das, das ist, das ist unmöglich. Elena lachte, nur ganz kurz, aber dieses Lachen klang echt und ehrlich amüsiert. Wahrscheinlich sind diese Worte schon öfter gesprochen worden, als es Blätter an den Bäumen gibt, Andreas, sie wurde schlagartig wieder ernst. Es ist so. Glaub mir. Du musst dich täuschen, sagte André. Errangsichtliche Umfassung. Ich bin nicht, ich meine, ich kann keine Kinder zeugen. Woher willst du das wissen? Ich, ich habe mich nie besonders vorgesehen, erwiderte André. Ich meine, ich hatte viele Frauen und wir waren nie. Warst du jemals mit einer Frau deiner Art zusammen? André antwortete nicht. Wie auch? Ich trage dein Kind in mir, Andreas, sagte Elena noch einmal. Ich habe es an unserem ersten Abend empfangen, als wir uns das erste Mal gelebt haben. André starrte sie an, dann das aufgeschlagene Bett. Er konnte nicht mehr denken. Hinter seiner Stirn herrschte nur Chaos, die Gedanken bewegten sich wie durch einen zähen Sumpf, und er spürte, wie seine Hände zu zittern begann. Dann, dann war ich für dich nur ... Hast du mir nicht zugehört, Andreas, fiel ihm Elena ins Wort. Oder ist dein Gedächtnis so schlecht? Du warst so ungestüm, dass ich nach wenigen Minuten wieder hätte gehen können, aber ich bin geblieben und ich bin am Tag darauf zurückgekommen. Ich weiß, wummelte André. Verzeih, ich wollte dich nicht kränken, aber, aber es, es ist ... Wieder brach er ab. Wieder fehlten ihm die Worte. Elena kam wieder näher, ergriff seine Hand und legte sie auf ihren Bauch. Du kannst es noch nicht fühlen, aber ich weiß, dass es da ist, Andreas. Dein Kind. Unser Kind. Es wird ein Junge werden, und wenn es dort oben im Himmel wirklich einen Gott gibt, dann muss er mich einfach erhören, so oft, wie ich ihn angefleht habe, unserem Volk eine Zukunft zu geben. Vielleicht wird unser Sohn der Erste einer neuen Art, und vielleicht wird er nicht sein ganzes Leben lang gegen die Dämonen aus seiner Seele kämpfen müssen, wie du. André ließ die Hand einen Moment auf Elenas flachen Bauch liegen, dann zog er sie fast erschrocken fort und wäre um ein Haar auch vor ihr zurückgewichen. Aber, aber das kannst du doch gar nicht wissen, stammelte er. Ich meine, selbst wenn du weißt, dass du guter Hoffnung bist, woher willst du das wissen? Ich weiß es, antwortete Elena in einem Tonfall, der keinen Zweifel zuließ. bleib bei uns, Andreas, bei mir, wenn nicht um meinetwillen, dann wegen deines Sohnes. Das wird deinem Mann nicht gefallen, sagte André leise. Elenas Blick verdüsterte sich. Laurus hat mich seit fünf Jahren nicht mehr berührt, sagte sie. Und, und warum? Die Dunkelheit in Elenas Blick schien zuzunehmen. Ein gequälter Ausdruck machte sich auf ihrem Gesicht breit. Lange Zeit schwieg sie und André konnte sehen, wie sie mit sich rang. Dann trat sie einen Schritt zurück, straffte die Schultern und machte eine Kopfbewegung zur Tür. Komm mit! Und Der Wald war ebenso still und von der gleichen stickigen Hitze erfüllt wie gestern, als sie nach Barsan und seinem Bruder gesucht hatten. Und er war von der gleichen bösen Präsenz erfüllt wie vor zwei Tagen, als sie Bruder Flock gefunden hatten. Und doch war etwas anders. Diesmal spürte André nicht diesen kompromisslosen Drang, grundlos zu vernichten und zu zerstören, sondern etwas lauerndes. Aber die Dämonen waren da, auch wenn er sie nicht sehen konnte. Was wollen wir hier? fragte er. Der Klang seiner Stimme verriet mehr von seiner Nervosität, als ihm lieb war, und er ertappte sich zum wiederholten Mal dabei, wie seine rechte Hand nach seinem Gürtel tastete. Er hatte sein Schwert nicht mitgenommen, als Elena ihn aufgefordert hatte, ihr zu folgen, und er bedauerte dieses Versäumnis. Auch wenn er ziemlich sicher war, dass das, was sie hier antreffen mochten, mit herkömmlichen Waffen nicht zu besiegen war. Wir sind gleich da, sagte Elena. Sie ging dicht vor ihm her, und auch wenn er sie jetzt im hellen Tageslicht sah und nicht im farblosen Grau der Nacht wie damals bei Handmanns Mühle, so schien sie dennoch mit jedem Schritt mehr mit den Schatten zu verschwimmen, so dass es ihm immer schwerer fiel, sie im Auge zu behalten. Ich finde es nicht klug, das Lager zu verlassen, sagte er, während er unablässig nach rechts und links blickte. Das Gefühl, beobachtet zu werden, ohne seinerseits irgendetwas Verdächtiges zu sehen, trieb ihn fast in den Wahnsinn. Wir haben versprochen, im Lager zu bleiben. Wenn man uns hier sieht, ist das vielleicht genau der Vorwand auf den Schulz und die anderen warten. Es sind nur ein paar Schritte, sagte Elena. Außerdem hat uns niemand gesehen. Und wenn doch, dann wirst du dafür sorgen, dass er es vergisst, nicht wahr? fragte er. Elena antwortete nicht darauf, aber sie warf ihm einen leicht verletzten Blick über die Schulter zu, und André entschuldigte sich in Gedanken bei ihr. Natürlich hatte sie niemand gesehen. Das kleine Waldstück lag auf der Rückseite des Lagers, und selbst wenn, so konnten sie immer noch behaupten, Feuerholz oder ein paar Kräuter gesucht zu haben. Er war einfach übernervös, das war alles. Plötzlich blieb Elena stehen, und André's ungutes Gefühl erhielt neue Nahrung, als er erkannte, dass sie sich genau dort befanden, wo Flock von den vier Bestien überfallen worden war. Elena wandte sich zu ihm um und sah ihn auf seltsame Weise an, und gerade als André eine Frage stellen wollte, hörte er hinter sich das Knacken eines Astes und leichte Schritte. Als er herumfuhr, waren sie schon da. Das Mädchen und ihr älterer Bruder standen kaum auf armes Länge von ihm entfernt und starrten ihn aus ihren bösen, seelenlosen Augen an, während die beiden jüngeren Knaben nach rechts und links auseinandergestrebt waren. Alle vier hielten kleine, scharfe Messer in der Hand, kaum mehr als Spielzeuge, die in den Händen solcher Kreaturen aber zu tödlichen Waffen werden konnten. »Hab keine Angst«, sagte Elena rasch, »sie werden dir nichts tun.« Dem Ausdruck in den Augen des älteren Jungen nachzuschließen, ist es keineswegs die Wahrheit, dachte André, und auch das Mädchen starrte ihn nur kalt an. Ihr Blick war undeutbar, aber alles andere als freundlich. »Ihr habt mich gehört«, sagte Elena jetzt mit lauter Stimme, in der eine Spur von Autorität lag, vielleicht sogar etwas wie eine Drohung. »André, es gehört jetzt zu uns, ihr werdet ihm kein Leid zufügen.« Die Kinder schwiegen noch immer. Der Hass in den Augen des Jungen war unverändert groß, wie auch die Kälte, in denen seiner Schwester nicht abnahm. André früstelte. Er hatte keine Angst, er wusste, dass ihm im Moment keine Gefahr drohte, aber noch nie hatte er eine solche Bosheit und eine so unkontrollierte Lust am Zerstören und Töten, am Zufügen von Leid gespürt, wie in Gegenwart dieser vier Kinder. Plötzlich musste er wieder an Flock denken und er wusste nun, dass der Pfarrer Recht gehabt hatte, dass hier waren keine Kinder, es waren nicht einmal Menschen, es waren Dämonen. Zitternd drehte er sich zu Elena herum. »Was bedeutet das? Was hast du mit diesen?« Er suchte nach Worten und fand keine, und Elena, die seine Qual zu spüren schien, unterbrach ihn mit einer raschen Geste. »Später«, sagte sie, »ich erkläre dir alles.« Sie trat mit zwei schnellen Schritten an seine Seite und machte eine Bewegung mit der sie die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich lenkte. André hatte das Gefühl, wieder freier atmen zu können, als die Blicke der unheimlichen Kreatur nicht mehr auf ihn gerichtet waren. »Ihr werdet weder ihm noch seinem Freund oder irgendjemandem hier etwas antun,« fuhr Elena fort. »Ihr habt schon viel zu viel Schaden angerichtet. Wir werden in wenigen Tagen weiterziehen und so lange werdet ihr euch verborgen halten. Habt ihr das verstanden?« Sie schien nicht wirklich auf eine Antwort zu warten, denn schon nickte sie mit grimmigem Gesichtsausdruck und machte eine Geste tief in den Wald hinein. »Und nun geht! Ich komme vielleicht später noch einmal zu euch und erkläre euch alles.« Es war fast unheimlich, wie lautlos die vier Gestalten ins Dickicht zurückwichen und mit seinen Schatten zu verschmelzen schienen. Doch wenige Augenblicke später war auch ihre unheimliche Präsenz nicht mehr zu spüren und der Wald schien sich wieder zu verändern, von einem Ort des Bösen, der der Hölle näher war als der Welt der Menschen oder gar dem Himmel, wieder zu einem Stück der Realität. »Was bedeutet das?« fragte André noch einmal. Elena antwortete nicht gleich, sondern neigte den Kopf und schloss die Augen, als würde sie lauschen. Erst als sie zu dem Ergebnis gekommen zu sein schien, dass sie tatsächlich allein waren, hob sie die Lieder, antwortete aber auch jetzt nicht, sondern wies auf den Waldrand und gingen los. Fast auf dem gleichen Weg, auf dem Pflok und er vor zwei Tagen hier heraus getaumelt waren, verließen sie das kleine Waldstück und gingen wieder zum Lager zurück. »Du hast mich gefragt, warum Laurus mich nicht mehr berührt hat,« sagte Elena. »Du hast den Grund gerade gesehen.« André blieb stehen und riss unglaublich die Augen auf. »Wie bitte?« »Es sind seine Kinder,« sagte Elena leise. »Laurus ist ihr Vater und ich ihre Mutter.« André schnappte hörbar nach Luft. »Dann ist...« »Laurus also auch...« »Nein,« fiel ihm Elena ans Wort, fast erschrocken. »Laurus ist ein Sterblicher, der Einzige hier im Lager.« »Wusste er, was du bist?« fragte André. Elena nickte. »Ja, er hat es immer gewusst.« »Und es hat ihm nichts ausgemacht?« fragte André ungläubig. Elena lachte ganz leise. Jedenfalls glaubte André im ersten Moment, dass es ein Lachen wäre, aber dann war er sich nicht mehr sicher. Vielleicht war es auch ein unterdrücktes Schluchzen oder ein leiser, verzweifelter Schrei. »Urteile nicht vorschnell, Andreas«, sagte sie. »Laurus war nicht immer so. Vor zwanzig Jahren war er dir ähnlicher, als du vielleicht glaubst. Er hat wohl geglaubt, dass die Liebe jedes noch so große Hindernis überwinden kann.« »Kann sie es?« fragte André. »Ich glaube, er ist daran zerbrochen,« sagte Elena. »Ich weiß, er ist ein bitterer, böser alter Mann geworden, aber es ist nicht seine Schuld, auch nicht meine. Vielleicht ist es einfach die Schuld des Lebens, das nicht gerecht ist.« Eine Zeit lang gingen sie schweigend nebeneinander her, bis sie die Grenze des Lagers erreicht hatten. André folgte Elena ganz instinktiv, doch plötzlich wurde ihm klar, dass sie wieder den Weg zu seinem Wagen eingeschlagen hatte, und er blieb stehen. »Du solltest zu deinem Mann zurückgehen,« sagte er. Elena sah ihn traurig an. »Warum?« »Weil du zu ihm gehörst,« erwiderte André. »Wie gern hätte er etwas anderes gesagt.« Es gab nichts, was er im Moment mehr wollte, als sie in die Arme zu schließen, die Wärme ihres Körpers auf seiner Haut zu spüren und die Süße ihrer Lippen. Und doch, nach allem, was Elena ihm erzählt hatte, würde er das vielleicht nie wieder können. Noch einmal, und viel intensiver, mit fast schmerzhaft körperlicher Wucht, begriff er, was der Ausdruck in Lauros Augen vorhin bedeutet hatte. Er hatte ihn erniedrigt, aber gewiss nicht damit, dass er seine Hand gepackt und ohne Mühe von seinem Arm gelöst hatte. »Warum musst du meinen Schmerz noch vergrößern, Andreas?« fragte Elena. »Glaubst du denn, es macht mir nichts aus? Was, dass deine Kinder ungeheuer sind? Dass es ihnen Freude bereitet, Menschen zu quälen und zu töten?« »Es vergeht kein Augenblick an keinem Tag, an dem ich nicht daran denke,« antwortete Elena. Ihre Augen schimmerten feucht, und er sah, dass sie nur noch mit Mühe die Tränen zurückhielt. »Aber es sind meine Kinder, Andreas. Was soll ich tun?« André blieb ihr die Antwort auch auf diese Frage schuldig. Und was hätte er sagen sollen? Schon bei der bloßen Erinnerung an die seelenlosen Kreaturen mit den toten Augen lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken. Aber er konnte, zumindest intellektuell, auch Elena verstehen. Vielleicht besser, als er wollte. Besser, als er es wahrhaben wollte. »Beantworte meine Frage,« verlangte Elena. Sie sprach leise und dennoch schrie sie fast. »Was soll ich tun? Soll ich sie töten? Soll ich meine eigenen Kinder umbringen?« »Und was glaubst du?« »Wird aus ihnen?« gab André zurück, wobei er ihre Frage ganz bewusst nicht beantwortete. Das konnte er nicht. »Was wird aus ihnen werden, wenn deine Tochter vom Mädchen zur Frau und deine Söhne von Kindern zu Männern werden? Sie töten jetzt schon grundlos, nur weil es ihnen Freude bereitet.« »Ich weiß es nicht,« sagte Elena gequält, »aber es kann nicht mehr lange dauern. Vielleicht schon dieses Jahr, vielleicht nächstes, aber dann wird sich erweisen, wozu sie werden. Vielleicht sterben sie. Vielleicht werden sie auch noch schlimmer und dann werde ich sie töten müssen. Aber vielleicht werden sie auch so wie Bason und Drason.« »Wie? Wie meinst du das?« »Du magst die beiden, nicht wahr?« fragte Elena. Sie lächelte flüchtig. »Jeder mag sie. Es gibt niemanden, der ihnen einen Wunsch abschlagen könnte oder dem sie nicht auf Anhieb sympathisch wären. Das ist ihre Macht, Andreas. Das Geschenk, das sie vom Schicksal bekommen haben. So wie ich in der Lage bin, anderen meinen Willen aufzuzwingen, so erwecken sie Gefühle von Freundschaft und Zuneigung. Einfach, weil sie da sind, ganz egal bei wem. Vielleicht werden Lauros Kinder ebenso, falls sie den Schritt vom Kind zum Erwachsenen überhaupt erleben.« Sie schüttelte den Kopf. »Mag das Schicksal über sie richten, ich kann es nicht.« Was sollte er darauf sagen? Konnte er von einer Mutter verlangen, über ihr eigenes Fleisch und Blut zu richten? Kaum. »Und wie soll es weitergehen?« fragte er leise. »Wollt ihr weiter von Stadt zu Stadt ziehen, von Land zu Land und immer hoffend, dass niemand euer Geheimnis entdeckt? Willst du weiter zusehen, wie sie unschuldige Menschen töten?« »Natürlich nicht«, antwortete Elena, ohne ihn anzusehen und mit leiser, fast brechender Stimme. Er konnte ihr Gesicht nicht sehen, denn sie blickte zu Boden, aber er spürte, wie sich ihre Augen weiter mit Tränen füllten. »Es ist auch nicht so, wie du vielleicht glaubst. Sie sind keine, keine Mörder. Es ist nicht so, dass sie überall Tod und Verwüstung hinterlassen, wo immer wir hinkommen.« »Ja, den Eindruck hatte ich nicht«, sagte André. Er fühlte sich schäbig bei diesen Worten, denn er wusste, wie weh sie Elena tun mussten, aber er konnte sie auch nicht zurückhalten. »Ich weiß«, sagte Elena, »es ist schlimmer geworden. Es wird schlimmer mit jedem Tag, der vergeht, mit jeder Stadt, in die wir kommen. Wir werden eine Entscheidung fällen müssen. Vielleicht habe ich deshalb so verzweifelt gehofft, dass du der bist, auf den wir seit so langer Zeit warten.« »Ich werde diese Entscheidung nicht für euch treffen können«, sagte André. Gleichzeitig war ihm klar, wie lächerlich diese Behauptung war. Er würde sie fällen, ganz gleich, was er tat. Selbst wenn er nichts tat, indem sie ihn in ihr Geheimnis eingeweiht hatte, lag die Verantwortung, ob er schwieg oder diese Höllenbrut auslöschte, nun ebenso auf seinen Schultern wie auf ihren. Vielleicht noch viel mehr. »Und was soll ich jetzt tun?«, fragte er. Als Elena den Kopf hob und ihn ansah, liefen Tränen über ihr Gesicht. »Ich weiß es nicht«, sagte sie. »Ich weiß ja noch nicht einmal, was ich tun soll.« Und damit drehte sie sich herum und ging, um ihn allein zurückzulassen. Allein mit sich und einem Schmerz, der vielleicht schlimmer war als alles, was er je zuvor erlebt hatte, aber auch einer Hoffnung, die mindestens so mächtig war wie dieser Schmerz. Er hätte nicht sagen können, wie lange er im Halbdunkel seines Wagens da gesessen und ins Leere gestarrt hatte. Was in dieser Zeit hinter seiner Stirn vorgegangen war, woran er gedacht, was er sich gewünscht und was er verflucht hatte. Irgendwann neigte sich der Tag seinem Ende entgegen und im gleichen Maße, in dem die Hitze nachließ, die mit immer größerem Erfolg die dünnen Hölzernen Wände seines Wagens überrannte und um Einlass kämpfte und das Licht nicht mehr so gleißend war, dass es seine empfindlichen Augen fast blind machte, erwachte das Zigeunerlager ringsum mehr und mehr zum Leben. Die ersten Feuer wurden entzündet, die ersten noch zaghaften Takte von Musik wurden laut, und schließlich hörte er das erste Lachen und Lamentieren, das von der Ankunft neuer Gäste kündete, die sich offensichtlich weder von den Gerüchten über Hexerei und Flüche noch von den Geschichten über Tote abschrecken ließen, die man in den Wäldern ringsum gefunden hatte. Es war nach Sonnenuntergang, als André das Gefühl hatte, aus einem tiefen, aber alles andere als traumlosen Schlaf zu erwachen und tatsächlich eine oder zwei Atemzüge brauchte, um sich überhaupt darüber klar zu werden, wo er war und warum er dort war, wo er war. Er erinnerte sich nicht einmal wirklich, dass er in seinen Wagen zurückgegangen war und sich mit untergeschlagenen Beinen auf das Bett gesetzt hatte. Irgendwann zwischen dem Moment, in dem Elena sich herumgedreht und davongegangen war, und jetzt war ihm die Zeit abhandengekommen. Er hatte das Gefühl, aus einem endlosen, von grässlichen Träumen geplagten Schlaf zu erwachen, und ganz wie in den Tagen zuvor fühlte er sich auch jetzt körperlich müde und erschöpft, als hätte er eine Schlacht geschlagen. Fast ohne sein Zutun fuhr seine rechte Hand über die zurückgeschlagene Decke, auf der er saß. Sie war warm, aber es war nur die Sonnenwärme, die sie gespeichert hatte, nicht die von Elenas Körper. Selbst jetzt, nach allem, was er erfahren hatte, konnte er fast an nichts anderes denken. Ein Moment lang fragte er sich ganz ruhig, ob er von dieser Frau besessen war. Er kam zu keiner Antwort, und selbst wenn, sie hätte ihm nichts genutzt. Er war Elena verfallen, und es spielte keine Rolle, warum und auf welche Art. André stand auf, ging zum Fenster und sah hinaus. Er konnte nur einen kleinen Teil des Lagers überblicken, und es waren im Grunde nicht mehr als flackernde rote Lichtsplitter und die Schatten von Menschen, vielleicht auch anderen, düstereren Dingen, die sich hektisch hin und her bewegten und dabei dem Rhythmus einer anderen, unhörbaren und atonalen Musik zu folgen schienen. Und wie um sich selbst zu verhöhnen, ertappte er sich dabei, in diesen Schatten nach dem Elenas zu suchen, in dem Durcheinander von Stimmen auf ihr helles Lachen zu lauschen. Etwas wie eine dumpfe Verzweiflung begann sich in ihm breit zu machen. André hatte keine große Erfahrung, darin verliebt zu sein, vielleicht gar keine. Aber wenn das, was er nun spürte, wirklich Liebe war, dann erlaubte sich das Schicksal, Gott, oder wie immer man es nennen mochte, einen wirklich bösen Scherz mit ihm. Er war hierher gekommen, um etwas zu suchen, von dem er gar nicht genau wusste, was es war. Und er hatte etwas gefunden, von dem er noch viel weniger wusste, ob er es haben wollte, und von dem er trotzdem nicht mehr loskam. Lange Zeit stand er einfach da, starrte in die Nacht und auf den roten Widerschein in der Feuer hinaus, dann ging er langsam zu seinem Bett zurück, nahm das Schwert, das er daneben an die Wand gelehnt hatte, und band sich den mit Silber beschlagenen Waffengurt mit bewusst langsamen, überpräzisen Bewegungen um, Bewegungen, die keinen anderen Sinn hatten, als den, Zeit zu gewinnen, und den Moment, in dem er den Wagen verlassen musste, noch um eine kurze, aber unendlich wertvolle Zeitspanne hinaus zu zögern. Schließlich aber verließ er den Wagen, wandte sich nach links, und da reichte nach wenigen Augenblicken das kleine Zelt am äußeren Rand des Lagers, zu dem er auch in der vergangenen Nacht schon einmal vergebens gegangen war. Diesmal war sein Bewohner anwesend. Abodun war nicht im Zelt, aber er stand reglos, hoch aufgerichtet und in abwartender Haltung daneben, so als hätte er gewusst, dass André kam und geduldig auf seinen Erschein gewartet. Sein Gesicht, schon bei Tage eine schwarze Maske, war in der Nacht fast nicht zu erkennen, aber André spürte die Ruhe, die der Nubier ausstrahlte, gleichzeitig aber auch etwas anderes, eine Bitterkeit, die es ihm fast unmöglich machte, weiterzugehen. Du hast lange gebraucht, Hexenmeister, sagte Abodun. Du hast gewusst, dass ich komme. Ich hab's gehofft, erwiderte Abodun. Er machte ein Geräusch, das André nicht deuten konnte, das sich aber trotzdem wie ein dünner, glühender Pfeil in seine Brust grub. Du hast dich also entschieden. Ja, antwortete André dann rasch, fast als wäre er erschrocken vor seinem eigenen Wort. Nein, ich, ich weiß es nicht, Abodun. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Und das aus deinem Mund. Abodun lachte rau. Weißt du, wie lange ich mir gewünscht habe, das zu hören? André, der Unfehlbare, der unsterbliche Hexenmeister, der zugibt, dass er nicht weiter weiß? War es mir nicht schwerer, als es ohnehin schon ist, bat André. Verdammt, Abodun, ich, dann mache ich's dir leichter, unterbrach ihn Abodun. Du willst hierbleiben. Ich bin nicht überrascht, falls du das erwartet hast. Ich bin auch nicht enttäuscht. Ich wusste immer, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste vom ersten Tag an, dass du auf der Suche bist. Und es gehört nun mal zu einer Suche, dass man eines Tages sein Ziel erreicht. Und eben das war es, was André immer noch nicht wusste, weniger denn je zuvor. Hatte er sein Ziel wirklich erreicht? Nach allem, was er erlebt und vor allem von Elena gehört hatte, sollte die Antwort eindeutig ja lauten, aber war das die Wahrheit? Er hatte etwas gefunden, aber er konnte nichts sagen, ob es das war, was er hatte finden wollen. Ich habe rührselige Abschiedsszene noch nie gemocht, fuhr Abodun fort, als er keine Antwort bekam. Wenn du gekommen bist, um Lebewohl zu sagen, dann tu es und dann geh deiner Wege. Abodun, begann André, ich jedenfalls, werde genau das tun, fuhr der Nubi ja unbeeindruckt fort. Ich wäre schon fort, aber ich habe auf dich gewartet. Nach so vielen Jahren wäre es undankbar, einfach so zu verschwinden. André schwieg auch jetzt. Es war nicht das erste Mal in den vergangenen Tagen, dass Abodun ihm drohte, allein fortzugehen, aber diesmal, so erkannte er, meinte der Nubi es ernst. Er wusste mit unerschütterlicher Sicherheit, dass er Abodun nie wiedersehen würde, wenn sich ihre Wege jetzt trennten. Ich hoffe, du wirst hier glücklich, André, sagte Abodun. Jede Spur von Häme oder Spott war aus seiner Stimme verschwunden. Er meinte, was er sagte, und genau deshalb taten seine Worte auch so weh. Ich nehme an, es macht dir nichts aus, wenn ich mir von unserem gemeinsamen Besitz nehme, was ich brauche, sagte Abodun plötzlich lauter, als ob André das in diesem Moment interessierte oder ob es irgendeine Bedeutung hätte. Doch er vermutete, dass Abodun womöglich einfach nur das Thema hatte wechseln wollen. Wo willst du hin? fragte André. Abodun hob die Schultern. Die Welt ist groß. Irgendwo wird sich schon eine Beschäftigung für einen ehemaligen Sklavenhändler und Schmuggler finden. Die Zeiten sind zwar schlecht, aber man sagt auch, dass schlechte Zeiten gut für schlechte Menschen sind, habe ich recht? André lachte nicht. Man konnte viel über Abodun sagen, aber eines war er gewiss nicht. Ein schlechter Mensch. Er war ein Mörder, ein Sklavenhändler, Schmuggler, Dieb und Räuber, aber tief unter dem Gebirge von Untaten, das er im Laufe eines langen Lebens angehäuft hatte, schlug das Herz eines aufrechten Mannes. Trotz allem. Du könntest noch eine Weile hierbleiben, sagte er. Ich bin sicher, dass Laos nichts dagegen hätte. Abodun lachte. Es klang böse. Und wenn, würde es ihm nichts nutzen, nehme ich an, sagte er, schüttelte aber zugleich auch den Kopf. Nein, nein. Lass gut sein, André. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder, aber im Moment sehe ich es vor zu gehen. Selbst ich merke irgendwann, wenn ich nicht erwünscht bin. Ich denke, es ist besser zu gehen, bevor man es mir sagt. Aber das ist doch nicht die Wahrheit. wollte André schreien, aber in Wahrheit flüsterte er nur, obwohl die Worte in seinem Kopf gelten. Was ist schon die Wahrheit? sagte Abodun. Er löste sich endlich aus den Schatten, in denen er dagestanden und André angestarrt hatte, und kam ihm ganz nahe. Es war eine schöne Zeit mit dir, André, sagte er. Du hast mir eine Menge genommen, aber du hast mir mehr dafür gegeben, als ich verloren habe. Und dafür danke ich dir. Und ich wünsche dir von Herzen, wirklich von Herzen, dass du dein Glück findest. Oder wenigstens deinen Seelenfrieden. Er lachte leise. Und solltest du noch einmal in meine Heimat kommen und ein paar Sarazen-Schädel einschlagen, dann achte darauf, dass sie nicht schwarz sind, denn einer davon könnte der meine sein. Inschallah. Erst später, viel später, wie es André erschien, wurde ihm klar, dass der Nubier sich einfach abgewandt hatte und in Richtung der Koppel davongegangen war, ohne noch einmal in sein Set zurückzukehren und sein Gepäck zu holen. Und erst da begriff er, dass Abodun schon lange zum Aufbruch bereit gewesen war und nur auf ihn gewartet hatte, um ihm diese wenigen, aber unendlich kostbaren Worte zu sagen. Und dann, als es viel zu spät war, begriff er, dass es durchaus etwas auf der Welt gab, das ebenso schmerzte wie die Gewissheit, sein Ziel verloren zu haben, abgesehen von dem Gefühl, von dem er noch immer nicht wusste, ob es nun Liebe war oder etwas, das er nur dafür hielt, vermochte es einem Menschen das Herz zu brechen, einen Freund zu verlieren. Aber vielleicht war auch dies nur eine der vielen Lektionen, die man erst im Laufe eines Lebens lernte, dass man es immer erst dann wirklich begriff, wenn es längst zu spät war. Von einer inneren Unruhe getrieben, deren Gründe er nicht zu erforschen wagte, ging André nicht zurück zu seinem Wagen, obwohl da aller Logik und innerem Aufruhr zum Trotz noch eine dünne Stimme war, die ihm sagte, dass Elena möglicherweise gerade in diesem Moment dort auf ihn wartete, sondern wandte sich in die entgegengesetzte Richtung, dem hell erleuchteten Zentrum des Lagers zu. Er wusste selbst nicht, warum. Die laute Musik, das Lachen, all die fröhlichen Menschen dort widerten ihn an, denn in diesem Moment erschien ihm die Atmosphäre, die über diesem Platz lag, nicht als Ausdruck von Lebenslust, sondern von purem Hohn. So bewegte er sich fest gegen seinen Willen genau dorthin, wo er im Moment eigentlich am wenigsten sein wollte. Und schon bald fand er sich inmitten einer ausgelassenen, fröhlichen Menschenmenge wieder. Und vor der Bühne, auf der Barson oder sein Bruder, im Moment war es André wirklich nicht mehr möglich, die beiden zu unterscheiden, gerade ein Kunststück mit wirmelnden Messern und brennenden Keulen aufführten, eine Jonglierübung, die gefährlicher aussah, als sie war, die zum größten Teil bereits angetrunkene Zuschauermenge aber in ihren Bann schlug. Während er so dastand und der Darbietung zusah, das falsche Lachen hörte und enttückische Augenblickte, die weniger die Fertigkeit des Künstlers würdigten, als vielmehr darauf warteten, dass dieser daneben griff und einer der Dolche seine Hand durchbohrte oder eine brennende Fackel sein Gesicht versenkte, fragte sich André, ob das hier wirklich die Welt war, in der er leben konnte. Er war weitgehend frei von Vorurteilen und hatte weder etwas gegen Gaukler noch gegen das fahrende Volk, aber er war oft genug bei Menschen wie diesen gewesen, um längst begriffen zu haben, dass er ein solches Leben nicht führen wollte. Und obwohl auch er schon so lange unterwegs war, dass er gar nicht mehr wusste, was das Wort Heimat wirklich bedeutete, war er doch stets auf der Suche danach gewesen. Diese Menschen hier waren Reisende, die ihr Ziel längst gefunden hatten, denn ihr Ziel war die Reise. Ganz plötzlich und mit unerschütterlicher Sicherheit begriff er, dass er dieses Leben auf Dauer weder führen wollte noch konnte. Aber was bedeutete schon auf Dauer für einen Unsterblichen? Du hast dich also entschieden, sagte eine Stimme hinter ihm. André drehte sich herum und sah ohne Überraschung in Lauros Gesicht. Erst im Nachhinein wurde ihm klar, dass der Grauhaarige schon eine ganze Weile hinter ihm gestanden und ihn angeblickt hatte. Ja, sagte er. In Lauros Augen erschien eine Bitterkeit, die André die Kehle zuschnürte. Und was willst du tun? Nichts, sagte André. Da ist nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest, Lauros. Ich erhebe weder Anspruch auf deine Position noch auf dein Weib. Ich werde einfach warten. Die Brutalität dieser Aussage wurde ihm erst klar, als er die Reaktion darauf in Lauros' Blick sah. Dann jedoch mit umso größerer Wucht. Für einen Moment konnte er kaum glauben, dass es seine eigene Stimme gewesen war, die diese Worte ausgesprochen hatte. Von allem, was er dem Sterblichen hätte sagen können, war dies, vielleicht das Schlimmste und zugleich die größte Erniedrigung, die ein Mann einem anderen zufügen konnte. Er versuchte, sich vorzustellen, wie Lauros sich in diesem Moment fühlen musste, aber seine Fantasie reichte dazu nicht aus. Lauros war ein Mann, für den jeder Tag, der verging, unwiederbringlich verloren war und der mit jedem Atemzug, den er tat, dem Tod ein Stück näher kam. Ein Mensch, der alterte. Wie sehr musste es ihn schmerzen, neben einer Frau zu leben, für die die Zeit stehen geblieben war, die heute noch so schön und jugendlich aussah wie vor zwanzig Jahren. Und welch ungleich größere Schmach musste es bedeuten, den Nebenbuhler Tag für Tag vor Augen zu haben, einen Mann, dem die Zeit ebenso wenig anhaben konnte wie seinem Weib und der nichts weiter tun musste, als einfach nur zu warten. André schämte sich und er verstand immer weniger, was ihn zu dieser Grausamkeit getrieben hatte. Verzeih, murmelte er. Laurus zwang sich zu einem Lächeln. Da gibt es nichts zu verzeihen, Andreas, sagte er. Willst du dich für das entschuldigen, was du bist? Es ist schließlich nicht deine Schuld. Er schloss für einen Moment die Augen und fuhr dann mit leiserer, aber gefasster Stimme fort. Ich wusste immer, dass du eines Tages kommen würdest. Elena hat mir nie etwas vorgemacht. Mir war stets klar, dass ich diesen Kampf nicht gewinnen kann. Nun, es tut trotzdem weh, ihn zu verlieren, aber ich hasse dich nicht dafür. Ich werfe dir nicht einmal etwas vor. Du hast die Welt nicht gemacht und dich selbst auch nicht. Seltsam, aber André glaubte zu spüren, dass diese Worte ehrlich gemeint waren. Sie berichtigten eine Menge von dem, was er über Laurus gedacht hatte, und wenn es bei diesem ganzen Dilemma je um Schuld gegangen war, dann schuldete er diesem Mann Hochachtung. Wortlos wandte er sich ab und ging zu seinem Wagen zurück. Lange, sehr lange nach Mitternacht kam Elena zu ihm. André war längst eingeschlafen. Er hatte nicht damit gerechnet, in dieser Nacht auch nur ein Auge zuzutun, aber die sonderbare Schwäche und Kraftlosigkeit, die schon seit Tagen an ihm lagte, hatte auch jetzt wieder ihr Recht gefordert, und er war trotz allem in einen unruhigen Schlummer gesunken. Ein Schlaf, aus dem er einige Male aufgeschreckt war, allein mit der Dunkelheit in seinem Wagen und dem verwirrenden Gefühl, dass irgendetwas nicht so war, wie es schien, und schon gar nicht so, wie es sein sollte. Er war jedes Mal wieder eingeschlafen, bevor er diesen Gedanken ganz zu Ende verfolgen konnte, und als er das dritte oder vierte Mal erwachte, da war er nicht mehr allein. Eine vertraute Wärme presste sich an seinen Körper, und er spürte Elenas Gegenwart noch bevor er ihren Geruch wahrnahm, das seidige Gefühl ihrer Haut auf seiner Brust fühlte und die süße Berührung ihrer Lippen. Fast instinktiv erwiderte er ihren Kuss und schloss sie in seine Arme, aber nur für einen Moment. Dann wurden seine Lippen spröde, und er ergriff sie bei den Schultern und schob sie, sanft, aber nachdrücklich ein Stück von sich fort. Elena versteifte sich unter seiner Berührung, dann machte sie sich los, setzte sich auf und sah verwirrt auf ihn herab. In dem schwachen Mondlicht, das durch das offene Fenster hereinströmte, konnte er erkennen, dass sie ihr Kleid bereits ausgezogen hatte und nackt war, und weder erging es ihm so wie schon ein paar Mal zuvor. Er betrachtete den Körper einer Göttin, aber es war ihm unmöglich zu sagen, wie alt sie war, nicht einmal, ob sie wirklich schön war. Es konnte an nichts anderem liegen als am schwachen Licht und dem verwirrenden Spiel der Schatten, aber für einen ganz, ganz kurzen Moment hatte ihr Gesicht etwas Katzenhaftes, etwas noch immer unwiderstehlich Verlockendes zwar, aber eine Schönheit, die plötzlich die eines tödlichen Räubers war. Doch wie so viele Gedanken in letzter Zeit entglitt ihm auch dieser und schon im nächsten Moment war selbst die Erinnerung daran wieder verschwunden. »Was hast du?« fragte Elena. Sie klang verwirrt. André setzte sich bewusst umständlich auf, um Zeit zu schinden und drückte gerade so weit von ihr ab, dass es nicht unhöflich wirkte. »Nichts«, sagte er. »Entschuldige, ich war nur überrascht.« »Hast du jemand anderen erwartet?« fragte Elena lachend. »Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich niemanden erwartet«, antwortete André. »Auch dich nicht.« Elena »Er weiß von uns.« »Natürlich weiß er von uns.« »Woher?« »Er ist mein Mann«, sagte Elena. »Ich habe es ihm erzählt.« »Du hast es...« André stockte buchstäblich der Atem. Ungläubig riss er die Augen auf. »Jetzt sag nicht, dass du Angst vor ihm hast«, sagte Elena. »Das brauchst du nicht.« »Aber...« »Aber wieso hast du das getan?«, murmelte André fassungslos. »Wusste sie denn nicht, was sie Laurus damit antat? Und damit letzten Endes auch ihm? Wie sollte er eine Frau lieben, die den Mann, dem sie schließlich irgendwann einmal die Treue versprochen hatte, so erniedrigte?« »Wäre es dir lieber, ich hätte ihn belogen?«, fragte Elena und beantwortete ihre eigene Frage sogleich mit einem Kopfschütteln. »Laurus und ich haben uns niemals etwas vorgemacht, Andreas, und das wird auch so bleiben.« Als er nicht antwortete, lachte sie leise und versuchte die Arme um seinen Hals zu schlingen und ihn erneut zu küssen. Doch wieder schob André sie von sich fort. »Nein«, sagte er, »ich kann das nicht.« »Gestern konntest du es aber noch ganz gut«, sagte Elena, »und falls du das eine oder andere vergessen haben solltest, dann bin ich gerne bereit, deine Erinnerungen aufzufrischen.« »Ich meine es ernst, nicht so lange Laurus hier ist.« Elena blinzelte. Sie wirkte verwirrt, als verstünde sie wirklich nicht, wovon er sprach. »Was soll das heißen? Willst du damit sagen, dass du kein Problem damit hattest, meinen Mann zu hintergehen, wohingegen du es nicht über dich bringst, etwas zu tun, wovon er weiß?« »Ich hätte es anders formuliert, aber es läuft ungefähr darauf hinaus«, antwortete André. Er bemühte sich um einen möglichst sachlichen Ton, aber natürlich gelang es ihm nicht. Ebenso wenig, wie es ihm gelang, seinen Blick von Elenas Körper loszureißen, der von silbernem Mondlicht überschüttet, unendlich verlockend direkt vor ihm saß. Dennoch fuhr er fort, »Wir können das nicht mehr tun, Elena.« »Ich verstehe dich nicht«, sagte Elena, »wo ist der Unterschied? Ich meine, ich erwarte ein Kind von dir, Andreas. In wenigen Monaten wird es jeder sehen. Selbst wenn ich Lauras belügen wollte, wüsste er spätestens dann Bescheid. Wäre dir das lieber?« »Lieber wäre mir, wenn es gar nicht geschehen wäre«, murmelte André. »Oh«, sagte Elena, »das habe ich...« »So war das nicht gemeint«,« sagte André hastig. »Ich bedauere keine Sekunde. Es ist nur... Ich kenne Lauras nicht sehr gut, aber ich glaube, dass er ein aufrechter Mann ist. Er hat es nicht verdient, so gedemütigt zu werden. So wenig wie ich. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Elena nicht begriff, was sie da von ihm verlangte und was es sowohl für Lauras als auch für ihn bedeuten musste. Wieso war sie so grausam? »Und was willst du jetzt tun?« fragte sie leise. Sie rutschte ein kleines Stückchen näher, versuchte aber nicht mehr, ihn zu berühren. »Du kannst nicht so tun, als wäre nichts geschehen, Andreas.« »Ich was?« sagte André. »Mach es mir nicht so schwer, Elena. Ich flehe dich an. Ich weiß nicht, was ich tun werde oder sollte. Vielleicht sollten wir einfach eine Weile abwarten.« Elena sah ihn sicher eine halbe Minute lang fast ausdruckslos an und mit ebenso ausdrucksloser Stimme flüsterte sie schließlich. »Eine Weile. Und was genau verstehst du unter einer Weile Unsterblicher?« »Nicht viel weniger als du,« sagte André. »Gib mir etwas Zeit, um nachzudenken, Elena.« »Gefall ich dir nicht mehr?« fragte sie. »Täuschte er sich?« »Oder war da ein ganz leiser, aber scharfer Unterton in ihrer Stimme, den er bisher noch nie bei ihr vernommen hatte?« Sie schnappte hörbar nach Luft. »Ich verstehe. Du hast deinen Spaß gehabt und jetzt... Aber das ist doch nicht wahr,« sagte André. Schon um seine Worte zu bekräftigen, streckte er die Hand aus und wollte ihren Arm ergreifen. Aber Elena machte sich unwirschlos und rutschte wieder ein Stück weit von ihm fort. »Und ich dachte, du wärst anders als all die anderen. Das bin ich,« sagte André. Er fühlte sich in die Ecke gedrängt, hilflos. »Es hat nichts mit dir zu tun, sondern ich... Ich brauche einfach ein wenig Zeit,« sagte er stockend. »Tut es dir leid, dass du dich entschieden hast, bei uns zu bleiben?« fragte Elena. »Noch ist es nicht zu spät. Wenn du gleich losreitest, kannst du deinen Freund, den Heiden, sicher noch einholen. Vielleicht hätte ich dir nicht sagen sollen, dass ich dein Kind erwarte. Anka hat mich gewarnt, dass ihr Männer manchmal so reagiert. Aber so ist es doch nicht, widersprach André. Er blickte Elena verständnislos an. »Begreifst du denn nicht, was ich meine?« »Nein,« sagte Elena. »Und das ist vermutlich meine Schuld, ich...« Sie brach ab. André sah ihr an, dass sie noch viel sagen wollte und dass sie innerlich vor Zorn bebte. Dann aber zwang sie sich zu einem Lächeln und machte eine um Verzeihung heischende Geste. »Wir sollten uns nicht streiten, Andreas,« sagte sie. »Vielleicht hast du recht, das ist möglicherweise wirklich nicht der richtige Moment.« Sie stand auf und drehte sich halb herum, wie um sich vom Bett zu entfernen. Und für einen winzigen Moment konnte er ihren ganzen Körper in seiner unendlichen Schönheit im silbernen Licht des Mondes erkennen. Und vielleicht hätte er diesen Moment sogar noch ertragen. Doch da drehte sie noch einmal den Kopf und sah ihn an. Und als sich ihre Blicke begegneten, brach sein Widerstand wie ein Fenster aus filigranem Glas unter einem Hammerschlag. Sein Verstand schrie ihm verzweifelt zu, dass es falsch war, dass er sie nicht berühren durfte, zumindest nicht in dieser Nacht, wenn er auch nur noch einen winzigen Rest von Achtung vor sich selbst behalten wollte. Aber die Stimme seiner Vernunft war bedeutungslos. Als Elena sich wieder zu ihm herumdrehte, sich über ihn beugte und die Armen nach ihm ausstreckte, sah er noch einmal und jetzt viel deutlicher das Raubtier in ihren Augen und irgendwo in ihm war eine Stimme, die endlich die Wahrheit begriffen hatte und verzweifelt versuchte ihn zu warnen. Aber auch diese Stimme verhallte ungehört. Und dann spürte er wieder ihren Körper an seinem, ihre Lippen auf seinem Mund und plötzlich war nichts anderes auf der Welt noch irgendwie von Bedeutung. Es war das Gefühl unendlicher Müdigkeit und Erschöpfung, das ihn weckte. Eine Mattigkeit, die so allumfassend war, dass selbst der Schlaf zu anstrengend schien, um nicht daraus zu erwachen. Er hatte wirre Erinnerungen an etwas, das zu furchtbar gewesen war, um ein bloßer Albtraum zu sein und zu bizarr für die Wahrheit. Und die Erinnerung daran, die letzte Grenze, der er schon oft so nahe gekommen war, diesmal berührt zu haben, nicht überschritten, denn selbst für ein Wesen wie ihn bedeutete diese Schwelle einen Weg ohne Wiederkehr, aber er hatte sie zum ersten Mal nicht nur gesehen und gefühlt, sondern berührt. Und vielleicht war ein Teil von ihm hinübergeglitten, denn in ihm war eine so allumfassende Leere, dass er davor erschauerte. Dennoch war sich André vollkommen des Umstandes bewusst, noch am Leben zu sein. Am Leben, aber vielleicht nicht mehr Herr seines Körpers. Er spürte, dass er auf etwas Warmem lag, das zu weich für Stein und zu hart für sein Bett war und dass Hände etwas an ihm taten, das unangenehm war, ohne dass er es genau identifizieren konnte. Vielleicht fügten sie ihm Schmerz zu, aber wenn, dann schützte ihn diese grausame Müdigkeit, die ihn immer noch quälte, denn selbst Schmerz zu empfinden war eine Anstrengung, zu der er nicht mehr fähig war. Seine Gedanken waren schwer wie Eisen und bewegten sich ebenso träge. Fast verzweifelt begann er, in sich nach einem verborgenen Reservoir an Kraft zu suchen, ein winziges bisschen Energie, aus dem er Schöpfen und wenigstens ganz wieder ins Bewusstsein hinübergleiten konnte, aber da war nichts. Das gewaltige Reservoir an eigener und fremder gestohlener Lebenskraft, aus dem er bisher geschöpft hatte, war leer, aus der tobenden Feuersbrunst ein heruntergebrannter Funke geworden, kaum noch ein Glimmen, als hätte ihn jemand nicht nur all seiner Kraft, sondern auch seiner Lebensenergie beraubt. Sein Körper war unversehrt, sein Herz schlug wie eine präzise und treu arbeitende Maschine, aber mehr war er auch kaum noch. So also ist das, dachte er matt. Trotz allen Erschreckens und aller Müdigkeit war ihm klar, was geschehen war. Er spürte das, was andere gespürt hatten, wenn er ihre Lebenskraft nahm. Wieder spürte er, wie sich Hände an ihm zu schaffen machten. Er wurde unsanft an den Armen gepackt und über den Boden geschleift. Und jetzt hörte er auch Stimmen, Stimmen, die ihm vage bekannt vorkamen, ohne dass er sie zuordnen konnte, und Worte in einer Sprache, die er zwar verstand, die aber trotzdem im ersten Moment keinen Sinn zu ergeben schienen. Dann wurde er so grob fallen gelassen und prallte gegen etwas, dass der Schmerz wie eine kleine Explosion den erstickenden Mantel aus Mattigkeit durchbrach, der sich um seine Gedanken gelegt hatte. Er hatte nicht die Kraft zu stöhnen, geschweige denn, die Augen zu öffnen, aber als die lodernde Qual allmählich verebte, erkannte er zumindest eine der Stimmen wieder, und nur einen Moment später ergaben ihre Worte auch Sinn, wenn auch sonderbarerweise nur die dieser einen Stimme, die Bason, gehörte. Wieso lebt er noch? Sie hat gesagt, sie würde es zu Ende bringen. Eine andere Stimme antwortete, ihr Besitzer ebenso unbekannt wie die Worte unverständlich, dann wieder Bason. Wozu? Jemand trat ihn in den Leib. Der Tritt war so wuchtig, dass zwei oder drei seiner Rippen brachen. André registrierte den Schmerz, aber er war nebensächlich, denn er bemerkte etwas viel Alarmierenderes. Die zerbrochenen Knochen blieben zerbrochen. Sein Körper begann nicht damit, sich zu regenerieren, als wäre ihm auch diese Kraft genommen worden. Vielleicht war sie es. Bason, das wird dir nicht gefallen, wir sollten ihm den Kopf abschlagen und ihn irgendwo vergraben. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Mir gefällt es ebenso wenig, aber es ist auch sehr erstaunlich. Wir bringen ihn zu Anker. André konnte die zweite Stimme immer noch nicht identifizieren, aber er vermutete, dass es die Rasons war. Verzweifelt versuchte er, die Lieder zu heben, aber es ging nicht. Selbst diese kleine Anstrengung war hundertmal mehr, als er im Moment verbringen konnte. Elena wird nicht erfreut sein, wenn sie das hört, sagte Bason. Elena, erwiderte die andere Stimme, die er für die Rasons hielt, hat ihn schließlich am Leben gelassen. Vielleicht ist an ihm ja etwas Besonderes. Ja, er ist besonders gefährlich. André konnte hören, wie Bason heftig den Kopf schüttelte und nur einen Moment später traf ihn ein zweiter, womöglich noch härterer Tritt in die Seite. Diesmal brach ihm die Stiefelspitze keinen weiteren Knochen, aber der Schmerz war schlimmer als das erste Mal. Ich trau ihm nicht. Trotz dieser eindeutigen Worte wurde André nur einen Moment später grob an den Armen gepackt und davongeschleift. Er konnte spüren, wie der raue Boden, über den er gezerrt wurde, seine Haut aufriss und Blut über seinen zerschundenen Rücken lief. Aber er fürchtete den Schmerz jetzt nicht mehr, sondern war im Gegenteil dankbar dafür, sei es nur, weil ihm diese Qual bewies, dass er noch am Leben war und dass es vielleicht doch noch ein zurück gehabt. Immer verzweifelter versuchte er, sich zum Aufwachen zu zwingen, seinen Körper nicht. Etwas in ihm war einfach nicht mehr da. Vielleicht war er sterblich geworden. Wieder drohte er für einen kurzen Moment endgültig ins Nichts hinüber zu gleiten, spürte die Berührung jener unsichtbaren und auch für ihn endgültigen Grenze und die Verlockung der ewigen Stille und des allumfassenden Vergessens und Friedens auf der anderen Seite. Aber da war noch irgendetwas, das ihn zurückhielt. Ein winziger Funke tief unter der fast erloschenen Glut seiner Lebensflamme, die sich einfach weigerte auszugehen. Vielleicht das Wissen, dass es da noch etwas gab, das erledigt werden musste, etwas, das wichtiger war als sein eigenes Leben. Die Stimmen und Geräusche begannen erneut zu verschwimmen und auch die Schmerzen, die ihm zugefügt wurden, verloren an Bedeutung. Sein geschundener Rücken blutete noch immer und die gebrochenen Rippen bohrten sich wie kleine spitze Messer tiefer in seine Brust, aber Andre war nur noch in der Lage zu registrieren, nicht mehr irgendetwas dagegen zu tun oder sich gar zu wehren. Er spürte, wie er eine kurze Treppe hinaufgeschleift und dann grob auf einen Stuhl gestoßen wurde. Sein Kopf und sein Oberkörper sank nach vorne und schlugen unsanft auf der harten Platte eines Tisches auf. Er hörte Schritte, dann andere scharrende Geräusche, ein Poltern und schließlich eine dritte Stimme, die er zu seinem Erstaun als die von Laus identifizierte. Es ist genug, ihr könnt gehen. Aber protestierte Barson, wartet draußen, unterbrach ihn Laus, habt ihr nicht verstanden? Wieder dieses Scharren, ein unmutiges Murren und dann das dumpfe Zuschlagen einer brutal sein Haar und riss seinen Kopf nach oben und in den Nacken. Siehst du Unsterblicher, sagte Laus Stimme, so schnell können sich die Dinge ändern. Wo ist jetzt deine Überheblichkeit? André hätte nicht einmal geantwortet, wenn er es gekonnt hätte. Er verstand nicht, was hier vorging. Er war selbst zu schwach, um wirklich zu erschrecken, allenfalls, dass er eine sachte Verwunderung verspürte. Mit aller Kraft versuchte er, zumindest die Augen zu öffnen, doch nicht einmal das gelang ihm. Seine Lieder schienen Zentner zu wiegen, und auch wenn er spürte, dass der winzige Funke in ihm ein wenig heller zu glühen begann, so würde es doch noch lange dauern, vielleicht Stunden, bis er auch nur die Kraft aufgebracht hätte, den Kopf zu heben. Sein Schweigen schien Laurus noch wütender zu machen, denn er schlug ihm zwei, drei, viermal hintereinander mit der flachen Hand und mit großer Kraft ins Gesicht, sodass Andres Kopf hin und her rollte, und er vom Stuhl gefallen wäre, hätte Laurus ihn nicht zugleich auch festgehalten. Ich könnte jetzt so großmütig sein wie du und sagen, dass ich nichts tun und einfach warten werde, fuhr laurus nicht. Andres spürte, wie seine Lippen aufplatzten und salziges Blut über sein Kinn lief. Er war immer noch unfähig, darauf zu reagieren. Du spielst gern den harten Mann, wie? hünte Laurus. Nun wollen wir sehen, wie hart du wirklich bist. Er schlug ihn noch einmal und noch sehr viel härter. Diesmal lief das Blut nicht nur an seinem Kinn herab, sondern füllte auch seinen Mund und ran salzig und warm in seine Kehle. Und irgendetwas tief in ihm reagierte auf den bitteren Kupfergeschmack. Was immer Elena ihm auch genommen hatte, sie war nicht bis auf den tiefsten Grund seiner Seele gekommen. Sein düsterstes Geheimnis, das Gefängnis, in dem die Bestie lauerte, war noch da, die Tür zu diesem sichersten aller Verließe unberührt. Vielleicht unentdeckt. Ich hätte Lust, dich zu Tode zu prügeln, sagte Laurus und schlug ein drittes Mal zu, um seine Worte unverzüglich zu beweisen. Aber ich glaube, das würde Anker nicht gefallen. Er lachte böse. Vielleicht tue ich es ja doch gleich und fasse mich in Geduld. Ja, das werde ich tun. Ich werde einfach dastehen und zusehen, was Anker mit dir tut. Und wer weiß, vielleicht ist es das erste Mal, dass ich den Anblick wirklich genieße. Das reicht, sagte eine scharfe Stimme. Er kann dich nicht hören, du Narr. Und wenn er es könnte, dann könnte er nicht antworten. Laurus antwortete nicht darauf, aber Andre konnte hören, wie er scharf die Luft einsog. Seine Hand ließ Andres Haar los, sodass er wieder nach vorne sank und sein Gesicht erneut und schmerzlich hart auf die Tischplatte prallte, und das warme Blut lief weiter seine Kehle hinab. Er konnte jeden fingerbreites Wege spüren, den es nahm, wie eine brennende Spur, die es in sein Fleisch brannte. Lass das, du Dummkopf, sagte Ankerstimme. Sie war leise und zitterte so wie immer, und doch war etwas darin, das Andre erschauern ließ. Richte ihn auf. Er wurde erneut grob in die Höhe gezerrt. Dann trat Laurus hinter ihn und legte ihm beide Hände auf die Schultern, damit er nicht zur Seite kippte. Er konnte hören, wie Anker mit schlurfenden Schritten näher kam und sich einen Stuhl heranzog, um sich an der gegenüberliegenden Seite des Tisches niederzulassen. Aus der winzigen Glut in ihm war jetzt ein nach und nach. Er konnte Laurus scharfen Schweiß hinter sich riechen, aber auch den säuerlichen Geruch der 108-jährigen Frau auf der anderen Seite des Tisches. Und da war noch etwas. Das Blut ran weiter seine Kehle hinab. Die brennende Verlockung, die es transportierte, hatte die Tür des Gefängnisses erreicht und begann sich hineinzufressen wie Säure in altes, längst morsch gewordenes Holz. Du am Leben, sagte Anka. Er konnte hören, wie sie den Kopf schüttelte. Das ist erstaunlich. Ich habe noch keinen getroffen, der die dritte Nacht mit Elena überlebt hätte. Wer bist du, André Delany? Was hast du uns verschwiegen? Die Bestie auf der anderen Seite der Tür zerrte immer wilder an ihren Ketten. Etwas raschelte. Ankas säuerlicher greisenden Geruch wurde intensiver. Dann berührte eine trockene Hand seine Wange. Dürre Spinnenfinger tasteten über sein Gesicht, berührten seine Augen, seine Stirn, und er spürte, wie etwas in ihn eindrang und mit brutaler Kraft nach dem flackernden Lebensfunken in ihm griff. Doch statt ihn endgültig zu löschen, fachte sie ihn zu höherer Glut an. Nicht viel, nicht annähernd genug, dass er hätte auf den Gedanken kommen können, sich zu wehr zu setzen, aber doch genug, um ihm zumindest die Kontrolle über seinen Körper zurückzugeben. Mühsam öffnete er die Augen und blickte in Ankers Gesicht. Obwohl sie blind war, musste sie es irgendwie registriert haben, denn ihr faltenzerfurchtes Antlitz verzog sich zur höhnischen Grimasse eines Lächels. »Ja, wir können auch Kraft geben, André, sagte sie. Das hast du nicht gewusst, nicht wahr? Woher auch nehmen ist dir so viel seliger denn geben?« Er versuchte sich aufzurichten und ganz instinktiv Lauros Hände abzuschütteln, die immer noch schwer auf seinen Schultern lagen, aber dazu reichte seine Kraft nicht aus. »Was willst du von mir?« murmelte er. »Dein Leben, was sonst?« fragte Anker, sie klang ehrlich verwundert. »Wenichtens das, was noch übrig ist, aber du interessierst mich auch. Du bist ein erstaunlicher Mann, André. Die wenigsten überleben die erste Nacht mit meiner Tochter, nur ganz wenige die zweite, eine dritte, hat noch keiner geschafft.« Sie schüttelte Anker lachte meckernd. »Haha, hat sie vergessen, dir das zu erzählen? Ja, ja, Helena ist mein Kind. Ich war nicht einmal sechzehn, als ich sie geboren habe.« Wieder lachte sie, und diesmal lag ein hämischer Ton darin, der André einen kalten Schau über den Rücken laufen ließ. »Ich hatte Zeit genug, mich daran zu gewöhnen, aber es gibt Momente, in denen ich wirklich bedauere, nicht sehen zu können. Jetzt zum Beispiel. Ich hätte zu gern dein Gesicht gesehen, als du dir gerade ausgerechnet hast, dass du mit einer bald Hundertjährigen im Bett warst. »Warum?« murmelte André. Anker legte den Kopf schräg. »Warum was?« »Warum habt ihr mich nicht einfach umgebracht?« murmelte André. »Warum habt ihr eure Brut nicht einfach gewähren lassen? Bereitet es euch solche Freude, Menschen zu quälen?« »War auch das?« erwiderte Anker ungerührt. »Aber ich dachte, Elena hätte es dir erzählt. Es gibt nur noch wenige wie dich, André, und auch das Leben einer Unsterblichen endet irgendwann. Das Überleben des Volkes muss gesichert werden.« Sie deutete mit einer verächtlichen Geste auf Laurus, der hinter seinem Stuhl stand. »Du hast ja gesehen, was dabei herauskommt, wenn wir uns mit normalen Sterblichen bahren.« André blickte weiter starr in Ankers Gesicht, aber er konnte spüren, wie Laurus hinter ihm leicht zusammen fuhr. »Dann habt ihr ja jetzt, was ihr wolltet«, sagte er kalt. »Töte mich. Vielleicht hast du mir damit ja eingefallen.« »Das wäre ja fast ein Grund für mich, es nicht zu tun«, sagte Anker, lachte aber gleich darauf meckernd, schüttelte den Kopf und hob beide Hände, die Finger wie dürre Raubvogelkrallen nach seinem Gesicht ausgestreckt. »Aber freu dich nicht zu frui.« »Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit durchkommt«, fragte André. Anker erstarrte mitten in der Bewegung. Ihre blinden Augen taxierten André's Gesicht so aufmerksam, dass er sich für einen Moment fragte, ob sie nicht doch sehen konnte, wenn auch vielleicht auf eine völlig andere Art, als er sich auch nur vorzustellen vermochte. »Was meinst du damit?« »Ihr habt vor, das, was mit Handmann passiert ist, und die Morde auf mich abzuwälzen,« sagte er. Aber ich glaube, ihr unterschätzt Pater Flock, und ihr unterschätzt auch die Inquisition. Inquisition? André lachte leise. Oh, hat Schulz euch nichts davon gesagt? Es ist ein Inquisitor auf dem Weg hierher. Ich glaube nicht, dass er sich mit ein paar Lügen abspeisen lässt. Nein, nein, das stimmt nicht, ich weiß, dass es nicht so ist. Ich hatte schon hinlänglich Gelegenheit, Erfahrungen mit ihnen zu sammeln. Deine Sorge um uns rührt mich, sagte Anker, aber ich kann dich beruhigen, wir haben für alles vorgesorgt, und gerade dein Freund Flock wird es sein, der unsere Unschuld beweist. Hör auf damit, Anker, sagte Laurus, merkst du denn nicht, dass er nur Zeit gewinnen will? Ja, vielleicht hast du recht, sagte Anker nachdenklich, direkt an André gewandt und in verändertem Ton fuhr sie fort. Ja, ich weiß, was du vorhast, André, du willst Zeit gewinnen, du willst Kraft sammeln, weil du glaubst, mir gewachsen zu sein. Ich glaube nicht, dass du es bist, aber Laurus hat recht, du bist gefährlich, gefährlich ja vielleicht, als ich selbst jetzt schon ahne, es wäre törig, dir eine Chance zu geben. Und damit führte sie die begonnene Bewegung zu Ende und schlug ihre Krallenfinger in sein Gesicht und gleichzeitig griff der Seelenfresser in ihr nach André's verbliebener Lebenskraft, um sie mit einem einzigen Ruck aus ihm herauszureißen, und André entfesselte den Vampir in sich. Ankers Augen wurden groß vor Entsetzen, als sie schlagartig begriff, wie grausam sie sich getäuscht hatte, dass sie es nicht mit einem wehrlosen und schon fast toten Opfer, sondern einem gleichwertigen Gegner zu tun hatte, einem Ding, das mindestens so böse und alt war wie das, das sie selbst beseelte, aber ungleich gieriger und wilder. Sie prallte keuchen zurück, und André sprang mit einer einzigen Bewegung auf und versetzte dem Tisch einen Tritt, der ihn umfallen und Anker mitsamt ihres zusammenbrechenden Stuhles unter sich begraben ließ. Noch aus der gleichen Bewegung heraus und so schnell, dass Laurus nicht die Spur einer Chance hatte, auch nur zu begreifen, was hier geschah, geschweige denn, sich zu wehren, wirbelte er herum und brach ihm mit einer blitzschnellen Bewegung das Genick. Noch bevor Laurus zusammenbrach, langte er über ihre dürren, immer noch zu Krallen gekrümmten Hände fuhren ziellos durch die Luft und versuchten sein Gesicht zu zerkratzen, aber auch die andere, viel stärkere Bestie in ihr verschwendete ihre Kraft für einen Moment in sinnloser Raserei, vielleicht für den entscheidenden Moment, denn obwohl André schon längst nicht mehr Herr seiner selbst war und eigentlich nur noch Zuschauer, der dem Toben des Vampirs mit einer Mischung aus Entsetzen und grimmiger Befriedigung folgte, spürte er doch, dass diese vermeintlich uralte zerbrechliche Greisen eine zumindest gleichwertige Gegnerin war, wenn nicht ihm überlegen. Hätten Überraschung und Wut sie nicht blind gemacht, so hätte sie ihn durchaus überwinden können, aber der Moment war vorbei und André gedachte nicht, ihr eine zweite Chance zu geben, so mühelos als wöge sie gar nichts, hob er Anker hoch und schleuderte sie quer durch den Raum auf das schäbige Bett, das vor der gegenüberliegenden Wand stand. Der Aufprall ließ Anker pfeifend die Luft ausstoßen und brach ihr vermutlich mehrere Knochen und André konnte spüren, wie aus ihrer Raserei Panik wurde. Blitzschnell war er über ihr, packte sie mit der linken Hand an der Kehle zu geben. Anker hustete, er sah, dass sie zu antworten versuchte, aber seine Hand schnürte ihr die Luft ab. André lockerte zwar den Griff ein wenig, blieb aber auf der Hut. Gleichzeitig lauschte er mit seinen nichtmenschlichen Sinnen in sie hinein und erneut lief ihm ein eisiger Schauer über den Rücken, als erträchtiger geworden war. Was habt ihr vor? fragte er. Was habt ihr mit Abudun gemacht? Rede, du altes Weib, oder ich schwöre dir, ich schlage dir den Schädel ein. Anker gab ein Laut von sich, den er im ersten Moment für ein Stöhnen hielt, bis er begriff, dass es nichts anderes als ein Lachen war. Tu es doch, sagte sie herausfordernd, Töte mich! Alles in ihm schrie danach, es tatsächlich zu tun. Nie zuvor hatte er den Tod eines Menschen so sehr gewollt wie jetzt den dieser alten Frau und niemals zuvor hatte er so deutlich gewusst, dass er es nicht tun durfte. Ganz plötzlich begriff er, dass er diesen Kampf nicht gewinnen konnte, ganz egal, wie er ausging. Anker lachte erneut, hustete plötzlich gequält und spuckte Blut und André begriff, dass er sie bereits tödlich verletzt hatte. Ganz gleich, wie mächtig das Ding in ihr auch sein mochte, ihr Körper war der einer über hundert Jahre alten Frau, für den schon eine flüchtige Bewegung eine tödliche Gefahr darstellen konnte. Er lockerte seinen Griff weiter, ließ die zur Faust geballte Rechte aber nicht sinken. Seine Gedanken rasten, Was sollte er tun? Auch der Vampir in ihm schien zu zögern, als Begriffe er ganz instinktiv was geschehen würde, wenn er versuchte, dieses uralte, unvorstellbar mächtige Konglomerat aus hunderten und aberhunderten verdorbener Seelen zu verschlingen. Aber die Gier war trotzdem da, und sie wurde mit jedem Moment stärker. Das Ding in ihm war kein Intellekt, nichts, was logisch dachte oder plante, sondern ein seelenloser Killer, der keinen anderen Daseins Zweck kannte, als zu töten. Aber ich will es dir trotzdem sagen, Unsterblicher, sagte Anker kichernd, ich habe deinen Freund einen Herzenswunsch erfüllt, etwas, das er von dir nie bekommen hat. André keuchte, du hast hat man dir nie gesagt, dass wir das können, fragte Anker hämisch, es ist so leicht, man muss nur seine Gier beherrschen, weißt du, du darfst nicht alles von einer Seele nehmen und du musst ihr etwas von dir geben, die meisten sterben daran, aber einige schaffen es doch, mach dir keine Sorgen um deinen großen Freund, er ist stark, er wird es überleben und er wird ein würdiger Nachfolger für dich werden, sie kicherte, wenigstens solange er noch lebt, hör auf, sagte André mit zitternder Stimme, hör auf, Anker kicherte erneut, leise und meckernd und so böse, dass es André's ganzer Willenskraft bedurfte, nicht die Hand, um ihren dürren Hals zu schließen und ihn zu zerquetschen, und was willst du tun, wenn nicht, fragte sie, mich töten, nur zu, damit erweist du mir nur eingefallen, dieser Körper hat längst ausgedient, töte mich und wir werden beide ewig leben. André ließ ihre Kehle los, richtete sich halb auf und schlug ihr dann die geballte Faust mit aller Gewalt gegen die Schläfe. Die alte Frau starb auf der Stelle und dann explodierte der Raum unter einer Flut brodelnder schwarzer Lebensenergie, die aus ihr hervorbrach wie eine Flutwelle aus einem zerbrochenen Damm, eine Woge von Kraft, wie André sie noch nie gespürt hatte und vielleicht nie wieder spüren sollte und die danach schrie, von ihm verschlungen und seiner eigenen Lebenskraft hinzugefügt zu werden. Aber er tat es nicht. Der Vampir in ihm schrie auf, wütend, in schierer Raserei vor Gier und Enttäuschung, diese, diese unendlich verlockende Beute nicht schlagen zu können, aber irgendwie gelang es André ihn zurückzuhalten. Vielleicht war es nicht einmal seine eigene Kraft, vielleicht war es etwas, das noch stärker war als seine dunkle Seite, das pure Wissen, dass es sein sicheres Ende bedeuten musste, wenn er versuchte, aus der Quelle des rein Bösen zu trinken. André krümmte sich, schlug die Fäuste vor das Gesicht und stürzte schließlich rücklinks zu Boden. Er hörte nicht, dass er schrie und er spürte nicht, dass er sich wie in Krämpfen auf dem Boden wand, während er verzweifelt versuchte, der immer stärker werdenden Gier zu widerstehen. Das Toben der Bestie wurde zur Agonie, hatte längst die Grenzen dessen, was vorstellbar war, überschritten und drohte ihn nun seinerseits zu verzehren und er spürte, dass er den Kampf verlieren würde. Und dann war es vorbei. Die Raserei hörte auf und das Ungeheuer in ihm zog sich wieder in sein Versteck am Grunde seiner Seele zurück, nicht geschlagen, sondern zutiefst verstört und erschrocken. André sank erschöpft zurück, schloss für einen Moment die Augen und wartete darauf, dass sich sein rasender Herzschlag beruhigte und sein Atem nicht mehr keuchend und unregelmäßig ging. Er war am ganzen Körper in Schweiß gebadet und als er sich aufrichtete und sich zu Ankers Lager herumdrehte, zitterten seine Hände so stark, dass er sie gegen den Leib pressen musste. Die alte Zigeunerin war tot, aber nicht nur ihr Körper war gestorben. Da hing noch etwas wie ein leiser Hauch einer uralten, aber allmählich in Vergessenheit geratenen Macht in der Luft und für einen ganz kurzen Moment glaubte André einen unendlich leisen, aber auch unendlich gequälten, enttäuschten Aufschrei zu hören, der jedoch verklang, bevor er sicher sein konnte. Dann war es endgültig vorbei. Das Ding, das so viele Seelen verschlungen und zur puren Verhöhnung dessen gemacht hatte, wozu sie einst erschaffen worden waren, war fort, vielleicht hinübergeglitten in eine andere Dimension des Seins, die Andres Verständnis ebenso verborgen blieb wie allen anderen Menschen, vielleicht aber auch noch endgültig erloschen und für alle Zeiten zerstört. Er hoffte es. André wartete, bis das Zittern seiner Hände ganz aufgehört hatte, dann drehte er sich herum und ging langsam zu Lauros Leichnam hinüber. Erst jetzt spürte er, wie müde und ausgelaugt er immer noch war. Die Kraft, die ihm befähigt hatte, Lauros zu töten und Anker zu widerstehen, war nicht seine eigene gewesen, sondern nur geliehen, und er eigentlicher Besitzer hatte den allergrößten Teil davon wieder mit sich zurück in sein finsteres Verlies genommen. Obwohl er wusste, wie sinnlos es war, ließ er sich neben Lauros auf die Knie sinken und suchte in dem reglosen Körper nach einem Rest der Kraft, die ihn bisher von einem unbeseelten Stück Fleisch zu einem Menschen gemacht hatte. Aber da war nichts mehr. Wenn er eine Seele nahm, dann musste es im Augenblick des Todes geschehen, wortwörtlich, der letzte Atemzug, mit dem der Lebensodem ausgehaucht wurde. Immerhin hatte Lauros ihm ein letztes Geschenk dagelassen. Er trug André Schwertgurt mitsamt der Waffe an der Hüfte. André nahm sein Eigentum wieder an sich, richtete sich auf und legte den silberbeschlagenen Gürtel an, während er nachdenklich auf den Leichnam des grauhaarigen Sinti vor sich hinabblickte. Er sollte Zorn empfinden oder zumindest eine grimmige Befriedigung, aber alles, was er spürte, war ein vages Gefühl von Mitleid mit diesem fehlgeleiteten Sterblichen, der vielleicht wirklich geglaubt hatte, er könne ein Stück der Ewigkeit erringen, wenn er sich mit dem Teufel einließe. André konnte ihn nicht verurteilen, nicht wirklich. Es stand ihm nicht zu und wie auch. Selbst er war Elenas Zauber erlegen und er wirkte jetzt noch auf ihn. So wie jetzt, als er wusste, dass sie von Anfang an nur mit ihm gespielt und seine Sinne verwirrt hatte, war es ihm unmöglich, sie zu hassen. André sah an sich herab, strich glättend über seine Kleider und schleifte Lauros Leiche dann ein Stück zur Seite, damit man sie nicht gleich sah, wenn er die Tür öffnete. Die Hand in einer nachlässigen Geste auf dem Schwertknopf liegend und mit festen Schritten, von denen er wenigstens hoffte, dass sie seine Schwäche verbargen, entriegelte er die Tür und trat in die Nacht hinaus. Bason und sein Bruder warteten in wenigen Schritten Abstand. Beide fuhren überrascht zusammen, als sie ihn erblickten. Basons Augen wurden groß vor Schrecken, während Rason eher verwirrt aussah und dann mit einem Ausdruck niedergeschlagenen Begreifens die Stirn runzelte. Ohne Hast und mit einem gezwungenen Lächeln auf den Zügen ging André auf die beiden zu. Andreas, murmelte Bason verwirrt, oder nein, nein, antwortete André ruhig. Andreas war schon richtig. Vielleicht begriff Bason noch, was diese Worte wirklich bedeuteten, aber weder er noch sein Bruder kamen auch nur dazu, nach ihren Waffen zu greifen. Es war nicht besonders schwer gewesen, der Spur zu folgen, die Abudun hinterlassen hatte. Dennoch war André nach einer Weile davon abgewichen und hatte einen großen Bogen in westlicher Richtung geschlagen, als ihm klar geworden war, wohin der Nubier ritt, an den einzigen Ort, der Sinn machte, wenn Elenas und Ankers Plan aufgehen sollte. Er verlor eine Menge Zeit dadurch, wertvolle, möglicherweise sogar unwiederbringliche Zeit, aber er wagte es trotzdem nicht, auf dem kürzesten Weg zu Handmannsmühle zu reiten, denn er konnte es nicht riskieren, einfach darauf zu bauen, dass Ankers Tochter hundertprozentig davon überzeugt war, dass ihr Plan aufging und nicht vielleicht doch jemanden zurückließ, der den Weg im Auge behielt. Nachdem er Bason und seinen Bruder getötet und ihre Lebenskraft in sich aufgenommen hatte, fühlte er sich wieder einigermaßen erfrischt und bei Kräften, aber er war noch weit davon entfernt, so stark wie früher zu sein. Elena hatte ihm fast seine ganze Kraft genommen und er konnte es sich einfach nicht leisten, auch nur einen Atemzug damit zu verschwenden, sich unter Umständen aus einem Hinterhalt freizukämpfen. Dass er Anker besiegt hatte, hatte mehr mit Glück als mit irgendetwas anderem zu tun und André war nicht so vermessen, einfach darauf zu bauen, dass ihm sein Glück auch treu blieb. Der Himmel im Osten begann sich rot zu färben, als er in den Wald eindrang und sich dem Dunkel mit der ausgebrannten Ruine der alten Mühle aus Richtung der Stadt näherte. Der Wald schien jetzt, bei Nacht, noch unheimlicher und lebensfeindlicher als das erste Mal, als er hier gewesen war, aber etwas hatte sich verändert. Nicht alles Leben war erloschen. Irgendwo vor ihm halten die lautlosen, entsetzend Schreie sterbender Seelen durch die Nacht, und er konnte das Blut riechen, noch bevor die Mühle in Sichtweite kam und er sein Pferd zügelte. Vielleicht kam er schon zu spät. Dennoch ritt er nur noch ein kleines Stück weiter, bevor er ganz abstieg, das Tier wenige Schritte weit in den Wald hineinführte und seine Zügel an einem Ast festband. Er glaubte jetzt, Schreie zu hören, vielleicht auch Kampflärm, aber er war sich nicht ganz sicher. Für die Dauer einiger schwerer Herzschläge blieb er stehen, schloss die Augen und versuchte auch die schrecklichen Geräusche zu ignorieren, um auf einer anderen, weiterreichenden Ebene in den Wald hineinzulauschen. Ja, ja, sie waren da. Er konnte ihre finstere Präsenz spüren wie einen Pesthauch, der die Nacht durchzog, und jetzt fühlte er auch noch etwas, etwas, das die ganze Zeit über dagewesen war, vom ersten Tag an, als er das Lager der vermeintlichen Sinti betreten hatte, nur, dass er es niemals bemerkt hatte, weil etwas ihn daran hinderte. André zog sein Schwert aus dem Gürtel und lief los. Trotz seiner scharfen Augen und des immer lauter werdenden Kampflärmes, der ihm den Weg wies, lief er ein gutes Stück weit in die falsche Richtung, ehe er sein Irrtum erkannte und seinen Kurs korrigierte. Statt unmittelbar unter der Mühle aus dem Wald zu treten, ragte der mit Ruß und verbrannten Trümmern bedeckte Hügel vor ihm auf, sodass er sich mühsam seinen Weg durch die verkohlte Ruine bahnen musste, ehe er sah, was sich auf der anderen Seite abspielte. Er hatte sich nicht getäuscht. Es war Kampflam gewesen, den er gehört hatte, und er kam zu spät. Am Waldrand auf der anderen Seite des Weges, fast genau dort, wo Elenas Kinder gestanden hatten, als Abudun und er in der Mühle gewesen waren, war etwa ein Dutzend Pferde angebunden. Bei den meisten handelte es sich um derbe Tiere, die er dazu geeignet schienen, einen Wagen zu ziehen, als einen Reiter zu tragen. Zumindest drei indes waren unverkennbar Schlachtrösser, und eines trug eine prachtvolle Schabracke, deren Gold- und Silberstickereien selbst in der Nacht noch glänzten. Die Männer, die auf diesen Pferden geritten waren, lagen erschlagen auf dem Hügel. André schloss für einen Moment die Augen, konzentrierte sich und stellte fest, dass noch nicht aus allen Körpern das Leben gewichen war, und als er aus der Ruine hervor und ins helle Mondlicht trat, hörte er ein halblautes Wimmern. Aber das würde nicht mehr lange so bleiben, denn der Mann, der dieses Gemetzel angerichtet hatte, ein ganz in Schwarz gekleideter Hühne, versetzte genau in diesem Moment einem der wenigen Überlebenden den Todesstoß. Dann drehte sich Abudun herum und ging langsam zum Weg zurück. André verbarg sich im Schutz der Ruine, als er spürte, wie sich in den Schatten auf der anderen Seite des Weges etwas regte. Aufmerksam beobachtete er aus seinem Versteck heraus, was weiter geschah. Die Gestalt, der sich Abudun nun mit seinem blutigen Säbel näherte, unterschied sich deutlich von den anderen. Es war kein Krieger, sondern ein hochgewachsener, sehr schlanker Mann, der einen prachtvollen roten Mantel trug und neben dem eine spitze, ebenfalls mit Gold- und Silberstickereien verzierte Mütze im Schlamm lag. Er war verletzt, sein Gesicht war blutüberströmt und es hätte André's übersinniger Kräfte nicht bedurft, um die blanke Todesangst zu erkennen, die in seinem Blick lag. Als Abudun vor ihm stehen blieb und den Säbel hob, riss der Mann entsetzt beide Hände vor das Gesicht und begann zu wimmern. Doch Abudun schlug nicht zu. Er stand einfach reglos da und starrte auf das zitternde Häufchen Elend hinab, bei dem es sich um keinen geringeren als den Inquisitor handeln musste, von dem Flock gesprochen hatte. Der Nubier schien auf etwas zu warten und André wusste, worauf. Aufmerksam sah er sich um. Er konnte spüren, dass sich Elena und ihre Höllenbrut näherten, aber noch waren sie nicht zu sehen und vermutlich blieben ihm noch einige Minuten. Vorsichtig und jeden Schatten als Deckung ausnutzend trat André zum zweiten Mal aus der Ruine und huschte zu einem der Toten. Der Mann war mit einem sauberen Schnitt die Kehle durchtrennt worden und er schien nicht einmal die Zeit gefunden zu haben, seine Waffe zu ziehen. Auf seinem Gesicht lag kein Ausdruck von Erschrecken oder Schmerz, sondern nur der maßlose Überraschung. André kannte ihn. Es war einer der beiden Soldaten, die Schulz begleitet hatten. Sein Dienstherr lag nur ein Dutzend Schritte entfernt auf dem Hügel und als André neben ihm niederkniete, sah er, dass Schulz noch am Leben war. Er hatte eine üble Schnittwunde in der Schulter, die heftig blutete, aber er war bei Bewusstsein. Als er André erblickte, verzerrte sich sein Gehirn, im Gesicht vor Furcht, aber André machte eine warnende Bewegung und sah wieder zu Abudun hin. Der Nubier schien noch nichts von seiner Anwesenheit bemerkt zu haben. Er hatte ihm den Rücken zugewandt und das Schwert sinken lassen, stand aber immer noch in eindeutig drohender Haltung über dem wimmernden Kirchenmann. »Habt keine Angst!« flisterte André. »Ich bin hier, um euch zu helfen!« Schulz' Blick flackerte. Für einen Moment erschien eine wilde, verzweifelte Hoffnung darin, aber André sah auch, dass er es nicht gestattete, an diese Hoffnung zu glauben. »Es ist nicht so, wie es aussieht, glaubt mir!« flüsterte er. »Abudun ist nicht er selbst. Er weiß nicht, was er tut.« »Sie haben recht,« stöhnte Schulz. »Ihr seid vom Teufel besessen. Ihr seid Dämonen!« »Glaubt doch, was ihr wollt,« antwortete André. »Aber jetzt haltet den Mund, sonst ist es um uns beide geschehen.« Er machte eine fahrige Handbewegung. »Ist sonst noch jemand am Leben?« »Flock!« flüsterte Schulz. »Ich glaube, er... er lebt noch.« »Flock!« keuchte André. »Ihr Wahnsinniger habt ihn mit hierher gebracht!« »Er hat darauf bestanden!« presste Schulz zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Er schien starke Schmerzen zu haben. Trotzdem hob er die Hand und deutete mit zitternden Fingern auf eine verkrümmte Gestalt, die nur wenige Schritte entfernt lag. André's Herz machte einen schmerzhaften Sprung in seiner Brust, als er den jungen Geistlichen erkannte. Flock lag auf der Seite und hatte die Beine an den Leib gezogen. Er wies zumindest auf den ersten Blick keine sichtbaren Verletzungen auf, aber in dem erbarmungswürdigen Zustand, in dem er sich befand, reichte es vermutlich schon, ihn aus dem Sattel zu stoßen, um ihn damit umzubringen. »Seid still!« zischte André. »Wenn ihr die Kraft habt, dann kriecht in den Wald, aber macht es um Himmels willen lautlos!« Nach einem weiteren Blick in Abuduns Richtung huschte er geduckt los. André war sich durchaus darüber im Klaren, dass er völlig ohne Deckung war und kaum mehr als ein Dutzend Schritte von Abudun entfernt. Der Nubier musste sich nur herumdrehen, um ihn zu sehen, und in dem Blutrausch, in dem er sich ganz offensichtlich befand, und bei dem, wozu er geworden war, war André ihm vermutlich nicht gewachsen, sollte dieser ihn angreifen. Trotzdem schlich er rasch neben Flock und hob den Junggeistlichen behutsam auf die Arme. Flock stöhnte vor Schmerz. Abudun musste ihn gehört haben, aber er regte sich immer noch nicht. Er stand einfach da, starrte den Mann im roten Mantel der Inquisition zu seinen Füßen an und schien auf irgendetwas zu warten. Vielleicht hatte er André sogar bemerkt, und es war ihm schlichtweg egal. André trug Flock zurück in die Ruine, legte ihn behutsam hinter die Reste einer niedergebrannten Mauer auf den Boden und wollte gerade Schulz holen, als er eine Überraschung erlebte. Der grauhaarige Mann hatte sich aus eigener Kraft erhoben und taumelte gebeugt und die rechte Hand auf die immer noch heftig blutende Schulter gepresst, auf ihn zu. Abudun, der wie ein schwarzer Dämon hinter ihm aufragte, regte sich noch immer nicht. Mit Andrés Hilfe gelang es Schulz, die letzten Schritte zurückzulegen und mit einem erschöpften Keuchen neben Flock auf die Knie zu sinken. Was bedeutet das, Andreas? murmelte er. Sein Blick war noch immer voller Furcht und Misstrauen. Er war weiter denn je davon entfernt, André zu glauben. Vielleicht hatte er einfach resigniert und eingesehen, dass ihm keine andere Wahl blieb. Das weiß ich nicht, antwortete André. Noch nicht. Bleibt hier, kümmert euch um Flock. Und wenn ich es nicht, wenn ich es nicht schaffen sollte, dann lauft weg. Versucht euch irgendwo zu verstecken, bis alles vorbei ist. Vorbei, murmelte Schulz. Was? Statt zu antworten, richtete sich André langsam hinter seiner Deckung auf und sah wieder zum Weg hinunter. Abudun stand immer noch wie angewurzelt da, aber das würde nicht mehr lange so bleiben. Sie waren ganz nahe, aber vielleicht reichte die Zeit ja noch. Sie reichte nicht. Aus dem Unterholz tauchten lautlos vier geisterhafte, schlanke Schemen auf, noch bevor André die halbe Strecke zurückgelegt hatte, und begannen, den Nubier und sein Opfer zu umzingeln. Sie mussten André gesehen haben, denn er hatte die Sinnlosigkeit seines Versteckspieles eingesehen und bewegte sich nun ganz offen auf sie zu. Doch erschienen sie nicht zu kümmern, denn ihre schmalen, im Mondlicht toten, bleichschimmernden Gesichter waren starr auf Abudun gerichtet. Sie hatten nun keine Ähnlichkeit mehr mit Kindern, sondern sahen aus wie das, als das Flock sie vom ersten Moment an bezeichnet hatte. Dämonen. »Tu es nicht, Abudun!« rief André. Der Nubier reagierte nicht. André war nicht sicher, ob er ihn überhaupt gehört hatte. Reglos stand er da, das Schwert gezogen und den Blick starr auf den verletzten Inquisitor gerichtet, der mittlerweile aufgehört hatte zu wimmern und den schwarzgesichtigen Hühnen aus weit aufgerissenen Augen anstarrte. Seine Hände hatten zu zittern begonnen. André ging langsamer weiter, und blieb einen Schritt hinter Abudun stehen. Dann schob er sein Schwert zurück in den Gürtel. Dies war nicht länger der Moment für Waffen. Stahl vermochte den Nubier nicht aufzuhalten. »Abudun!« sagte er eindringlich. »Tu es nicht! Du kannst ihnen widerstehen!« Einer der beiden jüngeren Knaben löste seinen Blick von Abudun und sah zu André hoch. Er hatte erwartet, Hass in den Augen des Jungen zu erblicken oder Zorn. Aber alles, was er darin las, war ein höhnischer Triumph. Abudun zitterte immer stärker. Er hob das Schwert und ließ die Waffe dann wieder sinken, als wäre sie plötzlich zu schwer für ihn, und sank dann langsam neben dem verletzten Kirchenmann auf die Knie. »Hilf mir, André!« flüsterte er. »Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Hilf mir!« »Das kann ich nicht!« sagte André. »Dann, dann töte mich!« Plötzlich schrie Abudun auf, fuhr herum und starrte aus weit aufgerissenen Augen in die Runde. Blankes Entsetzen breitete sich auf seinem Gesicht aus, als er das knappe Dutzend toter Soldaten gewahr wurde, die auf dem Weg und dem Pfad zum Hügel hinauf dalagen. »Es ist noch nicht zu spät!« sagte André eindringlich. »Du kannst es besiegen! Ich habe es geschafft! Und du kannst es auch!« »Hilf mir!« wimmerte Abudun. Er zitterte am ganzen Leib. Seine Hand hatte nicht mehr die Kraft, das Schwer zu halten. Es fiel dicht neben dem Inquisitor zu Boden. »Warum verschwindest du nicht Missgeburt?« zischte Elenas Tochter. »Fühl dich bloß nicht zu sicher. Vielleicht dürfen wir dir nichts tun, aber wer weiß, möglicherweise sind wir sehr unartige Kinder, die nicht auf das hören, was ihre Mutter ihnen sagt.« André ignorierte sie. Er empfand jetzt keine Furcht mal vor diesen Geschöpfen, nicht nachdem er wusste, was sie wirklich waren. »Kämpf dagegen an, Abudun!« sagte er noch einmal. »Du kannst es!« »Aber welchen Sinn hätte es, Andreas?« fragte jemand hinter ihm. André schloss die Augen und versuchte vergeblich, sich ein leises Stöhnen zu unterdrücken, als er Elena Stimme erkannte und ihre Nähe spürte. Irgendetwas in ihm begann zu zerbrechen. »Du weißt, dass er diesen Kampf nicht gewinnen kann, Andreas?« fuhr Elena fort. Er konnte hören, wie sie näher kam und weniger als zwei Schritte hinter ihm stehen blieb. Selbst über die Entfernung spürte er ihren Duft und glaubte hinter seinen geschlossenen Lidern ihren verlockenden Körper vor sich zu sehen, wie er einst nackt im Mondlicht geschimmert hatte. »So wenig wie du?« »Obwohl ich mir da nicht einmal mehr sicher bin. Du überrascht mich immer wieder.« »Warum?« fragte er. »Weil ich noch lebe. Es tut mir leid, wenn ich dich enttäuschen muss.« »Warum sagst du das?« fragte Elena. Der Schmerz in ihrer Stimme klang echt. Beinahe hätte er ihn wirklich überzeugt. »Ich hatte nie vor, dir ein Leid anzutun.« »Oh nein,« sagte André, »ich bin sicher, du wirst gleich morgen Abend wieder in mein Bett kriechen, um zu sehen, ob ich vielleicht noch eine vierte Nacht mit dir überlebe.« »Ich bin nun einmal, was ich bin,« antwortete Elena. »Genau wie du. Willst du mir meine Natur zum Vorwurf machen?« »So wie die deiner Mutter?« fragte André. Elena schwieg eine Weile. »Du hast sie getötet,« sagte sie dann. André nickte. »Dann ist ein Teil von ihr jetzt auch ein Teil von dir,« sagte Elena. »Vielleicht bist du tatsächlich der, auf den wir gewartet haben. Warum wehrst du dich, Andreas? Sieh endlich ein, dass du zu uns gehörst. Zu mir.« Und vielleicht hatte sie ja recht. Wieso entsetzte ihn das Gemetzel so sehr, dass Abudun angerichtet hatte? Er selbst hatte im Laufe seines Lebens so viele Männer getötet und nur die wenigsten von ihnen hatten eine echte Chance gehabt. Und auch in ihm wohnte das gleiche Ungeheuer, das er in Ankers Seele gespürt hatte, dasselbe Raubtier, das in Gestalt einer wunderschönen, verlockenden Frau hinter ihm stand. Ja, vielleicht hatte sie recht. Es konnte kein Zufall sein, dass er so lange durch die Welt gezogen war, so viele seiner Art getroffen hatte und dass er niemals auch nur einem einzigen begegnet war, der wie er der Verlockung des Blutes so lange widerstanden hatte. Ja, er gehörte zu ihr. Er konnte diesen Kampf noch ein Menschenleben lang führen oder auch zwei oder hundert, aber am Ende würde er ihn verlieren. Warum ihn dann überhaupt kämpfen? Warum ein Dasein auf der Flucht und denn ständiger Angst vor sich selbst einem Leben an Elenas Seite vorziehen? Sie konnte ihm gehören, sie würde ihm gehören, jetzt, wo es Anker nicht mehr gab und Lauros, er musste einfach nur stehen bleiben und nichts tun und statt eines Millenniums auf der Flucht und einer Ewigkeit voller Angst und Selbstzweifeln wartete ein Leben im Schutze einer Familie auf ihn und ungezählte Nächte, in denen er Elena in den Armen halten und die Wärme ihres Körpers spüren konnte. Du kannst ihn nicht mehr retten, Andreas, sagte Elena noch einmal. Er ist verloren, wie wir alle, aber wenn du ihn opferst, gewinnst du mich. In diesem Moment schrie André auf, als hätte man ihm einen glühenden Dolch in die Brust gestoßen, wirbelte herum und riss noch in der Bewegung das Schwert aus dem Gürtel. Vermutlich begriff Elena nicht, was geschah, keinesfalls jedoch spürte sie den scharf geschliffenen Stahl des damals Zehnerschwertes, das sie enthauptete. Etwas in André starb mit ihr in diesem Moment, schnell und lautlos und unwiderruflich und noch bevor er den Schlag ganz ausgeführt und aus derselben Drehung heraus auch Elenas Tochter niedergestreckt hatte. Das Mädchen sank lautlos neben seiner Mutter zu Boden und wieder war es André als erhebe sich ein unsichtbarer dunkler Vogel auf rauchigen Schwingen in die Nacht und mit einem klagenden Schrei zu vergehen. Doch André schritt gnadenlos voran, tötete zuerst den älteren Knaben und dann seine beiden jüngeren Brüder und auch das, was er im letzten Moment in ihren Augen las, würde er nie mehr vergessen, denn in der Sekunde, da sie der tödliche Stahl traf, schien alles Dämonische und Böse von ihnen abzufallen und vielleicht waren es nun tatsächlich Kinder, die er erschlug und keine Höllenbrut jetzt, wo das Ungeheuer, das sie erschaffen hatte, nicht mehr lebte. Dennoch brachte er es zu Ende, er konnte nicht anders und vielleicht war der Tod, den er ihnen brachte, die einzige Gnade, die es für diese missbrauchten Kreaturen noch gab. Als es vorbei war, ließ er erschöpft sein Schwert sinken und drehte sich zu Abudun und dem Inquisitor herum. Der Nubier zitterte am ganzen Leib. Sein Blick irrte unstet über den Hügel und den Weg, über die reglosen Körper Elenas und ihrer Kinder und verlor sich dann in einer Unendlichkeit, die von grenzenlosem Entsetzen erfüllt zu sein schien. André war nicht sicher, ob er überhaupt begriffen hatte, was vorging. Das blutige Schwert noch immer in der Hand trat er neben den Inquisitor und ließ sich auf ein Knie herabsinken. Der Kirchenmann erschrak und versuchte ein Stück vor ihm zurückzukriechen, er starrte aber dann mitten in der Bewegung, als André eine Hand nach ihm ausstreckte. »Nein!« keuchte er. »Habt keine Angst!« sagte André rasch. »Ich werde euch nichts tun!« »Aber... aber... wer... was?« Der Inquisitor zitterte nun ebenso heftig wie Abudun und bekreuzigte sich mehrmals hintereinander, ohne dass er daraus wirklich Trost zu ziehen schien. »Was... bedeutet das?« murmelte er immer wieder. André wandte sich wieder Abudun zu. Denn Nubia starrte jetzt ihn an. Aber auch wenn sein Blick aus jener entsetzlichen Leere zurückgekehrt war, hatte er den Schrecken, der sie erfüllte, doch mitgebracht. »Hilf mir, André!« rümmerte er. »Habe... habe ich das getan?« André nickte nur stumm. »Und du wirst noch viel mehr tun, mein Freund«, dachte er, »wenn dich niemand daran hindert.« Bitterkeit machte sich in ihm breit. Nun wusste Abudun, warum André ihm das Geschenk der Unsterblichkeit, um das er ihn so oft gebeten hatte, immer verweigert hatte. Doch nun war es zu spät. »Das kann ich nicht«, sagte er leise. »Dann töte mich«, zischte Abudun. »So will ich nicht leben.« André schwieg. Er stand auf, seine Hand schloss sich fester um den Schwertgriff und auch sein Herz schien zu einem kalten Klumpen Eis zu erstarren. Plötzlich war in ihm nichts mehr als Leere. Er hatte nicht einmal mehr die Kraft, Schmerz zu empfinden. Sein Blick streifte Abuduns Gesicht, wanderte dann zum Inquisitor und kehrte schließlich zu dem Nubier zurück. »Es tut mir leid.« »Freund«, flüsterte er und stieß Abudun das Schwert bis zum Heft zwischen die Rippen. Der Nubier keuchte, starrte eine endlose Sekunde lang fassungslos auf seine Brust herab und kippte dann wie ein gefällter Baum nach hinten, als André die Waffe mit einem Ruck wieder herauszog. Sein Gesicht war dem Inquisitor zugewandt, als er zu Boden stürzte, aber an seinen Augen war schon kein Leben mehr, als er aufschlug. »Großer Gott!« keuchte der Inquisitor. Er starrte aus hervorquellenden Augen auf das blutige Schwert in Andrés Hand, dann wieder auf den Leichnam des Nubiers. »Warum habt ihr das getan?« André antwortete. sondern ging zum Waldrand und band Abuduns hengstlos. Das Tier folgte ihm gehorsam und es blieb auch reglos stehen, als er sich zu Abudun niederbeugte und dessen schweren Körper hochhob und über den Sattel legte. Der Inquisitor sah ihm schweigend dabei zu, hörte aber nicht auf, sich zu bekreuzigen. »Gebt Acht, dass ihr euch nicht den Arm ausringt«, sagte André, »und hebt auch ein kleines Gebet für den Schmied auf, dem ein Schwert gemacht hat. Ohne seine Kunstfertigkeit wird er jetzt vielleicht tot.« Er bückte sich nach dem Krummsäbel, hob die Waffe auf und wischte sie sorgsam an dem roten Mantel des Inquisitors ab, ehe er sie zurück in Abuduns Gürtel schob. »Wer? Wer seid ihr?« flüsterte der Inquisitor. »Wer in Gottes Namen seid ihr?« André musterte ihn kalt. Hätte der Mann im hellen Licht des Tages vor ihm gestanden und hätte man nicht gerochen, dass er sich vor Angst selbst beschmutzt hatte, dann hätte er vielleicht sogar eine beeindruckende Gestalt abgegeben in seinem prachtvollen roten Mantel und mit dem schweren goldenen Kirchenorden auf der Brust. So empfand André nichts als Verachtung für ihn. Fast bedauerte er es, dass Abudun ihn verschont hatte. »Das tut nichts zur Sache«, sagte er. »Nehmt einfach an, dass eure Feinde auch meine Feinde sind. Aber das bedeutet nicht, dass wir Freunde sind oder gar auf derselben Seite stehen. Dann werdet ihr mich auch töten.« André lachte leise. Seine Stimme klang wie zerbrochenes Glas, als er antwortete. »Ich wüsste den Kopf.« André streckte die Hand aus, und der Kirchenmann griff danach, allerdings erst, nachdem er sie einige Augenblicke lang angstvoll angestarrt hatte. André zerrte ihn mit einem unsanften Ruck auf die Füße, und er ließ ihn auch sofort wieder los, ohne sich davon zu überzeugen, dass der Mann aus eigener Kraft stehen konnte. »Dann muss ich mich wohl jetzt bei euch bedanken,« sagte der Inquisitor. »So wie es aussieht, habt ihr mir das Leben gerettet und das eines Freundes dafür geopfert,« antwortete André. »Aber das ist ja wohl ein geringer Preis für eine so bedeutende Persönlichkeit, wie ihr es seid, nicht wahr?« »Bestimmt habt ihr einen Grund, so mit mir zu reden,« antwortete der Geistliche. »Wenn das der Fall ist, dann sagt ihn mir.« André starrte ihn nur an. Er wollte es nicht, aber er sah an der Reaktion auf dem Gesicht des Inquisitors, dass sein Blick hasserfüllt sein musste. Schließlich nickte der Kirchenmann und deutete dann auf Elena. »Dann erklärt mir wenigstens, was das zu bedeuten hat. Wer in Gottes Namen waren diese Leute und warum wollten sie meinen Tod?« André ergriff die Zügel des Hengstes und deutete zur Ruine der Mühle hinauf. »Dort oben sind zwei, die euch alles erklären werden,« sagte er. »Außerdem benötigen sie eure Hilfe. Und nun lasst mich ziehen, Pfaffe. Ich muss einen Freund beerdigen.« Mit dem neuen Tag waren Regenwolken von Westen her aufgezogen und zum ersten Mal seit Wochen linderte ein kühler Wind die grausame Hitze, mit der der Sommer das Land bisher bestraft hatte. Trotzdem war es hier im Schutze des kleinen Waldstreifens, der das Zigeunerlager nach Norden hin begrenzte, so warm und stickig wie die Male zuvor, die sie hier gewesen waren. Die Schatten waren so düster wie eh und je, und obwohl der Fluch gebrochen und zumindest dieser Teil der Welt die unheimliche Präsenz des Bösen vielleicht nie wieder spüren sollte, war das Leben noch nicht wirklich zurückgekehrt. Vielleicht würde es lange dauern, bevor irgendetwas Atmendes wieder wagte, seinen Fuß auf diesen Boden zu setzen, der von etwas berührt worden war, das nicht in diese Welt gehörte. André hatte sein eigenes und Abuduns Pferd weit genug ins Unterholz hineingeführt, dass sie von außen nicht mehr zu sehen waren. Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, die Tiere anzubinden, aber das war auch nicht nötig. Die beiden Hengste warteten treu genau dort, wo er sie zurückgelassen hatte, als sie nach fast einer Stunde aus dem Lager zurückkamen. Er fühlte sich noch immer leer und erschöpft, aber die Müdigkeit, die ihn nun plagte, war von einer völlig anderen natürlichen Art, die verschwinden würde, wenn nur genügend Zeit verstrichen war und er wieder neue Kräfte gesammelt hatte. Die Leere, die nun ein Teil von ihm war, war es nicht. Als er Elena getötet hatte, da war auch ein Teil von ihm gestorben, und es spielte keine Rolle, wie oft und intensiv er auch versuchte, sich selbst klarzumachen, dass das, was er für Liebe gehalten hatte, nur böser Zauber gewesen war und dass Elena und ihre Familie vielleicht nicht einmal Menschen gewesen waren, sondern Kreaturen, die böser und fremdartiger waren als alles, wozu er jemals würde werden können. Es war egal, ob das Messer ein gesundes Fleischschnitt oder einen Krankheitsherd entfernte, der den ganzen Körper zu vergiften drohte, der Schmerz blieb derselbe. Abudun hockte auf einem Felsen und hatte das Gesicht in den Händen vergraben, als André zurückkehrte. Er war ein wenig überrascht, den Nubier bereits wieder wach vorzufinden. Er hatte ihm eine tödliche Verwundung beigebracht und er hatte fest damit gerechnet, dass er viel länger brauchen würde, um sich davon zu erholen. Als er das erste Mal getötet worden war, hatte es Tage gedauert, bis er wieder zu sich gekommen war. Abudun nahm die Hände herunter, als er die Schritte hörte. Seine Rechte senkte sich automatisch auf den Griff des Krummsäbels, den er wieder im Gürtel trug und hielt inne, als er André erkannte. Du bist schon wach, stellte André überrascht fest. Du erstaunst mich immer wieder, Sklavenhändler. Abudun zog eine Grimasse und begann mit der linken Hand die Stelle zu massieren, an der André Schwert seine Brust durchbohrt hatte. Du hast mir nie gesagt, dass es so wehtut. Es wird von Mal zu Mal besser, antwortete André. Du wirst dich daran gewöhnen. Werde ich das? fragte Abudun. Sein Blick verdüsterte sich und André begriff, dass er nicht den körperlichen Schmerz gemeint hatte. Das wirst du wohl müssen, sagte er kühl. Man bekommt im Leben nichts geschenkt, weißt du. Nicht einmal die Unsterblichkeit. Aber vielleicht ist der Preis zu hoch, murmelte Abudun. Bei Allah. Was habe ich nur getan? Es war nicht deine Schuld, sagte André. Du hättest dich nicht wehren können. Nicht einmal ich konnte es. Er hatte geglaubt, mit teilnahmsloser Stimme zu sprechen, aber das konnte nicht stimmen, denn Abudun musterte ihn nun mit alarmiertem Blick. Aber du hast doch … Er sucht scharf die Luft ein. Seine Augen weiteten sich, als er die blutige Schwertklinge in Andrés Hand sah. Was? Er sprang auf, rannte ein paar Schritte in die Richtung zurück, aus der André gekommen war und blieb mit einem unterdrückten Keuchen stehen, als er den Waldrand erreichte und das Lager sehen konnte. Selbst aus dieser geringen Entfernung betrachtet, wirkte es friedlich und ruhig. Nirgends regte sich ein Zeichen von Leben. Irgendwo jaute ein Hund und zwei oder drei der Pferde schnaubten unruhig. Aber das war alles. Was hast du getan? fragte Abudun erschüttert. Was ich tun musste, antwortete André. Er ging in die Hocke, raffte eine Handvoll Moos zusammen und begann, die Schwertklinge damit zu säubern. Seine Bewegungen waren gleichmäßig und ruhig, mehr Ritual als lästige Pflicht. André hatte es tausendmal getan in den vergangenen Jahren und dennoch war er heute so wenig bei der Sache, dass er sich zweimal an dem Rasiermesser scharfen Stahl schnitt. Er merkte es nicht einmal. Irgendwann trat Abudun hinter ihn, aber André fuhr fort, das Damascener schwer zu polieren, obwohl die Klinge längst wie Silber schimmerte. Aber warum, murmelte Abudun, seit wir zusammen sind, warst du auf der Suche nach ihnen. Vielleicht habe ich mich geirrt, sagte André. Aber sie hätten dir alles sagen können, die Antworten auf alle Fragen, die du dir je gestellt hast. Vielleicht bin ich ja zu dem Schluss gekommen, dass ich sie gar nicht hören will. Du weißt, dass du ab jetzt ein Ausgestoßener bist, fragte Abudun. Was du getan hast, wird sich ja rumsprechen auch unter deinesgleichen. Du irrst dich schon wieder, Sklavenhändler, sagte André. Es muss heißen, unter unseresgleichen. Er stand auf, schob das Schwert in die Scheide zurück und drehte sich mit einem Ruck zu Abudun herum. Vielleicht hätte ich dir die Zunge abschneiden sollen, statt nur deine Brust zu durchbohren, sagte er. Manchmal dauert es lange, bis abgetrennte Körperteile nachwachsen. Tja, und manchmal tun sie es gar nicht. Der Nubier setzte zu einer Antwort an, doch in diesem Moment raschelte es hinter ihnen im Unterholz und André hörte Schritte. Mit einer Schnelligkeit, die nicht einmal er Abudun zugetraut hätte, wirbelte der schwarzgesichtige Riese herum und war einen Atemzug später im Gebüsch verschwunden. Und wie es aussah, keinen Augenblick zu früh, denn die Schritte kamen näher und noch bevor die Äste des Busches durch den Abudun außer Sicht gekrochen war, zu zittern aufgehört hatten, erschien ein grauhaariger Mann mit schmutziger Kleidung und einem hastig angelegten blutigen Verband über der linken Schulter vor André. Schulz, murmelte André überrascht, was, was tut ihr denn hier? Ohne eine Antwort abzuwarten, lief er an dem Mann vorbei und starrte argwöhnisch in die Richtung, aus der der grauhaarige gekommen war. Keine Sorge, sagte Schulz, ich bin allein. Was tut ihr hier? fragte André noch einmal. Vielleicht sollte ich mich bei euch bedanken, Andreas, sagte Schulz. Immerhin habt ihr mir das Leben gerettet. Bildet euch nichts darauf ein, antwortete André. Das war mir ein Zufall. Das mag sein, sagte Schulz. Er sah sich aufmerksam um. Sein Blick blieb einen Moment lang auf Abuduns schwarzem Hengst haften, ehe er sich wieder an André wandte. Ihr habt euren Freund beerdigt, Andreas? Draußen im Wald, ja, antwortete André. Das wäre sein Wunsch gewesen. Er hat den Gedanken immer gehasst, auf einem Friedhof zu liegen, inmitten so vieler Toter. Und wenn ihr glaubt, ihr werdet mir etwas schuldig, so könnt ihr eure Schuld auch gleich zurückzahlen. Versucht nicht, seine letzte Ruhestätte zu finden oder ihn gar auszugraben. Natürlich nicht, sagte Schulz. Das ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Er schwieg einen Moment. Dann trat er wieder an Andrés Seite und blickte in die gleiche Richtung wie er zuvor. Aber nur für einen Moment, bevor er sich herumdrehte, und das Lager aus Zelten und Wohnwagen betrachtete. Ich war gerade dort, sagte er. Ich habe euch gesehen. So, fragte André, und was werdet ihr jetzt tun? Das hängt vielleicht ganz von euren Antworten ab, erwiderte Schulz. Warum habt ihr es getan? André hob die Schultern. Jemand musste es tun. Schulz nickte, als wären das genau die Worte, die er erwartet hatte. Dann werdet ihr gehen müssen, sagte er. Flock und ich haben dem Inquisitor alles erklärt. Ich meine, wir haben ihm alles erzählt, was er hören wollte. Wie geht es, Flock? Er wird wieder gesund, glaube ich, antwortete Schulz. Und was diesen eingebildeten Popanz von Inquisitor angeht, so hat er genug gesehen und gehört, um guten Gewissens in sein Kloster zurückzukehren und sie noch ein paar Verdienste für seinen Ablass gutschreiben zu lassen. Macht euch keine Sorgen um ihn, aber dort drüben liegen eindeutig zu viele Tote, als dass niemand Fragen stellen würde. Besser ihr verlässt diese Gegend, Andreas. Schnell. André schwieg eine kleine Ewigkeit. Dann trat er einen Schritt zurück, drehte sich ganz zu Schulz herum und sagte, Danke. Wahrscheinlich werde ich nie ermessen können, was ihr wirklich für uns getan habt, Andreas, sagte Schulz ernst. Und ich glaube, ich bin es, der sich zu bedanken hat. Auch im Namen all der braven Leute hier, die gar nicht wissen, in welcher Gefahr sie geschwebt haben. Aber nun solltet ihr gehen. Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, und da hob er plötzlich die Hand, als wäre ihm noch etwas eingefallen. Beantwortet mir noch eine Frage, Andreas. Nur zu, sagte André, wenn es nicht so lange dauert. Schulzmaß Abuduns pfährt noch einmal mit einem nachdenklichen Blick. Dieser, dieser Zaubertrick, von dem man mir erzählt hat, sagte er, als es so aussah, als hätte euer heidnischer Freund euch mit dem Schwert durchbohrt und so vom Leben zum Tode befördert. Ich habe gehört, ihr wäret sehr überzeugend gewesen. Überzeugend genug, dass alle, die dabei waren, Stein und Bein geschworen haben, es wäre kein Trick gewesen. Es war ein Trick, antwortete André, wenn auch ein sehr guter. Was ist damit? Nun, ich frage mich nur, ob das Ganze auch in umgekehrter Richtung funktioniert, sagte Schulz. Ich fürchte, nein, antwortete André, ich werde mich wohl nach einem anderen Beruf umsehen müssen. Schulz lachte leise, drehte sich herum und ging. Und als sie in sicherer Entfernung war, tauchte auch Abudun wieder aus seinem Versteck auf, trat neben André und blickte dem grauhaarigen, hinkenden Mann schweigend nach. Als sie eine halbe Stunde später den Wald verließen und sich nach Süden wandten, begann es zu regnen. Und als sie Vielen Dank.